Schönen guten Morgen! Es sind ja doch zwei Leute gekommen, wunderbar. Herzlich willkommen in Bochum, schon wieder. Wir wollen jetzt los starten und ich mache wie immer noch mal eine kurze Organsage. Wir haben wie das letzte Mal hier drüben auf der linken Seite wieder das Sunny-Team und das Awareness-Team. Zum Awareness-Team, kurz für das Protokoll, das ist das Ticket 338. Das Awareness-Team steht für Antidiskriminierung, Konfliktprävention und Deeskalation. Die sind mit zehn Leuten da und sind wie gesagt vorne am Awareness-Tisch präsent. Die tragen alle so ein blaues Kungler-Gedächtnis-Shirt mit einem orangenen Herzen. Über Twitter, über Awareness-Team erreichbar. Ja, ansonsten haben wir den Info-Tisch, der ist hier drüben auf der rechten Seite. Wir haben es mittlerweile geschafft, doch einen Besprechungsraum jetzt zur Verfügung zu stellen. Also falls sich AGs, junge Piraten, die hatten sich noch bei mir per Mail gemeldet oder sonstige Gruppierungen treffen wollen, die können wieder unter raum.piraten.bpt.de sich einen Raum buchen. Ich versuche das jetzt noch möglichst zeitnah, dann auch wieder auf die Homepage zu bringen, aber ihr könnt schon mal ein Mail schreiben. Ansonsten die Mandatsträger, die da sind und sich noch nicht ihre Batch geholt haben, mögen das bitte noch draußen an dem orangenen Pavillon tun. Die Kandidaten, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, mögen bitte hier drüben ans Front-Office kommen. Da steht der Andi Popp und dort ihre Unterlagen abgeben. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Parteitag bzw. eine Aufstellungsversammlung und übergebe jetzt an den Thorsten Wirt. Ja, hallo. Ich eröffne hiermit den Bundesparteitag 14.1. Liebe Piraten, ich begrüße euch. Ich wünsche einen guten Rutsch gehabt zu haben und ein gutes 2014 von dieser Seite. Wir haben einen Europa-Parteitag. Wir wählen heute unsere Liste für die Europawahl. Und Europa ist für die Piraten ein sehr wichtiges Thema. Grenzen sind überwunden worden. Wir können von Warschau bis Lissabon fahren und wir brauchen nicht durch irgendwelche Zollabsperrungen, wir brauchen nichts, um von A nach B zu kommen. Das war nicht immer so. Und wenn wir das jetzt für eine Selbstverständlichkeit halten, dann ist das, sollten wir uns mal ins Gedächtnis rufen, wie es denn noch vor 20 Jahren war, vor 30 Jahren war, wo wir an jeder Ecke einen Schlagbaum hatten. Das, was wir jetzt haben, empfinden wir als selbstverständlich, ist es aber nicht. Wer in der Welt ein bisschen rumgekommen ist, wird sehen, was Grenzen bedeuten. Und dass in unserem Gedächtnis diese Idee einer Grenze immer weiter entfernt wird, ist etwas, was wir auch dieser Idee Europa zu verdanken haben. Wir erleben keine Grenzen mehr. Und das ist auch das, was die Piraten wollen. Wir wollen keine Grenzen, weil wir grenzenlos sind, weil wir in diesem Internet sind. Das bedeutet für uns auch, dass wir international agieren und dass wir auch international denken. Wir haben die Europäische Union. Die Europäische Union ist ein Konstrukt aus drei verschiedenen Ebenen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wie diese Ebenen denn zusammengehören. Wir haben das Parlament, wir haben die Kommissare, wir haben den Rat. Und nur ein Element dieser Europäischen Union ist wirklich demokratisch gewählt. Das ist das Parlament. Und wir müssen halt die Frage stellen, wie wir dazu kommen, dass wir ein demokratisches, ein freieres Europa bekommen, was auch legitimiert ist von uns, von der Bevölkerung. Wir müssen Europa demokratisieren. Wir brauchen dort neue Wege, wir brauchen neue Ansätze. Das Europaparlament ist nicht mal antragsberechtigt, das heißt, es ist nicht mal initiativberechtigt. Wir haben das große Problem, dass das Europaparlament als solches im Prinzip nur noch abnicken muss, was der Rat oder die Kommission ihnen eingibt. Das sind Zustände, die einer Demokratie unwürdig sind. Wir haben schon in unserem Wahlprogramm gesagt, was wir für die Bundestagswahl aufgestellt haben, Visionen für Europa formuliert, dass wir ein demokratisches, dass wir ein diverses Europa brauchen. Und es ist sehr wichtig, dass dann auch Minderheiten gehört werden. Und diese Idee vertritt auch der Europäische Gerichtshof, indem er gesagt hat, wir brauchen keine 5%-Hürde für Europa. Wir wollen alle hören, wir wollen alle in das Parlament aufnehmen. Jetzt ist die Bundesregierung hergegangen, hat aus diesem, nein, es darf keine 5%-Hürde geben, eine 3%-Hürde für das Europaparlament gemacht. Dagegen haben wir vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Und so wie es jetzt aktuell aussieht, werden wir mit dieser Klage eventuell auch Erfolg haben. Und ich finde es sehr gut, dass wir das gemacht haben. Wir fordern, dass wir Europa nicht als geschlossenen Raum sehen. Wir wollen Frontex nicht. Wir wollen, dass Leute zu uns kommen können, die in Not sind. Wir wollen sie nicht vor Lampedusa verrecken lassen. Das geht nicht. Das ist auch einer Humangesellschaft nicht würdig. Wir können es nicht zulassen, dass Leute aus Not sich in Boote quetschen und bei rauer See irgendwo kentern, weil sie wirklich gejagt sind. Weil sie die Gejagten sind. Das geht nicht, dass wir diese vor einer Insel, die ihnen Zuflucht bieten könnte, dass wir sie dort verrecken lassen. Wir brauchen ein System, wie wir die Leute nach Europa holen, wie wir ihnen Schutz gewähren können. Und wir brauchen in der Asylrechtspolitik, auch in der europäischen Asylrechtspolitik, ganz neue Impulse. So wie sich Europa jetzt abschottet, hat Europa keine Zukunft. Menschen, und bitte versucht euch das mal vorzustellen, Menschen, die in Syrien verfolgt werden, weil sie Freiheit wollen. Und sie werden dort kaputt gebombt, ihre Häuser werden ihnen kaputt gebombt, ihnen wird alles genommen. Man muss sich das bitte mal vorstellen, diese Leute sind wirklich in allerhöchster Not. Und wir lassen sie dann einfach auf irgendeinem Schiff verrecken. Bitte versucht es euch vorzustellen. Diese Art der Vorgehensweise, wie sich die europäische Frontex dort präsentiert, ist menschenunwürdig. Das dürfen wir nicht länger dulden. Und ich möchte, dass wir die Idee Europa nicht den machtgetriebenen Parteien überlassen, sondern dieser Idee unsere Perspektive mitgeben. Dafür sind wir heute hier. Deswegen wählen wir heute Leute. Bitte guckt sie euch gut an, hört ihnen zu und wählt die richtigen Leute aus, damit wir in Europa auch eine Stimme bekommen. Und ich bitte auch für den Ablauf der Veranstaltung, wir haben über 50 Kandidierende, so habe ich es jedenfalls im Wiki gesehen, bitte sorgt dafür, dass ihr nicht mit überflüssigen oder zu vielen GO-Anträgen den Ablauf der Versammlung stört. Versucht euch nochmal mit jemandem zusammenzutun. Bevor ihr einen GO-Antrag stellt, beredet es bitte mit zwei, drei anderen Piraten, damit ihr dort sicher seid, dass es wichtig ist. Ansonsten, wir haben einen sehr straffen Zeitplan, heute und morgen auch, weil wir brauchen morgen das Wahlprogramm für Europa. Wir haben nicht nichts, aber ein Wahlprogramm ist sehr wichtig für unser weiteres Doing. Das ist auch das, was wir dann nach außen vertreten. Liebe Piraten, wir heißen Piratenpartei. Wir sind nicht die CDU. Wir sind nicht die SPD. Wir haben uns Piraten genannt. Und den Leuten, die uns für unseriöslich halten, weil wir Piraten heißen, denen möchte ich gerne sagen, wenn ihr es für seriöslich haltet, dass ein Pofalla jetzt beispielsweise in den Vorstand der Deutschen Bahn geht, wenn ihr es für seriöslich haltet, dass die Leute veralimentiert werden in der Wirtschaft, nachdem sie direkt aus dem Bundestag ausgeschieden sind, dann verstehe ich persönlich die Welt nicht mehr. Wir sind Piraten. Versteht ihr das? Wir haben einen anderen Namen. Wir haben ihn in uns ausgesucht, damit wir genau dieser Ironie quasi entgegenwirken. Wir werden nicht als seriöslich wahrgenommen, weil wir so sind, wie wir sind, weil wir hier Demokratie machen, weil wir uns streiten um die Themen und hier keinen durchorganisierten Parteitag haben. Deswegen geht die Presse her und hält uns für unglaubwürdig. Also ich muss ganz ehrlich fragen, was ist denn daran unglaubwürdig, wenn wir uns hier hinstellen und Demokratie tatsächlich auch leben? Also ich will... Wir machen in der Öffentlichkeit nicht immer das allerbeste Bild, weil wir uns auf Twitter streiten, weil dort wirklich viel gebasht wird. Ja, es ist Teil unserer Kultur. Aber was ist denn dagegen einzuwenden, wenn wir uns mal streiten und wenn wir uns hier auch mal die Themen um die Ohren hauen? Was nicht geht, was richtig scheiße ist, das ist das Ranten. Das ist das, wenn wir uns gegenseitig immer wieder mit einer emotionsgetriebenen Diskussion versuchen, unsere eigene Öffentlichkeit kaputt zu machen. Das ist Selbstverfleischung. Und das ist auch etwas, gegen das wir uns aufstellen sollten. Diese Art... Diese Art der emotionsgetriebenen Selbstverfleischung, bitte liebe Leute, versucht auch mal daraus eine Kritik zu machen, versucht, bevor ihr rantet, bevor ihr, wie gesagt, wild in der Gegend herumschreit, was alles nicht gerade so gut läuft, versucht es mal zu formulieren und versucht daraus Kritik zu machen, weil das bringt uns weiter. Alles andere bringt uns nämlich nicht weiter. Das bringt uns nur nach hinten. Wir haben eine gute Idee. Das, was hinter den Piraten steht, das ist eine Vision. Es ist ein Gesellschaftsentwurf. Dieser Gesellschaftsentwurf besagt, und das haben wir schon 2006 formuliert, liebe Piraten, das ist seit 2006 steht es in unserem Grundsatzprogramm drinnen. Wir wollen eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Wir bauen auf Partizipation. Wir wollen eine partizipative Gesellschaft, in der die Menschen selbstbestimmt leben können. Wir wollen, dass die Menschen mitentscheiden können, was in ihrer Gesellschaft passiert. Das ist die Ursache für all unsere Themen, die wir in unserem Grundsatzprogramm geschrieben haben. Das ist die Ursache, warum wir Transparenz fordern. Das ist die Ursache, warum wir hergehen und wollen über das bedingungslose Grundeinkommen mit der Gesellschaft reden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wir sind keine Themenpartei. Wir sind eine Gesellschaftspartei. Wir wollen ein Gesellschaftsbild nach außen tragen. Das ist unsere Vision. Und so steht es in unserem Grundsatzprogramm drinnen. Und ich bitte alle Menschen, also alle Piraten, die hier sind, dass wir, Menschen sind auch Piraten, okay. Ich bitte darum, dass, wenn ihr mal wieder einen Spreit habt, wenn wir mal wieder irgendeinen Zwist haben, denkt doch mal dran, dass wir für diese Vision gemeinsam gesagt haben, ja, das ist unsere Vision. Wir wollen eine Gesellschaft bauen. Wir wollen eine Gesellschaft bauen, in der die Menschen frei entscheiden können, wie sie zusammenleben. Wir gehen von einem Menschenbild aus, was von selbstbestimmten Menschen als Fundament hat. Das würde ich gerne nach außen tragen. Und bitte, liebe Leute, dahinter haben wir uns alle irgendwann mal gestellt. Vergesst das nicht, wenn ihr euch streitet, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Hinter die können wir uns stellen. Und ohne Probleme sagen, das ist das, wofür wir da sind. Das ist das, warum es die Piratenpartei geben sollte. Wegen diesem Gesellschaftsbild. Wir haben die Geheimdienste vor der Tür. Wir haben sehr viele Veröffentlichungen in dem letzten Jahr miterlebt, die wir dem Herrn Snowden zu verdanken haben. Und ich erkläre die Geheimdienstparanoia hiermit für beendet. Weil es keine Paranoia ist. Es ist keine Paranoia. Wir werden tatsächlich überwacht. Und das werden wir jeden Tag. Und jeder von euch hat mit Sicherheit irgendeinen Eintrag bei irgendeinem Geheimdienst drin, wo er jetzt gerade gesurft hat, wo er jetzt gerade sein Handy angeschaltet hat. Wir sitzen, wir sind vor einem Bild, was uns 1984 so vielleicht noch gar nicht in den Kopf gekommen ist. Mit den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ist die Totalüberwachung da. Wir merken es nicht, wir sehen es nicht. Die Menschen auf der Straße interessiert es auch nicht, weil sie es nicht sehen und weil sie es nicht schmecken können. Und aktuell ist die Situation in unserem Land noch so stabil, dass wir sagen können, hier, es regt uns auch nicht weiter auf, weil es ist ja alles in Butter. Also wenn irgendjemand laut wird, dann kommt der große Knüppel und haut mal drüber. Aber wenn die Situation sich irgendwann mal kippt, dann sind diese Geheimdienste ganz schnell dabei und werden euch, euch, dich, 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 dich. Dann werden wir alle, dann werden wir alle auf einer Liste stehen. Und das wird uns dann vielleicht nicht mehr gefallen. Das, was die NSA, das, was die Geheimdienste machen aktuell mit dieser Ausspielung, mit dieser perfiden Art und Weise, wie sie Computer abfangen und manipulieren, das sind Dinge, die wir nicht länger dulden können. Und ich fordere alle auf, ich fordere alle auf, die Informationen gelangen, die an Informationen gelangen, die das aufdecken können, dass sie das der Welt mitteilen. Wir müssen mutig sein. Ihr seid Administratoren, ihr seid in der IT tätig. Sehr viele von euch werden etwas tun. Ich fordere euch auf zum Whistleblowing. Tut das. Und wenn ihr Hilfe braucht bei euren Sachen, dann meldet euch bei uns. Wir können nicht jeden persönlich beschützen, aber wir werden dafür sorgen, dass euch das, was wir können, dass wir euch das zur Verfügung stellen. Wichtig ist dabei, dass die Geheimdienste sich nicht sicher sind bei dem, was sie tun. Sie sollten auch Angst haben bei dem, was sie tun. Und deswegen rufe ich auf, liebe Leute, macht Whistleblowing, macht dort mit, seid mutig. Und wir holen uns irgendwann mal dieses Stück Freiheit zurück, weil das Internet, das ist Technik. Und wir können auch Technik. Und wir werden auch irgendwann mal uns diese Infrastruktur, die jetzt von der NSA durchzogen ist, werden wir uns zurückholen. Und wer auf dem 30C3 war, dass es dort sehr viele Aufrufe gab. Und ich glaube, wir werden dieses Jahr noch sehr, sehr viel erleben, was nicht nur wir, sondern auch die NGOs diesbezüglich auf die Beine stellen. Liebe Leute, wir haben jetzt ein ganz großes Problem. Dieses große Problem nennt sich GroKo. Ganz toller Name. Es ist im Prinzip ein GroKo-Horror, würde ich es mal bezeichnen. Wir haben Vorratsdatenspeicherung angekündigt bekommen. Die Menschen bedienen sich da gerade, in dem Ämter und Posten verschachert werden. Wir haben sehr viel mit der GroKo zu erwarten, was uns nicht besonders freut. Ich freue mich da sehr über die Aktion, die Caro schon losgetreten hat, indem sie das GroKo-Bashing angefangen hat. Aber das wird natürlich nicht alles sein. Wir haben als außerparlamentarische Opposition die Verantwortung, dass wir das, was die Regierenden machen, dass wir das nicht nur kritisieren, sondern dass wir Alternativen vorschlagen, dass wir dort etwas tun. Wir werden als Piratenpartei hoffentlich in die Position kommen, dass wir unsere Vorschläge unterbreiten können und dass wir unsere Vorschläge auch platzieren können. Und ich sehe hier unsere Abgeordneten aus der Landtagsfraktion NRW und die viele gute Arbeit machen. Und wir werden zusammen mit dem Bundesvorstand hoffentlich uns einen neuen Impuls geben, auch gegen die GroKo und auch als außerparlamentarische Opposition zu wirken. Ich bitte euch darum, dass ihr uns darin unterstützt und ich bitte auch um euer Vertrauen für den Bundesvorstand. Wir brauchen es nicht, dass wir gegeneinander arbeiten. Wir sollten miteinander arbeiten. Und ich bin für jede Kritik offen. Ich bin für jede Kritik offen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns, wenn es Kritik an dem Bufo gibt, wenn es Kritik innerhalb der Piratenpartei gibt, wenn wir das bereden, wenn wir das formulieren und wenn wir nicht aufeinander einprügeln. Ich bedanke mich bei euch und ich bitte jetzt den Bufo nochmal komplett auf die Bühne. Guten Morgen. Neben dem, was Thorsten schon angesprochen hat, möchte ich gerne im Namen des ganzen Bundesvorstands noch mal ein paar Worte an euch richten. Wir haben noch euren Erwartungen gefragt in Bremen. Wir haben einen klaren Auftrag bekommen. Was ihr und wir selbst von uns erwarten, ist Strukturen zu schaffen und die Partei zukunftsfähig zu machen. Wir haben Pläne, wie wir uns langfristig nicht nur selbst verwalten, sondern auch weiterhin erfolgreich Politik machen können. Aber unsere Parteimittel sind knapp. Das wisst ihr. Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir mehr Geld. Geld, wir bitten euch zu spenden. Geld ist aber nicht das Einzige, was wir von euch möchten. Die Piraten stehen für ein Miteinander und Toleranz. Wir arbeiten aber viel zu oft gegeneinander und greifen uns gegenseitig an. Meinungsfreiheit ist uns wichtig, aber die Meinung des anderen zu akzeptieren, gelingt uns oft nicht. Wir wollen transparente Politik und haben dabei das Vertrauen in diejenigen verloren, die bei uns Verantwortung übernehmen. Unsere Werte und Ideale, unser Weltbild nützt uns gar nichts, wenn wir zulassen, dass sie missbraucht werden, um persönliche Ziele zu erreichen. Das blockiert uns. So können wir unsere gemeinsamen Ziele als Partei nicht erreichen. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, müssen wir unsere Werte auch vorleben. Wir müssen aufeinander Acht geben, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen Politik machen. Dankeschön. So, ich möchte noch ein, zwei Sätze sagen in eigener Sache. Ich werde heute schon wieder abreisen. Manchmal trifft es das persönliche Schicksal sehr hart und ich muss meiner Familie beistehen. Deswegen bitte ich um Verständnis dafür, dass ich heute schon wieder abreisen muss. Ich bedanke mich bei allen, insbesondere den Leuten in meinem persönlichen Umfeld, die mir da geholfen haben. Es ist großartig. Danke. Tschüss. Ich muss jetzt noch die Versammlung noch weiterleiten. Wir unterbrechen jetzt und ich eröffne die AV. Vielen Dank. So, hallo. Mein Name ist Florian Bokor. Ich bin gerade vom Bundesvorstand beauftragt worden, jetzt hier den Formalkram abzufeiern. Der Bundesparteitag ist vorbei, deshalb machen wir jetzt einen auf seriös. Wir haben das mit dem Bademäntel für den Bundesparteitag und den Schick für die Aufstellungsversammlung, dass Sie das unterscheiden können. Als erstes steht bei mir auf der Tagesordnung die Wahl des Versammlungsleiters für die Aufstellungsversammlung. Das ist ein Job, den würde ich ganz gerne machen. Ich habe mich mit meinem Team darauf vorbereitet, diese Aufstellungsversammlung erfolgreich durchzubringen. Für die Aufstellungsversammlung würde ich mich vertreten lassen von der, nein, von Gerhard Anger, von Marco Golpert und zur Not von der Lara Lembke, weil die Lara Lembke dann den Bundesparteitag auf der Bühne leiten wird. Ich bitte jetzt um euer Kartenzeichen. Kriege ich den Job oder nicht? Die AV-Karten. Grün und Lila. Grün für Ja, Lila für Nein. Okay, dann danke ich euch für das Vertrauen. Wir kommen zur Wahl des Wahlleiters. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin der andere Bokor, Jochen mit Vorname. Und auch ich habe ein großartiges Team zusammengestellt. Noch ist mein Team zu klein. Ich brauche immer noch Bereichsleiter, falls ihr mich wählt. AV sind Grün und Lila. Wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich hier die Wahlen und Abstimmung organisiere und durchführe, dann stimmt bitte mit Ja, wenn nicht, stimmt mit Nein. Ihr seid klasse, vielen Dank. Dann gleich eine Orga-Durchsage. Alle bisher bekannten Bereichsleiter kommen jetzt hier vorne hinter die Stellwand, dass wir eine Besprechung machen können. Alle Bereichsleiter bitte jetzt hier vorkommen. Und ich übergebe wieder an die Versammlungsleitung. Ich übergebe dann die Versammlungsleitung an den Gerhard Angers. So, das war zu laut, glaube ich, gerade, oder? Guten Morgen. Geht's? Ja, wir haben noch eine weitere Ansprache auf der Tagesordnung, die auch schon vorab eingetragen war und auch bekannt gegeben worden ist. Das ist Florian zum Keller-Quast, der Vorsitzende unserer Jugendorganisation, also der einen davon, der jungen Piraten, der jetzt eine Ansprache halten wird. Florian, du hast das Wort und Applaus. Ja, guten Morgen, liebe Piratinnen und Piraten. Herzlich willkommen zur Aufstellungsversammlung von unserer Europa-Liste. Diese Versammlung findet statt am Anfang des Jahres 2014. Ein Jahr, das für die europäische Politik extrem wichtig wird und extrem spannend, aber auch für die Piraten. Das Jahr hat damit begonnen, dass seit vier Tagen die Menschen aus Rumänien und Bulgarien endlich im gesamten Gebiet der Europäischen Union sich frei bewegen dürfen, eine richtige, vollständige Freizügigkeit erhalten, inklusive Arbeitnehmerfreizügigkeit. Endlich dürfen sie das, was für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger selbstverständlich sein sollte, ihre Rechte auch wahrnehmen. Und damit füllen sie die Idee Europa ein Stück weiter mit Leben. Lasst uns das als Anlass nehmen, daran zu denken, was die Europäische Union ist. Europa ist ein Projekt der Integration. Europa ist ein Projekt des Friedens. Aber Europa ist auch ein Projekt der Regierungen. Europa ist ein Projekt, das davon lebt, dass es von uns gemeinsam gestaltet wird. Lasst uns aus diesem Projekt der Regierungen ein Projekt aller Menschen machen, an dem wir gemeinsam arbeiten, das wir gemeinsam gestalten und mit dem wir uns dann auch gemeinsam identifizieren können. Wir müssen daran arbeiten, uns dafür einsetzen, die Idee Europa mit Leben zu füllen. Denn die Gegner Europas sollen keine Chance haben, ihre völkischen Bestrebungen, Nationalstaaterei irgendwo voranzukommen. Rechte Strömungen sind in den letzten Jahren in Europa überall am Erstarken. Ob in Holland, in Finnland, in Frankreich oder auch in Deutschland, wie etwa das rassistische Verhalten des Senats in Hamburg oder der Protest gegen die Geflüchteten in Schneeberg zeigen. Während die Hamburger SPD-Regierung geflüchteten Menschen die Menschlichkeit verweigert, wirft der SPD-Staatsminister für Europa, der CSU, vor, sie habe Europa nicht verstanden. Das ist durchaus richtig, aber das zeigt umso mehr im Gesamten, die SPD hat es auch nicht verstanden. Die CSU hetzt auf dem Rücken der Ärmsten der Gesellschaft, aber das gilt hier, wie der Senat von Hamburg zeigt, genauso für die SPD. Sie haben nicht verstanden, dass Europa kein Projekt gewalttätiger, unmenschlicher Abschottung ist, sondern ein Projekt des Friedens, ein Projekt der Menschlichkeit und des Zusammenwachsens. Sie schützt mit ihrer Haltung genau diese anti-europäischen Kräfte, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Die SPD sollte sich schämen. Wir dürfen diesen anti-europäischen Strömungen keinen Platz geben, keinen Fußbreit Raum lassen für ihren Hass. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie dieses erfolgreiche Projekt des Friedens und des Zusammenlebens gefährden. Daher muss der Rahmen, in dem wir politisch denken, immer mindestens Europa sein. Nationale Kleinstaaterei und nationale Befindlichkeiten müssen wir hinter uns lassen, wenn wir diese großartige Idee mit Leben füllen wollen. Europa ist aber nicht von ein Europa. Es ist eine Idee und ein Projekt und es liegt an uns, diese Idee mit Leben zu füllen. Die Krise hat in Europa vor allem eines gezeigt. Wir kommen in Europa nur voran, wenn wir gemeinsam miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Wir brauchen endlich europäische Sozialsysteme, denn Solidarität darf nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Jugendarbeitslosigkeit, wie zum Beispiel in Spanien, ist kein spanisches, sondern ein europäisches Problem. Und als solches müssen wir auch gesamteuropäische Lösungen dafür entwickeln. Aktuell leidet die europäische Politik noch am nationalen Horizont vieler Politikerinnen und Politiker. Der Punkt, an dem dann wieder in Europa gedacht wird, ist der Punkt, wenn etwas national nicht durchsetzbar ist. Dann kommt wieder schnell die Ausrede. Aber Brüssel hat das gesagt und der Umweg über Brüssel wird versucht. Dann kommen vermeintliche Sachzwänge. Sei es bei der Vorratsansprechung, sei es bei Netzsperren oder Netzneutralität. Der Weg wird immer versucht. Natürlich brauchen wir eine europäische Lösung für diese Themen. Aber doch nicht nur, weil dort viel weniger Öffentlichkeit ist, die in Institutionen auf die Finger guckt, als in den einzelnen Staaten. Wir brauchen eine abgestimmte europäische Innenpolitik. Denn das ist es, was Europa ausmacht. Typische innenpolitische Felder. Wir brauchen auf europäischer Ebene eine gesetzlich verankerte Netzneutralität. Wir brauchen auf europäischer Ebene einen wirksamen Datenschutz. Wir brauchen auf europäischer Ebene ein klares Bekenntnis zur Freiheit und gegen Vorratsdatenspeicherung. Wir brauchen auf europäischer Ebene eine Abschaffung der Geheimdienste und der staatlichen Überwachung, sowohl im Inneren als auch nach außen, wie zum Beispiel an den Grenzen, EuroZoom. Das muss weg. Wir brauchen auf europäischer Ebene ein einheitliches und modernes Urheberrecht. Ganz viele unserer Herzensthemen, ganz viele der Themen, die als Kernthemen bekannt sind, lassen sich auf europäischer Ebene durchsetzen. Aber es sind nicht nur die Kernthemen. Hier müssen wir zeigen, dass Europa nicht das ferne Brüssel ist, sondern ein Projekt, in dem wir alle mit drinstecken und das uns alle betrifft und uns alle interessieren sollte. Unser Selbstverständnis als Europäerinnen und Europäer muss für uns auch heißen, europäische Bürgerinnen und Bürger zu begreifen. Europapolitik ist keine Außenpolitik. Europapolitik durchdringt alle Politikbereiche und alle Politikbereiche durchdringen Europa. Auch gerade deswegen brauchen wir eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Als unsere direkt gewählte Vertretung brauchen wir ein Initiativrecht für das Parlament. Wir brauchen ein Verfassungskonvent, das die europäische Demokratie stabilisiert und so eine gelebte Demokratie für uns möglich macht, stärker möglich macht und für eine stärkere Legitimation sorgt. Und es ist keine der anderen Parteien, die in diese Richtung glaubwürdig vertritt. Die Erfahrung, wie es sich anfühlt, eine Welt ohne nationale Grenzen zu haben, durften und dürfen wir im Internet täglich erleben. Was wir an Grenzenlosigkeit im Internet erleben dürfen, ist das genaue Gegenteil davon, was die Regierungen, mit denen anderer Staaten Abkommen ausgemacht werden, diese schöne Abkürzungen wie ACTA, TTIP oder TAFTA haben. Wir brauchen hier eine echte Beteiligung von Menschen, die betroffen sein werden. Eine Beteiligung ist nicht nur ein Buzzword, Politik muss sie auch umsetzen, denn sie schafft Nähe, sie schafft Akzeptanz. Sie ist ein Mittel gegen demokratische Defizite, unter denen die EU heute noch leidet. Demokratische Beteiligung, Offenheit und Vertrauen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, gegenüber anderen Staaten innerhalb der Europäischen Union, das sind es die Ideen, die die europäischen Ideen füllen, konkretisieren und die wir stärken sollten. Dass viele Menschen sich nicht mit der Europäischen Union identifizieren, liegt auch mit daran, dass die Grenzen in den Köpfen noch stark existieren. Unser Ex-Innenminister Friedrich hatte nichts Besseres zu tun, als das Schellenabkommen wieder mit Ausnahmen zu füllen, die Staaten wieder erlauben, ihre Grenzen zuzumachen. Das ist so ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Es ist ein Schritt, der trieft vor rassistischer Hetze und Nationalismus. Lasst uns zeigen, dass wir die Idee eines grenzenlosen Europa mit Leben füllen können. Wählt eine tolle Liste und rockt die Europawahl. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe dann noch eine kurze Durchsage zu machen, bevor ich noch mal kurz an den Wahlleiter übergebe. Eine Bitte an alle Kandidierenden. Wenn die Kandidierenden vorbereitete Redeskripte haben, wäre es, ich denke auch, um es dem Protokoll einfacher zu machen, sehr nett, eine Kopie davon, wenn möglich, hier vorne beim Frontoffice abzugeben, damit wir das auch in geschriebener Form vorliegen haben. Das ist nicht verpflichtend, natürlich, aber es wäre sehr schön, wenn es funktioniert. Und dann hat jetzt noch mal kurz der Wahlleiter das Wort beziehungsweise der Beauftragte Wahlleiter Maha für noch mal zwei Durchsagen. Bitte sehr. Ja, also, ihr habt die Möglichkeit, sofern ihr akkreditierte Mitglieder der Aufstellungsversammlung seid, Wahlvorschläge zu machen. Diese Wahlvorschläge können am Frontoffice gemacht werden, aber es sei schon jetzt darauf hingewiesen, dass die Liste, die Kandidatenliste natürlich geschlossen werden muss, bevor wir über die Vorstellungsreihenfolge abstimmen. Das heißt also, nach der Entscheidung über die Tages- und Geschäftsordnung muss diese Liste geschlossen werden. Das könnte in etwa zehn Minuten der Fall sein. Also, wenn ihr noch Wahlvorschläge habt, dann wäre jetzt der Moment günstig, diese Wahlvorschläge beim Frontoffice einzureichen. Ja, herzlichen Dank. So, wir haben tatsächlich noch einige Formalien zu erledigen, die wir jetzt der Reihe nach abarbeiten. Einige sind eher parteiinterner Natur, die anderen sind uns vom Europawahlgesetz und der Europawahlordnung vorgeschrieben und wir werden jetzt, denke ich, versuchen, die mit aller notwendigen Sorgfalt durchzuarbeiten. Zunächst haben wir den Punkt die Wahl der Protokollführung parteiintern. Das ist nicht die offizielle Wahlniederschrift, das kommt dann als nächstes, sondern es handelt sich dann letztendlich um das uns schon altbekannte mehr oder weniger als Wortprotokoll geführte Protokoll. Es gibt hier eine Kandidatur, das ist Helena Schmidt, die das auch schon in Bremen beim Bundesparteitag in Bremen gemacht hat und das auch heute wieder machen würde. Sitzt da hinten auch schon zusammen mit Draflo, der also auch wieder diesmal vor Ort ist, was uns alle auch sehr freut, dass die beiden da sind und das gerne tun möchten. Draflo wird dann, wenn wir zu einem BPT-Teil kommen, den BPT-Teil übernehmen. Die Frage gleich, wohl gibt es außer Helena Schmidt noch weitere Kandidaturen für die parteiinterne Protokollführung. Das ist offenbar nicht der Fall, dann können wir auch hier zur Wahl kommen. Relevant sind wieder die grünen und violetten Stimmkarten. Ich bitte um das Kartenzeichen für und gegen Stimmen in einem Abstimmungsgang. Wer ist für beziehungsweise gegen Helena Schmidt als Protokollantin? Ich erkenne eine ganz klare Mehrheit dafür. Helena ist damit gewählt und ich nehme an, nimmt auch an. Ja, das sieht gut aus und herzlichen Dank für die Bereitschaft dazu. Das ist immer einer der mühseligsten Jobs bei so einer Veranstaltung überhaupt. Wir haben eine weitere Wahl durchzuführen. Das ist die Wahl der Schriftführung gemäß Europa-Wahlordnung. Es ist ja da eine Niederschrift anzufertigen, in der einige Dinge angekreuzt und Wahlergebnisse eingetragen werden müssen. Also das offizielle Dokument, das dann an die Bundeswahlleitung geht. Hier gibt es auch einen Vorschlag, der von der AV-Orga, namentlich von Andi Popp, der sich ja als Bufo um die Sache gekümmert hat und auch jetzt noch als Beauftragter. Das ist Gerd Fleischer, der hier auch steht, der das übernehmen würde, diese Niederschrift auszufertigen. Auch hier gleichwohl die Frage, gibt es weitere Kandidaturen für dieses Amt? Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir auch bitte hier zu den Kartenzeichen. Wer ist für respektive gegen Gerd Fleischer als Schriftführer gemäß Europa-Wahlordnung. Karten ja und nein gleichzeitig hoch. Keine Person, beide Karten gleichzeitig. Das ist eine klare Mehrheit dafür. Gerd, du bist gewählt und machst das jetzt auch. Ja, das ist sehr schön. Herzlichen Dank auch hier für die Bereitschaft. Wir kommen zu einer weiteren Wahl. Dann sind wir mit diesen Angelegenheiten, zumindest den Wahlen, erst mal durch. Es ist noch erforderlich, dass zwei Personen an Eidesstadt versichern, also den Bundeswahlleiter an Eidesstadt versichern, dass zum einen diese Versammlung stattgefunden hat und wo das geheim gewählt wurde, dass alle stimmberechtigten Teilnehmer vorschlagsberechtigt gewesen sind, also das, was Maha eben gerade angekündigt hat und dass die Bewerber und Ersatzbewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Da wird eine eidesstadtliche Versicherung abgegeben, mit der man dann bestätigt, dass das hier auch alles so ordnungsgemäß abgelaufen ist. Gleichzeitig erfordert die Niederschrift, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben, zwei zusätzliche Personen, die diese Niederschrift unterschreiben. Das können unserer Ansicht nach dieselben Personen sein, die auch die eidesstadtliche Versicherung abgeben. Und hier gibt es auch bereits zwei Vorschläge. Das ist zum einen Andreas Popp, der sich verantwortlich um die Organisation dieser Aufstellungsversammlung gekümmert hat und das übernehmen würde. Und zum anderen Joachim Bokor, der als Wahlleiter gewählt worden ist. Gleichwohl auch hier die Frage, gibt es weitere Kandidaturen für diese Funktionen, also eidesstadtliche Versicherung abgeben, nicht die, wenn man kein Geld hat, sondern eben das, was hier für die AV wichtig ist und die beiden Unterschriften. Auch das nicht der Fall. Dann schlage ich vor, dass wir über diese beiden Personen gemeinsam eine Wahl durchführen und bitte um das Kartenzeichen, wer ist für bzw. gegen Joachim Bokor und Andreas Popp für die beschriebenen Funktionen. Das ist eine klare Mehrheit ohne Gegenstimmen. Ihr seid damit gewählt beziehungsweise von der Versammlung beauftragt. Herzlichen Dank. Wir kommen zu der Vorstellung und dem Beschluss über die Tagesordnung. Da ist Andreas Popp derjenige, der die auch vorbereitet hat, der jetzt das Wort hat, um die Tagesordnung euch kurz vorzustellen, die Tagesordnung für die Aufstellungsversammlung. Und Andi macht sich auf den Weg. Dann lieber Andi, du hast das Wort. Also so eine Aufstellungsversammlung ist eigentlich ziemlich straight forward. Wir haben als allererstes müssen wir dann laut unserer Wahlordnung über ein Wahlverfahren abstimmen. Da hat die Orga beziehungsweise alle Leute, die eben Vorschläge machen wollen, haben sich auf vier Alternativen geeinigt. Dann müssen wir über die Vorstellungsreihenfolge beschließen. Da werden wir einen Vorschlag machen, der durch Perlos Abstimmung vorne hier an der Kandidatenakkreditierung erstellt worden ist. Und dann sind wir auch schon so weit, dass sich die Bewerber vorstellen werden. Nach jedem Bewerber wird die Versammlung, das heißt ihr, gefragt, ob ihr diesen Bewerber oder diese Bewerberin entsprechend nochmal befragen wollt, wobei die Fragerunde dann im Anschluss an alle Vorstellungen stattfindet. Und ganz zum Schluss gibt es entsprechend einen oder gegebenenfalls zwei Wahlgänge und damit wäre dann auch schon die Aufstellungsversammlung beendet. Gibt es Fragen zur Tagesordnung? Ja, herzlichen Dank Andi. Wenn es Fragen gibt, wir haben genauso wie in Bremen hier vor der Bühne in der Mitte im Gang, wo ich gerade hinzeige, ein Fragenmikrofon. Dieses wäre für Fragen zu benutzen. Das ist nicht der Fall. Gibt es Wortmeldungen zu der vorgeschlagenen Tagesordnung? Hierfür wären die beiden Mikrofone vor der Kamerabühne zuständig, Pro und Contra. Auch dies ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über die vorgeschlagene Tagesordnung, wie von Andreas gerade vorgetragen. Ich bitte jetzt um das Kartenzeichen, wer ist für bzw. gegen die Tagesordnung in vorgestellter Form für die AV? Das ist eine klare Mehrheit dafür. Damit ist die Tagesordnung angenommen. Herzlichen Dank. Wir kommen zum nächsten Punkt. Es ist dies die Geschäftsordnung für die Aufstellungsversammlung. Auch hier hat maßgeblich Andreas die Vorbereitungen getroffen und hat jetzt auch wieder das Wort, um diese GO kurz vorzustellen. Bitte sehr. Vielen Dank. Also die Geschäftsordnung ist vom Ablauf her im Wesentlichen die, ihr aus Bremen kennt. Ich möchte deswegen im Wesentlichen auf die Änderungen eingehen. Es hat zwei Dinge. Zum einen ist der Ablauf darin geregelt, so wie ich ihn gerade vorgestellt habe. Und dann wie gesagt diese vier möglichen Wahlverfahren, die im Vorfeld sich herauskristallisiert haben, als Vorschläge, die auf dieser Versammlung gemacht werden sollen. Man muss dazu sagen, es gibt hier eben Pflichten zur geheimen Wahl. Das heißt, einige der für den Parteitag typischen Elemente fehlen an dieser Stelle. Also zum Beispiel kann man die Redezeit nicht von den Bewerbern nicht mehr verkürzen, wenn sich einer mal vorgestellt hat und so weiter. Aber ich denke, im Wesentlichen ist, dass diese Wahlordnung, die Wahlverfahren regelt, der entscheidende Teil dieser Geschäftsordnung und die ist entsprechend auch im Wiki angekündigt. Ich denke mal, die Wahlverfahren erkläre ich dann, wenn wir zur Beschlussfassung über die Wahlverfahren kommen, beziehungsweise die Leute, die sie vorgeschlagen haben, werden diese Wahlverfahren dann erklären. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung der Geschäftsordnung. Gibt es hierzu Fragen? Dafür wäre dann das Fragenmikrofon relevant. Niemand hat eine Frage. Gibt es Wortmeldungen an Pro und Contra? Auch dieses nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung der Geschäftsordnung in veröffentlichter Form im Wiki und von Andreas gerade vorgestellt. Ich bitte um das Kartenzeichen, wer ist für beziehungsweise gegen die Annahme dieser Geschäftsordnung? Das ist eine eindeutige Mehrheit dafür. Herzlichen Dank. Damit ist die Geschäftsordnung so beschlossen. Andreas, du kannst gleich da bleiben. Du kommst so schnell jetzt nicht mehr weg. Jetzt kommen wir nämlich zur Wahlordnung, also die Grundwahlordnung das Nächste ist dann die Vorstellungsreihenfolge und dann die Wahlverfahren. Aber zunächst die Wahlordnung ohne Beschluss über die vier Wahlverfahren. So hatten wir das jetzt zeitlich. Die Geschäftsordnung verweist auf die Wahlordnung als Teil der Geschäftsordnung. Deswegen wäre sie meiner nach schon abgestimmt. In einem Aufforsch, ich weiß nicht. Die Wahlordnung ist Teil der Geschäftsordnung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe abgestimmt. Ich hätte jetzt gerne vielleicht eine Schließung der Kandidaten. Hatten wir die zehn Minuten? Ich glaube, nee. Gut, dann können wir den Punkt mit der Wahlordnung, denke ich, wenn der Verweis drin ist, das stimmt auch, da hast du recht, abhaken. Und noch kurz, bevor wir dann das mit der Schließung der Kandidaturenliste machen, zur Vorstellungsreihenfolge beziehungsweise den Beschluss darüber kommen, wie wir vorgehen wollen. dann ziehen wir jetzt die Beschlussfassung über das Wahlverfahren jetzt vor? Nee, Vorstellungsreihenfolge. Vorstellungsreihenfolge, ja. Die Vorstellungsreihenfolge würde jetzt im Wesentlichen, jetzt habe ich leider damit gerechnet, dass die Kandidatenliste etwas früher geschlossen wird, die Vorstellungsreihenfolge wird entsprechend der Losnummern, die die Kandidaten gezogen haben, dann stattfinden. Leider ist die Kandidaten noch offen, das heißt, wir können darüber gerade nicht beschließen. Also ich denke, wir können über das Verfahren, das wir nutzen wollen, beschließen. Okay, dann machen wir das so, also dann erkläre ich das nochmal ganz genau, wir haben Lose mit den Zahlen 1 bis 100, die liegen dort vorne aus, ihr seht schon, den Bewerber gerade ein Losziehen, er erlebt das gerade live, dieser Bewerber wird seine Nummer dann hier an Gabriele von der Bundesgeschäftsstelle weitergeben, der Bewerber oder die Bewerberin mit der niedrigsten Nummer stellt sich zuerst vor, die mit der höchsten Nummer stellen sich zuletzt vor, die Befragung für diejenigen, über die ihr dann, die ihr befragen wollt, findet entsprechend in der gleichen Reihenfolge statt, das heißt, sobald die Kandidatenliste geschlossen ist, werden die Leute, die jetzt entsprechend vorgeschlagen sind, das schließt auch alle mit ein, die ihre Unterlagen schon im Vorfeld eingereicht haben und sich eben vorgeschlagen haben, die werde ich dann formell vorschlagen, die werden dann in dieser Reihenfolge einfach hier aufschlagen und wir werden das Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung des Verfahrens, also wie Andi gesagt hat, Vorschlag, es wird die Reihenfolge gelost, nicht ganz so wie beim BBT, aber vom Prinzip her ähnlich, also auch eine ausgeloste Reihenfolge. Gibt es zu diesem Verfahrensvorschlag Fragen? Da gibt es eine Frage, dann bitte sehr. Ja, eine Frage. Wenn ihr die Fragestellungen nach den Vorausstellungsrunden macht, macht ihr das wie in Bremen, dass es in eine Urne geworfen wird und sechs gezogen oder gibt es die lange Reihe, die dann irgendwann geschlossen wird? Aktuell sieht die Geschäftsordnung vor, dass in jeder Fragerunde exakt fünf Fragen gestellt werden dürfen. Wir werden uns entsprechen, falls die Fragerunde sehr groß wird, über Nacht ein bisschen vorbehalten, vielleicht das mit einem Geschäftsordnungsantrag zu kürzen, aber es gibt eine feste Anzahl an Fragen, was jetzt gelost wird, ist der einzige Unterschied, sind nicht die Fragen, sondern die Fragesteller. Die Leute werden sich dann entsprechend aufstellen. Wir werden mit einem Zufallsgenerator aus diesen 15 Leuten dann irgendwie fünf ziehen und diese fünf stellen sich ans Mikro, fragen und dann ist der nächste dran. Ja, herzlichen Dank für die Erläuterung. Auslosung der Vorstellungsreihenfolge ist gerade der Punkt. Gibt es noch Fragen zu diesem Verfahrensvorschlag? Gibt es Wortmeldungen zu dem Verfahrensvorschlag? Dieses ist nicht der Fall. Dann können wir darüber abstimmen. Wir stimmen ab darüber, was Andi gerade vorgestellt hat, dass die Vorstellungsreihenfolge der Kandidierenden ausgelost wird. Wer ist hier dafür, respektive dagegen? Ich bitte jetzt um das Zeigen der Stimmkarten. Das ist ganz eindeutig dafür. Damit ist das so angenommen und die Vorstellungsreihenfolge wird gelost. Jetzt hat zunächst noch der Wahlleiter einmal das Wort. Ja, also in Kürze wird hier die Liste geschlossen. Also es ist jetzt die letzte Chance, wenn es noch Leute gibt, jetzt nach vorne zu allen, zum Front Office, dann wird die Liste geschlossen. Also um 11.10 Uhr wird dann die Liste geschlossen. Jetzt die letzte Chance, dort hinzugehen. Das ist in etwa drei Minuten. So, dann warten wir jetzt diese drei Minuten ab. Wir kommen dann danach zur Beratung über die vier vorgeschlagenen Wahlverfahren. Die jeweiligen Antragsteller beziehungsweise die Piraten, die das vorbereitet haben, sind Michael Ebner, der ist auf jeden Fall in der Nähe, Heptaschorn und Entropy, die vielleicht sich, wenn sie im Saale sind, schon mal in Richtung Pult hier bewegen können, damit wir dann schnell zu der Vorstellung der jeweiligen Verfahren kommen können. Also Heptaschorn, Entropy, Michael Ebner ist eh da. Bitte dann auch gleich mal nach vorne, damit wir da nicht warten müssen, für den Fall, dass die beiden anwesend sind. So, wie angekündigt und wenn jetzt nicht lautes Geschrei und Gerenne losgeht, schließe ich dann die Liste der Kandidaturen in drei zwei, zwei, eins. Die Leute, die bereits am Front Office sind, können sich fertig erfassen lassen. Wer in einer Sekunde nicht am Front Office ist, kommt nicht mehr auf die Liste und damit ist die Kandidaturenliste geschlossen und ich bitte die Wahlverfahren vorzustellen. Ganz kurz, eine Sekunde noch. Alle Kandidierenden, auch die, die sich bereits im Vorfeld gemeldet haben, das sollte ich noch ansagen, die ihre Vorstellungsreihenfolgenummer dort vorne selbst ziehen möchten, die können das jetzt tun und da hingehen. Für die, die nicht da sind oder das nicht tun wollen, das ist keine Pflicht, wird das Front Office das machen und Andi Popp oder so. Also dann werden einfach für die Kandidierenden vom Front Office Nummern gezogen. Was ich jetzt vorschlage, wir haben ja die vier vorgeschlagenen Wahlverfahren in der Wahlordnung mit den Kurztiteln NRW, NDS, SRLP verbessert, das ist A, B ist Verhältniswahl, C BPT, GO und D Mehrheitsbenotung, das sind die vier Verfahren. Dass wir die auch in der Reihenfolge, wie sie jetzt in der Wahlordnung von A bis D durchnummeriert sind, vorstellen. Das erste wäre also dann die Variante NRW, NDS. Okay, dann hat jetzt Michael Ebner das Wort, bitte sehr. So, Andi bereitet sich gerade noch mal kurz vor, drum erstmal allgemeine Information. Egal welches dieser vier Optionen ihr jetzt wählt, es gibt Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeit Nummer eins ist, wir tun dort oben dann im Foyer Wahlkabinen aufbauen und dort wird entsprechend, werden die Stimmzettel ausgefüllt und dann nach Ausfüllen der Stimmzettel, nach Schließung des Wahlgangs, bauen wir dort oben um auf Auszählung und erfassen die Stimmzettel mit einem Rechner und zwar jeden Stimmzettel zweimal, sogenannte Erst- und Zweitzählung und prüfen dann, ob, und zwar auch von verschiedenen Wahlhelfern, natürlich und prüfen dann, ob die identisch sind. Und wenn sie nicht identisch sind, tun wir das manuell nachkorrigieren. Das heißt, jeder Wahlzettel, jeder Stimmzettel kriegt nach Urnenöffnung eine fortlaufende Nummer und wir können den Stimmzettel dann wieder rausfischen aus unserer Datei und nachschauen, bei diesem Kandidaten haben wir diesen Unterschied und den manuell korrigieren. Das ist bei allen Wahlverfahren identisch, sodass wir eine ziemliche Fehlerfreiheit garantieren können. Wir haben statistisch roundabout einen halben Punktunterschied, der unentdeckt bleibt. Also wir sind mit dieser Erst- und Zweizählung, können wir ein sehr genaues Verfahren garantieren. So, diesen Spaß haben wir, je nachdem welches Wahlverfahren, es ist ein- oder zweimal. Es gibt Wahlverfahren, die sehen zwei Wahlgänge vor, das erste oder zweite, und es gibt Wahlverfahren, wo das alles in einem Rutsch passiert, nämlich der dritte und der vierte. Das mit zwei Geschichten dauert natürlich dann ein bisschen länger. So, und du bist bereit, dann stellen wir das in der Reihenfolge vor und ich übergebe an Andi. Genau, also die ersten beiden Verfahren, das sind Vorschläge, die im Wesentlichen von Entropie erarbeitet worden sind, sind Varianten der Bewertungswahl. Die Bewertungswahl kennen die meisten von euch wahrscheinlich, auch bekannt als Rangevoting. Das ist das, wo ihr einen Stimmzettel bekommt, wo ihr dann für jeden Kandidaten eine Menge von Punkten vergeben könnt. Um genau zu sein, sind das entsprechend alle, wie Michael schon gesagt hat. Die erste Variante, Variante A, ist angelehnt an die Aufstellungsversammlungen, die zu den Bundestagslisten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz stattgefunden haben, wobei sie etwas verbessert worden sind. Da gibt es im Wesentlichen zuerst einen Wahlgang, in dem beschlossen wird, wer auf die Liste kommt und dann wird eine Bewertungswahl durchgeführt, nach der dann die Reihenfolge sich ergibt. Die zweite Variante, das ist eine sogenannte Proportionalvariante. Das muss ich vielleicht kurz an der Stelle ausholen. Das, was wir bisher abgestimmt haben, sind sogenannte Mehrheitsvarianten. Das heißt, für den Fall, dass zum Beispiel eine bestimmte Gruppe auf den Parteitag 60 Prozent der Teilnehmer stellt, kann sie ja sämtliche Listenplätze stellen. Bei den Proportionalvarianten, da werden die Plätze nacheinander besetzt und es wird dann eine Neugewichtung jeder Stimmzettel vorgenommen, die dazu führen soll, dass die Abstimmenden, die schon sehr viele Kandidaten erfolgreich platziert haben, etwas weniger Stimmgewicht haben und die, die schon sehr viele Kandidaten erfolgreich platziert haben, etwas weniger. Was also eine bessere verhältnismäßige Repräsentation der Teilnehmer hier darstellen soll. Falls das jemand möchte, kann ich auch die Mathematik dann da gerne erklären, aber die Auszählung erfolgt dann im Prinzip nur ein bisschen anders. Dann die dritte ist die Bewertungswahl mit Quorum, die ist von Michael, bist du die? Genau, bist du deine? Okay, die dritte ist die Bewertungswahl mit Quorum von Michael, genau. Sorry, war gerade abgelenkt. Also, die Bewertungswahl kennt ihr im Prinzip aus Bremen mit zwei Unterschieden. Erstens werden wir wegen der Anzahl der Kandidaten nicht von minus drei bis plus drei wählen, sondern von minus zehn bis plus zehn. Das heißt, ihr habt im Bereich der Ja-Stimmen zehn Differenzierungsstufen, im Bereich der Nein-Stimmen zehn Differenzierungsstufen. Zweiter Unterschied ist, dass wir natürlich aus dem Debakel aus Bremen gelernt haben und jetzt wissen, wie wir das schnell auswerten können. Genau, und die letzte Variante, das Verfahren der sogenannten Mehrheitsbenotung, auch das ist erstmal ein Bewertungswahlverfahren und zwar hat man in diesem Fall die Möglichkeit zwischen minus zwei und plus fünf zu vergeben. Der entscheidende Unterschied ist nur an dieser Stelle, dass dann nicht wie üblich der Durchstück gebildet wird, sondern der sogenannte Median, das ist ein anderer statistisches Mittelwert, der gegen bestimmte Ausreißer stabiler ist. Das heißt, da muss man nicht immer die Extreme ankreuzen, sondern man kann seine eigene Präferenz etwas genauer angeben, beziehungsweise etwas freier angeben, ohne sich dann irgendwie gezwungen zu fühlen, aus strategischen Gründen möglichst hohe oder niedrige Werte zu vergeben. Das ist die Variante, die halt mit der Mehrheitsbenotung hier diesen Effekt haben soll. Gut, herzlichen Dank. Zunächst eine organisatorische Durchsage, dann kommen wir zu den Fragen. Es wird darum gebeten, alle privat nicht vom NOC betriebenen WLAN-Access-Points abzuschalten und nicht weiter zu betreiben, weil diese privat betriebenen Access-Points das Netz stören. So, jetzt besteht die Gelegenheit zu fragen. Es stehen auch schon Menschen am Fragen-Mikrofon. Das schalte ich jetzt frei und du hast das Wort. Bitte sehr. Hallo, ich habe eine Frage zum Proportionalwahlrecht. Da steht drin, falls ein Kandidat die Wahl nicht annimmt, wird der Rest der Wahlliste neu ausgewertet. Das heißt, die endgültige Liste ist nicht allein vom Wahlverhalten abhängig, sondern auch davon, wer die Wahl annimmt oder nicht. Das heißt, jemand, der, rein hypothetisch, aber jemand, der vollkommenes Wissen über die Wahlzahlen hat, kann durch einen Rücktritt die Liste, die hinter ihm dann entstanden ist, beeinflussen und möglicherweise einen Kandidaten durch einen anderen austauschen. Und ist das mit den Wahlgrundsätzen vereinbar? Also erstmal, ja, also der Effekt ist folgender, wenn ich, wenn jetzt ein Bewerber entsprechend platziert worden wäre und nimmt die Wahl nicht an, dann muss ja im Prinzip, kann ich denjenigen, die ihn gewählt haben, die Stimme nicht abgewichten, weil das wäre dann halt nicht der Sinn der Sache, aber so wie du es beschreibst, sag erstmal ja, wenn er halt derjenige, der es im Kopf ganz schnell ausrechnen kann, dann erstmal großen Respekt, sehr großen Respekt, wenn da sich jemand so schnell sieht und dann die Wahl deswegen nicht annimmt, kann er natürlich das machen, aber das kann er mit allen anderen Wahlverfahren ja auch. Wenn ich jetzt Akzeptanzwahlen mache und ich sehe, hinter mir ist jemand, den ich sehr gern mag und ich möchte den lieber vorne haben, kann ich auch zurücktreten. Das ist also derselbe Effekt. Gut, noch eine Rückfrage? Ja, eine Rückfrage dazu. Der Unterschied ist, wenn ich beim normalen Wahlverfahren zurücktrete, rückt der Rest der Liste einfach auf. Das heißt, ich falle raus, alle anderen hinter mir haben nur einen Vorteil dadurch, dass sie einen Platz weiter nach vorne kommen. Bei dem Wahlverfahren ändert sich auch die Reihenfolge der Kandidaten, die nach mir kommen. Das heißt, der Rücktritt verändert die Reihenfolge der Kandidaten auf der endgültigen Liste und ich habe da extreme Bauchschmerzen mit, solange dann nicht ein Rechtsanwalt sagt, das ist okay. Gut, das ist jetzt schon fast ein Kontraredebeitrag und keine Frage mehr. Gut. Es stehen noch weitere Fragesteller da? Dann bitte sehr der Nächste. Du hast das Wort, bitte. Ja, ich habe eine Frage zum Wahlverfahren 2. Ich habe das, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Das heißt, die Stimmgewichtung einer jeden abgegebenen Stimme ist unterschiedlich abhängig davon, welchen Listenplatz wir gerade wählen. Das kommt mir ausgesprochen merkwürdig vor. Genau, also vielleicht kann ich es so erläutern. Nehmen wir mal an, das ist jetzt Bewerber Mustermann auf Platz 1 gewählt und ich habe dem 9 Punkte gegeben, dann bin ich mit diesem Bewerber ja sehr zufrieden. Und für Platz 2 wird dann von denen, wird dann mein Stimmgewicht reduziert, weil ich ja schon mit einem Bewerber, der platziert worden ist, sehr zufrieden bin. Jemand anders hat dem vielleicht 0 Punkte gegeben und fühlt sich dadurch nicht repräsentiert. Das ist also ein ähnliches Verfahren wie bei der Bundestagswahl, wenn man Listenplätze auf Parteien verteilt. Wir verteilen sie im Prinzip nur auf Personen. Also dadurch diese Proportionalwahlverfahren, die sind akademisch sehr stark untersucht, also die funktionieren tatsächlich so, aber ja, es stimmt, das Stimmgewicht ändert, jede Stimmkarte ändert sich bei jedem zu besetzenden Platz, um dadurch eine bessere proportionale Repräsentation darzustellen. Nehmen wir mal an, wir haben hier, 60% der Leute hier wollen nur Menschen über 40 wählen oder so. Dann könnten die die Menschen unter 40 wählen, wollen halt dann keine Person platzieren und das soll dieses Wahlverfahren abmildern. Also die Intention habe ich schon verstanden. Ich finde es nur etwas merkwürdig, dass meine Stimme unterschiedliches Stimmgewicht hat. Ist das so, ja? Die Stimmen haben zu Beginn vollständig gleiches Stimmgewicht und die Voraussetzungen in den weiteren Ausführungen für das Stimmgewicht sind natürlich für alle dann gleich. Gut, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, bitte sehr. Hallo, könntest du mal eine Empfehlung abgeben, so für den dümmsten anzunehmenden Wähler, welches Wahlverfahren wirklich am einfachsten für die Person, die wählt, nachzuvollziehen ist? Im Sinne, ich gebe meine Stimme ab und kann dann auch nachvollziehen, wer dann auf welchen Listenplatz kommt oder ist das bei allen vier Wahlverfahren eher undurchsichtig? Also alle vier sind erstmal von der Stimmabgabe her. Wollt ihr applaudieren, dann jetzt? Also alle vier Wahlverfahren sind von der Stimmabgabe her identisch. Es ändert sich nur die Skala, auf der man abstimmt. Was die Auszählung angeht, so verstehe ich, dass das zweite Wahlverfahren sicher das Komplizierteste zu verstehen ist. Die Wahlverfahren drei und vier und eigentlich auch eins sehe ich jetzt von der Komplexität her eigentlich gleichwertig, weil da ändert sich jetzt nur die Frage, macht man vorhin den Auswahlwahlgang oder nicht? Also das, was Michael vorgestellt hat, hat den entscheidenden Vorteil, dass es halt bekannt ist, hier in dieser Runde, vom Bundesparteitag und natürlich recht einfach auszuzählen ist. Das, was eben das zweite, ändert sich im Prinzip nur der Mittelwert. Ich sage mal, meine Empfehlung wäre, wenn man jetzt wirklich das einfachste Wahlverfahren nehmen will, vielleicht nicht das zweite zu nehmen, wenn man das mächtigste Wahlverfahren nehmen will, würde ich das zweite empfehlen, aber das sollte die Versammlung entscheiden. Ich möchte eigentlich keine feste Empfehlung abgeben. Gut, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage. Michael, ja bitte, das lasse ich zu. So, wenn es darum geht, was kann der Einzelne noch nachvollziehen, sei es um sein Wahlverhalten danach auszurichten, sei es auch solche Geschichten, wie ich will nachvollziehen, ob das auch richtig gelaufen sind, dann kommen eigentlich nur die Verfahren 1 und 3 in Betracht, was man noch über einfache Summenbildung selber machen kann. 2 und 4 lässt sich de facto nur noch am Rechner auswerten. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage. Nutella, bitte. Können wir eine Gamification machen mit einem Preis für denjenigen, der für jedes Wahlverfahren den abstrusesten Sonderfall sich ausdenken kann? Ich versuche die Frage zu verstehen und antworte folgendermaßen. Ich weiß, dass die Wahlverfahren, die wir jetzt hier ausgearbeitet haben, zum Teil sehr komplex sind. Das entscheidende Problem ist, wie wir gesehen haben, ist die Auswahl des Wahlverfahrens hat schon durchaus Einfluss darauf, wie zum Schluss die Liste aussieht und wir haben versucht halt derzeit ein möglichst faires Wahlverfahren zu generieren. Das hat zum Teil halt dazu geführt, dass die etwas komplexer geworden sind. Natürlich kann man ein einfaches Wahlverfahren machen, jeder hat eine Stimme und dann wählt dann, der mit den meisten gewinnt. Dann ist es sehr einfach, aber man hat halt meiner Meinung nach keine gute Repräsentation des Wählerwillens. Ja, herzlichen Dank. Dann noch eine weitere Frage, bitte sehr. Ja, morgen Andi. Die Frage wäre, was ist mit dem Zeitaufwand? Inwiefern unterscheiden sich die vier Alternativen mit dem Zeitaufwand, den wir dafür benötigen? Ich glaube, Michael wird da gleich was dazu sagen wollen, aber ich kann es versuchen. Also es gibt zwei Wahlverfahren, die mit zwei Wahlgängen, das sind eins und zwei. Eins und zwei haben zwei Wahlgänge, drei und vier haben einen Wahlgang. Wenn man jetzt nur nach Zeitaufwand entscheiden würde, wären sicher drei und vier die schnelleren. Ja, herzlichen Dank. Eine weitere Frage, bitte. Wahlverfahren eins und zwei sind im Prinzip alle gewählt, weil ich da nicht ein Quorum drin sehe oder wie verstehe ich das? Im Wahlverfahren eins gibt es vorher eine Auswahl, das heißt eine ganz normale, wie wir es kennen, wir stimmen ja und nein über die Kandidaten ab und nur die, die mehr ja als nein haben, werden gewählt. Also im ersten Wahlgang gibt es kein Quorum, weil es eine Vorwahl gibt. Über jeden Kandidaten wird quasi mit ja und nein abgestimmt und nur wer mehr ja stimmen als nein stimmen hat, ist drauf. Deswegen ist da die Bewertungswahl nur zur Reihenfolge. Aber bei eins vergebe ich doch nur Punkte, null bis neun. Eins besteht aus zwei Wahlgängen, im ersten Wahlgang ja und nein, im zweiten null bis neun, über die Reihenfolge. Und beim zweiten Wahlverfahren gibt es im Anschluss eine Abstimmung über eine Liste in Verkürzung. Also da könnt ihr dann sagen, bis dort hin, die Kandidaten wollen wir haben. Andi, kannst du noch mal was dazu sagen, wie die Schritte aussehen für die Bewertungswahl bei den einzelnen Verfahren? Im ersten, ja, ich versuche das noch mal vorzulesen. Also bei der ersten Variante gibt es null bis neun, bei der zweiten gibt es null bis neun, bei der dritten minus zehn bis plus zehn und bei der vierten minus zwei bis plus fünf. Okay, danke. Herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt ist noch die Gelegenheit. Es gibt keine. Dann kommen wir zu der Aussprache. Am Pro-Mikrofon steht niemand. Am Contra schon. Wir haben eine generelle Redezeit von drei Minuten für die Redebeiträge. Dann, Draflo, du hast das Wort. Bitte sehr. Ja, ich möchte mich aussprechen gegen das Wahlverfahren 2.2 als auch gegen 2.4, obwohl 2.2 in der Tat mathematisch eine sehr gute Repräsentation des BPT-Willens oder AV-Willens ermöglichen würde. Aus dem Grund, dass die Auszählung von Hand sicherlich nicht in angemessener Zeit erfolgen kann und auch nicht soll. In der Tat, es soll mit einem Computer ausgewertet werden, wogegen nichts einzuwenden wäre. Die Rohdaten haben wir ja in den Rechnern. Aber der Source, der das tut, den habe ich gestern zum ersten Mal gesehen und da hat er nicht das implementiert, was in der Wahlordnung steht. Inzwischen wurde das über die Nacht wohl korrigiert. Ich halte das für nicht besonders zuverlässiges Vorgehen. Das Problem ist, wenn wir eine Europaliste ausgewertet haben und die veröffentlichen. Und anschließend stellen wir fest, dass das, was der Computer ausgespuckt hat, leider nicht das ist, was die Wahlordnung vorgesehen hat. Dann haben wir PR-technisch ein massives Problem. Und deshalb bin ich dafür, dass wir diese Wahlverfahren nicht einsetzen und stattdessen 2.1 oder 2.3 benutzen, obwohl die anderen an sich das schönere Ergebnis liefern würden, wenn wir es denn korrekt hätten. Gut, herzlichen Dank. Entschuldigung für die Lautstärke, ich war zu nah dran. Du hast das Wort jetzt. Hallo, ich möchte mich auch jetzt nach der Klarstellung gegen 2.2 aussprechen. Ich bin Diplom-Informatiker, ich kenne mich gut mit Algorithmen aus und trotzdem habe ich absolut keinerlei Intuition, wie mein Wahlverhalten das Ergebnis beeinflussen wird. Macht es Sinn, mich mit meinem Nachbarn abzusprechen, dass wir die Kandidaten aufteilen, damit das dann nicht irgendwie dazu führt, dass die Stimmgewichtung zu schnell runter geht, wenn ihr alle ankommen oder was gibt es da für Strategien. Und das ist mir alles zu kompliziert, um das jetzt hier mal eben so einzuführen. Ich habe da einfach keinerlei Vertrauen zu, weil ich nicht weiß, was ich tue. Gut, herzlichen Dank. Dann Matthias noch am Kontra, bitte. Ich rate ebenfalls dringend von den Verfahren 2 und 4 ab. Ich habe an sehr vielen Aufstellungsversammlungen mit unterschiedlichsten Wahlverfahren teilgenommen in den letzten Jahren. Meine generelle Erfahrung ist, letztlich ist das Wahlverfahren unterm Strich relativ egal, wenn die Leute eine bestimmte Person wollen, wird die bei jedem Wahlverfahren vorne landen. Damit es aber sowohl für die Wahlhelfer beim Auszählen einigermaßen überschaubar ist, auch vom Zeitaufwand und von der Arbeit, die Leute werden da auch entsprechend belastet. Und auf der anderen Seite auch das Wahlverfahren von auch den Leuten verstanden wird, die nicht bei jedem Parteitag, nicht bei jeder AV und nicht irgendwo Informatik oder sonst was studiert haben, gilt das Grundprinzip, je einfacher das Verfahren, desto besser. Das Gleiche gilt für das Thema Wahlgänge. Auch da hat die Vergangenheit gezeigt, dass man gerne mehr Wahlgänge machen kann, aber unterm Strich dann eben mit mehr Wahlgängen praktisch das gleiche Ergebnis reproduziert, das sich beim ersten Wahlgang bereits abgezeichnet hat. Und deshalb würde ich dringend empfehlen, auch hier nur einen Wahlgang zu machen. Reduziert auch das Risiko, dass wir aus irgendeinem Grund am Ende keine komplette Liste haben. Ja, herzlichen Dank. Es sind keine weiteren Wortmeldungen zu erkennen. Fragen sind auch nicht mehr gestellt. Andi ist zwar formal nicht unbedingt Antragsteller, aber hat trotzdem analog zu dem Antragsvorstellungsverfahren jetzt noch die Möglichkeit zu einem Schlusswort? Ohne jetzt ein Wahlverfahren hier vorziehen zu wollen, ich versuche möglichst neutral zu bleiben, aber da jetzt das Wahlverfahren 2 im Wesentlichen angegriffen worden ist, Auswertungen aus vergangenen Ausstellungsversammlungen haben gezeigt, dass tatsächlich das proportionale Bild bei dem zweiten Wahlverfahren tatsächlich stärker ist. Ich kann jetzt leider zu Drafloskritik an dem Auszähltool gar nichts sagen, weil ich den Fall nicht kenne und muss ihm einfach glauben, dass das so ist. Das ist jetzt natürlich sehr schade, dass das nicht klappt. Ich finde es persönlich sehr mächtig. Dennoch, wie gesagt, sind alle vier Wahlverfahren grundsätzlich stark und nutzbar und bitte entscheidet euch für das, was ihr für das Beste haltet. Danke. Genau. Gut, herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende der Aussprache angelangt und können zur Abstimmung über die Wahlverfahren kommen. Ich erkläre kurz das Abstimmungsverfahren analog zu dem, wie wir auch bereits in Bremen und viele Parteitage vorher gearbeitet haben. Wir machen zunächst ein Approval, also eine Wahl- bzw. Abstimmung durch Zustimmung über alle vier Varianten, die vorgestellt sind. Es ist hier nur die Ja-Karte relevant und man hat die Möglichkeit, sich beliebig oft zu melden, also für jeden der Anträge, für drei, für zwei, für einen oder für keinen. Damit reduzieren wir auf zwei Verfahren, über die wir dann einen Stich machen und das aus dem Stich resultierende Verfahren wird dann nochmal ganz normal mit Ja und Nein abgestimmt. Es ist also ein dreistufiges Verfahren. Dann kommen wir jetzt bitte zunächst zum Approval über die vier Varianten. Hier also jetzt nur die Ja-Karte. Wer ist für Variante 2.1 bzw. A Bewertungswahl? Wahlleiter guckt mit. Das ist schön. Bitte nicht immer so zögerlich mit dem Karten heben. Es ist schwierig, wenn das so nacheinander kommt, das dann ordentlich zu sehen. Und bitte die Karten, wie ihr fast alle es gut macht, bis auf einen da hinten mit der Frontseite nach vorne. Ansonsten ist für uns nicht zu erkennen, was ihr da, wenn das so schmal ist. Hier so sieht man überhaupt nichts und nur Ja-Karten. Gut, habe ich gesehen. Vielen Dank. Dann jetzt bitte die Ja-Karten für 2.2 bzw. B proportionale Bewertungswahl. Hier die grünen Karten jetzt. Es sind nur die Ja-Karten im Moment relevant. Wir machen ein Approval. Also die Nein-Karten sind im Moment nicht, werden nicht gepasst von mir. Gut, herzlichen Dank, habe ich gesehen. Dann bitte jetzt die Ja-Karten für 2.3 bzw. C Bewertungswahl mit Quorum. Danke sehr. Und dann bitte noch mal das Ganze für 2.4 bzw. D, die Mehrheitsbenotung. Die Ja-Karten. Das habe ich auch gesehen. Vielen Dank. Okay, also ganz eindeutig sind, das haben vermutlich alle gesehen, die zwei Anträge, die im Verfahren weitergekommen sind bzw. Vorschläge, die im Verfahren weitergekommen sind. 2.1 mit der Bewertungswahl und 2.3, die Bewertungswahl mit Quorum. Über die führen wir jetzt eine Stichabstimmung durch. Das bedeutet, die Ja-Karte, es sind jetzt beide Karten gefragt, die Ja-Karte bitte ich jetzt dann zu heben, wenn ihr für 2.1 seid. Die Nein-Karte bitte ich zu heben, wenn ihr für 2.3 seid. Also 2.1 Bewertungswahl grün heben, 2.3 Bewertungswahl mit Quorum. Violett heben. Lasst es uns kurz bitte abwechselnd probieren. Haltet bitte jetzt nur die Ja-Karte hoch. Für 2.1 ist die relevant. Nur die Ja-Karte hoch. 2.1 Bewertungswahl. Ja-Karten bitte runter. Jetzt nur die Nein-Karten hoch. Für 2.3 Bewertungswahl mit Quorum. Herzlichen Dank. Wir sehen es nicht. Wir müssen das zählen, damit wir da sicher sind, was beschlossen worden ist. Quatsch. Jetzt ist das Mikrofon an. Ich hoffe, meine Bereichsleiter, die ich noch nicht alle sehe, hatten bereits Gelegenheit, Helferinnen zu werben. Wenn dem so ist, können sich bitte alle hinsetzen. Gregory, Gregory Engels. Hallo. Könnt ihr euch bitte alle hinsetzen, die ihr nicht Wahlhelfer seid? Und alle Wahlhelfer aufstehen bitte. Bitte. Oh oh. Ne, ich erkenne die schon. Das sind aber sehr wenige. Ähm. Augenblick. Ich habe ein ernsthaftes Personalproblem im Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Ich nehme mal an, dass die Bereichsleiter sich hinsetzen können, bis Herr Bokor weitere Bereichsleiter aus dem Ärmel gezaubert hat. Also ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit stehen. So, es wurde aus der Wahlleitung der Vorschlag an mich herangetragen, diese beiden Verfahren, die jetzt aus der Approval-Abstimmung resultiert sind, also 2.1 und 2.3, nochmal kurz zu diskutieren und dann nochmal eine offene Abstimmung zu machen, ähm, um das Verfahren möglicherweise zu beschleunigen. Ähm, ich halte das für gar keine schlechte Idee und bitte die Versammlung um die Abgabe eines Meinungsbildes hierzu, ob wir so verfahren sollen. Also jetzt nicht direkt in die Auszählung einsteigen, sondern die beiden resultierten Verfahren jetzt nochmal so der Bedarf besteht zu besprechen. Ich bitte um Kartenzeichen, wer ist für bzw. gegen diese Vorgehensweise? Ich erkenne für die Vorgehensweise eine deutliche Mehrheit, die dafür ist. Dann verfahren wir so. Und jetzt ist die Frage, wer denn etwas dazu sagen möchte. Michael oder Jochen? Also wir verfahren so. Gibt es Menschen, die sich jetzt an dieser Diskussion beteiligen möchten? So, es gibt noch eine dringende, eine dringende Durchsage. Zwei der Kandidierenden, ein Kandidat oder eine Kandidatin namens Hirschel und die Kandidatin Henriette Stoll. Von denen fehlen noch die Bögen, die ausgegeben worden sind mit den Kontaktinformationen. Also der oder die Kandidatin mit dem Nachnamen Hirschel und Henriette Stoll werden gebeten, sich zum Frontoffice, zu Gabriele zu begeben und dort die Unterlagen abzugeben. Ich sehe jetzt Menschen, die sich am Pro-Mikro angestellt haben und niemanden am Contra. Vorher war es umgekehrt. Wir machen das wieder mit den drei Minuten und Christopher hat jetzt das Wort. Bitte sehr. Hallo, Test, Test, Test. Ja, ich würde mich für das Wahlverfahren 2.1 aussprechen aus dem einfachen Grund, dass ich in diesen zwei Wahlgängen tatsächlich einen Vorteil sehe, nämlich, dass nach dem ersten Wahlgang die Versammlung weiß, welche Kandidatinnen und Kandidaten sind mehrheitsfähig und dann kann man sich nochmal Gedanken darüber machen, in welcher Reihenfolge man die gerne hätte. Ich finde das Wahlverfahren 2.1 auch deswegen sehr gut, weil eben die Versammlung beim ersten Wahlgang die Möglichkeit hat, bei allen Kandidierenden zu sagen, ja, dich will ich oder nein, dich will ich nicht und dann halt eben in dem zweiten Wahlgang nochmal die Möglichkeit hat, die zu arrangieren. Theoretisch passiert das ja alles in dem Wahlverfahren 2.3, mit dem ich auch leben könnte, aber das ich halt eben nicht ganz so gut finde, in einem Wahlgang mit dem Nachteil für die Versammlung, dass man eben nicht weiß, wie denn die Mehrheitsverhältnisse sind und das dann über dieses Quorum geregelt wird. Und ich finde es insgesamt besser, dass man dann beim ersten Wahlverfahren weiß, okay, die Leute, die ich jetzt hier in irgendeiner Reihe wähle, im zweiten Wahlgang, die sind auf jeden Fall auf dieser Liste drauf. Das heißt, man muss da auch nicht mehr taktisch hin und her wählen, von wegen ich gebe dir jetzt weniger Punkte, weil ich irgendwie möchte, dass du auf gar keinen Fall irgendwie gewählt wirst oder so. Deshalb ist das Wahlverfahren 2.1 meiner Meinung nach auch ein insgesamt entspannteres Wahlverfahren, auch für die Kandidierenden, denn die wissen schneller, ob es vorbei ist oder eben nicht. Vielen lieben Dank. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Wortmeldung. Michael, bitte. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben gerade in der Wahlleitung gesehen, wie groß die Begeisterung ist, hier Sachen auszuzählen. Und von daher würde ich das gerne in einem Rutsch machen, dass wir nur einen Wahlgang haben, nur einen auszählen müssen, die freie Zeit nutzen können, um vielleicht uns um Programm zu kümmern. Nicht da oben noch zweimal weiter umbauen müssen, von Wahlkabinen zu rechnen zur Auswertung und wieder zurück, sondern dass man das in einem Aufwasch erledigen kann. Und die Kandidierenden wissen genauso schnell, ob sie gewählt sind oder nicht, weil das in einem Wahlgang dann halt auch schon in einem Wahlgang geklärt ist. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Dann der dritte Pro-Beitrag. Entschuldigung, bitte sehr. Ja, es ist nicht ganz klar, was hier Pro und Contra ist. Also ich spreche mich jetzt auch für den 2.3 mit dem Quorum aus. Das Quorum sagt ja, der Kandidat braucht mehr Ja-als-Neinstimmen. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Versammlung einem Kandidaten so ihr Vertrauen gibt oder auch eben nicht, indem er genau weiß, ich habe mehr Ja-als-Neinstimmen. Es gibt mehr Befürworter für mich als Gegner. Und deswegen plädiere ich ganz klar für den 2.3. Danke. Ja, herzlichen Dank. Der nächste Beitrag, bitte. Wir hatten ein ganz ähnliches Verfahren wie das Verfahren 2.3 in Sachsen zur Aufstellungsversammlung Bundestagswahl. Das hat dort hervorragend funktioniert, in einem Wahlgang eine Liste mit 14 Plätzen zu besetzen. Ich mag dieses Verfahren besonders aus einem Grund und das hat bei der Erschaffung dieser Wahlordnung damals auch eine große Rolle gespielt. Es erlaubt ausdrücklich taktisches Wählen und die Erfahrung zeigt einfach, dass unglaublich viele Leute taktisch wählen werden, egal welches Wahlverfahren wir einsetzen. Das heißt, dort gehen wir den Problemen mit diesem Wahlverhalten aus dem Weg, im Gegensatz zum Beispiel zu einem reinen Approval. Aber das haben wir ja hier nicht zur Auswahl. Ja, herzlichen Dank. Ein weiterer Beitrag, bitte. Apropos Wahlverfahren. Ich möchte alle Piraten hier im Saale bitte um Aufmerksamkeit. Ich bin gerade aus Berlin angereist, bin Bewerberin der Europakandidatenliste. Leider war ich eine halbe Stunde draußen mit der Akkreditierung beschäftigt und habe jetzt vor fünf Minuten das Fenster der Kandidatenakkreditierung sozusagen verpasst. Aber jedoch würde ich gerne einen Antrag stellen, hier an die Piraten, dass wir selbst abstimmen, ob es möglich ist, noch zu akkreditieren oder nicht. Für mich persönlich wäre ich also sehr dankbar. Dann würde ich eben die Möglichkeit haben, doch noch meine Rede zu halten. Vielen Dank. So, ich bitte dich zunächst, bitte vor zum Frontoffice zu kommen und möglicherweise jemand aus dem Team Jurist vom Dienst, damit wir das mit dir besprechen können. Den Antrag in der Form lasse ich jetzt so nicht zu. Es war kein Redebeitrag zu den zwei Wahlverfahren, deswegen lasse ich diesen fünften Redebeitrag jetzt noch zu. Dann bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich würde mich gerne für das Verfahren 2.1 aussprechen. Wir haben das sehr ähnlich gemacht gehabt bei der AV in NRW im letzten Jahr, haben da aus knapp 100 Leuten eine gute Liste mit aufgestellt. Das ging auch zeitlich durch und wir haben jetzt hier ungefähr die Hälfte der Leute. Also ich denke, da wird genug Zeit bleiben und auch mit dem Wählen sehe ich da nicht das Problem im ersten Durchgang. Während dieser Auszählung kann man auch sicher eine Menge anderer Sachen dann schon machen. So, herzlichen Dank. Wir hatten fünf Redebeiträge. Es sind auch keine weiteren Wortmeldungen mehr zu erkennen. Das heißt, wir können uns die Abstimmung, ob die Debatte genügend war, auch sparen und ich schlage vor, dass wir jetzt noch mal, wie vorhin gesagt, eine offene Stichabstimmung zwischen den beiden noch zur Debatte stehenden Wahlverfahren machen. Noch mal zur Erläuterung. Die Ja-Karte zählt in der Stichabstimmung jetzt wieder für 2.1, Bewertungswahl. Die Nein-Karte zählt für 2.3, Bewertungswahl mit Quorum. Ich bitte um Abgabe der Stimme beziehungsweise um Zeigen der Stimmkarten mit Ja für 2.1 und Nein für 2.3. Also wir sind uns alle einig, grün ist deutlich mehr. Damit ist das Verfahren 2.1 im Verfahren weitergekommen. Jetzt kommt die dritte Stufe unseres Verfahrens, so wie es auch in der Geschäftsordnung geregelt ist. Wir stimmen jetzt über 2.1, den Antrag, der als einziger aus dem Verfahren jetzt hervorgegangen ist, noch mal ganz normal mit Ja und Nein ab. Das heißt, jetzt heißt Ja auch wirklich Ja und Nein heißt Nein, will ich nicht. Ich bitte um Abgabe des Kartenzeichens. Wer ist für beziehungsweise gegen die Annahme des Wahlverfahrens 2.1 und die Wahlordnung eben dann auch insgesamt. Das ist eine ganz eindeutige Mehrheit dafür. Das ist gut. Damit ist das Wahlverfahren 2.1 so beschlossen. Und wir sind unfassbar noch vor 12 Uhr Mittag mit den Formalien am Ende. Ich rufe dann schon mal den ersten Kandidaten, der sich jetzt die Gelegenheit haben wird, sich und sein Programm in angemessener Zeit vorzustellen. Das ist Justus Römet mit der Los Nummer 3. Der möge sich dann bitte schon mal hier nach vorne bewegen. Wir haben in der Wahlordnung im Übrigen geregelt, dass ein Vorstellungsslot nach dem zweiten Aufruf durch die Versammlungsleitung verfällt, damit nicht wieder Effekte auftreten, wie beim letzten Bundesparteitag, dass man dann eine Kandidatenreihenfolge lost und am Ende doch alles ganz anders wird. Insofern also an alle Kandidierenden, ich bitte auch, es denen weiterzugeben, die nicht im Saale sind, nach einem zweiten Aufruf zur Vorstellung verfällt der Redeslot der Kandidierenden und diese können sich dann nicht mehr vorstellen. Wir müssen hier irgendwie weiterkommen und das Losverfahren wurde von der Aufstellungsversammlung beschlossen. Genau, bevor ich an das andere Versammlungsleitungsteam übergebe, die dann die erste Vorstellung oder die ersten Vorstellungen machen werden, gibt es noch ein paar Gewinner. Wir haben einen Stimmzettelblock der Aufstellungsversammlung gefunden. Das ist AV 014824, AV 014824. Dieser Stimmzettelblock ist beim Frontoffice abzuholen und es gibt ein komplettes Set AV 13922 und BPT 53759, komplett mit Bändchen und einem Stapelzettel der AG Kulturpiraten. Auch diese Materialien sind beim Frontoffice abholbar. Ich übergebe dann erstmal, was war das? Nun gut, ich übergebe erstmal die Versammlungsleitung und zwar an Marco Gäupert, der jetzt durch den Anfang der Kandidatenvorstellungen führen wird. Dann bis später und viel Vergnügen. So, guten Morgen auch von meiner Seite. So, wir kommen jetzt zum allerersten Kandidaten. Das ist jetzt der zweite Aufruf für den Justus Römet. Das bist du? Ja. Dann kommt gleich noch der erste Aufruf für den nächsten Kandidaten mit der Ticketnummer 321. Das ist der halbe Bastian. Und wir fangen jetzt mit dem Justus an, mit der Ticketnummer 353. Ich soll noch eine Durchsage, gibt es einen Römet Jürgen? Es meldet sich keiner, gut, dann hat es sich geklärt. Justus, bist du bereit? Ich ja, im Mikrofon auch. Gut, dann deine Zeit, bitteschön. Ja, moin, servus, hallo. Mein Name ist Justus Römet. Ich würde für euch gerne ins Europaparlament einziehen nächstes Jahr und müsste dafür von euch auf die Liste gewählt werden. Dafür möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich gebe im Internet auch mehrere Texte von mir, die mein Profil nochmal darstellen. Das ist zum einen im Wiki unter benutzerdoppelpunkt squig, S-Q-U-I-G oder auf meinem Blog. Das ist J-R-O-I, also J-R-O-I-M-E-T-H.tumbler.com. Ja, da habe ich auch schon einen Text geschrieben und da, oder ich habe auch noch einen Kurztext geschrieben, der auch auf der Wiki-Seite steht. Das größte Fragezeichen, das da aufkommt, war, dass ich gesagt habe, dass Identität oder Identitäten so ein bisschen eins meiner Kernthemen sind. Und ich möchte das gerne mit mir als Beispiel eben zeigen, was ich damit meine und mich dadurch auch vorstellen und meine Motivation zusammenfassen. Also, ich bin, ja, Justus Römet, wer ist das? Zum einen bin ich ein Kind der 80er, ich wurde 86 geboren, ich werde morgen 28. Ich bin Hannoveraner, das heißt, ich wurde in Hannover geboren. Ich bin dort aufgewachsen, habe da mein Abitur und mein Zivildienst abgeleistet, also Abitur gemacht, mein Zivildienst abgeleistet. Bin Lokalpatriot so ein bisschen, bin Hannover 96-Fan. Ich war, habe noch andere Identitäten, die auch mit Lokalität zu tun haben. Ich war in Westmeister-Schüßsitz in einem Austauschjahr. Ich habe meinen Bachelor in Amsterdam gemacht, in Geschichte und BWL. Habe in Prag Erasmus gemacht, habe meinen Master in Krakau und Göttingen abgeleistet. Ich bin also Amerikanophil, Amsterdamer, da bin ich auch stolz drauf, Historiker, Tschechophil und Polnophil. Und spreche Tschechisch und Polnisch ein bisschen, Niederländisch fließend. Englisch natürlich auch. Was ich jetzt ein bisschen ausgelassen habe, also ich bin Norddeutscher und somit auch Deutscher. Das steht aber für mich selber nicht so im Vordergrund. Und ich koche ganz gern deutsches Essen, mag das Nachtleben in Deutschland zum Beispiel lieber als in den Niederlanden, mag deutsches Bier. Das steht für mich aber von dem, wie ich mich definiere, nicht so im Vordergrund. Dann würde ich schon eher sagen, dass ich ein Nerd bin, also dass meine Identität auch das Nerdsein so ein bisschen umfasst. Das spiegelt sich zum einen über meine Hobbys wieder, Tabletop-Spielen, Nintendo-Spielen, Sci-Fi-Filme und Bücher, Strategiespiele auf dem Computer. Und ich arbeite seit einem Jahr in einer Open-Source-IT-Firma, allerdings als Angestellter in Marketing und Vertrieb. Also nur so Seminord, wenn man so will. Ich bin Pirat, seit 2009 bin zwischen der Bundes- und der Europawahl eingetreten. Bin internationaler Pirat, ich arbeite in der internationalen Koordination, bin da Beauftragter des Landes Niedersachsen für die internationale Koordination, was so ein bisschen als Ziel hat, die Basis mehr in die internationale Koordination einzuleisten. Deswegen hat ein Landesverband, also zumindest unserer, einen internationalen Koordinator. Ich bin sonst auch kommunalpolitisch ein bisschen aktiv, habe mich für den D-Tunnel in Hannover eingesetzt, bei den Juppies in Hannover. Habe vor anderthalb Jahren in Prag mit angestoßen, dass Pirate Times, also sowohl zum einen Pirate Times und zum anderen auch die PPEU, gegründet werden kann und habe da versucht, das voranzutreiben. Das ist auch geglückt, also Pirate Times veröffentliche ich ja jetzt schon seit anderthalb Jahren Artikel. Die PPEU wird nächsten Frühjahr in Brüssel offiziell endgültig gegründet. Und habe in dem Zusammenhang auch ein paar Events mit organisiert. Das ist zum einen die PPEU-Konferenz in Rom so ein bisschen, dann ein Wahlkampf-Workshop in Hannover. Das war von einem Jahr zu unserer Landtagswahl für internationale Piraten, um da Know-how weiterzugeben. Und jetzt letzten Monat eine Konferenz in Maastricht, wo ich in der Organisation beteiligt war. Ich bin Bürgerrechtler. Das war zum einen meine Motivation Pirat zu werden 2009. Ich fahre regelmäßig, also zumindest die letzten beiden Jahre zu den Fiedem Nord 4 Treffen als Person, nicht unbedingt als Pirat. Und ich habe bei den ACTA-Protesten vor zwei Jahren zum einen ein bisschen auch die internationale Koordination angeleitet. Also, dass die Organisatoren der lokalen Events halt auch international so ein bisschen gucken, was machen wir, an welchem Datum machen wir was. Ich habe diese Gmail-Karte mit angestoßen, dass es die gibt, diese Google Maps-Karte, Entschuldigung. Und zum anderen habe ich auch die ACTA-Demo in Hannover, wo dann immerhin 2000 Leute kamen, was für Hannover ganz ordentlich ist, mit organisiert. Und ich bin Europäer, ich habe im Ausland studiert. Ich habe einen Großteil meines Freundeskreises, kommen aus dem Ausland mit einem Schwerpunkt auf Europa, sage ich mal. Natürlich Amsterdam, aber auch von Grönland bis nach Griechenland und von Portugal bis nach Finnland und Russland sind Leute in meinem Freundeskreis und die beeinflussen mich. Deswegen finde ich auch, deswegen ist mir halt das Deutschsein nicht so wichtig wie das Europäischsein, muss ich ehrlich sagen. Ich habe meinen Master halt in Krakau und Göttingen in Euro Culture gemacht, also europäische Kultur. Da habe ich eine ganze Reihe von Sachen gelernt. Zum einen, wie man international in einem Team arbeitet, das aus verschiedenen Kulturen kommt. Das möchte ich, dieses Wissen würde ich sehr gerne weitergeben an unsere Fraktionen, die dann, oder unsere Piraten, die dann im Europäischen Parlament sitzen. Und zum anderen, was es überhaupt heißt, europäisch zu sein. Und warum es wichtig ist, dass Europäer zusammenarbeiten. Das wird mit dem Wort Europeanism, das ist ein englisches Wort von John McCormick geprägt. Unter anderem sagt er da, dass Europäer es eint, dass Pazifismus, Laizismus, Privatsphäre und Sozialstaat in unseren Gesellschaften so wichtig ist, dass das sogar an die politische Spitze getragen wird. Das ist zur Zeit eigentlich in keiner anderen Region so und das ist etwas, was wir erhalten sollten. Das ist etwas, für das es sich lohnt, sich im Europäischen Parlament einzusetzen und generell innerhalb der politischen Sphäre Europas oder Sphären Europas zu kämpfen. Zusammenfassend, ich bin also ein Nerd, ein Hannoveraner, ein Europäer, Pirat und Bürgerrechtler. Wenn ich solche Leute im Europäischen Parlament haben wollte, würde ich euch bitten, mich zu wählen mit. Wenn ich dann gewählt werden sollte auf einem vorderen Platz der Liste und wir dann gut abschneiden im Mai, wäre ich auch Europaabgeordneter. Was würde ich dann dort machen? Was würde diese Identität so ein bisschen beinhalten? Zum einen die klassischen Piratenthemen, Bürgerrechte, Demokratiedefizite abbauen, Korruption abbauen, mehr Transparenz schaffen und zu guter Letzt Teilhabe. Und Teilhabe sollten wir nicht als Piratenpartei Deutschland nicht nur auf uns Deutsche beschränken und vielleicht auch nicht nur auf die Europäer, sondern auf Menschen in der gesamten Welt. Damit könnten wir aber mal anfangen in Europa, weil es dort schon politische Strukturen gibt, um von Deutschland aus anderen Menschen Teilhabe zu ermöglichen. Am Leben, am gesellschaftlichen Leben, am politischen Leben und so weiter. Das wäre eins meiner großen Ziele als Europaabgeordneter. Des Weiteren, wir haben hier die Vernetzung innerhalb des EPs mit Leuten, die für unsere Sache stehen, aber vielleicht ein anderes Label vom Namen haben. Aber auch mit anderen Piraten, die deren Parteien vielleicht gar nicht vertreten sind im EP, sehr wichtig. Eine Einbindung der Bürgerrechtsbewegung an sich, der akademischen Welt auch. Und zu guter Letzt auch so ein bisschen des Mittelstandes, sage ich mal. Wie gesagt, ich arbeite in einer Open-Source-IT-Firma. Interkulturelle Teamarbeit ist mir wichtig. Ich denke, outside the box. Ich organisiere gerne, erfasse gerne Texte und fasse die zusammen und beziehe gerne Leute ein. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch jemanden wie mich im Europäischen Parlament vorstellen könnt, dann wählt mich doch bitte. Ansonsten danke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Bundesparteitag und eine schöne Versammlung. Danke, Justus. Die Frage an dich. Hattest du genügend Zeit, um dich und dein Programm vorzustellen? Ja. Danke. Die Frage an die Versammlung. Wollt ihr später, wenn die Vorstellungsrunden vorbei sind, diesen Kandidaten befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Grün ist ja, Lila ist nein. Das ist eindeutig mehrheitlich nein. Dankeschön. Gut, danke, Justus. So, das ist der zweite Aufruf für den halben Bastian. Und der erste Aufruf für den Wilke Thomas, der ist uns ein bisschen durch das System gerutscht. Ich hoffe, dass es uns nicht gleich übel nimmt. Also der erste Aufruf für den Wilke Thomas. Gut, bist du startbereit? Gut, dein Mikrofon. Hallo. Mein Name ist Bastian Halbe. Denke ich in Europa, packt mich die Vision einer neuen Welt. Eine Welt ohne Grenzen. Eine Welt in Frieden. Eine Welt, in der der Mensch endlich wieder Mensch sein darf. Doch dieser Traum wird mit Füßen getreten. So wird dieses Europa bewusst klein und schwach gehalten, indem es ausschließlich auf eine Währungs- bzw. Wirtschaftszone reduziert wird. Dabei können wir doch mehr. Europa kann Grenzen verwischen und Menschen aufeinander zugehen lassen. Wir können ein Vorbild für eine ganze Welt sein. Wir können für ein Morgen kämpfen, frei von Hass, Ungerechtigkeit und Krieg. Meine Generation steht mit dem Rücken an der Wand. Seit Jahrzehnten schon wird Politik gegen die Interessen der nachfolgenden Generationen gemacht. Staatsschulden und Milliardenhöhe schweben wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen. Mir kommt es vor, als wäre hier eine Party gefeiert worden. Und wir Kinder sollen den Dreck unserer eigenen Eltern beseitigen. In der sogenannten Euro-Krise wurden Milliarden in marode Banken gesteckt. Während genau in diesem Moment eine verlorene Generation heranwächst, haben die Regierenden entgegen ihren eigenen Behauptungen immer noch nicht verstanden. Schlägt man den Wirtschaftsteil einer etablierten Wirtschaftswochenzeitung auf, liest man im Zuge von Krisenbewältigung und Zukunft immer wieder die Begriffe Wachstum und der daraus resultierenden Vollbeschäftigung. Dieser längst unüberholte, krankhafte Zwang, an diesem bestehenden Dogmen festzuhalten, muss überwunden werden. Unter dem Streben nach Gewinnmaximierung leiden Menschen weltweit. Ich verstehe nicht, wem Vollbeschäftigung etwas bringen soll, solange prekäre Arbeitsverhältnisse und Lohndumping die Arbeitsmärkte Europas schmücken. Und der Großteil der Gesellschaft und vor allem der Umwelt können sich recht wenig davon kaufen, dass VW nächstes Jahr eventuell ein Wirtschaftswachstum von 7% erreicht. Ich danke unserem Superminister und SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel für sein Verhalten rund um den Abhörskandal. Ich muss zugeben, dass ich nach unserem Bundestagswahlergebnis den Kopf schon leicht in den Sand gesteckt hatte, da ich der Annahme war, niemand wollte unsere Themen hören. Aber dann kommt Gabriel daher und hetzt gegen diesen Überwachungsstaat im Verlauf des Wahlkampfes. Und dann hat aber genau dieser Mensch einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt werden soll. Und weil Menschen nach wie vor belogen werden, ist der Parlamentarismus in seiner existenten Form unbrauchbar, weil er den Willen der Menschen nicht vertritt. Wir haben ein Mittel dagegen, wir haben die Basisdemokratie. Und Basisdemokratie soll dieses neue Europa schmücken. So ist das. Das Problem des Parlamentarismus ist so in unserem geliebten Bundestag in Berlin und in verschärfter Form auch in der Lobbyisten-Niederlassung Brüssel und in Straßburg. Julian Assange sitzt in der äquadorianischen Botschaft in London fest. Edward Snowden streift durch die Lande Russlands und Chelsea Manning haben sie schon zu 35 Jahren Haft verurteilt. Alle drei haben mehr für die Demokratie und die Freiheit getan, als alle amtierenden Regierungen dieser Welt zusammen. Und alle drei haben einen hohen Preis dafür für ihr Handeln bezahlt. Aus Verschwörungstheoretikern wurden plötzlich Experten. Die ganze Welt weiß nun, Überwachung ist nicht fiktiv, sie ist real. Das Europäische Parlament muss Farbe bekennen. Solange die Grundrechte der Menschen nicht bewahrt werden, darf über einen Ausbau von Zusammenarbeiten mit der USA gar nicht mal nachgedacht werden. Jetzt verhandeln Lobbyistenvertreter über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Dieses Beispiel zeigt doch, es zeigt aber wirklich alles über den Zustand unserer sogenannten Demokratie. Man muss es sich durch den Kopf gehen lassen. Da sitzen Konzerne hinter verschlossenen Türen und verhandeln über die Zukunft zweier Kontinente. Dass die Zivilbevölkerung jetzt nicht mit eingespannt wird in den Verhandlungstisch, das sind wir mittlerweile gewohnt. Dass aber nicht einmal mehr demokratisch gewählte Europaabgeordnete Einblick an den Verhandlungstisch kriegen, das bringt mich dazu, Wortspiele zu benutzen, die mich garantiert in meiner jetzigen Position morgen auf die Titelseite der Bild-Zeitung bringen würden. Doch eines müssen wir uns selber versprechen. Bevor bei Monsanto und Co. die Korken knallen, haben die Bürger Europas noch ein Wörtchen mitzureden. Der systematische Abbau unserer Zukunft in Form von Akta, Fracking, Überwachung oder der Deregulierung der Finanzmärkte und 100 weiteren Punkten kann nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden. Dafür müssen wir bis zur letzten Minute kämpfen. Alles andere wäre kollektiver Masochismus. Meine lieben Mitpiraten, ich bin 20 Jahre alt. Ich habe noch Träume und Wünsche. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann nicht von mir selbst behaupten, schon immer Pirat gewesen zu sein. Die vergangenen zwei Jahre haben mich verändert. Schuld daran seid ihr mit. Dankeschön. Seid euch aber mit dem Klaren, dass ich andere Vorstellungen von Demokratie und Politik habe. Ich habe ein Problem mit Koalitionsverträgen, der sie nicht den Willen der Wähler wiedergeben. Berufspolitiker, die 40 Jahre lang die Plenarsaalbank drücken, können unmöglich noch Wurzeln zur Basis haben. Parteien dienen mehr und mehr dem Selbstzweck. Und mit jedem geschwollenen und gelogenen Wort in den Fernsehinterviews weiß ich, unsere Zeit ist gekommen. Lasst mich eure Stimme und die einer ganzen Generation in einem neuen Europa sein. Schickt mich nach Brüssel. Mein Name ist Bastian Halbe. Danke, Bastian. Auch an dich die Frage, hattest du genügend Zeit, um dich ausreichend vorzustellen? Ja. Danke. Die Frage an die Versammlung. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich. Nein, dann wird dieser Kandidat nicht befragt. Es ist jetzt der zweite Aufruf für den Kandidaten mit der Nummer 1, der Wilke Thomas. Und der erste Aufruf für Arne Ludwig. Hat jemand den Wilke Thomas gesehen? Dann bitte schickt ihn gleich zur Bühne. Thomas? Ja? Du darfst. Hallo? Ja. Moin, ich bin Arne Ludwig. Pirat seit 2007. Warte kurz, warte kurz. Wir wollten eigentlich den Wilke Thomas gerade haben. Der ist nicht da. Warte noch kurz. Gut, da sich Wilke Thomas nicht hier blicken lässt, fällt der jetzt hinten runter, wie vorhin besprochen. Dann ist jetzt der Arne dran und das ist jetzt schon der erste Aufruf für den Peter Love. Also der erste Aufruf für den Peter Love und jetzt ist Arne dran. Bitteschön. Also moin nochmal. Ich bin Arne Ludwig. Pirat seit 2007. Zeit auf dem Bundesparteitag ist teuer. Ich werde mich kurz fassen. Ich bin ganz klar Kernthemenpirat. Ich bin IT-Unternehmer vom Beruf. Ich kandidiere, ich habe spontan kandidiert, ich kandidiere als Reservekandidat. Das heißt, ich möchte nicht unbedingt auf den vordersten Plätzen. Aber da wir ja wissen, wie das mit den Wahlergebnissen teilweise ist, kann es durchaus mal sein, dass die Liste zu kurz ist. Wir haben sehr gute Leute drauf. Wir haben auch ein paar, die mir nicht so gefallen oder die ich nicht kenne. Da muss ich mal abwarten, wie die sich heute vorstellen werden. Wie gesagt, ich würde dann im Wahlkampf als Kandidat natürlich sehr viel mehr reißen können, als wenn ich keiner bin. Und das möchte ich tun. Ich möchte unsere Kernthemen im Wahlkampf vertreten. Und wir brauchen einfach auch gute Leute, die Wahlkampf machen. Und das geht einfacher, wenn man auf der Liste ist. Deswegen muss ich nicht vorne sein. Dankeschön. Danke, Arne. Stopp, 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 stopp. Renn nicht gleich davon. Ja, auch an dich. Ich hatte genug Zeit, mich vorzustellen. Dankeschön. Dankeschön. Die Frage an das Plenum. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nein. Dankeschön. Dann ist jetzt dran Peter Love. Bist du das? Gut, du darfst schon mal hochkommen. Und das ist jetzt der erste Aufruf für den Kandidaten Gerald Wünsch. Bist du bereit? Ja. Dann bitte dein Mikrofon. Liebe Piratinnen, liebe Piraten. Europa braucht uns jetzt. Lange nicht mehr hat Europa, unser Europa, wieder so viel Hass und Nationalismus wie jetzt gehabt. Piraten, wollt ihr dafür kämpfen, dass wir mehr als 30 Prozent bekommen und einen großen Unterschied in der EU machen können? Ab morgen müssen wir Tag und Nacht arbeiten und die starke Meinungsfreiheit sein, die unsere Union braucht. Jeden Tag bis zur Wahl und weiter in Brüssel. Wir brauchen dich und mich und alle anderen positiven Kräfte, um unser Parlament mit gesunden, sozialen und freiheitskämpfenden Individuen zu stärken. An Nelson Mandelas Bestattungstag war ich in der südafrikanischen Botschaft in Berlin und habe ein paar Zeilen in sein Kondolenzbuch geschrieben. Mandela hatte eine Aufgabe und er kämpfte. Er hat die Welt besser gemacht. Jetzt sind wir an der Reihe, Europa besser zu machen. Piraten, lass nicht nach. Trete ein, für was du glaubst. Lass nie Rassismus oder Beschränktheit siegen. Mein Name ist Peter Lohwe. Ich bin ein schwedischer Berliner, der hier seit 2009 lebt. Ich war bereits Kandidat für das Europaparlament auf einer schwedischen Liste und habe mit der Ja-Kampagne für die Einführung des Euros in Schweden gearbeitet. Über zehn Jahre habe ich in meinem früheren Heimatland für ein zivilgesellschaftliches, verankertes Europa gekämpft. Parteikameraden, wollen wir nach Brüssel? Ich höre euch nicht. Wollen wir nach Brüssel? Gut. Wir können super wichtige Bedingungen haben, um Europa menschlicher, freier und sozialer zu machen. Aber nichts passiert, wenn wir nicht reinkommen. Wir müssen einen starken und zielgerechten Wahlkampf führen. Und jeder Pirat, so wie du und ich, muss jede Chance zum Gespräch und Dialog nutzen, um unsere Mitbürger zu engagieren. Wählt Rassismus, Ungerechtigkeit und die kalten Bürokraten weg. Lasst Wärme, Menschlichkeit, soziale Gerechtigkeit und Freiheit rein. Ich selbst werde ab Montag, 100 Prozent bis zum Wahltag, mit dem Wahlkampf arbeiten. Ich werde ein eigenes Kampagnen-Team mit einer PR-kompetenten Person bilden, damit wir tägliche Aufmerksamkeit im Netz und der Presse bekommen. Außerdem werde ich Piraten aus anderen EU-Ländern einladen, um größere Events zu arrangieren und zu zeigen, dass wir eine große europäische Partei sind, die landübergreifend agiert. Amelie Anders-Dotter, Europaabgeordnete Piraten aus Schweden, hat bereits Interesse signalisiert. Barack Obama hat eine sehr erfolgreiche Von-unten-Kampagne geführt. Obama nutzte auch das klassische An-der-Tü-Klopfen-Konzept. Ich und mein Team werden an die Haustüren Berlins klopfen und uns zusammen für Europas Freiheit einsetzen und gegen Rassismus. Piraten, keine mehr Rassisten in unserem Parlament. Außer den Rassismus zu stoppen, müssen wir alle Formen von Überwachung von uns als Privatpersonen stoppen. Dies ist für uns Piraten eine der wichtigsten Verpflichtungen und ist extra wichtig auf Europaebene. Lasst uns jetzt ein Gesetz zur persönlichen Integrität im Netz erlassen. Kein automatisches Datenspeichern in irgendeinem EU-Land. Piraten, wir müssen nach Brüssel. Wir müssen uns gegen eine Gesellschaft mit systematischer Überwachung erheben. Edward Snowdens Motto ist die Privatsphäre. Er ist unser Held. Ich schlage vor, dass wir ihm einen Applaus geben. Meine anderen politischen Ziele sind sich dafür einzusetzen, dass die Menschenrechte sowohl in der EU als auch außerhalb gestärkt werden. Für ein zivilgesellschaftlich verankertes und soziales Europa, für eine neue Flüchtlingspolitik und für Transparenz, die ja auch eine von unseren Kernfragen ist. Wisst ihr, was am 3. Oktober 2013 passiert ist? Keine? Lampedusa. Nie wieder Lampedusa. Piraten, wir müssen die Partei sein, die am stärksten fordert, dass man auf einem gesetzlichen, legalen Weg in unsere Union kommt. Flüchtlinge müssen sich für Asyl an Plätzen außerhalb der EU, wie zum Beispiel in EU- oder nationalen Botschaften, beantragen können. Lasst uns die Festung um Europa abreißen. Nie wieder Lampedusa. Die Wahlbeteiligung muss ansteigen. Die EU will nur demokratisch, wenn deren Einwohner deren Legitimität respektieren. Die Wahlbeteiligung zum Europaparlament anzuheben, ist eines der wichtigsten Werkzeuge, um ein demokratisch verankertes Europa zu erlangen. Mit unserer Kampagne, die von den Mitbürgern selbst ausgeht und morgen starten wird, nicht wahr, Piraten, werden wir die erste Partei in sowohl Deutschland als auch in Europa sein, die die gemeinschaftliche Europa ernst nehmen und unsere Union von den Bürokraten in Brüssel auf die Straßen und Marktplätze bringt, so wie hier in Bochum oder in Berlin oder auf allen anderen Plätzen, wo unsere Wähler sind. Mit unseren Mitbürgern arbeiten wir zusammen für ein starkes, soziales und zivilgesellschaftlich verankertes Europa. Das ist ein schweres Wort für einen Schweden, muss ich sagen. Transparenz ist eine Selbstverständlichkeit in meinem früheren Heimatland. Für uns Piraten ist es eine Hauptfrage. Wir müssen hart daran arbeiten, dass der ganze EU-Apparat offen und online ist. Abschließend müssen wir die Erste sein, die die Kraft in unserem Parlament verstehen und nutzen. Wir müssen mit einer Stimme sprechen. Piraten zusammen sind es wie über 500 Millionen Einwohner, fast doppelt so groß wie die USA. Wir sind eine weltweite, gute Kraft und mit uns Piraten auch das offenste, transparenteste und demokratischste Parlament. Lasst uns die nutzen und wie Nelson Mandela für eine bessere Welt kämpfen. Als Parlament, aber auch als individuelle Parlamentarier. Ich werde dies Tag und Nacht tun, nicht nur jetzt während der Kampagne, sondern vor allem in Brüssel. Piraten, wir müssen rein. Nur dann können wir einen Unterschied machen. Mehr als drei Prozent starten hier und jetzt. Raus in die Straßen. Wir fahren nach Brüssel und werden uns Europa besser machen. Klar machen zum Enden heißt klar machen zum Kämpfen. Jeder, jeden Tag. Herzlichen Dank. Peter, hattest du genügend Zeit, um dich und dein Programm vorzustellen? Ja. Dankeschön. Die Frage an das Plenum, wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Ich bitte alle Kandidaten zum Infopoint rüber zu gehen aufgrund von Presseinterviews. Und ich habe gerade einen Dringlichkeitsaufruf. Es steht hinten in der Feuerwehrzufahrt ein dunkler Audi aus Leipzig. Wem der gehört, der wird in drei Minuten abgeschleppt. Das ist kein Scherz. Ein dunkler Audi aus Leipzig, hinten in der Feuerwehrzufahrt. Der soll sofort entfernt werden. Kennzeichen lest ihr da oben. Leipzig RB 904. Leipzig RB 904. Bitte wegfahren. So. Wir kommen zum nächsten Kandidaten. Das ist der zweite Aufruf für Wünsch Gerald. Bist du das? Gut. Dann kommt auch noch der erste Aufruf für Malte Carsten Seidler. Gut. Bist du bereit? Dann darfst du. So. Also ich bin der Kandidat Nummer 8 hier heute und bin der Gerald Wünsch aus dem Landesverband Berlin. Und ich halte mal hier hoch. Ich glaube, das haben wir alle mit langen Gesichtern gesehen. Bundestagswahl 2,2 Prozent. Ich glaube, das tut heute noch richtig weh. Wir müssen da wirklich in alle Parlamente. Mein Vorredner hat es auch schon gesagt. Und wir können das besser. Also ich bin ja aus Berlin, wie ich schon sagte. Hier, alte Zeitung, schon ein wenig vergilbt. 8,9 Prozent in Berlin und unsere Abgeordneten in Berlin machen einen wirklich super Job. Und in den anderen drei Landesparlamenten in Deutschland machen die auch einen tollen Job. Wir müssen überall sein, damit wir klar machen zum Ändern, wirklich zeigen können, Es gibt eine Alternative zu der etablierten Politik, wie sie derzeit in den Parlamenten im Bundestag, aber auch im Europaparlament gemacht wird. Ich sage, wir wollen als Alternative zu den etablierten Parteien neu und anders sein, eingelaufene politische Trampelpfade verlassen. Wir wollen transparent für jeden Bürger und Politiker sein. Wir wollen dem Bürger zuhören und seinen Forderungen Gehör in der Politik verschaffen. Wir wollen keine Hinterzimmerpolitik mit geheimen Absprachen zulassen. Wir wollen nicht als reine Protestpartei gesehen werden, sondern als ernstzunehmende, richtige Partei wahrgenommen werden. Wir wollen unsere Mitglieder verstehen und als gleiche Piraten gleichberechtigt und gleichgestellt. Wir wollen nur unsere Besten in die Parlamente entsenden, wählen als Kandidat jedweden Geschlechts. Wir wollen keine Politiker auf Lebenszeit nach der Devise Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal. Deswegen sind wir angetreten, klar machen zum Ändern. Wir wollen transparente und nachvollziehbare Politik machen, wollen ohne irgendwelche Quoten nur die Besten aufstellen und auf diese Weise auch als kleine Partei erfolgreich neue Politik 2.0 in die Parlamente einbringen. Dabei kann sich die Partei überall auch auf erfahrene Politiker stützen, überzeugte Piraten, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Wir kennen sie ja alle. Deshalb, wählt heute nur die Besten, wählt die Leute, nicht nur die ihr kennt und eure besten Kumpels, mit denen ihr auch mal einen saufen gehen könnt. Das ist prima und super. In der Politik brauchen wir Leute, die in der Europapolitik ein bisschen mehr als in der Kommunalpolitik haben. Wir haben in der Kommunalpolitik gute Leute, wir haben in der Landespolitik gute Leute, aber im Bundestag haben wir den falschen Wahlkampf aufgestellt und das müssen wir jetzt besser machen. Wir brauchen die 3 Prozent, aber schaffen wir 3,125 Prozent, dann haben wir drei Leute sogar im Europaparlament. Aber ich denke, wir schaffen auch vier oder fünf. Wenn wir richtig anpacken und das so machen wie in den anderen vier erfolgreichen Landesparlamentswahlen, dann schaffen wir auch vier oder fünf Abgeordnete ins Europaparlament. Und dann zeigen wir zusammen mit den europäischen Piraten aus den anderen europäischen Staaten, den zwei Schweden, die schon da sind, da kommen hoffentlich noch welche dazu, und aus den anderen europäischen Staaten, dass wir gemeinsam eine richtige Fraktion bilden können. Die zwei sind ja derzeit noch keine Fraktion im Europaparlament. Und dann zeigen wir dem Bürger, wie moderne Politik 2.0 geht. Deshalb bitte ich hier euch alle um eure Unterstützung. Nicht nur meine Leute aus Berlin, sondern eben alle euch Piraten hier, denn natürlich werden die zwei, drei Piraten, die nach Brüssel gehen werden, für alle 16 Bundesländer dort sprechen und für alle Piraten, für die ganze Piratenbewegung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier globalisierte Leute haben, die global für alle Bürger, vor allem für den Wähler, dann für die Partei und zum Schluss für sich selbst sprechen. So einer bin ich, deshalb bitte ich euch um Unterstützung und um eure Stimme. Vielen Dank. Länger will ich eure Zeit nicht hier strapazieren. Es kommen noch ganz viele nach mir. Vielen Dank. Ich hatte genug Zeit, um mich vorzustellen. Dankeschön. Die Frage an die Versammlung. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Dankeschön. So, eine kleine Durchsage. Im Front Office, also hier, liegen Kandidierendenlisten für Versammlungsteilnehmer aus, worauf sich jeder Notizen zu den Kandidaten machen kann, ob man diese jeweilige Person wählen will und wie man diese Stimmgewichtung sich vorstellen will. Bitte stürmt aber nicht alle auf einmal zum Front Office. Die kriegen sonst Angst vor diesen Massen. So, dann kommt der zweite Aufruf für Malte Carsten Seidler, dem nächsten Kandidaten. Bist du das? Gut. Und der erste Aufruf für Werner Horstmann. Bist du bereit? Klar. Dann darfst du. Ja, moin. Mein Name ist Malte. Ich bewerbe mich hier ebenfalls wie die anderen 100 Kandidaten hier, Europa, diese Partei und die Welt zu retten. Und meine Bewerbungsräder habe ich übrigens selbst geschrieben. Danke sehr. Ganz vorneweg muss man natürlich sagen, bei der derzeitigen Ausgangslage werden wir es wohl leider nicht schaffen, auch nur einen Menschen ins Europaparlament zu schicken. Dies trotzdem zu erreichen, sehe ich als die Hauptaufgabe der Kandidaten an, die ihr jetzt wählen werdet. Deshalb darf es jetzt nicht darum gehen, von Sitzungen und Empfängen in Brüssel und Straßburg zu träumen. Es muss es darum gehen, erstmal Wahlkampf zu machen. Ich bin also ein Verfechter der Idee, dass dieser Wahlkampf vor allem von den Spitzenlistenkandidaten getragen werden muss, die ihr jetzt wählen werdet und demokratisch legitimieren werdet. Aber ich sage auch ganz offen, ich halte es für einen nicht so guten Weg, auf zwei Valionsfiguren zu setzen, die dann den Medien zum Fass vorgeworfen werden und den Wahlkampf alleine nicht werden stemmen können. Ich glaube, wir können ein Team bilden aus mindestens fünf, vielleicht sieben Listenkandidaten, die von Vorstand und Basis unterstützt werden. Ich kenne die meisten anderen Kandidaten und gehe fest davon aus, dass das eine schlagkräftige Truppe wird. Aus Leuten, die sich Monate, teils Jahre lang vorbereitet haben. Ich bitte euch explizit an, als Teil dieser Gruppe ab morgen Abend und bis zum 25. Mai diesen Wahlkampf, die Schwerpunktsetzung und die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, voranzutreiben, um eine Erfahrung aus drei Wahlkämpfen auf unterschiedlichen Ebenen einzubringen und danach gute Arbeit im Europaparlament zu leisten. Aber ich glaube, das wird ein Kinderspiel gegenüber dem, was in den nächsten Monaten geleistet werden muss. Ich skizziere kurz, was meine wichtigsten Vorstellungen für die nächsten Wochen sind. Wir können nicht auf die Medien, auf das Wetter oder irgendein Wunder hoffen. Es wird auf uns selber ankommen. Wir allein müssen die Leute vor Ort erreichen und überzeugen. Wir müssen meiner Meinung nach morgen Abend damit anfangen, Veranstaltungen in großen deutschen Städten zu organisieren, in denen wir den Menschen unsere Konzepte vorstellen, zu allen wichtigen Themen, die bei dieser Wahl eine Rolle spielen werden. Und ja, ich bin überzeugt davon, dass wir in der Lage sind, zu allen wichtigen Themen Stellung zu beziehen und dass wir zu allen wichtigen Themen bessere Konzepte haben als die anderen Parteien, auch wenn einige euch hier etwas anderes einreden wollen. Ich weiß, welche Leute in dieser Partei thematisch arbeiten und weiß, dass wir dieses Potenzial einfach nur nutzen müssen. Das Bewerben dieser Veranstaltung wird für uns eine Art Vorwahlkampf sein, der aber notwendig ist, um den Rückstand aufzuholen. Wir müssen unsere Partei als einzige Alternative präsentieren zu dem Trauerspiel, der auch aus dem rechten Rand im Wahlkampf auf uns zukommen wird. Hier werden wir eine unglaubliche Chance haben. Danke. Die etablierten Parteien werden sich wieder nicht trauen, ein klares Bekenntnis zu Europa und zu internationaler Zusammenarbeit über die Lippen zu bringen. Sie haben Angst, ihre bürgerlichen Wähler, oder wie man das nennen soll, zu verlieren. Wir brauchen diese Angst nicht zu haben. Wir können ganz klar sagen, dass wir gerade in Krisenzeiten auf mehr statt weniger europäische Integration setzen und dass jeder, der ein zurück zu nationaler Staat, Kleinstaaterei will, unverantwortlich handelt und dass wir eine Zivilgesellschaft brauchen, die sich über Regionen hinweg Gehör verschafft und ein Gegengewicht zu Wirtschaftslobbys bilden, die längst global agibieren und denen Grenzen und irgendwelche Bundestagsbeschlüsse völlig egal sind. Und dass diese Schritte zu mehr Europa und mehr Internationalität von mehr Demokratie geprägt sein müssen, das versteht sich bei uns Piraten, glaube ich, von selber. Es wird natürlich auch darum gehen, unser Wahlprogramm verständlich auf den Punkt zu bringen und auf Flyer, Plakate und Werbespots zu bringen und sich gegenseitig zu unterstützen, wenn es darum geht, für thematische Diskussionen gerüst zu sein. Auch dies werden meiner Meinung nach vor allem die Kandidaten stemmen müssen, die nun mal Europa-Experten sein werden. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich bin kein Freund von expliziter Schwerpunktsetzung, vor allem nicht von oben. Denn Schwerpunktsetzung bedeutet auch Unflexibilität und Vernachlässigung von anderen wichtigen Themen. Und hier rede ich nicht von 20 unterschiedlichen Themenflyern, sondern davon, dass der Wahlkampf so grundlegend und allgemein und flexibel gestaltet werden muss, dass es euch vor Ort ist, Schwerpunkte zu setzen. Das, was ich bisher geschildert habe, wird alles harte und ehrliche politische Arbeit bedeuten und direkte Ansprache der Wähler vor allem vor Ort, um mal hier und da zu 0,2 Prozent zu sammeln, die wir brauchen. Aber vielleicht wird nicht mal dies ausreichen. Wie gesagt, ich habe Erfahrungen aus Wahlkämpfen auf unterschiedlichen Ebenen und ich habe gesehen, was geht und was nicht geht. Und so leid es mir tut, ich fürchte, es wird nicht reichen, wenn wir in den nächsten Wochen wild im Kreis rennen und Anti-Tafta, Anti-Tipp oder gegen sonstige Abkürzungen kämpfen, auch wenn das wichtig ist. Die Leute verstehen es leider nicht sofort, aber wir brauchen trotzdem Aufmerksamkeit. Aber falls vielleicht am 4. Mai in einer populären Zeitung eine Schlagzeile steht wie Wollen die Piraten Deutschland abschaffen anstatt den Euro, dann wird das vielleicht einigen von euch nicht sofort gefallen. Aber ich glaube, so eine von uns provozierte und gewollte Aufmerksamkeit ist nötig und unser Ziel zu erreichen. Das ist nur ein Beispiel, aber ich sage ganz ehrlich, ich persönlich habe kein Problem damit, öffentlich zu sagen, dass in der heutigen Welt ein 100 Prozent von äußeren Einflüssen unabhängiges Deutschland genauso unrealistisch ist wie ein souveränes Schleswig-Holstein oder Bremen. Und das Grundgesetz und den deutschen Finanzminister habe ich da übrigens auch auf meiner Seite, die auch darauf setzen, dass man in der heutigen Welt in eine europäische und weltweite Staatengemeinschaft eingebunden sein muss. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, von dem ich eben sprach, wenn dieser Kraftakt geschafft ist, dann geht es darum, im Europaparlament Politik zu machen und die Welt ein wenig besser zu machen. Und für mich ist der Parlamentsbetrieb kein Selbstzweck. Mir geht es darum, politische Arbeit zu machen. Und das heißt übrigens auch, sich vor jeder Ausschusssitzung durch die seitenlangen Vorlagen der Kommission zu wälzen, egal wie lang diese sind. Denn ich glaube, dort bekommt man keinen Mitleidsbonus, wenn man sagt, oh, the text was too long, I did not read. Das werden die, glaube ich, nicht akzeptieren. Ich habe schon in kleinen, in der Kommunalpolitik gesehen, was es bedeutet, wirklich konkrete Politik zu machen und kann dies nur wiederholt jedem empfehlen, solche Möglichkeiten vor Ort zu nutzen. Denn man merkt sofort, es ist ein Unterschied, ob man sich als Zuschauer die Gremien ansieht oder ob man da wirklich Rede- und Stimmrecht hat. Und deswegen, ich bewerbe mich hier nicht als eine Art wissenschaftlicher Mitarbeiter, der das auswendig lernt und wiedergibt, was andere sich ausgedacht haben. Bewerbe mich auch nicht als Büroleiter, die nur die Funktionsweise des Parlamentsbetriebes dort interessieren. Bewerbe mich als Politiker, der mit seinem eigenen Verstand Entscheidungen trifft im Sinne von euch und den Menschen da draußen. Im Sinne von unseren Programmen und mithilfe der Informationen, die ich bekomme. Und bei dieser Entscheidung geht es auch um Ziele, die nicht banal sind. Und ich sage ganz ehrlich, mir reicht es nicht, in den nächsten fünf Jahren ab und zu mal etwas zu fordern und zu unterstützen, was die Europäische Kommission schon aus ganz anderen Gründen, meistens aus wirtschaftlichen Gründen fördert. Dass das Internet schön schnell sein soll, dass man viele lustige Serien sehen will. Es geht darum, dass auf der wichtigsten, der globalen Ebene in Zukunft und faktisch von heute die Weichenstellungen, die uns vor Ort betreffen, gestellt werden, dass es aber auf dieser Ebene nichts gibt, was sich wirklich Demokratie nennen kann. Es geht darum, dass man trotzdem erreichen muss, dass Kinder in armen Ländern nicht sterben, weil die Medikamente wegen den Patentlizenzen zu teuer sind. Oder dass Flüchtlinge im Meer nicht ersaufen, weil wir die Schotten dicht machen. Oder dass Menschen nicht von Waffen aus europäischer Qualitätsproduktion abgeknallt werden. Oder auch nur, dass keine Millionen Jugendliche in Europa ihre besten Jahre vergammeln müssen, weil eine schlechte und egoistische Wirtschaftspolitik gemacht wird. Es geht darum, wirkliches Neuland zu betreten und Lösungen für Probleme zu finden, die nie in der Geschichte der Menschheit existiert haben. Wir Piraten müssen auf dieser Ebene präsent sein, sonst erreichen wir gar nichts. Und wie gesagt, ich akzeptiere es nicht, dass irgendjemand sagt, wir sind zu klein und zu unbedeutend, um uns an diese wirklich wichtigen und großen Themen zu wagen. Wenn wir uns dies nicht trauen, dann werden dies andere tun. Und ich glaube, das Ergebnis wird uns nicht gefallen. Und deshalb bitte ich euch, heute wirklich zu überlegen, wen ihr wählt. Und auch zu bedenken, dass keiner euer Lieblingslistenbewerber nach Brüssel und Straßburg geschickt wird, wenn die Kandidaten keinen Wahlkampf hinkriegen. Und ja, wenn ihr Leute wie mich nach vorne wählt, dann rücken andere weiter nach hinten. Das ist so. Aber dafür verspreche ich euch, dass ich mich nicht nach hinten lehnen werde und warten werde, dass andere mich ins Parlament tragen. Sondern dafür arbeiten werde, dass nicht nur die Leute, die wegen mir auf der Liste weiter nach hinten gerückt sind, ins Parlament kommen, sondern zusätzlich drei, vier oder am besten noch mehr. Denn ich will dort nicht alleine sitzen, möglichst weit weg von euch, sondern ich will, dass möglichst viele Piraten dort mitreden, am besten ihr alle. Und es ist wichtig, dass wir dort mitreden und an dieser Stelle zwischen globaler und nationaler Politik vertreten sind. Und deswegen wird dies die wichtigste Wahl in der Geschichte unserer Partei. Und ich bitte meine Dienste dafür an. Danke. Malte Karsten, hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Das war ein Ja. Dankeschön. Jetzt ist die Frage an die Versammlung. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Dankeschön. So, dann kommen wir zum zweiten Aufruf. Werner Horstmann. Und der erste Aufruf für Jens Stomper. Bevor du anfängst, habe ich immer noch einen einsamen, armen Stimmzettelblock für die AV. Der möchte doch gerne abgeholt werden am Front Office. Mit der Nummer AV 014824. AV 014824. Hol den ab, bevor er anfängt zu weinen. Werner, bitteschön, dein Mikrofon. Moin Piraten. Ich sage mal als erstes, wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie längst verboten. Kein Buch? Okay. Ich bin natürlich nicht der Meinung, sonst würde ich hier heute nicht stehen und mich vorstellen. Also, ich komme aus dem schönen Land Schleswig-Holstein. Mein Berufsweg Designstudium an der HWK Hildesheim. Dann gewechselt in die Finanzdienstleistung. Das ist auch mein Schwerpunkt, den ich in der Europapolitik anwenden möchte. Ich habe seit 2000 also eine eigene Firma in Sachen Finanzdienstleistung, Versicherungsmakler. Als Hobby habe ich Segeln, Schießen und beschreibe einen Stadtteilsender in Bunte Kuh. Das ist ein Ortsteil von Lübeck. Ist manchen sicherlich bekannt. Wer sich mit Piraten des Mittelalters befasst hat, der weiß, dass die Bunte Kuh einmal Störtebäcker aufgebracht hat. Der Mittelalterliche Bund der Hanse war ein guter Vorreiter für Europa. Der Zusammenhalt kam über den Handel, nicht unbedingt über eine gleiche Währung. Die Währungen waren durchaus unterschiedlich, auch wenn Lübeck damals noch mit Münzprägerecht ausgestattet hier gerne Vorreiter war. Der Hansebund funktionierte ein paar hundert Jahre und zwar ohne große Subventionen für bestimmte Sparten. Genau hier krankt unser System meines Erachtens. Es wird mit Fördergeldern um sich geworfen. Das Gießkannenprinzip bei Förderung muss aufhören. Dafür werde ich mich also stark einsetzen. Geld ist eigentlich nicht vorhanden. Also warum noch Mitnahmeeffekte anheizen? Mein Lieblingsbeispiel aus der Vergangenheit. Da wurde der Tomatenanbau gefördert. Dann wurde die Vernichtung der Tomatenüberschüsse gefördert. Letztendlich wurden die gleichen Tomaten ein drittes Mal eingesetzt, um zwar Grenzübergänge nach Spanien zu blockieren, damit LKWs nicht mehr weiterfahren konnten. Eine teure Tomatensuppe. Wie man hört. Subventionen, egal ob im Agrarbereich oder in anderen Bereichen, sollten nur noch Hilfe zur Selbsthilfe sein und nicht die Förderung höher Erträge, neuer Anlaufbauflächen oder sonstiges. Förderwürdig sind in meinen Augen nur Familie und Bildung. Die Familie ist die kleinste wirtschaftliche Einheit, sozusagen die Basis aller Wirtschaftsbetriebe. Wenn es der Basis gut geht, sind alle motiviert und bringen Europa nach vorn. Alles, was im EU-Parlament getan werden kann, sollte in die Tat umgesetzt werden. So könnte man das Vertrauen der Bürger in die Politik auch gleichzeitig wiederherstellen. Dazu dann noch die Steuerschlupflöcher schließen und die Betrugsmöglichkeiten in der Wirtschaft so weit als möglich verhindern. Hier gab es in der Vergangenheit gute Ansätze, zum Beispiel mit der EU-Vermittlerrichtlinie. Da bin ich natürlich ein Betroffener gewesen, die allerdings von Lobbyisten aus dem Bankenbereich verwässert wurde. Schade eigentlich. Aber das Ganze deutet also langsam auf eine zentral geleitete Marktwirtschaft hin. Dagegen können wir nur alle sein. Denn das ist eigentlich Gedankengut von Linken. Außerdem hat die zentral geleitete Marktwirtschaft in der früheren Sowjetunion ja auch schon nicht funktioniert. Da gibt es ja gute Beispiele für. In dem Zusammenhang muss die Steuerbefreiung für Kraftstoffe geprüft werden. Nur so kann der Druck auf die Industrie für alternative Antriebe vorangebracht werden. Ein neues Gesetz zu erlassen, um den Markt zu regulieren, ist der falsche Weg. In diesem Zusammenhang muss ich sagen, wir müssen uns freimachen von den Lobbyisten. Die kann man höchstens als Informationsquelle nutzen, aber nicht mehr von ihnen gängeln lassen. Ein Wort zu internationalen Verträgen. Hier steht das Freihandelsabkommen mit den USA an, genannt TTIP. Dies muss mit allen Mitteln verhindert werden in seiner Urform. Wir sind sonst dem amerikanischen Konzern, so Monsanto, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Dieser Konzern besitzt die meisten Patente auf genveränderte Pflanzen weltweit. Europa würde im schlimmsten Fall dann mit genverändernden Pflanzen überschüttet. Und wir könnten nichts mehr dagegen machen, wenn die EU dem Freihandelsabkommen in der Urform zustimmt. Deshalb braucht es viele Piraten im EU-Parlament, um so etwas zu verhindern. Und ich möchte nicht nur, dass drei von uns da reinkommen, sondern die Presse sollte am besten schreiben, wir träumen von mindestens 20. Monsanto ist in der Produktentwicklung außerdem sehr vielseitig. Zum Beispiel das Unkrautvernichtungsmittel Roundup ist von Monsanto, was viele gar nicht wissen. Das Süßungsmittel Aspartam ist von Monsanto. Es wurde jetzt schon in Amino-Suite umbenannt, weil natürlich die Negativschlagzeilen für Aspartam dauernd in der Presse waren. Dann hat man das gleich nochmal neu entwickelt und hat das Neotam genannt. Auch alles Ablenkungsmanöver. Ursprünglich ist das Ganze als Mastmittel für Nutztiere entwickelt worden, weil es das Sättigungszentrum des Gehirns blockiert. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Aspartam mit den Krankheiten MS, Lupus und Leukämie in Verbindung gebracht wird. Ich habe hier jetzt ein paar Dinge genannt, die für mich besonders wichtig sind, wo ich mich stark engagieren werde. Dabei vergesse ich natürlich nicht Abhörsskandale etc. Wir Piraten müssen auch nicht mit einem Bauchladen an Themen daherkommen. Das können wir irgendwo aufschreiben und wenn es einer haben will, dann drückt man ihm das in die Hand. Wir werden nicht daran gemessen, dass wir ein themenüberspannendes Wahlprogramm aufgelegt haben, sondern daran, ob die Öffentlichkeit uns wahrgenommen hat. Es ist also wichtig, dass man das Ohr am Herz des Bürgers hat und weiß, wo drückt ihn der Schuh. Nun ein Wort an meine Mitstreiter. Wahlkampf macht man nicht nur mit Geld. Sondern die Personen müssen dahinter stehen und müssen sich voll einbringen. Ein Schlusssatz an dieser Stelle von Teddy Roosevelt, Präsident der USA 1901 bis 1909. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, da wo du bist. Danke. Werner, auch an dich die Frage, hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Ja. Dankeschön. Die Frage an die Versammlung, wollt ihr diesen Kandidaten befragen? Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Dankeschön. Dann kommt der zweite Aufruf für Jens Stomper. Gut. Und der erste Aufruf für Uwe Bruckmann. Jens, bist du soweit? Ganz kurz. Dann, bitteschön. Hallo Piraten. Mein Name ist Jens Stomper. Ich bin 39 Jahre alt, komme gebürtig aus dem Landkreis Hannover und arbeite seit zehn Jahren als IT-Projektleiter in der Automobilindustrie in Ingolstadt. Das erste Mal politisch aktiv geworden bin ich im Jahr 2006 durch die Teilnahme an einer Demonstration gegen Softwarepatente in München. Zur Piratenpartei kam ich im Sommer 2009 über den Stammtisch in Ingolstadt. Mitglied bin ich dann offiziell seit dem 12. Januar 2010 geworden. Im Kreisverband Ingolstadt war ich zuletzt im Vorstand aktiv, jeweils ein Jahr als stellvertretender Vorsitzender und ein Jahr als Schatzmeister. Was sind meine politischen Schwerpunkte? Das Grundrecht auf Privatsphäre sowie die Überwachung der Privatsphäre mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Bei den Piraten bin ich auf Bundesebene im Herbst 2011 aktiv geworden. Auslöser war für mich die Affäre um den sogenannten Staatstrojaner. Seit Anfang 2012 bin ich Mitglied in der AG Datenschutz und hier seit dem Frühjahr 2013 Koordinator. Mir war zwar grundsätzlich bewusst, dass unsere Regierung Staatstrojaner Software entwickelt, aber es hat mich geschockt, dass in einem solchen Ausmaß landauf, landab in allen Bundesländern und auch vom Zoll diese Programme auch bei Bagatelldelikten eingesetzt wurden. Ich habe dadurch auch das Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Der bedingungslose Schutz der Privatsphäre im Grundgesetz ist heute Bestandteil unseres Parteiprogramms und darauf bin ich stolz, denn der entsprechende Antrag kam von mir. Ich war früher jahrelang FDP-Wähler und bin heute überzeugter Pirat, denn wir sind die einzige Partei, die heute noch glaubwürdig für Grundrechte eintritt. Und wenn ihr das tut, wenn ihr twittert, wenn ihr bloggt, wenn ihr auf der Mailingliste oder Mumble diskutiert oder wenn ihr auf die Straße geht, wenn ihr demonstriert, dann weiß ich, tut ihr das nicht nur für euch. Ihr tut das auch für eure Kinder und für alle Menschen in der Zukunft. Die meisten dieser Menschen werdet ihr in eurem ganzen Leben niemals kennenlernen. Sie aber werden euch ganz genau kennen. Eure Taten werden niemals in Vergessenheit geraten. Und warum ist das so? Weil euer gesamtes Leben mittlerweile aufgezeichnet und von der NSA in einem Rechenzentrum in Utah abgespeichert wird. Ich bin seit Juni 2003 Beauftragter für den NSA-Skandal in der Piratenpartei und hier ist mein aktuelles Lagebild. Wir leben heute in der dunklen Zukunft dystopischer Science-Fiction-Romane. Überwachungsprogramme wie PRISM, Tempora, X-Keyscore, Quantum und Byron sind der beste Beweis dafür. Das Ziel dieser Programme ist nicht der Schutz der Bürger, sondern die politische Kontrolle der Bevölkerung durch die Militarisierung des Internets. Und durch Edward Snowden hat sich in diesem Zusammenhang, in dieser Diskussion um Überwachung etwas ganz Entscheidendes verändert. Viele Leute haben mir gesagt, dass diese Überwachungsprogramme der NSA ja schon hinlänglich bekannt waren. Das mag stimmen, aber es gab halt nie in irgendeiner Form, in dieser Form Fakten, die das auch anschaulich gemacht haben, wie das halt genau funktioniert. In einer Fernsehdiskussion kann man heute ganz anders auftrumpfen, weil kein Politiker es sich leisten kann, uns halt in die Ecke der Verschwörungstheoretiker oder Spinner zu stellen. Das Thema der Nachrichtendienstlichen Überwachung ist durch die NSA-Affäre in den Mittelpunkt der Medienberichterstattung gerückt und wird auch dort bleiben. Wenn man sich die NSA-Affäre als einen Fortschrittsbalken vorstellen möchte, dann stehen wir aktuell bei ungefähr 30 Prozent. Das heißt, wir werden bis Ende dieses Jahres immer wieder weitere Veröffentlichungen sehen. Vor welchen Herausforderungen stehen wir als Partei aktuell in Europa? Ja, früher hatten die Bürger mehrere Jahrzehnte Zeit, ihr Leben an den technologischen Wandel anzupassen. Das Web 2.0 hat sich aber beispielsweise in ungefähr zwei Jahren verbreitet. Das hat auch zu einer technologischen Spaltung der Gesellschaft geführt. Es haben zwar alle Bürger einen Internetanschluss, aber nicht alle haben die Risiken des neuen Mediums begriffen. Der Dritte Weltkrieg wird ein Guerilla-Informationskrieg sein, der Militär- und Zivilbevölkerung mit einschließt. So formulierte es der kanadische Philosoph Marshall McLuhan im Jahr 1968. Nun ist diese Prophezeiung wahr geworden. Netzbürger organisieren sich zunehmend in Hektivisten-Clustern. Sie setzen nicht mehr auf einen gesellschaftlichen Dialog, der dann durch Medienkonzerne und die Politik weichgespült wird, sondern auf technische Eskalation auf Basis von Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechniken, auf Citizen-Journalism und auf Whistleblowing. Auf diesem Schlachtfeld stapeln sich bereits die Verwundeten und die Toten. Jeremy Hammond, Barrett Brown, Aaron Schwarz, Gottfried Swartholm, Chelsea Manning, Julian Assange und Edward Snowden. Das alles sind Menschen, die für Piratenthemen wie politische Transparenz, ein neues Urheberrecht und die Privatsphäre kämpfen. Weil die Politik diese Menschen nicht ernst nehmen wollte, blieb ihnen nur der Weg der Guerilla. Dass Edward Snowden nicht vor dem Liebe-Untersuchungsausschuss der NSR-Affäre vernommen werden soll, ist ein weiterer Beweis dafür. Europäische Netzpolitik wird sich daher in einem Spannungsfeld zwischen Netzaktivismus auf der einen Seite und einer parlamentarischen Demokratie auf der anderen Seite abspielen. Die Piratenpartei muss zwischen diesen beiden Polen vermitteln. Es wird entscheidend darauf ankommen, mit NGOs und Gruppen außerhalb des Parlaments zusammenzuarbeiten. Macht euch an dieser Stelle bitte auch noch einmal Folgendes klar. Der Kampf gegen Software-Patente und gegen ACTA wurde nicht im Europaparlament gewonnen, sondern weil es gelang, in den einzelnen Mitgliedstaaten durch Mobilmachung der Zivilbevölkerung gegen die nationalen Regierungen ein hinreichend großes Protestpotenzial aufzubauen. Das Instrument für die Vernetzung aller europäischen Piraten, der Mitglieder des Europäischen Parlaments und weiterer Gruppen ist nun die PPEU, die Europäische Politische Piratenpartei. Wer diese Partei noch nicht kennt, sucht einfach mal bei Wikipedia nach PPEU. Da gibt es einen sehr guten Artikel. Ich habe den Gründungsprozess der PPEU seit der PPI-Konferenz in Prag im April 2012 begleitet und durch meine Mitarbeit in der internationalen Koordination unterstützt. Seit Dezember 2012 als Versammlungsleiter und erster Protokollant auf allen Satzungskonferenzen. Wir sind vor allem eine weltweite Bewegung und keine nationale Partei. Wir stehen sowohl für kulturelle Vielfalt in Europa als auch für programmatischen Konsens bei Kernthemen im Bereich Datenschutz, Urheberrecht und Netzpolitik. Das CEEP, das Common European Election Program, ist der beste Beweis dafür. Was sind nun meine konkreten politischen Vorstellungen für Europa? Auf gar keinen Fall eine Vorratsdatenspeicherung. Netzneutralität ist mir wichtig, ist auch fester Bestandteil des PPEU-Manifesto. Aussetzen der TTIP-Verhandlungen und das Umsetzen der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Und was mir noch wichtig ist, ich möchte mich dafür einsetzen, dass Europa, also dass nicht nur Deutschland ein No-Spy-Amt-Kommen mit den USA abschließt, sondern dass wir in Europa ein No-Spy-Amt-Kommen mit allen 27 Mitgliedstaaten abschließen. Wir müssen uns von einer Wirtschaftsunion hin zu einer Völkerunion entwickeln. Und wir brauchen einen besseren Schutz von politisch Verfolgten und von Whistleblowern. Edward Snowden hat das deutlich gemacht. Weiterhin stehe ich auch für die Förderung von freier Software und insbesondere freier Verschlüsselungstechnologien sowie der Entwicklung von europäischen Kryptografiestandards ein. Wir müssen uns von den USA auch technologisch emanzipieren. Wir müssen Internettechnologie in offenen Prozessen in der Community entwickeln und dürfen dies nicht der Wirtschaft überlassen. Das Projekt YouBrokeTheInternet.org ist dafür ein sehr, sehr schöner Beweis. Es kommt auch aus einem Piratenumfeld. Ich weiß, dass einige von euch ein bisschen niedergeschlagen sind aufgrund der Bundestagswahlen. Deswegen möchte ich euch zuletzt noch etwas für eure Motivation mit auf den Weg geben. Ich bin in der internationalen Koordination Attaché für Island. Die Piratenpartei Island ist letztes Jahr mit 5,3% und drei Abgeordneten in das nationale Parlament eingezogen und liegt in Umfragen aktuell bei 11%. Das ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Piratenpolitik in Europa funktioniert und funktionieren kann. Ein Erfolgsrezept dabei war auch, dass die isländischen Piraten die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger konsequent über die Bedürfnisse der Banken gestellt haben. Und dafür möchte ich mich in Europa auch einsetzen. Lasst uns gemeinsam diesen Wahlkampf rocken. Mein Name ist Jens Stomber und ich bin Pirat. Dankeschön. Jens, auch an dich die Frage, hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Ja, habe ich. Dankeschön. Die Frage an die Versammlung, wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Also wir sind uns bei diesem Ergebnis etwas unklar, ob es wirklich mehr als Grünes im gelassenden Zweifel gelten und werden den Kandidaten nachher befragen. Gut, wir kommen zum zweiten Aufruf für Uwe Bruckmann. Ja, du darfst schon mal hochkommen. Ich bitte nochmals alle Kandidaten, die sie schon vorgestellt haben, sich am Infopoint, das ist da drüben, einzufinden. Sie werden dann abgeholt für Presseinterviews. Das ist jetzt auch noch gleich der erste Aufruf für Astrid, Verena, Nedden und Uwe, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Dann bitte darfst du loslegen. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag an alle. Ich habe eine wunderschöne Rede vorbereitet, aber ich finde, die halte ich lieber nicht, weil die ist mir zu lang. Und ich werde diese Rede, weil die Möglichkeiten, naja, ich mache es kurz und schmerzlos, da die Redezeit doch kurz sein sollte, damit alle zuhören und auch alle alles mitbekommen, habe ich hier nur ganz kurz ein paar Punkte aufgeschrieben, an die ich mich halten werde und werde jetzt eine ganz kurze Rede halten, damit ihr wisst, wer ich bin. Also ich bin 51, bin aus dem Kreisverband Fürth, bin so ein echter Basispirat, habe Abitur in Köln gemacht, da auch studiert, Jura, habe das dann abgebrochen, bin dann nach Nürnberg gegangen, momentan in Fürth tätig und mache da Basisarbeit. Basisarbeit bedeutet, dass ich da jede Woche mir den Stammtisch antue, wir uns da regelmäßig in einem kleinen Kreis, wie das leider immer so ist, treffen und Basisarbeit machen. Das heißt, ich verteile dann Flyer oder gehe auch mal ins vierter Stadion und verteile Flyer und rede mit den Leuten. Das empfinde ich halt als Basisarbeit. So konnten wir auch bei der letzten Wahl im vierten ein relativ gutes Wahlergebnis schaffen, das an die vier Prozent ging. Und wir haben jetzt auch bei der Kommunalwahl, wir haben jetzt Stadtratswahl bei uns, die Chance, dass wir mit zwei bis drei oder vier Stadträten hineinkommen. Das müssen wir noch sehen, weil wir müssen diese Unterstützerunterschriften sammeln, und auch da bin ich aktiv am Stand und sammle Unterstützerunterschriften. Das kurz zu mir. Fremdsprachen gut, allein durch Abitur logisch ist Englisch vorhanden, Französisch sind die rudimentären Kenntnisse von acht Jahren am Gymnasium. Was mir wichtig ist in Europa, sind zwei Punkte. Das erste ist bei mir, ich bin selber schwerbehindert, das sieht man vielleicht nicht, aber es ist nun mal leider so, ich bin jetzt auch unbefristet. Und für mich wäre es mal wichtig, wenn es nicht nur immer in der Politik wird, immer davon geredet, was die alles machen. Am Ende machen es immer die, die es gar nicht betrifft. Und für mich wäre es wichtig, auch in Europa, was für das Thema Inklusion zu machen, damit wir nicht nur darüber schreiben, sondern auch mal handeln. Und da würde ich mich gern für dieses Thema einsetzen, dass im Thema Inklusion mehr passiert. Man muss alleine, da gehe ich nur ganz kurz darauf ein, sehen, dass in den letzten Jahren ja immer diese Abgaben sind. Das heißt, wenn einer Schwerbehinderte nicht einstellt, kann der einfach eine Abgabe leisten, die liegt so um die 200 Euro und dann ist das Thema gegessen. Es ist noch nie geschafft worden, dass wirklich alle eingestellt wurden, die eingestellt werden müssten eigentlich. Die Vorgabe wird nie eingehalten, hat es auch noch nie gegeben. Das ist das eine wichtige Thema für mich. Das zweite Thema ist für mich, dass meines Erachtens in Europa mit dem Freihandelskommen unsere Zukunft verkauft wird. Auch all das, was erarbeitet worden ist von allen, die wir alle hier sind. Also da geht es um das ganze Thema Ökonomie, Ökologie. Auch hier kurz als Beispiel, das Freihandelsabkommen hat die USA zum Beispiel mit Kanada abgeschlossen und hat dann direkt nach dem Kanada, da wurde dann eine Volksabstimmung gemacht, die gegen das Fracking war. Und dann wurde von den USA momentan laufend klagen, weil das ist erlaubt beim Freihandelsabkommen und die haben jetzt die kanadische Regierung über 500 Millionen Dollar verklagt, dass sie das Fracking wieder einführen dürfen. Das wird wahrscheinlich auch kommen. Und das würde auch alles auf uns zukommen. Das würde bedeuten, mit dem Freihandelsabkommen ist der Umweltschutz nur noch marginal vorhanden und es würde eventuell solche Sachen wie Fracking und all sowas auch auf uns zurollen. Das passiert momentan in Hinterzimmern. Und ich bin dafür, dass wir uns da einsetzen, aktiv werden und dagegen kämpfen. Das ist für mich, sind das zwei wichtige Themen. Und meines Erachtens, da ich auch schon Leute kenne, die im Europaparlament waren, ist das schon relativ viel auf einer Agenda. Vielmehr wird man an Punkten nicht abarbeiten können, weil die Tagesarbeit relativ enorm ist. Natürlich bin ich für alle anderen geraten Punkte auch und werde auch für die ganzen Themen, die genannt werden, Snowden, Vorratsdatenspeicherung, bin ich auch, dass man da aktiv wird. Ja, das wäre es von mir. Die Zeit hat mir auch gereicht. Gut, danke. Frage an die Versammlung. Wollt ihr, Uwe, nachher befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich nein. Dankeschön. Dann eine ganz kurze Durchsage. Diejenigen, die sich schon so eine Kandidierendenliste, die sich eine Kandidierendenliste schon geholt haben am Front Office, mögen bitte mal auf die Liste schauen und dort ist die 41 zweimal vergeben worden. Das wurde, das ist ein kleiner Fehler, der uns unterlaufen ist, den bitten wir zu entschuldigen. Gregory Engels hat die Kandidaten Nummer 95. Ich bitte, dies händisch nachzukorrigieren. Und es liegt mir ein GO-Antrag vor. GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Es wird beantragt, dass Paragraf 11 der Geschäftsordnung wie folgt geändert wird. Änderung des Absatzes 4, Einführung des Halbsatzes. Es sei denn, die Versammlung erschließt mit einfacher Mehrheit auf Antrag die Wiedereröffnung der Kandidatenliste. Das ist die Ticket Nummer 371. Willst du selber begründen? Willst du selber begründen? Bist du die Antragstellerin? Vielen Dank. Also wie gesagt, ich bin leider zu spät gekommen. Ich habe mich aber auch als Bewerberin auf der Europaliste gesetzt. Und ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir nochmal eine Gelegenheit gebt, eben das Fenster der Kandidatenakkreditierung zu öffnen. Vielen Dank. Gegenrede begründet. Begründung Nummer 1. Es geht nicht. Es wäre eine Ungleichbehandlung aller Kandidierenden. Es gab seit sechs Wochen die Möglichkeit, irgendwie dafür zu sorgen, auf diese Liste draufzukommen. Es tut mir schrecklich leid. Diese Liste ist geschlossen worden. Es geht nicht. Dankeschön. Wir kommen zur Abstimmung damit über diesen GO-Antrag. Wer ist dafür, ihn anzunehmen? Der Rewe, die grüne Karte. Wer dagegen ist? Die lila. Ich sehe eindeutig, das ist mehrheitlich lila. Damit ist dieser GO-Antrag abgelehnt. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit den Kandidatenvorstellungen. Astrid Verena Nedden ist dran. Und gleichzeitig kommt der erste Aufruf für, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gilles Bourdele. Gut. Astrid, bist du bereit? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ja, liebe Piratinnen und Piraten, erstmal vielen Dank, dass ich mich hier vorstellen darf euch zur EU-Wahl. Ich heiße Astrid Verena Nedden, ich bin 46 Jahre alt und ich bin im Februar 2012 zu den Piraten gestoßen aus einem ganz besonderen Grund. Damals hatte nämlich Angela Merkel zum Zukunftsdialog aufgerufen und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland einführen. Und ich habe dazu ein Konzept geschrieben, was nicht nur für Deutschland gelten kann, sondern es kann umgemodelt werden für alle Mitgliedstaaten innerhalb der EU. Mein Kernthema ist also das bedingungslose Grundeinkommen. Wirtschaftliche, steuerliche Themen und in diesem Zusammenhang möchte ich innerhalb der EU eine Sensibilität für die unterschiedliche Höhe der Erwerbsbesteuerung bewirken. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Mehrwertsteuersystemrichtlinie Wertabflüsse möglich macht und Wirtschaftskreisläufe nicht stabil hält. Es gibt also Möglichkeiten, Wirtschaftskreisläufe innerhalb der EU, national sowie EU-weit stabil zu halten und ich denke, dass damit eine ganze Reihe wirtschaftlicher Probleme, die wir heute in der EU haben, gelöst werden können, zumindest Anstöße gegeben werden können, dass die Missstände, die wir in Europa haben, allmählich beseitigt werden. Ich möchte dazu auf meine Wahlprogrammanträge Nummer 5 und 6 und 7 hinweisen. Nummer 5 ist ein Wahlprogrammantrag zum EU-Wahlprogramm, welches das bedingungslose Grundeinkommen in Europa vorbereiten möchte. Da geht es genau um diese Mehrwertsteuersystemrichtlinie, um die Angleichung der Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU, dass solche Sachen wie die Wahl des Wohn- oder Firmensitzes nicht mehr davon abhängen, wie hoch der Gewinn besteuert wird. Ich möchte das Thema für die Piraten als Kernthema in Europa voranbringen und ich hoffe auf eure Unterstützung. Ich möchte auf Listenplatz 1 mit diesem Thema und bedanke mich für euch, für eure Aufmerksamkeit und möchte den Rest der Redezeit der Versammlung zur Verfügung stellen. Damit hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen. Ja, gut, danke. Die Frage an die Versammlung, wollt ihr diese Kandidatin befragen? Das ist mehrheitlich lila und damit wird sie nicht befragt. Dankeschön. Dankeschön. So, wir kommen zum nächsten Kandidaten. Zweiter Aufruf für Gilles Baudelet und der erste Aufruf für Sascha Wurst. Bitte dein Mikrofon. Danke. Hi. Ich bin Gilles Baudelet. Das war richtig ausgesprochen. Vielen Dank. Ja, es wäre cool, wenn es die Runde machen würde. Ich bin keine Fischsoße. Ich heiße nicht Baudelaise, sondern Baudelet. Vielen Dank. Ja, wie der Name schon sagt, ich bin Franzose. Ich habe angewandte Fremdsprachen studiert, Deutsch und Englisch. Bin nach dem Studium nach Köln gekommen, wo ich seitdem lebe bis auf drei Jahre Unterbrechung, wo wir in China gelebt haben. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei kleine Kinder, eins und zwei Jahre alt, die ich betreut habe am Anfang. Nach den zwei Jahren Elternzeit, seit, also nachdem, ja, bin ich seit Oktober wieder im Job, wo ich was sonst in der IT arbeite. Ich warte Clients und Server an öffentlichen Schulen in Köln und Umgebung. Davor habe ich ein paar anderen Jobs gemacht. Ich war schon mal Lehrer. Ich war schon mal Dolmetscher, Übersetzer, Projektleiter, Layouter und Eskalationsmanager, was bedeutet, dass man dauervoller Feuerlöscher ist. Löscher, Löscher, Löscher war das Wort. Was mich vermutlich ganz gut auf die Arbeit bei den Piraten vorbereitet hat. So, was motiviert mich für den Wahlkampf und für den Gang nach Brüssel? Ehrlich gesagt, gerade im Moment ist das eine Mischung aus Verständnislosigkeit und Wut gegenüber unsere derzeit Regierenden. Ich kann nicht verstehen, wie man zu Zeiten des Kalten Weltkriegs erwachsen werden kann, mit dem Gewissen nach dunklen Jahren der Diktatur auf der guten Seite zu sein. In Freiheit, frei von Überwachung, frei von Meinungspolizei, frei von Unterdrückung kritischer Stimmen und dann einmal an der Macht und ein bisschen älter vielleicht einen derart flächendeckenden Überwachungsapparat einführen kann, dass frühere Geheimdienstler nicht einmal im Traum daran gedacht hätten. Sorry, wer kommt auf sowas? Ich verstehe nicht, wenn man derart geschichtsvergessen sein kann, dass man sich nicht daran erinnert, wo außenpolitische Diktate und diese jeder Stadt in sich selber seinen nächsten Logik, wo sie hinführen. Ich meine, wie kann man so unbeirrt daran festhalten, dass nur der eigene Weg der richtige ist? Und das ist dann auch egal, wie sehr man diesen Kontinent teilt dabei, wo wir eigentlich alle wollen, dass dieses Kontinent vereint wird. Und selbst die Parteien, die angemesslich auf die Fahne schreiben, ja, ja, wir sind die Parteien, die dafür sorgen, dass Europa eins wird, machen Warte Einlandgänge und sagen, oh ja, Deutschland zuerst oder sowas ähnlich ist. Ich bin sauer. Ich bin sauer, aber dass Heranwachsenden einer verlorenen Generation, die für ihren Einstieg ins aktive Leben mit Massenarbeitslosigkeit und Prekarität begrüßt wird, einfach in Kauf genommen wird. Es betrifft ja die anderen im Süden. Was ist der Punkt? Sollen die einfach mehr Siesta machen oder was denken sich da Leute dabei? Ich bin sauer, dass das großartigste Projekt in der Geschichte dieses Kontinents, die friedliche Einigung Europas, durch Arroganz und durch die Lügen unserer Politiker, kein heeres Ziel mehr ist, sondern bestenfalls ein notwendiges Übel geworden ist. Und dann gibt es noch diese Begeisterung. Ich habe es am Anfang gesagt, meine Frau ist Deutsche, meine zwei Kinder haben beide Pässe und die Chancen stehen doch recht gut, dass meine Kinder niemals überlegen müssen, gegen welchen Teil der Familie sie am liebsten zu den Waffen greifen wollen. Und das, liebe Leute, ist einmalig in der Geschichte dieses Kontinents. Das ist wahnsinnig. Das ist großartig. Jetzt wisst ihr, was mich motiviert. APA Eigenheiten hat meine Kandidatur, will ich kurz erwähnen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich fahre mit Julia Tandem. Wir wollen zusammen ins Europäische Parlament. Was habt ihr davon? Erstens, wenn ihr uns beide nach vorne wählt, wisst ihr schon mal, dass ihr damit Kandidaten habt, die miteinander gut und gerne zusammenarbeiten und zusammenhalten und sich nicht mitten im Wahlkampf oder nach der Wahl gegenseitig schlecht machen werden. Könnte ein Vorteil sein. Je nach Erfahrung. Zweitens kriegt ihr deutlich mehr als nur unsere Arbeitskraft. Wir sind bereits jetzt eine funktionierende Arbeitsseinheit mit engagierten Menschen, die uns Aufgaben abnehmen, zum Beispiel in der Technik, in der Recherche oder in der Kommunikation. Das wird, glaube ich, ein großer Vorteil sein. Weiter sind wir international gut vernetzt und kennen uns in Brüssel aus. Eine wichtige Arbeitssprache der EU ist zufälligerweise meine Muttersprache. Nicht selten erscheinen Arbeitsdokumente zuerst auf Französisch. Ich aber kann in solchen Fällen mit der Originalquelle arbeiten und dadurch möglicherweise in der innerparlamentarischen Stimmungsmache gegen oder für ein Vorhaben einen Vorsprung haben. Auch in der anfälligen, unalltäglichen Organisation bin ich dadurch freier und selbstständiger. Habt ihr genug von mir? Ich glaube, ihr habt es verstanden. Packt diesen Europäer oben auf die Liste und zeigt den alten Parteien, dass wir das mit Europa lieben, leben und uns nicht von angstgetriebenen Politikern kaputt machen lassen. Danke euch. Jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Danke, Schill. Hast du dich ausreichend vorstellen können? Ja. Danke. Frage an die Versammlung. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Nein. Das ist mehrheitlich grün und damit mehrheitlich ja. Dankeschön. Danke euch. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Aufruf für den nächsten Kandidaten. Sascha Wurst. Bist du? Dann komm hoch. Und den ersten Aufruf für Markus Dränger. Ja. Bist du bereit? Ja. Dann schieß los. Wunderbar. Also dieser Name stimmt. Ich heiße wirklich Wurst mit Nachnamen. Das ist kein Schreibfehler. Ich komme aus Baden-Württemberg, bin 34 Jahre alt, seit Anfang 2012 bei den Piraten. Und ich bezeichne mich gerne als Europäer mit zufällig deutschem Pass. Warum will ich ins Europaparlament? Weil ich denke, dass die EU ein Friedensprojekt ist, das seinesgleichen in der Welt sucht. Dass in den letzten 60 Jahren einiges dafür getan wurde. Wir aber in den nächsten 60 Jahren dafür noch einiges mehr tun müssen. Zweitens sehe ich die EU als Freizügigkeitsprojekt an. Ich habe das selber schon erlebt. Ich habe vier Jahre im Ausland gearbeitet. Das wäre für mich einiges mit Schwierigkeiten verbunden gewesen. Aber durch die EU konnte ich dort genauso meine Ansprüche auf die Rente oder sonst irgendwas gültig machen. Und das hat mir eigentlich sehr geholfen. Ja. Und drittens, warum ich kandidiere? Ich würde gerne Missstände ändern, die es einfach in der EU gibt. Es ist zwar ein super Projekt, aber leider mit Missständen durchsetzt. Für was ich mich einsetzen würde, ist die Stärkung des EU-Parlaments. Ich hätte gerne ein Initiativrecht beim EU-Parlament. Genauso die Wahl der Kommission. Das heißt, nicht nur einfach ein Abnicken oder ein Absegnen der Kommission, sondern eine wirkliche Wahl mit Spitzenkandidaten, die dann ihre Politik vorstellen, wo die Bürger einfach darüber abstimmen können und so natürlich über die Zusammensetzung des Parlaments entscheiden. Es wird immer von einem Europa der zwei Geschwindigkeiten gesprochen. Und dass das so furchtbar und so schlecht ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben dieses Europa schon. Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass sich Länder zu stärkeren Gemeinschaften zusammenbinden innerhalb der EU und aber offen sind für andere Länder, wenn sie bereit sind, dieses zu tun. Und deswegen bin ich eigentlich dafür, dass man dieses Europa nicht nur der zwei Geschwindigkeiten, sondern der mehreren Geschwindigkeiten nennt. Dann finde ich es ganz wichtig, eine gesamteuropäische Verkehrspolitik einzuführen. Zum Beispiel, um einfach eine gerechtere Strafe auf der Straße herzustellen, die Strafen an den Monatslohn anzupassen, wie es zum Beispiel in Norwegen ist. Denn wenn man auf der Autobahn fährt, wer drängelt, wer rast, das sind die Leute mit großen Autos, die Leute wahrscheinlich auch mit mehr Lohn in der Tasche, die dann sagen, okay, ich pfeife auf die zwei, drei, vierhundert Euro und fahre trotzdem schneller. Wenn es aber um einen Monatslohn geht, denke ich mal, dass diese Leute genauso überlegen würden. Dann den europaweit einheitlichen Bußgeldverkehr. Bußgeldkatalog fände ich auch ganz richtig, damit man sich einfach nicht mit so vielen Sachen auseinandersetzen muss, wie schnell kann ich in einem europäischen Ausland fahren, wie schnell kann ich in diesem Land fahren und so weiter. Wofür ich auch noch stehe, ist die europäische Nachbarschaftspolitik weiter auszubauen. Und zwar egal, ob es die östliche Nachbarschaft oder die Mittelmeerunion ist, denn nur mit starken Partnern an der Seite und starken Nachbarn vor allem kann dieses Europa weiterhin gelingen und auch wachsen. Und zum Schluss Umwelt- und Klimapolitik. Das ist, denke ich mal, also da gehört natürlich die Energiepolitik dazu. Ich denke, das ist unser vorrangiges Thema, die nächsten paar Jahre, die nächste Legislaturperiode, um da den Grundstein zu legen für eine tiefergehende europäische Klima- und Energiepolitik. Mein Anliegen ist, ich will nicht für Deutschland ins EU-Parlament, sondern für die Bürgerinnen und Bürger Europas. Wir müssen aufhören, in der EU uns gegenseitig die Schuld zuzuweisen. Wir müssen raus aus diesem Klein-Klein und hin zu einem gemeinsamen Europa, das von seinen Bürgern getragen wird und nicht nur von der Politik und von der Wirtschaft. Wenn wir wollen damit, meine ich natürlich alle Europäer, dann können wir Europa neu gestalten. Deswegen sollten wir das als Europäer tun und nicht nur als Piraten. Danke. Ja, bin ich. Bitte? Ja, habe ich, bin ich. Gut, du hast gesagt, du hast genügend Zeit gehabt. Dankeschön. Frage in die Versammlung, wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Dankeschön. Danke. So, kommen wir zum zweiten Aufruf für den Kandidaten Markus Dränger. Bist du das? Ja. Gut. Und gleichzeitig der erste Aufruf für den Jens-Peter Seibenbusch. Markus, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann schieße los. So, warum stehe ich eigentlich hier? Warum kandidiere ich? Und warum hört mir eigentlich keiner zu? Können wir das aus Wählern ausmachen, damit ihr kurz zuhört? Ich bin Markus Dränger. Ich bin 26 Jahre, ich komme aus Darmstadt. Ich bin seit 2009 bei den Piraten. Ich setze mich ein für Transparenz, für Datenschutz, für Netzpolitik. Vor 15 Jahren hat die EU in diesem Bereich Initiativ ergriffen. Sie haben mit Infostock, mit iPred, mit Akta, mit Zeichen und anderen Dingen Aktionen gemacht, die uns nicht gefallen. 2001 hat sich in Schweden die Piratenbewegung gegründet. 2003 kam The Pirate Bay. Und mit diesen ganzen EU-Reformen kam die Piratenbewegung. Im Jahr 2014 kommen diese ganzen Themen alle wieder auf die Tagesordnung. Dort wird geguckt, hat das funktioniert? Haben wir die Fallschärger bestraft? Haben wir es geschafft, Fallschärger zu bekämpfen? Haben wir es geschafft, mit Akta oder mit TTIP Datenschutz und sonstige Standards zu minimieren? Ich möchte, dass wir im Europaparlament für unsere Themen uns einsetzen, dass ihr Leute wählt auf diese Liste, die im Europaparlament sich für diese Themen einsetzen können. Und dazu wählt ihr bitte Julia ganz nach vorne. Das wäre mein Wunsch. Ich bin aktiv in der AG Netzpolitik, in der AG Datenschutz. Wir haben eine hervorragende neue Website, nennt sich copywrongs.eu. Ihr sitzt alle am Rechner, ihr scrollt alle durch Twitter. Bitte guckt euch an, copywrongs.eu, könnt ihr kurz ausfüllen, während ihr hier sitzt. Das würde uns super viel helfen. Ich möchte, dass wir mit der Richtlinie zum Urheberrecht, mit Akta und mit TTIP im nächsten Jahr aufräumen. Ich möchte, dass wir TTIP absägen, dass wir die neue Urheberrechtsreform 2014 starten. Ich möchte, dass wir Dinge wie die Überwachung, wie INDECT, wie die Prisenüberwachung, die Überwachung durch unsere Geheimdienste, wie den europäischen Geheimdienst INCEN, der momentan keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegt, dass wir den transparent machen, dass wir den offenlegen, dass wir die gesamte Überwachung in Europa stoppen. Ich würde euch also bitten, wählt Leute, die sich in den Themen auskennen, wählt Leute wie Julia, die machen das super. Auch Jill ist klasse. Und ich würde mich vor allen Dingen wünschen, dass wir gemeinsam in den Wahlkampf gehen. Nach der Bundestagswahl waren viele Leute mit den Kandidaten nicht zufrieden oder zogen sich aus dem Wahlkampf zurück. Ich möchte gerne, dass alle Leute, die auf dieser Liste stehen oder die jetzt kandidieren oder die verschiedenen Flügeln angehören, sich im Wahlkampf anstrengen, damit wir das als Piratenpartei schaffen. Denn nur zusammen sind wir stark. Danke. Frage auch an dich, Markus. Hattest du genügend Zeit, um dich ausreichend vorzustellen? Ja, ich hatte genug Zeit. Gut, danke schön. Frage in die Versammlung. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Das ist mehrheitlich ein Nein. Und damit kommt der zweite Aufruf von Jens Seibenbusch. Und ich übergebe jetzt aber kurz die Versammlungsleitung noch an die Gerhard Anger wieder. Und wir hören uns und sehen uns später wieder. So, dann noch der erste Aufruf für den darauffolgenden Kandidaten Bernd G. Wenzel. Und Jens, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann hast du... Moment, wir sind noch nicht bereit. Wir würden jetzt... Es tut mir leid. Eine Sekunde bitte noch. Jens, du hast das Wort. Bitte sehr. Danke dir. Ja, liebe Piraten, mein Name ist Jens Seibenbusch. Viele von euch werden mich schon kennen. Ich kenne zumindest sehr viele hier im Raum, allerdings nicht alle. Das ist auch sehr erfreulich. Ich bin jetzt im achten Jahr für die Piratenpartei tätig. Ich war im Gründungsvorstand 2006, bin dann bis 2011 fünf Jahre kontinuierlich im Bundesvorstand der Piratenpartei gewesen. Zuletzt zwei Jahre Vorsitzender in Folge. Dabei hat mich stets die politische Gestaltung der Informationsgesellschaft motiviert. Wir hatten bereits 2007 unser erstes europäisches Treffen mit europäischen Piraten in Wien. Damals vor allen Dingen mit Rick Falkwinge und Christian Engström, der ja jetzt für die schwedischen Piraten im Europäischen Parlament sitzt. Zur Europawahl 2009 haben wir in diesem Kreis die Uppsala-Deklaration verabschiedet. Dort sind bereits grundlegende piratische Forderungen zu Urheberrecht, Patenten, Bürgerrechten, Überwachung und Demokratie niedergelegt. So zum Beispiel Copyright is commercial, also Urheberrecht regelt nur kommerzielle Dinge. Eine sehr weitgehende Forderung, von der wir tatsächlich inzwischen etwas Abstand genommen haben, die aber im Grunde genommen das piratische Verbreiten von Informationen in der digitalen Gesellschaft im Internet eigentlich hervorragend ausdrückt, dass nämlich Privatpersonen nicht belangt werden, wenn sie nicht kommerziell handeln. Unter anderem auch das Recht auf anonyme Kommunikation, aktueller denn je, und transparenter Staat statt gläserner Bürger, steht dort auch schon. Aus dieser Wahl 2009 sind nicht nur die beiden schwedischen europäischen Parlamentsmitglieder, Christian Engström und Amelia Andersdotter, die da jetzt auch noch drin sind, hervorgegangen, sondern für die deutsche Piratenpartei war es auch ein Meilenstein, denn wir haben zum ersten Mal bundesweit die Schwelle zur Parteienfinanzierung überschritten, im gleichen Jahr dann bei der Bundestagswahl auch, so dass wir die zurückliegenden vier, beziehungsweise dann fünf Jahre jetzt tatsächlich die Partei damit auf einen soliden finanziellen Sockel überhaupt erstmal bringen konnten. Wir sind ja nach wie vor davon überzeugt, dass Parteienfinanzierung uns unabhängig macht von Konzernspenden und ähnlichen Dingen und deswegen eine gute Sache ist und lehnen Konzernspenden folgerichtig und auch Großspenden immer noch ab, was ich sehr gut finde bei den Piraten nach wie vor. Parteienfinanzierung ist bei den Menschen, die man am Stammtisch so trifft, oft etwas in Verruf. Ich möchte explizit eine Lanze dafür brechen, weil es garantiert eine politische Unabhängigkeit, insbesondere unsere hat sie bisher garantiert. Zwei Prozent bei der Bundestagswahl. Ja, ich rede nicht von 2013, sondern von 2009. Die haben wir damals nämlich bereits erreicht, mit mir als Bundesvorsitzenden der Partei. Und auch dort einen Achtungserfolg errungen. Leider haben wir nicht so viel zugelegt im letzten Jahr, dazu komme ich gleich noch, denn daraus sollten wir aus meiner Sicht insbesondere für den Europawahlkampf einige Schlussfolgerungen ziehen. Und da wir ja Piraten sind, tun wir das mit dem Kopf und verbessern uns dabei auch. Danke. Aber noch etwas kurz zu mir. Ich bin gefragt worden, dass ich mich tatsächlich doch mehr persönlich auch noch vorstellen soll, wenn ich hier oben stehe, obwohl ich das schon zahlreiche Male gemacht habe. Die beste Anlaufstelle für euch, wenn ihr elektronisch unterwegs seid, ist übrigens tatsächlich die Wiki-Seite, Wiki-Profil Jens Alpenbusch, da ist auch alles verlinkt. Ich war in den Anfangsjahren in der Piratenpartei auch noch im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung tätig. Die Vorratsdatenspeicherung ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kampf, den wir gewinnen müssen. Denn es ist der Dammbruch in die Totalüberwachung. Im Grundsatzprogramm, der Präambel, die ich damals geschrieben habe, 2006, steht der sehr wichtige Satz drin, dass wir ansonsten in eine totale und totalitäre globale Überwachungsgesellschaft einmünden. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt mit Edward Snowden vor uns haben. Wir haben da jetzt schon sieben Jahre gegen gekämpft. Und ich denke, das ist eines der wesentlichen Dinge, die wir als Piratenpartei tun müssen und weiterhin tun müssen. Und wir müssen und werden dabei erfolgreich sein. Ich bin ansonsten in keiner Partei vorher gewesen und würde auch, glaube ich, in keine andere Partei rein mögen. Dass ihr und so viele Leute, die ich hier lange Jahre kenne und die mir auch ans Herz gewachsen sind, dass ihr alle in dieser Partei seid, ist für mich tatsächlich eine große Freude, weil wir waren damals lange Zeit nur 100 oder 500 Leute in den ersten Jahren und es war eine zähe Aufbauarbeit und eigentlich ein Kompliment für alle, die damals tätig waren, nicht nur ich, sondern auch zum Beispiel Andi Popp oder ein jetziger Vorsitzender, dass so viele gute Leute in unsere Partei kommen, belegt, dass wir auch gute Arbeit getan haben. Vielen Dank dafür nochmal. Persönlich bin ich ausgebildeter Physiker, arbeite aber in der IT, denn 1993, als ich gerade fertig war mit meinem Physikstudium, kam da so ein komisches Ding auf, das war das Internet. Das hat mich verlockt von der Physik zum Internet. Seitdem bin ich IT-Spezialist. Ich kann IT-Sicherheit, ich weiß, welche Daten woher gehen. Ich bringe also tatsächlich im Kampf gegen die digitale Überwachung auch Fachkompetenz mit. Im Sommer 2013 im Bundestagswahlkampf habe ich zahlreiche Kryptopartys in und um Münster gemacht. Wir sind auch zahllose Male übrigens demonstrieren gegangen in Münster, auch bei 30 Grad und anderswo. Und trotzdem, und das teile ich glaube ich mit euch allen, haben wir so ein enttäuschendes Wahlkampfergebnis gehabt. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir nicht genug getan haben. Wir alle kämpfen teilweise bis zur Erschöpfung. Ich habe selber 2011, bin ich glaube ich knapp an einem Burnout vorbeigeschraubt. Wir können nicht unendlich viel aus ehrenamtlichen Menschen herauspressen, sonst verschwinden die einfach und drehen uns den Rücken zu. Wir müssen mit ehrenamtlichem Kapital gut umgehen. Und ich bin der Meinung, wir müssen nicht more of the same machen, nicht noch mehr das Gleiche wie im Bundestagswahlkampf für den kommenden Europawahlkampf. Ich bin der Meinung, wir müssen uns etwas mehr überlegen, was der Wähler von uns überhaupt will. Und viele Wähler sehen die Informationsgesellschaft nicht nur als etwas Positives, sondern auch als etwas Schwieriges. Zum Beispiel für ihre persönliche Situation. Sei es, dass sie bedroht sind durch Globalisierungseffekte, dass sie Probleme haben, überhaupt das im Internet zu machen und so weiter und so fort. Wir sollten also schauen, dass wir auch vermitteln, dass wir nicht nur das Internet geil finden und man deswegen wählen soll, oder dass wir alles Mögliche gut wissen, besser wissen oder alle möglichen Probleme aufzählen können, die die Politik heute hat. Das können viele Menschen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir unsere Lösungen, die wir in der Partei erarbeiten, dass wir die dem Wähler klar machen und gegenüberstellen, den Lösungen, die er sonst verkauft kriegt für die Probleme. Zum Beispiel, wie kann ich ohne Vorratsdatenspeicherung gut Kriminalität bekämpfen. Das will der Wähler wissen. Der will nämlich, dass Kriminalität bekämpft wird. Der will nicht nur von uns wissen, ja, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Sondern er will auch wissen, was können denn die Piraten dazu als Lösung anbieten, nicht nur als Meinung. Denn das ist der zweite Schritt. Wir müssen jetzt, nachdem wir eine gewachsene Partei sind, müssen wir jetzt auch Lösungen anbieten. Und die müssen besser sein als die des politischen Gegners. Sie müssen real sein. Sie müssen den Leuten auch funktionieren, wenn sie nicht so heiß sind auf Internet, Smartphone und Co. Und sie müssen dann eine Lösung bieten, die er vorzieht, der Lösung, die der politische Wettbewerber macht. Und wenn wir das klar machen können, und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir charismatische Menschen brauchen, die das bundesweit in der Öffentlichkeit vertreten. Wenn wir das klar machen können, und zwar nicht nur mit Filterbubble, Sprech und Ähnlichem, nicht nur uns, sondern den anderen Menschen, das ist das Problem, das wir, glaube ich, im Bundestagswahlkampf auch nicht gut geschafft haben, dann werden wir auch wieder Wähler bekommen und mehr Mitglieder und Zuspruch. Allerdings wird es jetzt ein langer Weg sein. Ich glaube nicht, dass wir mit dem nächsten Jahr schon auskommen werden. Es wird, wie auch allgemein gesagt wurde, hier schon relativ schwierig, überhaupt ins Europäische Parlament einzuziehen. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Die Aufbauarbeit, die wir geleistet haben bis 2011, ist zum Glück mit dem Einzug in vier Landesparlamente gekrönt worden. Zahlreiche Abgeordnete sitzen hier im Publikum. Das heißt, aus meiner Sicht sollten wir schauen, dass wir ein, zwei oder vielleicht sogar drei Menschen ins Europäische Parlament schicken, die für die Piraten dort das machen, was geht. Denn die Partei sollte sicherlich zu allen ihren Themen, wo sie kompetent ist, Meinungen kundtun und auch im Wahlprogramm sich verbreitern. Ja, aber im Parlament sind hunderte von Menschen. Das Europäische Parlament wartet nicht darauf, dass wir da sagen, wo es lang geht. Erst recht nicht, weil das Parlament ja auch starke Demokratiedefizite hat und die Kommission sagt, wo es lang geht. Halbe Minute. Ja. Deswegen werbe ich dafür, wählt mich, weil ich kann das, ich kann aufbauen, ich kann die schwierige Positionen, es wird ein einsamer Weg im Parlament. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich war oft genug in Brüssel. Ich kann auch den einsamen Positionen spielen und trotzdem, trotz der großen Opposition, da was für uns erreichen in den piratischen Themen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Jens, hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Ja, vielen Dank. Wunderbar. Dann die Frage an die Versammlung. Besteht der Wunsch, den Kandidaten Jens Seipenbusch später zu befragen? Ja oder nein? Ich erkenne eine klare Mehrheit dafür. Jens Seipenbusch wird später befragt. Ich komme nun zum zweiten Aufruf für Bernd G. Wenzel, der sich gerade auf den Weg macht und zum ersten Aufruf für Ralf Mohler. Bist du bereit? Ja, wir können anfangen. Dann hast du das Wort, bitte sehr. Ahoi, Piraten. Ich bin der Bernd. Das G könnt ihr vergessen. Wenzel ist mein Nachname. Das ist nicht so wichtig. Ich bin vor 64 Jahren in einem Ort geboren worden, den ihr alle wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal in den Mund genommen habt, ohne zu wissen, dass es den Ort wirklich gibt. Es gibt wirklich Pappenheimer. Ich kenne sie persönlich. Ich bin dort geboren. Inzwischen lebe ich in Lindau am Bodensee. Privat. Ich bin verwitwet, habe allerdings wieder eine tolle Partnerin. Ich habe einen erwachsenen Sohn. Durch dessen Bemühungen habe ich eine Schwiegertochter und zwei Enkel. Beruflich bin ich Professor für Informatik an der Fachhochschule Vorarlberg in Österreich. Ich lehre dort einmal alles, was mit Qualität von Software zu tun hat, also Software Engineering. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, das Interessantere für uns hier, das Thema Datenmanagement, Informationsmanagement, Big Data ist so ein Schlagwort und so weiter. Das heißt, bei mir lernen die Studierenden das, was sie eigentlich bräuchten, um dann in dem Rechenzentrum der NSA zu arbeiten. Was mache ich mit diesen riesigen Datenmengen? Und glaubt mir, das ist nicht nur für die NSA interessant. Auch wir können da das eine oder andere benutzen. Das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Davor war ich in ganz verschiedenen Funktionen tätig. In der Forschung, in der Softwareentwicklung, im Consulting, auch in Leitungsfunktionen. Ich habe dabei in über 20 Ländern gearbeitet, zum Teil auch nur in kurzen ein, zwei Wochen Projekten. Aber ich habe dort Erfahrung gesammelt im Arbeiten mit Menschen, im Arbeiten mit Menschen, die andere Kulturen haben als wir. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit für mich war die Normung. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der internationalen Normung tätig. Das ist deshalb interessant, hier einmal, weil bei mir ging es um Daten- und Schnittstellennormen für den Datenaustausch. Aber man lernt dabei in der internationalen Normung eins, und das ist parlamentarische Prozesse. Denn egal, ob das ISO ist oder CEN ist oder sonstige Normungsorganisationen, die folgen alle in ihren Entwicklungen parlamentarischen Prozessen. Und das kennenzulernen und damit effizient zu arbeiten, das habe ich in dem Umfeld sehr gut gelernt. Okay, Schluss mit mir. Kommen wir zur Politik. Für mich sind die Qualitätsmerkmale von guter Politik, Politik muss transparent sein, sie muss nachhaltig sein. Wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, vernünftig umgehen. Sie muss ideologiefrei sein, denn ohne Ideologiefreiheit gibt es eigentlich keine Nachhaltigkeit, denn Ideologien bewirken immer Denkverbote. Und der letzte, aber mindestens genauso wichtige Punkt ist die Zukunftsorientiertheit. Es macht keinen Sinn, zurück in die alte Zeit zu wollen. Wenn wir irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben und die war falsch, dann hat sich insgesamt die Situation so verändert, dass wir einfach hergehen müssen und von da, wo wir jetzt sind, alles korrigieren und weiterbauen müssen. Was die EU-Politik angeht, stehe ich ganz klar für eine, ja ich sage es ruhig, Rettung des Euro. Ich halte den Euro für ein ganz wichtiges Ziel, den weiter zu haben und auch weiter zu verbreiten innerhalb der EU. Wenn der Euro scheitert, wird die EU scheitern, behaupte ich einfach mal. Und das möchte ich unter gar keinen Umständen. Damit das funktioniert, brauchen wir in der EU dann in Zukunft, damit sich das nicht wiederholt, eine Koordination der Wirtschafts- und Währungspolitik, in der auch geregelt wird zum Beispiel der Beitritt oder auch der Austritt aus dem Euro. Wir müssen hier eine Koordinationsstelle schaffen, die hier vernünftig arbeitet. Wir brauchen in der EU eine, ich nenne es mal, Deklaration der Freiheitsrechte, bei der es darum geht, klarzustellen, was die Bürger dürfen, auf welche Information die Bürger Zugriff haben und auf welche Information der Bürger kein Staat Zugriff haben darf. Und das wird dann langfristig, glaube ich, dazu führen, dass wir eine Verfassung und auch eine gewählte Regierung in Europa brauchen. Das ist mit Sicherheit kein Ziel für die nächste Legislaturperiode, das wird noch ein Weilchen dauern, aber dafür stehe ich. Was mich persönlich angeht im EU-Parlament, wenn ich versuche, dort meine bisherigen Erfahrungen in meinem Leben einzubringen, dann ist es natürlich einmal das Thema Forschung. Ich beobachte, ich habe in einigen EU-Projekten mitgearbeitet, ich habe festgestellt, das ist eine gigantische Geldverschwendung. Das ließe sich viel effizienter machen. Als Professor bin ich natürlich auch an der Bildung interessiert und auch da brauchen wir erhebliche Verbesserungen in Europa. Einfach deshalb, weil wir haben zwar Abschlüsse, die gleich heißen, aber grundverschieden sind, sogar innerhalb Deutschlands ist ein Bachelor hier und da nicht vergleichbar. Das ist echt eine Katastrophe. Und dazu kommt noch, speziell im deutschsprachigen Raum, dass wir das zweistufige gewerbliche Ausbildungssystem haben, das verdammt gute Qualität liefert und das in vielen Bereichen, sogar unseren Bacheloren, die Arbeit wegnimmt, weil einfach die Bachelor gar nicht gut genug ausgebildet werden in den drei Jahren, die sie zur Verfügung haben. Ich könnte mir auch vorstellen, auf dem Thema Verkehr zu arbeiten, denn einer meiner langjährigen Beratungskunden war eine Organisation, die hieß mal die Schwedische Straßenverwaltung. Die habe ich acht Jahre lang mindestens eine Woche pro Monat besucht und mit denen gearbeitet. Inzwischen heißt sie Schwedische Infrastrukturverwaltung. Ich habe dort eine ganz interessante Karriere gemacht, vom IT-Berater zum strategischen Berater. Und es war meine Empfehlung, die Verwaltung der Straßen, die Verwaltung der Eisenbahnen, die Verwaltung der Telekommunikation in einer Behörde zu konzentrieren. Am liebsten würde ich aber im EU-Parlament in den Ausschuss für konstitutionelle Angelegenheiten gehen. Die sagen zwar von sich, wir haben kaum was zu tun, weil es gibt ja keine Verfassung und es wird ja auch keine europäische Verfassung haben. Aber erstens glaube ich, dass wir eine brauchen. Und zweitens kommt aus dieser Gruppe der Leute immer das Feedback. Und außerdem brauchen wir da Volljuristen. Andere haben bei uns überhaupt keine Chance. Die anwesenden Juristen mögen es mir verzeihen, wenn ich hier ganz klar sage, Leute, eine europäische Verfassung ist viel zu wichtig, als dass man sie nur den Juristen überlassen könnte. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Ja, die hatte ich. Wunderbar. Dann die Frage an die Versammlung. Soll Bernd Wenzel später befragt werden? Ja oder nein? Ich bitte um das Kartenzeichen. Herzlichen Dank. Das ist eine Mehrheit dafür. Bernd Wenzel wird später befragt. Ich komme zum zweiten Aufruf für Ralf Mohler. Ralf Mohler ist der, der ist unterwegs. Wunderbar. Und zum ersten Aufruf für Arne Pfeilsticker, der dann als nächstes die Gelegenheit haben wird, sich vorzustellen. Dies ist also der erste Aufruf. Ralf, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann hast du das Wort, bitte sehr. Okay. Hallo Piraten, Piratinnen. Erstmal schön, dass ihr alle hier im neuen Jahr gekommen seid. Und ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Mohler. Ich bin 44 Jahre alt und komme aus Landenhausen. Das liegt in Hessen. Ich bin gelernter Versicherungskaufmann und tue das auch beruflich auch ausüben. Ich bin seit April 2012 in der Piratenpartei. Einfach aus dem Grund, weil die etablierten Parteien ja für mich eigentlich nur noch ihre Machtverhältnisse umstrukturieren. Also es geht nicht mehr um Themen oder um Politik, was von den Menschen ausgeht, sondern es geht eigentlich nur noch um die Macht zu erhalten. Und aus dem Grund bin ich dann auch in die Piratenpartei eingetreten, weil hier wirklich nur noch die Themen und die Politik wichtig ist und dementsprechend auch für neue Ideen offen sind. Meine Interessen, die ich so habe, sind eigentlich Wirtschaft, Haushalt, Renten, Sozial- und auch Umweltpolitik. Da habe ich mir für mich halt überlegt, was kann ich dann für Europa, was kann man für Themen vielleicht einbringen. Es sind sicherlich dabei, die man vielleicht kurzfristig anpacken kann, mittelfristig, aber auch viele, die langfristig nur zu erreichen sind. Was sehr wichtig ist, ist ja die Datensicherheit, das freie Internet und vor allem diese Basisdemokratie. Dass wir das halt für Europa einfach voranbringen können und dass das auch für das ganz Europa dann auch eine Wichtigkeit hat. Als zweiten Punkt, ja, es ist ja normalerweise das Europaparlament in Brüssel, aber es wird ja immer, ich weiß nicht, ob das tonusmäßig, ja nach Straßburg umgezogen, wo jetzt alle Parlamentare und auch alle Ordner, alle Unterlagen ja dann umgezogen werden müssen, was das an Zeit und Geld kostet, dass das so abgeschafft werden kann. Vor allem alle Subventionen müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Die Banken und auch die Unternehmen müssen mehr in ihren Pflichten genommen werden. Es kann nicht sein, dass ja Banken billiges Geld bekommen, ja, und damit wirtschaften ohne, wie vorher auch mit Risiko, einfach nur Geld schäffeln. Die Unternehmen halt in ihren Pflichten halt einzunehmen, dass das Billiglohn abgeschafft wird. Es muss Geld für jeden Menschen da sein, dass er leben kann, dass er auch seine Sachen bezahlen kann und dass er nicht jetzt, wie es jetzt ja im Mund ist, diese Armutszuwanderung, es muss einfach in jedem europäischen Land Arbeit da sein, sie muss auch gut bezahlt sein und muss auch dementsprechend gerecht sein. Was dann noch für die Unternehmen wichtig ist, was eingeführt werden müssen, vor allem diese Schlupflöcher für die Steuer abzuschaffen. Es kann halt nicht sein, dass jetzt ein Unternehmen hier in Europa angesiedelt ist, dementsprechend Gewinne macht und dann, ja, das Mutterunternehmen Amerika angesiedelt ist und dann dementsprechend die Gewinne dort abgeführt werden und dann keine Steuern hier gezahlt werden. Und da ist dann noch ein wichtiger Punkt für Europa, was auch in Europa wichtig ist, ist die Rentenpolitik. Aber das schließt eigentlich das schon an, wenn gerechte Arbeit und gerechte Entlohnung da ist, ist auch eine Altersarmut später mal nicht gegeben. Was jetzt auch in der letzten Zeit ja auch war, ist ja diese Flüchtlingsintegration in den europäischen Ländern. Es kann halt nicht sein, wenn jetzt irgendwo, ja, Menschen hierher kommen, weil aus Armut oder aus welchen Gründen auch immer oder so politisch verfolgt sind, dass, ja, kein europäisches Land sagt, nee, so mir nicht, wir haben keinen Platz, wir wollen euch nicht oder wie auch immer. Das darf einfach nicht sein. Es darf keine Diskriminierung geben. Es muss wirklich, alle Menschen sind gleich und dementsprechend auch die Zuwanderung muss verbessert werden, dass eine Integration hier in Europa stattfindet. Was da noch für mich als seltscher Punkt noch wichtig ist, aber ich denke, das wird wahrscheinlich eher dann ein langfristiges Ziel sein, ist ja die Abschaffung aller Atomkraftwerke und auch der fossilen Brennstoffe. Dass halt dementsprechend erneuerbare Energien, ja, eingeführt werden, dort, wo sie am besten geeignet sind, da ist ja Europa ja auch groß, es gibt Norden, wo vielleicht viel Wind ist, Süden, viel Sonne, dass man da dementsprechend Hand in Hand zusammenarbeitet. Und dementsprechend muss natürlich auch die Energie bezahlbar sein. Wenn ihr mich unterstützt und wir dann auch dementsprechend, ja, ins Parlament kommen sollten, ich möchte halt eine offene, ehrlich und bewusste Politik einbringen. Es soll ganz Europa, soll es besser gehen, vor allem, es muss, alle müssen zusammenarbeiten und zusammenrücken. Die, die uns belächeln oder, ja, die uns vielleicht als Chaoten oder nicht als richtige Partei ansehen, denen werden wir es zeigen. Meine Vision sind nicht jetzt drei Prozent oder, dass wir halt überhaupt ins Parlament reinkommen, sondern meine Vision sind fünf Prozent plus x. Und dafür möchte ich dann auch kämpfen, dass wir das schaffen können, dass wir so viel wie möglich in das Parlament bringen können. Und das möchte ich mit euch zusammen schaffen. Deswegen, es würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und dass wir dann gemeinsam die Sachen anpacken, die ich gerade genannt habe. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Ralf, hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Ja, hatte genügend Zeit. Wunderbar, vielen Dank. Dann die Frage an die Versammlung. Soll der Kandidat Ralf Mohler später in der Befragungsrunde befragt werden? Ich bitte um das Kartenzeichen, ja oder nein? Das ist mehrheitlich dagegen. Damit wird Ralf Mohler nicht befragt. Vielen Dank. Ich habe jetzt selbst noch eine kurze Ansage. Mir wurde aus der Versammlung mitgeteilt, dass es an einigen Stellen recht laut sei und dass deswegen die Kandidaturvorstellungen schlecht zu hören sind. Daher also die Bitte an alle, die eine längere Unterhaltung führen möchten, diese doch draußen zu führen. Das Problem ist natürlich, dass die Leute, die sich gerade unterhalten, mich jetzt nicht hören können. Ich sehe da zum Beispiel im Gang gerade drei Menschen, die sich sehr angeregt unterhalten und gar nicht zuhören, was ich sage. Ansonsten, wenn es euch stört, weist die Leute bitte einfach auch selbst darauf hin, dass sie, wenn sie sich länger unterhalten, das doch draußen tun mögen, damit wir hier alle zuhören können, was die Kandidierenden sich überlegt haben und was sie uns zu sagen haben. Und jetzt gibt es erstmal eine Ansage des Wahlleiters und dann machen wir weiter mit den Vorstellungen. So, ich habe im Vorfeld des Parteitages mir überlegt, wie viel Personal ich benötige, um bei 60 Kandidaturen und ca. 1000 Teilnehmern unter einer Stunde etwas ausgezählt zu bekommen. Damals haben wir ausgerechnet, dass ich gerne 24 Bereichsleiter hätte und 240 Wahlhelferinnen. Bis jetzt habe ich acht Bereichsleiter und 80 Wahlhelferinnen. Merkt ihr selber, oder? Also, vier Bereichsleiterinnen, die einen Windows-Rechner haben müssen. Es tut mir leid. Brauche ich mindestens. Sonst wird das heute Abend nichts Sauberes. Und ich möchte nicht, dass die die ganze Nacht zählen. Ich finde es sehr schön, dass ihr hier alle zum Gewähltwerden und Wählen hergekommen seid. Bitte helft auch mit, dass die Wahlen sauber stattfinden können. Wenn ihr euch vorstellen könnt, ein wenig Verantwortung zu übernehmen, meldet euch hier vorne bei Daniela. Vielen Dank. Ja, also der Ruf nach Hilfe. Ich komme jetzt zum zweiten Aufruf des Kandidaten Arne Pfeilsticker. Der ist auch da. Wunderbar. Und zum ersten Aufruf für den darauffolgenden Kandidaten. Es ist dies Christian Henning Georg Horn. Christian Henning Georg Horn. Hier der erste Aufruf. Er stellt sich nach Arne vor. Wir sind soweit. Arne, bist du bereit? Ja. Dann bitte sehr, du hast das Wort. Ja. Hallo Piraten. Bevor ich auf Europa und zum Europawahlkampf komme, möchte ich ein paar Dinge über mich persönlich sagen. Woher komme ich und was hat mich geprägt? Meine Kindheit. Aufgewachsen bin ich in einer Großfamilie mit zwölf Geschwistern. Das war eine ziemlich piratige Angelegenheit. Insbesondere das Chaos. Aber das empfindet man dann später als eine nicht so ganz durchschaubare Wohlordnung. Was mich in beiden Fällen nach wie vor fasziniert, ist, dass am Ende allen Utenrufen zum Trotz sehr passable Ergebnisse zustande kommen. Mit 15 habe ich dann eine Gärtnerlehre begonnen. Warum? Und aus dieser Erfahrung sehe ich heute noch. Pflanzen kann man nicht zum Wachsen zwingen. Genauso glaube ich, politische Entscheidungen kann man nicht erzwingen. Sondern man muss das Umfeld pflegen. Man muss es hegen und pflegen und darauf achten. Man muss die Vorstellung haben, was werden aus politischen Ideen, und gerade da sehe ich die Piraten, was werden aus politischen Ideen in fünf, in zehn, in vielleicht 50 Jahren. Wir arbeiten nicht für jetzt. Wir arbeiten für eine größere Idee, die Früchte tragen wird in späterer Zeit. Ich finde es deshalb manchmal sehr schade, dass bei den Piraten neue Ideen und die Ideengeber gleich mit, allzu oft gleich totgebissen werden, bevor sie die Chance haben, dass sich die Idee entwickelt. Die nächste Station war das Braunschweig-Kolleg in zweieinhalb Jahren vom Volksschulabschluss zum Abitur. Motivation ist Energie, die Wissen ins Hirn zieht und Verstehen ermöglicht. Ich glaube, der Erfolgsfaktor Motivation wird in unserem heutigen Bildungssystem zu wenig beachtet. Und ich bin mir sicher, um ins Europaparlament einzuziehen, brauchen wir Piraten eine solche unbändige Energie und unbändige Motivation. Und dafür stehe ich. Meine nächste Station war Uni Heidelberg, London School of Economic und auch UC Berkeley, L.A. Hier hatte ich das Drachenfliegen gelernt. Eine tolle Erfahrung. Und ich hatte Volkswirtschaft, Geldtheorie, Mathematik. Aber ich habe auch beispielsweise in Heidelberg zusammen als studentische Vertreter haben wir dafür gesorgt, dass die ersten Vorlesungen in Informatik angeboten wurden. Nächste Station war dann meine berufliche Tätigkeit, meine Arbeit als Unternehmensberater und Softwareentwickler. Ich habe am Übergang einer Zeit gearbeitet, vom Papier zum Computerzeitalter. Dieser Übergang war hochspannend, oft nervenauftreibend und sehr komplex. Man muss Probleme lieben, wenn man als Softwareentwickler nicht untergehen will. Und ich liebe diese Probleme auch heute noch. Und deshalb glaube ich, dass ich euer Kandidat für das Europaparlament bin. Wenn man über eine Million Programmzeilen mal geschrieben hat, dann weiß man, dass es auf die Bits und Bytes ankommt. Und ich glaube, auch in der Politik kommt es letztendlich auf die Bits und Bytes an. In den letzten Jahren habe ich dann auch vermehrt als Dozent gearbeitet. Und ich gebe gerne zurück, was ich an Wissen und Erfahrung im Laufe der Jahre gewonnen habe. Ganz besonders freut mich, wenn ich die Neugier und die Begeisterung meiner eigenen Studienzeit weitergeben kann. Meine Familie, meine Frau, unsere Kinder und der Rest der Verwandtschaft ist für mich Glück zum Anfassen. Auch wenn man dann und wann den einen oder anderen sehr gerne haben muss, um ihn ertragen zu können. Und so gesehen sind auch die Piraten ein Stück Familie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch hier muss man dann und wann den einen oder anderen Piraten sehr, sehr gerne haben, um ihn ertragen zu können. Ich möchte jetzt zum Europawahlkampf kommen. Hier geht es ja, ist er einer der Streitpunkte ist, Kernthemen oder das volle Programm. Mit fast missionarischem Eifer wird diskutiert, ob sich die Partei auf ein sogenanntes Kernthemen beschränken oder ein Vollprogramm aufstellen soll. Vielleicht könnte ein Kompromiss darin gefunden werden, dass wir die Themen in den Mittelpunkt stellen, die die Menschen bewegt und interessiert. Ich glaube nicht, dass wir für Themen gewählt werden, die die Menschen kaum oder nur am Rande interessiert. Unsere Kernthemen decke ich zu einem erheblichen Teil über meine berufliche Tätigkeit ab. Wenn ihr so wollt, ich bin so eine Art Kerni plus plus. Das plus plus, weil ich noch eine ganze Reihe anderer Punkte abdecke, zu denen ich dann komme. Aber ich bin der Überzeugung, dass ein Kernthema, wie zum Beispiel die Informationstransparenz, zwar ein wichtiges Instrument, ist aber kein politischer Selbstzweck. Wir wollen zum Beispiel den transparenten Staat, eine transparente Wirtschaft, aber kein transparenten Bürger. Unser Ziel ist nicht der Transparenz willen, sondern unser Ziel ist eine möglichst freie Entfaltung der Menschen und der Gesellschaft. Und genau hier brauchen wir die Transparenz, damit wir Möglichkeiten, Grenzen und Manipulationsversuche erkennen können. Welche Themen tatsächlich diskutiert und bearbeitet werden, sollte meines Erachtens nicht von oben oder per Abstimmung entschieden werden, sondern die Themen werden von denen bestimmt, die sich für bestimmte Themen den Allerwertesten aufreißen und diese Themen durch konkrete Aktionen umsetzen. In unserer Partei sehe ich Platz für viele Themen. Ich sehe und erlebe die Piraten in einer beneidenswerten Vielfalt. Wir müssen uns nicht gegenseitig sagen, was wir tun oder zu lassen haben. Wir sollten uns aber wohlwollend in unserer Arbeit gegenseitig unterstützen und ergänzen. Was sind unsere tatsächlichen Kernthemen? Im Zuge einer von mir mitinitiierten Initiative Gemeinsatzwahlprogramm habe ich hunderte von Anträgen analysiert und bin zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass unsere eigentlichen und tatsächlichen Kernthemen Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sind. Das, was wir als Kernthemen bezeichnen, hat sich bei näherer Betrachtung als Schlüsselinstrumente zur Erreichung von Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit herauskristallisiert. Mein Vorschlag ist daher, dass wir uns nicht nur auf Instrumente wie Urheberrecht, Patentrecht, Datenschutz und Transparenz konzentrieren, sondern diese Bausteine zu einer digitalen Kultur ergänzen. Das ist das Ziel meines Wahlprogrammantrags WP019, Digitale Kultur. Der Wahlprogrammantrag WP013, Europa als Wertegemeinschaft, Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, geht auf unsere eigentlichen Kernthemen ein und ist eine Weiterentwicklung des PA 444, dessen Kurzfassung vor gut einem Jahr an dieser Stelle für das Grundsatzprogramm beschlossen wurde. Der nächste große Streitpunkt ist Europawahlkampf, Europawahlprogramm, kurz oder lang. Zugegeben, Inhalte kosten Follower und ebenfalls zugegeben, je platter die Wahlsprüche sind, desto mehr Wahlschafe fängt man ein. Zumindest das ist die gängige Theorie. Wollen wir das? Wollen wir uns unseren politischen Aussagen Wahlschafe und Nix-Checker ansprechen? Sind platte Sprüche das, was die Welt und Europa braucht, für unseren Wahlspruch klar machen und ändern? Halbe Minute. Ja. Vielfalt erwächst ausgelebter Freiheit und Freiheit braucht Freiräume. Und deshalb denke ich, dass wir ein differenziertes, durchdachtes Wahlprogramm brauchen. Der Wahlprogrammantrag, gemeinsames Wahlprogramm für die Europäische Partei, geht meines Erachtens in die richtige Richtung. Genau das ist der Punkt, an dem wir mit unserem nationalen Wahlprogramm weitermachen sollten. Da die Zeit drängt, bitte ich euch, auf meiner Wiki-Seite in die Details zu gehen. Ich möchte mich für eure Zuhörer bedanken. Wunderbar, vielen Dank. Dann die Frage an dich, Moment, noch nicht wegrennen, bitte. Hattest du genügend Zeit, dich und dein Programm vorzustellen? Er nickt mir zu und sagt ja. Danke sehr. Dann die Frage an die Versammlung, soll Arne nachher befragt werden, ja oder nein? Besteht der Wunsch, den Kandidaten später zu befragen, ja oder nein? Es ist ein bisschen problematisch, wenn die Karten immer so hoch und runter und so. Also jetzt bitte alle Karten hoch von allen Menschen, die wünschen sich an dieser Abstimmung zu beteiligen. Herzlichen Dank, das ist mehrheitlich ein Nein. Damit wird der Kandidat nicht befragt. Ich komme zum zweiten Aufruf für Christian Henning Georg Horn. Ist Christian Henning, du bist das? Gut, der ist da und die nächste Kandidatur, die nächste Vorstellung wird dann Kerstin Kulasinski sein. Hier also der erste Aufruf nach der jetzt folgenden Vorstellung. Erster Aufruf für Kerstin Kulasinski. Wie bist du? Christian, bist du bereit? Sekunde, Sekunde. Dann hast du jetzt das Wort, bitte sehr. Okay, hallo liebe Piraten. Eigentlich wollte ich gar nichts sagen. Wenn ihr mich sehen wollt, könnt ihr mich im Wiki finden unter Strictly No Comment. Moment, er hat uns allen viel Zeit gespart, aber ich bin heute Morgen von unseren Presseleuten angesprochen worden, dass mein Umgang mit der Presse irgendwie nicht ihren Erwartungen entspricht. Und zwar ist Folgendes passiert, einer von den Presseleuten von Reuters, den ich auch kenne, den habe ich schon öfter getroffen, hat sich darüber mokiert, dass ich ihn aufgenommen habe. Das heißt, ich habe ihn gefilmt. Jetzt ist natürlich der Witz, dass ich selber einen Presseausweis habe und genau die gleiche Pressefreiheit genieße wie er auch. Er hat natürlich nichts direkter zu mir gesagt, sondern ist danach hingegangen und hat sich bei unseren Presseleuten beschwert. Die sind dann just wieder zu mir gekommen und haben gesagt, ich sollte das doch bitte einstellen. Es war schon mal ein Journalist hier, und zwar genau hier in Bochum. Der hat mit mir hier vorne gesessen. In Bayern nennen wir sowas einen ganz hinterfotzigen Bazi. Das ist jemand, der in unsere Partei eingetreten ist, um sie sozusagen von innen heraus zu zerstören. Ich möchte bitte darauf hinweisen, keine Beleidigungen und dergleichen. Du hast die Gelegenheit, dich und dein Programm bei dieser Veranstaltung vorzustellen. Ich möchte dich auch bitten, die Redezeit dafür zu benutzen, dich und dein Programm der Versammlung bekannt zu machen. Ja, das tue ich. Also für den hinterfotzigen Bazi entschuldige ich mich dann. Uwe W. hat das Buch geschrieben, heißt Auslaufen zum Kentern. Und darin hat er mich dann selber auch ganz gut beschrieben. Ich lese euch die Stelle mal vor, weil es gar so witzig ist, weil das genau hier stattgefunden hat. Die Veranstaltung kam mir mehr und mehr wie eine große Prunksitzung bei Mainzer Karneval vor. Ein Pirat lief mit Dreispitz herum. Gregory, ich glaube, der meint dich. Ein anderer mit einem Netzstreng-Tanga, den habe ich leider nicht gesehen. Viele mit langen Mänteln und typischer Piraten-Bandana, das ist das hier. Ein Tuch, das am Kopf hinten zusammengebunden wird und gerne mit Totenkopf-Symbol bedruckt ist. Bei mir ist hier vorne ein fliegendes Spaghetti-Monster drauf, was auch was mit meiner Einstellung zur Säkularität zu tun hat. Und dann kommt der Satz, der mich betrifft. Ich habe dem ungefähr eine halbe Stunde lang erklärt, warum ich eine Balkenbille trage, warum ich meinen Klarnamen nicht bekannt gebe. Dass der heute hier steht, ist einfach der Grund dafür, weil man kann nicht kandidieren, ohne seinen Klarnamen hier auf die Liste zu schreiben. Und sorry für die drei Vornamen, das habe nicht ich mir ausgedacht, dann müsst ihr euch mal bei den Eltern beschweren. Also jedenfalls habe ich dem eine halbe Stunde lang erklärt, warum er nicht meinen vollen Namen nennen soll. Nein, nichtsdestotrotz hat er das dann hier in das Buch reingeschrieben. Da schreibt er dann, vorne saß der Bayern-Pirat Christian Horn, ein schmaler, hochgewachsener Mittdreißiger mit einer Brille, die wie ein schwarzer Balken über seinen Augen aussah. Wenn jemand von der Presse ihn ansprach, sagte er, strictly no comment. Ich habe kein einziges Mal strictly no comment gesagt, ich habe immer nur auf mein Schild gedeutet, weil ich ja eben nicht mit der Presse sprechen wollte. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass die Brille ja gerade die Aufmerksamkeit auf sich zog, die er dann ablehnte. Aber das verstand er wohl nicht. Also er hat mich, kurz gesagt, für etwas begriffsstürzig gehalten und ist danach ja auch weggezogen von mir. Und wie ich hier in dem Buch gelesen habe, hat er dann auch 2013 im August seine Mitgliedschaft hier beendet. Also ich habe ein bisschen ein gespanntes Presseverhältnis oder Verhältnis zur Presse, weil ich eben selber von der Presse bin und in der ganzen Weltgeschichte rumgereist bin, um Recherchen zu machen. Unter anderem war ich letztes Jahr auch in Neuseeland, ganz kurz bevor der Parteitag in Neumarkt war, bin ich zurückgekommen. Und ich habe dort an so einem Pfannlauf teilgenommen. Da wurde auch der Zieleinlauf gefilmt. Und für den Zieleinlauf habe ich mir auch so eine Brille aufgesetzt, weil ich eben nicht dort in der Lokalpresse erscheinen wollte. Auf der ganzen Strecke, 40 Kilometer, sind unendlich viele Fotos von mir gemacht worden, wo ich keine Brille auf hatte. Und ratet mal was, es ist kein einziges davon im Internet erschienen. Irgendwie scheinen die Leute dort unten ganz klar begriffen zu haben, dass jemand, der sowas trägt, nicht fotografiert werden möchte, nicht gefilmt werden möchte. Und ich möchte auch nicht interviewt werden und ich möchte auch nicht zitiert werden. Deswegen werde ich auch nachher, wenn ich dann gefragt werde, in den Pressebereich zu kommen, einfach nicht hingehen. Gut, wenn ich schon hier oben stehe, sage ich nochmal zwei Sachen zu den Projekten, mit denen ich mich dann auch journalistisch befasse. Das sind Dinge, die ihr lesen solltet. Ah, übrigens, also dieses Buch hier müsst ihr nicht lesen, okay. Ich schreibe darüber eine dreiseitige Abhandlung, mehr steht da auch nicht drin. Und das könnt ihr dann bei mir auf dem Wiki nachlesen. Und bitte tut mir den Gefallen, beschitztormt diesen armen Menschen nicht. Der hat eine damals 16-jährige Tochter und die ist schon wirklich genug gestraft, wenn sie so jemanden als Vater hat. Und wir wollen die ja vielleicht nicht als Wähler oder vielleicht als Parteimitglied dann einbüßen. Aber was ihr unbedingt lesen solltet, was eine sehr spannende Lektüre ist, ist die Affäre Mollert. Der Untertitel dazu gefällt mir ganz besonders gut. Der Mann, der zu viel wusste. Ich bin da auf einigen Demonstrationen auch mit dabei gewesen. Auch da hat man mich übrigens gefilmt, aber ich bin nirgendwo aufgetaucht. Also es scheint doch Presseleute zu geben, die das verstehen. Wenn du was über mich selber wissen willst, dann kannst du bei mir im Wiki nachschauen. Bitte Ruhe im Saal. Ich habe den Kandidaten ja vorher schon darauf hingewiesen, dich und dein Programm vorzustellen. Also du hast noch etwas über vier Minuten. Bitte sehr. Ja, das andere Buch, das ich jetzt noch dazu sagen möchte, und das hat auch was mit meiner politischen Einstellung zu tun, das ist ein Buch, das auch schon von einer ganzen Weile erschienen ist. Es ist von einer Frau geschrieben worden und das dürfte ich allen empfehlen. Und das sollten auch wirklich alle Leute lesen, weil es so wahnsinnig aktuell ist. Das Buch heißt Angela Merkel, ein Irrtum. Okay. Wie aus Angie Tina wurde. Tina ist eine Abkürzung aus dem Englischen, heißt There is no alternative. Und das ist genau die Situation, die wir momentan wieder haben. Wir haben das gleiche Spiel, was wir schon mal hatten, mit der gleichen Null-Sprech-Kanzlerin, die wir vorher schon hatten. Und wir werden auch genau die gleichen Ergebnisse haben. Und dagegen müssen wir was unternehmen und deswegen sollten wir dieses Mal vielleicht mit einer etwas anderen Herangehensweise, was die Pressearbeit angeht, versuchen, diesen Wahlkampf zu rocken und nicht nur drei, sondern vielleicht fünf oder sechs Leute ins Europaparlament zu schicken. Damit ihr dann, falls ihr mich befragen wollt, noch irgendwas habt, wo ihr mich dann nachher auseinanderrupfen könnt, da könnt ihr bei mir im Wiki nachschauen. Da stehen jede Menge Sachen drin. Und da machen wir jetzt noch ein politisches Statement zum Schluss. Ich habe das schon mal in Bayern auf einer Aufstellungsversammlung versucht. Da ist das aber unterbunden worden aus dem einfachen Grund, weil ganz oft, wenn man sich sozusagen mit einem Thema profilieren will, das bei Leuten, die schon in Amt und Würden sind, nicht besonders populär ist. Das ist eine Tendenz, die wir hier mehr und mehr bei uns in der Partei haben und ich bin da nicht sehr erfreut drüber. Das, was ich dazu sagen will, was das Thema ist und womit ich mich auch das nächste Jahr wieder beschäftigen werde, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir ein Gesetz verabschiedet haben hier in Deutschland, das Beschneidungen aus, also ich sage mal genitale Verstümmelung aus nichtmedizinischen Gründen in bestimmten Ausnahmefällen genehmigt. Und ich bin der Ansicht, dass jemand, der Kinder an den Genitalien verstümmelt oder dies zulässt, bestraft werden muss und zwar ohne Ausnahme. Und das war es auch schon. Wenn ihr mich befragen wollt, ich bin sehr froh über die Befragerunde, wenn wir das so machen, auf Fragen, die auf Zetteln abgegeben werden, wo kein Absender sozusagen draufsteht, antworte ich im Normalfall nicht. Ich habe es so verstanden, dass wir nachher eine Live-Befragung haben. Das heißt, ihr könnt also mir Fragen stellen, wenn ihr das wollt. Aber Vorsicht, ich bin wahrscheinlich der am politischsten unkorrekte Mensch, den es gibt. Und es könnte dann schon sein, dass dann wieder mal ein, zweimal aufgefordert werden soll, mich etwas zurückzuhalten. Das war es. Ich wünsche euch was. Servus. Gut, vielen Dank. Dann die Frage an dich. Hattest du genügend Zeit, dich und dein Programm in angemessener Zeit vorzustellen? Danke, ich hatte genügend Zeit, mich für jeden Fall vorzustellen. Und ich möchte euch alle noch segnen vom fliegenden Spaghetti-Monster. Servus. Gut, vielen Dank. Dann die Frage an die Versammlung. Besteht der Wunsch, den Kandidaten Christian Horn in der späteren Befragungsrunde zu befragen? Das ist mehrheitlich negativ. Der Kandidat wird nicht befragt. Ich komme zum zweiten Aufruf für Kerstin Kolasinski. Hier der Hinweis an die Teilnehmer der Versammlung. In der Kandidierendenliste steht unter Nummer 32 der Name Kola Man, Hans. Dieser Name ist ein Nickname, wie wir später erfahren haben. Der richtige Name ist Kerstin Kolasinski, der jetzt dann auch die Möglichkeit haben wird, sich vorzustellen. Das ist also der zweite Aufruf, er ist ja auch schon auf dem Weg. Und zunächst aber noch der erste Aufruf für die darauf folgende Kandidatenvorstellung. Das ist Ronny Jakobowicz. Erster Aufruf Ronny Jakobowicz, der nach Kerstin Kolasinski die Gelegenheit haben wird, sich vorzustellen. Wir sind soweit. Bist du bereit? Ja. Dann hast du das Wort. Andreas, ich bin Kola Kuhlmann, das ist mein Name, das macht nichts. Es steht immer mein Geburtsname noch mit dran, weil das Frauen heiraten, das ist leichter. Also wie gesagt, ich bin Kola Kuhlmann, ich bin Mönch und ich bin Pirat schon bevor das mit den Piraten erfunden wurde. Mitglied bin ich dann 2009 geworden. Ich stelle mich deswegen hier auch nicht weiter vor, weil das schon eine geraume Zeit ist, wo ich bei den Piraten arbeite. Weil wer mich noch nicht kennt, der hat mit mir noch nicht zusammengearbeitet. Und das würde ich dann eher mit euch verändern wollen, dass wir da in Zukunft dann auch was Gemeinsames machen. Und wer sonst noch etwas über mich wissen will, der kann ja fragen. Da würde ich nicht so viel unserer gemeinsamen Freizeit hierfür verwenden wollen. Ich will für die Piraten ins EU-Parlament, weil wir Grundsätze vertreten, die allen Bürgern nutzen. Im Besonderen natürlich den EU-Bürgern. Wir haben hier tolle Leute bei den Piraten und wir können einiges besser, was die alten Machthaber von heute nicht können. Davon bin ich überzeugt. Das müssen wir den Bürgern zeigen und das müssen wir den Bürgern auch beweisen. Ich will mich im Parlament für das einsetzen, was ihr mir erarbeitet, was ihr mir mitgebt. Und deswegen habe ich hier auch nicht, dass ich euch etwas erzähle, wofür ich im Parlament einstehen will. Sondern ihr seid diejenigen, die die Marschrichtung vorgebt. Das müssen meiner Meinung nach unsere Abgeordneten auch mehr verinnerlichten, dass ihr als Basis das erarbeitet, was sie dort den Leuten präsentieren sollen. Halte ich für ziemlich wichtig. Und deswegen glaube ich, wir müssen als nächstes ganz wichtig, und das nicht nur für Europa, sondern insgesamt für unsere Arbeit, eine geschlossene und kämpferische Partei werden. Dann werden wir nämlich auch erfolgreich sein. Lasst uns endlich einmal miteinander arbeiten. Miteinander, nicht gegeneinander arbeiten, sondern für die gemeinsamen Ziele. Wir haben noch gemeinsame Grundsätze. Lasst uns unsere Themen nach Europa bringen. Europa braucht unsere Themen. Lasst uns dieses unmögliche Freihandelsabkommen bekämpfen. Lasst uns kämpferischer werden. Lasst uns dagegen wehren. Dankeschön. Wenn das durchkommt, dann verlieren wir alle. Wir Piraten, die Bürger. Ja, wir alle eben. Deswegen unterstütze ich in den nächsten Monaten geplante Projekte, die uns allen die Zusammenhänge und Hintergründe besser aufzeigen. Einmal, dass wir am Stand draußen ein besseres Handwerkzeug haben, aber auch, dass die Bürger verstehen, was hinter diesem Freihandelsabkommen alles versteckt ist. Ich glaube, wir brauchen eine bessere Piratenbildung. Und wir haben gute Leute, die das machen und bei denen wir gut zuhören können und auch trainieren können, verstehen können, uns gegenseitig austauschen können. Expertenmammels sind für mich auch eine Möglichkeit, uns für Europa fit zu machen. Unterstützt bitte unsere Themenbeauftragten. Das liegt mir auch noch sehr am Herzen, denn die erarbeiten unsere Themen so, dass Wähler das verstehen können. Deswegen unterstütze ich sie. Das wird mein Beitrag sein, die Piratenpartei für Europa fit zu machen. Ihr könnt natürlich mich unterstützen, indem ihr mir eure Stimme gebt. Ich werde auf alle Fälle sehr achtsam damit umgehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in der täglichen Piratenarbeit. Und die deutschen Piraten hoffentlich in Europa. Mir reicht die Zeit. Es ist unsere gemeinahmsame Zeit und damit möchte ich gerne achtsam umgehen. Herzlichen Dank. Damit ist die Frage beantwortet. Dann, also, dass der Kandidat genügend Zeit hatte, sich vorzustellen, hat er bejaht. Dann die Frage an die Versammlung. Besteht der Wunsch, den Kandidaten Kerstin Kulasinski, Kula Kulman, nachher in der Fragerunde zu befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Wer ist dafür bzw. dagegen, Kula nachher zu befragen? Etwas zögerlich die Karten hoch, wie immer. Aber das ist eindeutig negativ. Damit wird der Kandidat nicht befragt. Dann gleich der zweite Aufruf für die nächste Kandidaturvorstellung, Ronny Jakobowicz. Ronny Jakobowicz ist unterwegs. Und der erste Aufruf für die darauffolgende Kandidaturvorstellung, das ist Michael Merkens, wird dann also die Gelegenheit haben, sich nach Ronny Jakobowicz vorzustellen. Eine organisatorische Ansage, Entschuldigung, ganz kurz. Es ist die Frage aufgekommen, ob eine Versammlungsteilnehmerin oder ein Versammlungsteilnehmer eventuell eine Wärmflasche dabei hat. Es hat sich jemand vom Team einen Muskel gezerrt. Es wäre also sehr gut, wenn eine Wärmflasche irgendwo am Start wäre. Sollte das der Fall sein, sind wir sehr dankbar. Und die Wärmflasche wäre dann bitte am Frontoffice abzugeben. Herzlichen Dank. Und Ronny, bist du bereit? Dann hast du jetzt das Wort. Bitte sehr. Dankeschön. Also wir sind als Piraten sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben so viele Kandidaten, wie die ganze Sektion der deutschen Mitglieder im Europaparlament stellen kann. Und wir müssen davon etwas machen, in der Hinsicht, dass wir zurückkommen an die ursprüngliche piratische Idee, die, der Höhepunkt, den wir hatten, das war die Berlin-Wahl und das haben wir gemacht ohne große Plakate und ohne großen Zuspruch der Presse und ohne uns irgendwie anzubiedern. Sondern die reine piratische Idee war das, was sehr, sehr viele Leute in Berlin mobilisiert hat und nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Und ich kann mich erinnern, in dem Wahlkampf im Saarland hat das noch gezogen und in dem Augenblick, wo die Piraten versuchen, andere nachzuahmen, da sagt sich jeder Bürger, ich möchte wirklich etwas Neues. Ich erwarte von den Piraten etwas Neues und wir haben viel Neues zu bieten und dieses Neue, das ist die Kompetenz in diesem Saal und nicht auf den Podien. Das ist die Kompetenz in der Bevölkerung und nicht in den Parlamentsgremien. Die Parlamente, die werden zugeschüttet mit Papieren und sind nicht in der Lage, das zu bearbeiten. Wir können allenfalls in den Parlamenten Wege bereiten, aber die Hauptarbeit muss in der Basis passieren und daher denke ich, dass der Hauptteil der Arbeit die Kommunalpolitik sein muss. Die Kommunalpolitik ist für viele Bürger überschaubar und nachvollziehbar und dort können Bürger erkennen, ob Vertreter sie wirklich vertreten oder ob sie nur einen Schleudersitz brauchen, um in irgendein anderes Gremium zu kommen, wo sie viel Geld verdienen. Mich hat bei den Piraten etwas befremdet, dieser Hang zum Formalismus und wenn ich daran denke, heute haben wir drei Stunden verbracht mit Formalien, die an sich schon fix und fertig sein müssten. Das dürfte doch keine Frage sein, welches Wahlverfahren wir haben. Wir haben uns nicht zum ersten Mal daran gesetzt. Also dieses Klein-Klein sollten wir wirklich verlassen und uns an große Ideen dran wagen. Was mich bei den Piraten angezogen hat, ist der internationalistische Anspruch der Piraten. Und da ist Europa natürlich ein sehr gutes Mittel, weil in Europa sind viele Nationen verbunden. Und dieses Miteinander, dieses Miteinander nach zwei verheerenden Kriegen, das sollte beispielhaft sein für andere Regionen dieser Welt. Wir erleben heute in der Tat nicht nur einen kalten Weltkrieg, sondern auch einen heißen mit Millionen von Opfern. Das darf man nicht vergessen und da darf auch Europa nicht eine Festung sein und nicht ein Bollwerk gegen andere Teile der Welt, sondern die Kooperation ist gefragt von Europa mit anderen Teilen innerhalb Europas und auch innerhalb dieser Gesellschaft. So wie wir miteinander umgehen, so werden uns die Menschen beurteilen. Und da können wir Beispiele geben, da können wir Beispiele geben, um ein Miteinander, ein gerechtes Miteinander auszuprobieren. So, ich will ganz kurz zu meiner Person sagen, ich bin nicht so wichtig, es sind andere Piraten genauso am Platze gewählt zu werden. Ich verstehe mich auch weniger als eine Führungspersönlichkeit, als mehr als ein Katalysator, der in der Lage ist, bestimmte Dinge zusammenzuführen. Und das ist natürlich ein Teil meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe zwei Staatsangehörigkeiten. Ich bin Bürger der Bundesrepublik und ich bin israelischer Bürger. Ich habe Erfahrung in Israel, ich habe Erfahrung in der DDR und ich habe Erfahrung in der Bundesrepublik. Und das gibt mir eine Möglichkeit, viele Gedankengänge nachzuvollziehen, die jeweils nur vielleicht jemand partiell nachvollziehen kann, der also diese jeweilige Erfahrung gemacht hat. Ich war Mitglied der PDS, bis circa 1995 war ich aktiv und ich bin auch heute Sozialist. Ich bin aber dafür, dass man eine sozialistische Gesellschaft nur machen kann, wenn die Menschen das wollen. Nicht, wenn es eine Abscheu dagegen gibt und nicht unter Zwang. Warum bin ich so? Weil die gegenwärtige Gesellschaft, in der wir leben, keine Antworten hat auf die Probleme. Weder die Finanzpolitik noch die internationale Friedenspolitik ist erfolgsversprechend in dem System, in dem wir leben. Aber wir sollten daran arbeiten und zwar eine richtige Analyse der Probleme. Und da gibt es Kompetenzen, das müssen nicht gewählte Vertreter sein. Da gibt es Kompetenzen in den Universitäten und bei Organisationen und bei privaten Leuten. Und es ist erforderlich eine Diskussion, das Für und Wider und eine Diskussion, in der Menschen nicht verletzt werden, sondern die Sache soll beurteilt werden und nicht die einzelne Person, die das sagt. Und aufgrund dessen sollten wir eine Strategie entwickeln, die zur Lösung der Probleme beitragen. Das Motto soll sein, eine Teilhabe und eine Beteiligung. Ich bin in Israel auch in der Friedensbewegung tätig gewesen. Ich gehörte einer Minderheit an, die sich geweigert hat, in besetzten Gebieten zu dienen und hatte dafür auch die Konsequenzen zu tragen. Und daher unterstütze ich jede Friedensbewegung. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Nicht gleich wegrennen. Bitte, Moment. An dich bitte noch auch die Frage, hattest du genügend Gelegenheit, dich vorzustellen? Hattest du genügend Zeit? Er bejaht das, damit ist das klar. Herzlichen Dank. Der Kandidat hatte also genügend Zeit. Dann die Frage an die Versammlung. Spiel ist bekannt. Wer ist dafür bzw. dagegen? den Kandidaten Ronny Jakobowicz in der Befragungsrunde zu befragen? Bitte die Karten hoch. Das ist mehrheitlich negativ. Damit wird der Kandidat nicht befragt. Ich komme zum zweiten Aufruf für die nächste Kandidatur. Es ist dies Michael Merkens. Der steht bereit. Und du kannst schon hochkommen. Und für den ersten Aufruf, für den darauf folgenden Kandidaten, es ist dies Volker Ackermann. Volker Ackermann, erster Aufruf. Volker Ackermann ist dann nach Michael Merkens dran. Michael, bist du bereit? Ja. Dann hast du das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank. Liebe Mitpiraten aller Geschlechter. Ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich denke, dass man manche Zeit bisher hätte besser nutzen können. Mein Name ist Michael Merkens. Ich komme aus Planek bei München, wer das nicht kennt. Ich stelle mich heute zum zweiten Mal bei einer Wahl der Piratenpartei vor. Das erste Mal war 2009 bei der Wahl in Schleswig-Holstein, der Landtagswahl, wo wir leider nur 1,8 Prozent geholt haben und damit nicht ins Parlament eingezogen sind. Ich hoffe, dass das bei der Europawahl anders wird und bin der Meinung, dass sich das auch ändern muss. Die Europapolitik hat mich dann nach der Landespolitik interessiert, weil ich damals mit den jungen Piraten zu einer Bildungsreise nach Brüssel gefahren bin, organisiert von der hoffentlich Spitzenkandidatin Julia Reda. Die Veranstaltung dort und die Interviews mit den Parlamentariern fand ich so interessant, dass ich mich dazu entschlossen habe, mich mehr europapolitisch zu engagieren. Sowohl die Fraktionen innerhalb der Landesparlamente als auch die beiden Piratenabgeordneten im Europawahl haben schon gezeigt, dass wir auch mit anderen Parteien gut zusammenarbeiten können und es auch immer besser wird. Und ich denke, mit mehr Piraten und auch mehr Deutschen und Piraten aus anderen Ländern, die bisher nicht vertreten sind, können wir das noch besser machen und hoffentlich eine eigene Fraktion gründen. Zusätzlich haben wir den Vorteil, dass wir Mehrheiten sammeln können in Europa. Da es keine Regierung gibt, haben wir eben die Möglichkeit, nicht nur aus der Opposition zu agieren, sondern wirklich Mehrheiten für unsere Ideen zu sammeln und unsere Themen nach vorne zu bringen. Für mich persönlich war das letzte Jahr sehr interessant und sehr wichtig durch die Snorden-Dokumente, die veröffentlicht wurden, da Bürgerrechte und Datenschutz schon lange für mich wichtig waren und ich da immer traurig war, dass man es nicht schwarz auf weiß hatte, wie es denn in unserem Datenschutz steht. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, auch wenn das sehr ernüchternd ist, möchte ich mich dazu einsetzen, dass sich das ändert. Ich möchte, dass wir mehr Datenschutz haben, mehr Bürgerrechte in Europa und das wird mein Ziel sein. Und die Transparenz wurde auch schon öfter angesprochen, sollte sich auch ändern und die Mitbestimmung auch. Das Initiativrecht der Kommission ist verbesserungswürdig. Des Weiteren möchte ich, dass Snorden Asyl bekommt, nicht nur in Deutschland, sondern in möglichst jedem EU-Land und jedem anderen Land der Welt, wo er hin möchte. Danke. Mein Name ist Michael Merkens, ich bin europäischer Pirat. Ich brauche deine Stimme, um etwas zu ändern und ich hoffe, das schaffen wir. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Auch an dich die Frage, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Wie man einen Timer hoffentlich sieht, ja. Vielen Dank. Dann die Frage an die Versammlung, soll Michael Merkens später befragt werden, ja oder nein? Ich bitte um das Kartenzeichen. Ist eine Befragung gewünscht, ja oder nein? Das ist mehrheitlich nein, damit wird der Kandidat nicht befragt, vielen Dank. Und wir kommen zum zweiten Aufruf für Volker Ackermann, der bereit steht, richtig, dann kannst du nach oben kommen. Und den ersten Aufruf für Peggy Sylop. Peggy Sylop hat dann im Anschluss die Gelegenheit, sich vorzustellen. Erster Aufruf für Peggy Sylop. Du bist bereit, dann hast du jetzt das Wort. Bitte sehr. Hallo Piraten. Der Wahlkampf ist vorbei. Der Wahlkampf beginnt. Ich möchte euch an etwas erinnern, an ein Bild. Schaut euch das nochmal genau an, bevor wir in den Wahlkampf in Europa gehen. Für das sollen wir stehen. Das ist unser Tier. Das wollen wir erreichen. Warum können Politiker nicht so erklären, dass man es versteht, weil sie aus den Augen verloren haben, dass sie dem Gemeinwohl dienen. Mein Name ist Volker Ackermann. Ich bin 54 Jahre alt. Und ich bin schon seit langen Jahren Europäer. Ich wohne direkt an der Grenze. Ich habe Kontakte nach Frankreich. Und das zeichnet mich ein wenig aus. Seit 2011 bin ich Pirat. Koordinator AG Bauen und Verkehr. Stellvertretender KV Südpfalz. Was mich auszeichnet, ich weiß, ihr werdet es nicht gerne hören, dass jemand was auszeichnet, aber ich kann sehr gut zuhören. Das ist ein gutes Stichwort, zuhören. Ich bitte auch die Versammlung wieder etwas leiser zu werden, damit wir alle zuhören können. Ich werde nicht alle eure Fragen beantworten können. Denn keiner von uns weiß, was im Europaparlament zukommt. Aber ich will die Basis informieren. Das sehe ich als meine wichtigste Aufgabe. Mampelsitzungen abzuhalten, im KAPA-Brief Europa darzustellen und die Medien im Internet zu nutzen. Für was ich stehe? Ich stehe für ein vereintes Europa und jetzt was ganz Wichtiges im Frieden. Auf demokratischem Fundament. Ich stehe für direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Auf allen Ebenen Europa. Das heißt, Volksabstimmung in der EU. Ich stehe für Transparenz in allen politischen Entscheidungen. Sowie für Politik verständlich machen. Das sehe ich als meine Hauptaufgabe. Der Staat, einschließend solcher privaten Unternehmen und Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, muss transparent sein. Lobbyisten, Listen, Vertragsvergaben offenlegen. Ich stehe für Datenschutz. Weg mit der Vorratsdatenspeicherung, systematische Überwachung. Eine europäische Datenschutzverordnung zum Schutz der Bürger. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Anliegen. Das hat mein Enkel zu mir gesagt. Opa, für was stehst du in der Energiepolitik? Das heißt, zeitnahe Abschaltung der Kraftwerke. Förderung alternativer Energien, wie zum Beispiel Sonne, Wind, Wasser. Und in zweiter Stufe eine weltweite Energiepolitik. Dafür will ich mich einsetzen. Viele Dinge in Europa liegen im Argen. Jetzt wird es Zeit, dass Piraten was unternehmen. Dass auch Piraten aus Deutschland in europaweite Bewegungen weiter nach vorne springen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Meine Zeit war erst reichen. Ja, herzlichen Dank. Dann die Frage, hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Er sagt, jawohl. Dann die Frage an die Versammlung. Besteht der Wunsch, den Kandidaten nachher in der Fragerunde zu befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Ja oder nein? Das ist mehrheitlich. Nein, damit wird der Kandidat nicht befragt. Es hat jetzt kurz der Düsenberg das Wort. Nein, er will gar nichts sagen. Er muss nur irgendwas Technisches an den Mikros richten. Er kandidiert nicht. Jetzt sagt er doch was. Ja, danke, aber auch nicht spontan. Viel Spaß. So, wunderbar für diese technische Hilfestellung. Dann kommen wir zum zweiten Aufruf für Peggy Sülop. Die steht da. Wunderbar, du kannst nach oben kommen. Und zum ersten Aufruf für die nächste, darauf folgende Kandidatur. Das ist Falk-Peter Hirschel. Falk-Peter Hirschel wird dann als nächstes die Gelegenheit haben, sich vorzustellen. Erster Aufruf Falk-Peter Hirschel. Peggy, bist du bereit? Dann hast du das Wort. Bitte sehr. Ja, hallo. Ich bin Peggy Sülop. Ich bin seit 2011 bei den Piraten. Die Berliner kennen mich aus dem Kunstquad. Ich habe mit dem AGH zusammen am Kunst- und Kulturmanifest für Berlin mitgeschrieben. Und momentan bereite ich so etwa. Hallo. Okay, nochmal von vorne. Also ich bin Peggy Sülop. Ich bin aus Berlin. Die Berliner kennen mich aus dem Kunstquad. Ich habe das Kunst- und Kulturmanifest für Berlin mitgeschrieben, durch das Liquid gebracht und bereite momentan das Barcamp für kulturelle Bildung vor, was auch mein Sternchen-Thema ist. Ich bin Medienkünstlerin, Kunst- und Kulturorganisatorin, Informatikerin und habe den Master of Public Policy bei der Gesine Spahn an der Humboldt-Wiathrina School of Governance gemacht, wo es auch ganz viel um interkulturelles Zusammenfinden geht. Sternchen-Thema. Ich bin Mutter von zwei Töchtern, die jetzt so aus dem Gröbsten raus sind, sodass ich jetzt mich auch engagieren kann. Europa ist mein Spielfeld seit Ende der 80er Jahre, als ich nach Berlin gekommen bin, von Anfang an interkulturelles Ambiente. Ich war damals irgendwie auf die nächsten Jahre in der Häuserbesetzung in Europa auch aktiv. Also das hat sich dann verstärkt in einer Aktion, die wir gemacht haben, wo wir zwei Monate lang mit einer Karawane durch Europa gefahren sind und geguckt haben, was ist hier eigentlich los und was macht eigentlich das Schengener Abkommen mit uns. Und damals schon wurden eigentlich die Grund, wie sagen wir mal, die Basis gelegt für die Festung Europa, die wir es ja heute haben. Damals wurde schon das Schengener Informationssystem angelegt, was irgendwie Verhandlungsdaten speichern konnte. Damals wurde schon festgelegt, dass die Polizei innenpolitisch mehr Rechte bekommt, mehr Kontrollbegrügtiges bekommt. Und damals, das war dann der Punkt, wo ich angefangen habe, europäisch zu denken und auch mich europäisch zu engagieren. Mein Thema, also die allgemeinen piratischen Themen, also das Europaprogramm von der Piraten gefällt mir so gut, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr weiß, dass ich dazu äußern soll. Da wurde auch schon viel dazu gesagt. Es ist klar, dass wir nicht wollen, dass über die TTIP hinter verschlossenen Türen eine neue heimliche, neue Weltwirtschaftsordnung abgekanzelt wird. Es ist klar, dass wir ACTA irgendwie froh sind, dass wir das abgebügelt haben. Wir wollen das BGA für alle in Europa. Da sind wir uns, denke ich, auch einig, dass wir keine Vorratsspartenspeicherung wollen. Und da denke ich, dass jeder, der hier oben steht, der steht deshalb, weil er irgendwie weiß, dass unser Programm ist und dass wir davon überzeugt sind. Das bin ich auch. Mein Thema ist tatsächlich eher, wie kommen wir überhaupt zu einem europäischen Geist. Also noch sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ja, das sind die Griechen, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und wie gefährlich sind eigentlich die Rumänen, was ist unser Problem hier als Deutsche. Wir fühlen uns ja nicht wirklich als Europäer, wir fühlen uns erst, wir sitzen hier erst mal primär als Deutsche. Und da denke ich, können wir gerade als Piraten mit unserer intensiven sozialen Vernetzung einhaken und können fördern, Strukturen fördern, Strukturen schaffen, die eine verstärkte Kommunikation unter den Europäern ermöglichen. Das heißt, dass wir unter uns das basisdemokratische Wissen austauschen können, dass wir irgendwie uns gegenseitig kennenlernen, dass wir zu einer breiten europäischen Basis kommen, die uns überhaupt ermöglicht, auf die politischen Prozesse in Europa einzuwirken und uns präsent zu machen. Ja, das ist eigentlich so ein Grund schon im Wesentlichen, was ich sagen will. Also ich sehe halt irgendwie das Thema der kulturellen Bildung, der Interkulturalität als wesentlichen Bestandteil, um überhaupt einen Demokratieprozess über die Grenzen hinaus in Europa zu ermöglichen. Wobei ich also in der Art und Weise denke ich, dass unsere Aufgabe als Piraten weniger ist, die Realpolitik wie auch immer geartet zu machen, sondern dass wir eher irgendwie was erreichen können, indem wir immer wieder Transparenz einfördern, indem wir immer wieder auch durchaus durch provokante Thesen irgendwie auf uns aufmerksam machen, auf Bestände aufmerksam machen und die in Europa auch in die breite Öffentlichkeit bringen. Ja, herzlichen Dank. Hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Ja. Dann auch hier die Frage an die Versammlung. Besteht der Wunsch, die Kandidatin in der Fragerunde später zu befragen? Wer ist dafür, wer ist dagegen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Wieder etwas zögerlich, allerdings mehrheitlich dagegen. Danke sehr. Damit wird die Kandidatin nicht befragt. Ich komme zum zweiten Aufruf für Falk Peter Hirschel. Noch einen Moment Geduld. Ich muss auch noch ein paar dringende Durchsagen machen. Und zum ersten Aufruf für Jürgen Hansen Nummer 41, der dann darauf folgend die Gelegenheit haben wird, sich vorzustellen. Hier ein Hinweis. In der ausgeteilten bzw. ausgedruckten Kandidaturenliste ist die Nummer 41 doppelt vergeben. Einmal für Jürgen Hansen und ich glaube einmal für Gregory Engels. Die korrekte Nummer von Gregory Engels ist 95. Also erster Aufruf für Jürgen Hansen hiermit erfolgt. Der Drucker hier oben funktioniert wieder. Das führte dazu, dass ein paar wichtige Durchsagen jetzt bei mir angekommen sind, die ich jetzt durchsagen muss. Erstens. Die Kandidaten, die ihr Badge noch nicht abgeholt haben, bezieht sich selbstverständlich auch auf Kandidatinnen, mögen bitte am orangenen Pavillon im Foyer vorbeischauen, um sich dort ihr Badge abzuholen. Also alle Kandidierenden, die ihr Badge noch nicht abgeholt haben, zum orangenen Pavillon im Foyer. Nächstes. Zweitens. Am Infopoint, das ist zu meiner Linken, das sind diese Tische, wo die Piratenplakate angebracht sind, das ist der Infopoint, liegt eine Liste, wer ein WLAN betreiben muss. Alle, die ein WLAN betreiben müssen, sollen dorthin gehen und sich eintragen. In ca. zwei Stunden werden alle nicht bekannten WLANs zwangsdeaktiviert. Das Hallen-WLAN ist gestört. Nächste Durchsage. Christoph, Christoph Zerbe und Tim Weber sollen sich bei der Wahlleitung melden. Christoph, Christoph Zerbe und Tim Weber mögen sich bei der Wahlleitung melden. Das ist zu meiner Linken, hier vorne, da, wo gerade gewunken wird, wo Daniela gerade winkt. Nächste Durchsage. Ich werde darum gebeten, häufiger auf Senkung der Lautstärke zu drängen. Es nervt mich ein bisschen, das irgendwie alle zehn Minuten tun zu müssen und euch wahrscheinlich unfassbar auch. Vielleicht nochmal der Vorschlag von vorhin, versucht es einfach irgendwie selber untereinander ein bisschen auch zu lösen. Wenn ihr merkt, da unterhalten sich Leute ganz angeregt, weist ihr doch darauf hin, dass es draußen auch gemütlich ist und wenn sie mehr zu besprechen haben, dass sie dann halt bitte rausgehen sollen, weil es für mich von hier oben auch immer nicht so genau zu erkennen ist, wo jetzt die jeweiligen Gesprächszellen sind. Die einzige, die ich von hier oben erkennen kann, ist die um Jan Leutert und Alios. So, und noch eine weitere Durchsage, dann habt ihr es glaube ich überstanden mit den Durchsagen. Der Besitzer des Bootes draußen, es steht ja vor der Halle irgendwo ein Boot, möge sich dringend am orangenen Pavillon im Foyer melden. Ich weiß nicht, wie lange diese Durchsage schon im Druckerfest steckte. Jedenfalls Besitzer des Bootes draußen, bitte dringend zum orangenen Pavillon im Foyer. Damit sind wir mit den Durchsagen durch. Und Falk, Peter Hirschl, ich bitte dich um Entschuldigung, dass du jetzt warten musstest. Du hast jetzt, wenn du bereit bist, das Wort. Moment, jetzt. Jetzt, danke. Kein Problem, ich kenne Augafu, da muss man manchmal Durchsagen machen. Also, hallo erstmal, liebe Piraten. Ich fange mal langsam an, sonst kriege ich nämlich hinterher noch Schimpfe. Erstmal langsam ruhig sprechen, dass unsere Gebärdendolmetscherin mitkommt, die nämlich hier einen tollen Job macht. Direkt ins Mikro. Okay, ich fange nochmal an, langsam. Düsenberg hat mir zwar gemeint, er hätte das Mikro richtig eingestellt, aber okay. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Zu meiner Person, Falk, Peter Hirschl, im Netz auch als Taka Kuhn bekannt. Ihr konntet euch da auch in den letzten Wochen über mich genauer informieren. Sei es im Wiki-Account, sei es beim Valomat Nebelhorn oder das Ulmer Nebelhorn, da habe ich ein Interview gegeben, bei der Flaschenpost. Es gab also genügend Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz hier nochmal ein paar Sätze zu meiner Person. Falk, Peter Hirschl, wie schon gesagt, 46 Jahre alt, verheiratet und ich komme aus Ulm. Hauptberuflich Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht. Und genau das, diese strafrechtliche Tätigkeit hat mich seinerzeit eigentlich zu den Piraten gebracht, weil ich gesehen habe, wie unsere Politik so nach und nach, so ganz klammheimlich, so immer stückchenweise eigentlich in unsere Grundrechte massiv eingreift. Es sind oft viele unbemerkte Veränderungen, aber es wird immer weiter eingegrenzt. Immer weniger Möglichkeiten hat man als Bürger, sich auch gegen staatliche Willkür zu wehren und genau das hat mich seinerzeit zu den Piraten gebracht. Ich bin 2011 bei den Piraten eingetreten, zunächst so ein knappes Särchen als Basisgurke, habe dann ab der Gründung des Kreises... Ich werde auch nicht so viel Mist erzählen hier oben, dass ihr eventuell Toilettenpapier davon benutzen müsst, aber ihr werdet bei meiner Vorstellungsrede merken, dass es ein gutes Synonym ist für das, was ich stehe und das, was ich euch jetzt hier sagen werde. Ich bin Jürgen Hansen, wisst ihr, und ich habe eine Mail bekommen vor ein paar Tagen von unserer Geffi und Törner. Darin bittet sie mich, mir Gedanken zu machen über ein Hauptthema, welches ich wohl als Kandidat in einem möglichen Wahlkampf vertreten werde. Sie meint, es kämen noch zwei Themen hinzu, eins bestimmt ihr als Basis, eins wird vorgegeben durch den Bundesvorstand. Ich finde das eine tolle Sache, denn ich denke mir, das ist der richtige Weg, das ist wirklich viel, viel besser als das, was wir an dem Wahlkampf zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatten. Und wisst ihr, dann sah ich die Abendnachrichten. Es war wie immer ganz toll, Tagesschau, eine schlechte Nachricht jagte die andere. Khodorovsky war frei, wendet sich aber von russischer Politik ab. Die Mädels vom Pussy Ride sind Gott sei Dank auch frei, aber mit Auftrittsverbot belegt. Tränengas auf dem Tahirplatz und Schlagstöcke Erdogans prügeln in Istanbul. Und wisst ihr was? Plötzlich, ja plötzlich, da war es wieder da. Da war dieses Gefühl der Erinnerung in mir wach. Mensch Jürgen, das hast du doch alles schon mal erlebt. Schlagstöcke in Leipzig, weiße Helme hinter Schutzschilden, Wasserwerfer hinter der zweiten Reihe der Volkspolizisten. Da war ich dabei, das habe ich gesehen, das habe ich erlebt. Und da, liebe Freunde, da wusste ich, was sich Geffion auf ihre Mail zu antworten hatte. Da wusste ich, ja Jürgen, ja, du liegst richtig mit deinem Hauptthema, welches du dir eigentlich schon lange vor Geffionsmehl zu deinem Lebensmaxim gemacht hast, welches dich begleitet hat, lange bevor die Piraten überhaupt gab und welches du, falls man dir das Vertrauen aussprechen würde, in Brüssel vertreten solltest. Die Einhaltung und Wahrung der Grundrechte eines jeden Menschen in Europa. Das, liebe Freunde, das ist mein Hauptthema. Vielen Dank. Einige gute Leute standen bereits vor mir hier an diesem Pult und ich sage euch, es werden noch gute Leute nach mir hier stehen. Und bevor ich hier hochging, wisst ihr, da habe ich mich gefragt, wie kann ich euch denn erklären, dass gerade ich ein geeigneter Kandidat sein soll, der euer Vertrauen verdient. Ich, eine fast aussichtslose Aufgabe für jemanden wie mich, der relativ unbekannt ist in der Partei, der keine Parteigeschichte geschrieben hat und der eigentlich ein solches No-Name-Produkt ist, wie das, was ich euch hier vorne hingehängt habe, in dieser Verpackung. Aber manchmal, manchmal befindet sich auch im Inneren einer solchen namenlosen Verpackung ein Markenprodukt, welches man auf den ersten Blick gar nicht als solches erkennt. Und damit wären wir schon beim Knackpunkt, warum ich hier stehe. Wen kauft ihr ein, wenn ihr hier in diesem Saal der Verpackung Jürgen Hansen euer Vertrauen aussprechen würdet? Ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich bin auch kein Anwalt wie mein Vorredner oder IT-Spezialist. Ich bin keine herausragende, prominente Persönlichkeit und habe somit praktisch auch gar keinen Bekanntheitsbonus über NRW-Grenzen hinaus. Ich bin ein einfacher, selbstständiger Handwerksmeister. Ich bin Kreisvorsitzender in Gelsenkirchen und einer von zwei Vorständen des piratennahen Bildungsvereins PIKO NRW e.V. Ich gehöre zu der Kategorie Menschen in Deutschland, die eigentlich, liebe Freunde, die Hauptwählerschicht darstellen. Die Mittelschicht. Jene Millionen und Abermillionen von einfachen Menschen, deren Ziel es ist, nicht die Welt zu verbessern, sondern sie wollen einfach nur ein Leben führen, das sie und ihre Familien glücklich macht. Ich gehöre auch zu der Kategorie Leute der älteren Generation, der Mitfünfziger, die sich noch schwer tun mit Internet und digitaler Welt. Für sie kommt Information und Wissen immer noch aus der sonntaglichen Tageszeitung, die sie beim Frühstück zu Hause mit Muttern lesen. Ich sage euch, auch für mich war das so, bevor ich zu den Piraten kam, aber ich habe mich in dieser Partei weiterentwickelt. Es ist mir nicht leicht gefallen, das könnt ihr mir glauben. Doch dank der geduldigen Nachhilfe von meinen Parteifreunden bin ich heute so weit, dass ich mich gut in der digitalen, neuen, modernen Welt zurechtfinden kann. Doch eins glaubt mir, dieses Klientel, diese einfachen Menschen, diese Mittelschicht und dort speziell die ältere Generation, die dürfen wir im nächsten Wahlkampf in diesem Jahr für die Europawahl nicht zurücklassen. Diese müssen wir mitnehmen, diese müssen wir erreichen in unserem Europawahlkampf. erreichen mit unseren Themen und mit dazu passenden Köpfen, welche diese Themen auch glaubhaft vertreten könnten. Das, meine Freunde, haben wir meiner Meinung nach in den vergangenen Wahlkämpfen sträflichst vernachlässigt. Das darf uns nicht wieder passieren. Ihnen müssen wir als junge Partei etwas anbieten können. Etwas, mit was auch Sie sich identifizieren können. Etwas, wo Sie sich wiederfinden. Etwas, das auch die Älteren unter uns berührt. Für diese Menschen, für diese Mittelschicht, da will ich stehen. Diese Zielgruppe will ich mit meiner Kandidatur und meinem Hauptthema die Grundrechte der Menschen erreichen. Und ich glaube, ich kann dafür ein ernstzunehmender und interessanter Gesprächspartner im Wahlkampf sein. Nun drängt sich die Frage auf, was will ein einfacher Handwerksmeister denn eigentlich in Brüssel? Wieso sollte gerade der neben all den Fachleuten und Spezialisten, die wir zweifelsohne in unseren Reihen haben, in der großen Politik in Brüssel bestehen können? Und damit sind wir bei meiner politischen Motivation angelangt. Ich wurde geboren in der alten DDR. Ich war einer derjenigen, die einstmals bedingt durch ihren Bildungsweg auch an dieses System geglaubt haben. Das kann ich hier und heute offen und ohne Scham sagen. Ich war aber auch einer derjenigen, die nach einem langen Reifeprozess dieses Regime mit offenem Visier bekämpft haben. Ich war einer derjenigen, die die politische Wende in der DDR mit einleiteten, der in Leipzig mit auf der Straße war und Tränengas und Schlagstöcke am eigenen Leib gespürt hat. Und ich war einer derjenigen, der für seine politischen Überzeugungen ins Stasi-Gefängnis inhaftiert wurde. Weggesperrt von einer Organisation namens Stasi, nur mit einem Ziel, dem Brechen des Willens und der Überzeugungen der Meinigen zu Freiheit und Demokratie, die ich damals schon hatte. In diesem Stasi-Gefängnis, dem Roten Ochsen in Halle, der heutigen Mahn- und Gedenkstätte für Verfolgte des SED-Regimes, dort wurde damals diese meine heutige noch politische Grundüberzeugung geboren, die da lautet, Es muss die erste Pflicht einer jeden demokratischen Gesellschaft sein, die Grundrechte eines Menschen zu wahren und zu achten. Das ist Pflicht einer jeden Gesellschaft. Dieser Themenkreis hat mich fortan ein Leben lang begleitet. Und bis heute, ich sage es euch, nicht wieder losgelassen. Aus dieser Tatsache heraus ging ich 2001 nach Afrika. Ich habe jungen Menschen das Maurerhandwerk beigebracht. Ich habe sie unterwiesen in Betonbau. Grundrecht auf Bildung habe ich damit verbunden. Und Hilfe zur Selbsthilfe. Das war damals unser Ziel. Aus dieser Tatsache heraus und der immer noch aktuellen NSE-Affäre, habe ich in 2013 eine Initiative ins Leben gerufen, die ich die niemals Vergessen-Tour nenne. Damit ziehe ich seit Monaten durch ganz Deutschland und berichte allen, die mich hören wollen, wie es einstmals angefangen hat mit der Überwachung in der DDR, wie es mich getroffen hat und was daraus werden kann, wenn wir heute bei Prison und Tempora nicht aufpassen. Ich lese aus meinen eigenen Stasi-Akten und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Ich lese vor Schulklassen, in Kirchenkreisen, in Synagogen und Altenheimen, bei Piratenstammtischen und in Crewsitzungen. Ja, dafür stehe ich. Aber ich stehe auch für klare Worte und damit will ich enden. Was wir in Brüssel sein werden, egal wen wir dorthin schicken, es wird nicht mehr sein als der Floh im Pelz eines Bären. Und deswegen, liebe Freunde, müssen wir in Brüssel unsere Flohstiche wohlbedacht und gut platziert setzen, damit es den Bären ein klein wenig jucken wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Dann auch die Frage, Jürgen, an dich. Hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Hatte ich, vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann auch hier wieder die Abstimmung über die Frage, ob der Kandidat befragt werden soll in der Fragerunde. Ich bitte hier um das Kartenzeichen. Wer ist für bzw. gegen eine Befragung? Herzlichen Dank. Das ist eindeutig dafür. Damit wird Jürgen Hansen befragt. Ich mache noch die beiden Aufrufe. Dann gibt es eine kurze technische Durchsage. Es ist jetzt der zweite Aufruf für Martin Klim, der bereit steht. Gut. Und der erste Aufruf für Werner Willeke, der dann in der Folge nach dem aktuellen Kandidaten sprechen kann. Jetzt gibt es noch eine kurze technische Durchsage. Das ist auch wiederum hier kein Kandidat. Bitte sehr, du hast das Wort. So, Ticket-ID 281. Das Beamer-Bild ist jetzt verfügbar im Internet-Netzwerk unter beamer.piraten-bbt.de. Also ihr könnt es alle auch bei Laptops abrufen. Das wird auch demnächst in einer halben Stunde oder so im Internet verfügbar sein. Und dann sollte diese Nachfrage auch, denke ich, beantwortet sein, weil die kamen ja sehr oft am Frontoffice auch an. So, bitteschön. Gut, wunderbar. Herzlichen Dank für diese technische Lösung. Das ist super. Dann, wie gesagt, nochmal der zweite Aufruf. Martin Klim, der ist da. Erster Aufruf für Werner Willeke. Und ich übergebe jetzt wieder die Versammlungsleitung an Marco Gäupert. Ja, dann viel Spaß einstweilen. Bis später. Ja, muss durch. Danke sehr. Ja. Ulrike kommt. Schauen wir kurz hinten dran. Ganz kurz. Moment, wir müssen den Wechseln. So, jetzt bin ich auch wieder da. Wir können weitermachen. Martin. Ja. Viel Spaß. Danke. Liebe Piratinnen und Piraten, liebe Eichhörnchen. Ich möchte drei Teile euch erzählen. Erst ein bisschen was über mich. Dann, warum ich denke, warum es Piraten im Europaparlament braucht. Und dann Themen von uns im Europaparlament. Also, mein Name ist Martin Klim. Ich bin Webentwickler seit 16 Jahren hauptberuflich. Ich bin Invited Expert beim W3C. Habe dort an der Weiterentwicklung des HTML-Standards mitgearbeitet. Habe mich da vor allem um die Barrierefreiheit gekümmert. Hatte einen Lehrauftrag zur Informationstechnologie an der Uni Mainz. Ich lebe und atme dieses Internet. Das ist mein Zuhause. Das ist lange, lange kein Neuland mehr. Ich bewege mich seit 20 Jahren darin. Nebenbei habe ich lange Zeit, war ich als DJ tätig. Ich war Mitinitiator der Fuckparade in Berlin, die sich schon vor 16 Jahren mit Gentrifizierung, Clubstaben und auch der Versammlungsfreiheit auseinandergesetzt hat. Wir haben geklagt bis vor das Bundesverwaltungsgericht. Wir waren auch einmal vor dem Bundesverfassungsgericht. Das sind die Urteile, die heute mit dazu beitragen, dass Leute so demonstrieren dürfen, wie sie wollen. Nämlich mit den zeitgemäßen Mitteln und nicht mehr nur mit Mitteln der 70er Jahre. Ich bin bei den Piraten seit 2010. 2011 wurde ich zum Stadtverordneten gewählt in Frankfurter Main. Das Stadtparlament in Frankfurt hat 93 Sitze, nur um euch mal so ein Verhältnis zu geben. Unser Haushalt beträgt 3,2 Milliarden Euro. Das ist ein bisschen weniger als das Saarland. Und wir haben so jeden Monat ungefähr 150 Drucksachen zu bearbeiten. Das ist relativ viel, aber es ist ein ehrenamtlicher Job. Wir sind die kleinste Fraktion dort. Wir haben 3,2 Prozent der Sitze, aber wir schreiben über 10 Prozent der Anträge. Und ich habe jetzt schon gehört, oh, was soll denn passieren, Martin, wenn du dann nicht mehr im Stadtparlament bist? Also der erste Nachrücker im Stadtparlament wäre der Christian Bethke und der zweite wäre der Thorsten Wirth. Und ich glaube, also die würden das schon hinkriegen. Das Nette an dem Stadtparlament ist, dass dort viel Konsenspolitik gemacht wird. So in Details ist man sich uneinig, aber so im großen Ganzen ist man doch der Meinung, dass man das Beste für die Stadt möchte. Und deswegen finde ich eigentlich auch die Tätigkeit im Europaparlament so interessant. Denn dort besteht eben nicht dieses duale Prinzip Opposition-Koalition, sondern dort muss Konsenspolitik geleistet werden. Dennoch habe ich manchmal das Gefühl, wir stehen hier und die Leute verstehen uns nicht. Ich habe heute wieder mein Shirt an, da steht drauf, Netzpolitik ist Gesellschaftspolitik. Nicht etwa Netzpolitik statt Gesellschaftspolitik, wie das bei dem letzten Parteitag in der Welt stand. Aber dieses Missverständnis ist eigentlich symptomatisch. Also natürlich ist Netzpolitik Gesellschaftspolitik. Fast alles, was wir heutzutage tun, hat mit dem Internet zu tun, wird von dem Internet bestimmt. Und auch diese Themen müssen wir im Europaparlament mit reintragen. Ich denke, wir haben eine Chance, ins Europaparlament zu kommen, denn die 5-Prozent-Hürde war schon verfassungswidrig. Ich denke, auch die 3-Prozent-Hürde wird verfassungswidrig sein. Ich war in Karlsruhe bei der Verhandlung und habe darüber geblockt. Aber ich glaube auch, wir haben eine Chance, weil die Leute diesmal nicht Merkel abwählen wollen, sondern weil sie wahrhaftig, ehrlich wählen können. Und ich denke, da können wir durch gute Arbeit punkten. Wir haben in vier Landtagen Fraktionen, die fleißiger sind, als man teilweise so mitbekommt. Man muss dann teilweise mal in die entsprechenden Webseiten reinschauen, um das zu sehen. Die schreiben unheimlich viele Anträge und ich glaube, die bewirken richtig, richtig viel. Wir haben aber auch mehr als 200 Mandate in Kommunalparlamenten. Da kann ich euch verweisen auf antragsarchivkommunalpiraten.de, wo inzwischen über 1000 Anträge zusammengetragen wurden, die unser Bundesprogramm, Landtagsprogramm in die Kommunen hineintragen. Ich denke also, wir können durch gute Arbeit überzeugen und es braucht einfach Zeit. Wir hatten am Anfang so eine Hype-Kurve und wir waren mal bei über 10 Prozent, aber ich glaube, das ist nicht die Realität. Wir sind jetzt unten an der Kurve angelangt und werden uns irgendwo in der Mitte einpegeln. Berlin ist ein sehr gutes Beispiel, da gibt es viele junge Leute, die wählen. Aber auch in Frankfurt hatten wir in manchen Stadtteilen, wo viele junge Leute sind, wo viele Leute aus dem Arbeitermilieu sind und wo viele Leute mit Migrationshintergrund sind, hatten wir 5,7 Prozent. Und ich denke, das ist das, wo es realistisch hingeht. Was wollen wir im Europaparlament? Im Europaparlament, sagte ich schon, macht man konsensorientierte, fraktionsübergreifende Sachpolitik. Wir haben einen internationalen Charakter, das Internet ist weltweit, also ja, da gehören wir hin. Aber im Europaparlament sind vor allem wahnsinnig viele unserer Themen. Die Karoman Gausewig sagte vor ein paar Tagen in einem Interview, die erste Baustelle von uns im Europaparlament wird sein, die Reform der Datenschutzgrundverordnung. Das ist nur zum Teil richtig, denn diese neue Datenschutzverordnung betrifft vor allem die Unternehmen. Jetzt war Angela Merkel, die gesagt hat nach dem NSA-Skandal, ja, also was mit dem Datenschutz, das muss Brüssel regeln. Wie Angela Merkel eigentlich bei allen Sachen, die unbequem sind, erst mal eine Nebelkerze zündet und auf Brüssel verweist. Aber ich habe mal reingelesen, in der Datenschutzverordnung steht drin als Ausnahme, die nicht davon betroffen sind. Das sind nämlich alle Dinge, die die Sicherheitspolitik der EU betreffen und polizeiliche Ermittlungen, Antiterror und dergleichen. Also diese Datenschutzverordnung betrifft überhaupt nicht die Geheimdienste. Und deswegen ist das, was Merkel da sagt, unredlich und das ist einfach ein Verweis auf Brüssel, um von den eigenen Problemen in Berlin abzulenken. Ebenfalls schon ein paar Tagen hat unser Bundesvorsitzende Thorsten Wirth gesagt, im Rahmen des NSA-Skandals, die Unternehmen müssen mehr in Haftung genommen werden. Wenn sich also herausstellt, dass die Hardware von Firmen wie Huawei und anderen korrupt ist, dann schickt den Scheiß zurück. Nehmt eure Gewährleistung in Anspruch, schickt das zurück, trefft die Unternehmen dort, wo es ihnen am meisten wehtut, nämlich beim Verkauf. Und ich denke also, wir müssen dort die Unternehmen mehr in Verantwortung nehmen. Amelia Andersdotter hatte bei dem vorletzten Bundesparteitag auch gesagt, wir müssen zum Beispiel eine Haftung von Unternehmen für unsicheres SSL in Gesetze reinschreiben. Nur so können wir sie kriegen, also wo es gibt zum Beispiel jetzt Twitter macht bereits sowas, Forward Encryption, eine sichere Verschlüsselung, wo der Schlüssel nicht übers Netz übertragen wird. Und ich denke, da können wir Gesetzgebung machen. Wir haben aber auch noch andere Dinge. Also außer der NSA und den Geheimdienst in den Schranzen zu verweisen, denke ich, müssen wir auch der Polizei wieder Grenzen setzen. Wenn ich jetzt höre in Hamburg, dass CDU-Politiker den Einsatz von Gummigeschossen fordern, muss ich sagen, tut mir leid, also das geht nicht. Das finde ich bei Demonstrationen überall in Europa nicht akzeptierbar, dass dort Gummigeschosse und Gasgranaten eingesetzt werden. Und auch der inflationäre Gebrauch von Pfefferspray geht auf keine Kuhhaut. Das hält Leute vom Demonstrieren ab und die Polizei setzt das viel zu stark ein. Wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen bei der Polizei. Und wir müssen auch zum Beispiel am Europäischen Polizeicollege CEPOL den Korbsgeist aufbrechen. Wir müssen sagen, setzt Grenzen bis zu denen ihr Kollegen deckt und danach zeigt sie bitte an. Auch das ist Whistleblowing. Ich möchte auch keine Polizeidrohnen haben, die zur Verkehrsüberwachung eingesetzt werden. Drohnen können dafür eingesetzt werden von der Polizei, bei schweren Straftaten oder wenn Menschenleben in Gefahr sind, aber nicht für Banalitäten. Ich möchte keine Drohnen haben, und das kann das Europaparlament regeln, Ich möchte keine Drohnen haben zum Sprengen von Hochzeiten in Afghanistan und auch nicht zur Zielmarkierung. 30 Sekunden noch. Ich möchte keine Drohnen haben über besiedelten Gebieten, nicht über Städten. Ich möchte auch keine Drohnen haben von der Bahn, die die Nachbarn 150 Meter weit noch überwacht. Und ich möchte keine Drohnen haben zur Überwachung der Außengrenzen. Denn wir brauchen Freizügigkeit und nicht Roboter schwimmend und fliegend, die Leute von Europa abhalten. Es gibt noch viele andere Punkte, die ich euch dann gerne in dem Fragenbereich beantworte. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich danke den Gebärdensprachdolmetschern für die tolle Barrierefreiheit. Hattest du ausreichend Zeit, um dich vorzustellen? Ich könnte noch viel mehr sagen, aber ja, ich glaube, es reicht. Dann die Frage an die Versammlung. Wollt ihr diesen Kandidaten nachher befragen? Das ist eindeutig positiv, damit er dann nachher befragt. Gut, wir kommen zum zweiten Aufruf für den Kandidaten Werner Willeke und den ersten Aufruf für den Kandidaten Andreas Reinhardt. Werner, bereit? Ready, steady, go, man, go. Gut, bitte. Okay, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Gut, mein Name ist Werner Willeke. Auch ich bewerbe mich um einen Sitz im Europaparlament letztlich. Zuerst natürlich um einen Platz auf der Europa-Liste. Etwas zu meiner Person. Ich bin 61 Jahre alt, habe eine juristische und in der EDV-Ausbildung, arbeite als Berater in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und bin seit 2009 Pirat. Seit 2012 leite ich den Kreisverband Leipzig. Nachdem wir da so ein paar kleine Animositäten hatten, haben wir jetzt den Kreisverband wieder auf einem guten Kurs, wie Herr Schäuble sagen würde. Ich habe mir hier diese Vorstellungen angeschaut und ich muss sagen, das Erste, was mich enttäuscht, ist natürlich, dass wir nicht ganz so viele Leute hier haben, wie wir sonst immer haben, aber das ist sicher angesichts der kurzen Aufeinanderfolge zweier Parteitage nichts Besonderes. Was mich allerdings ein bisschen mehr erschüttert, ist, dass wir an diese Aufstellungsversammlung offensichtlich herangehen. Da kann ich nur sagen, da war es auf der Todesfeier meines Großvaters lustiger. Zum Teil haben wir uns hier hingestellt, ja, wir würden ganz gerne und so weiter. Nein, wir würden nicht ganz gerne. Wir werden antreten für diese Europawahl als eine Partei, die eine neue Art des Zusammenlebens in einer digitalen Gesellschaft zur Grundlage hat und wir werden versuchen, unsere Vorstellungen in Brüssel zum Tragen zu bringen. Punkt. Ganz einfach. Wir werden hier nicht herumlavieren, wir werden natürlich konsensorientiert arbeiten, aber wir werden nicht herumlavieren und wir werden bestimmte Grundsätze auch nicht aufgeben. Ich habe hier einen Satz gehört und da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Dieser Satz hieß, Frau Merkel hat ihn mal so schön gesagt, stirbt der Euro, dann stirbt Europa. Kurz, knapp, falsch. Denn wir haben es bei Europa mit drei Dingen zu tun. Wir haben es mit einer geografischen Region zu tun, die bis zum Ural reicht. Wir haben es mit der Europäischen Union zu tun, einem Staatenverbund und wir haben es mit einem Währungsverbund des Euro zu tun, der nicht alle Länder der Europäischen Union abdeckt. Und wenn der Euro scheitern sollte, was ich nicht hoffe, dann werden nur die Staaten, die dort in diesem Euro drin sind, Schaden nehmen. Nicht Europa als Ganzes. Ich möchte darauf hinweisen, Schweden ist auch nicht Teil des Euro. Und als ich neulich gelesen habe, auch in einer unserer Publikationen, dass der Euro ein Mittel der Friedenssicherung ist, habe ich gedacht, Moment mal, die letzte bewaffnete Auseinandersetzung mit Schweden hatten wir, glaube ich, zwischen 16, 18 und 48. Und seitdem ist da nichts wieder passiert. Also da haben wir damals keinen Euro gebraucht. Das ist noch ganz am Rande. So, jetzt einige Sachen zu Europa insgesamt. Ich habe immer wieder in Reden gehört und auch das treibt mich ein bisschen an, in Reden, die ich so als Sonntagsreden bezeichnen würde, dass Europa ein glänzendes Beispiel ist für Friedenssicherung, Friedensschaffung und so weiter. Ist es, in der Tat. Aber wir haben noch einiges vor uns. Ich weise mal darauf hin, wir haben Regionen in Europa, und ich nenne da das Bastenland und Nordirland, die sind beileibe nicht so friedlich. Und wenn wir Pech haben, dann sind die sehr unfriedlich. Und da hat die Europäische Union bisher erfolgreich versagt. Ich habe zum Thema Europa auch noch zu sagen, Europa ist bisher ein Elitenprojekt. Wer sich einmal in seinem Bekanntenkreis umhört, der wird, wenn er das Thema Europa anspricht, immer diese Bemerkung hören, ach, das sind die da in Brüssel. Das ist sowas in der Cloud, würde man im technischen Sinne sagen. Nein, das ist niemand dort in Brüssel. Das sind unsere Vertreter, und das sind Leute, die letztlich über Rechtsnormen befinden. Jede dritte Rechtsnorm in der Bundesrepublik, die die Bürger angeht, sei es Verbraucherschutz, ich weiß nicht, was sonst noch, hat ihre Grundlagen in einer EU-Verordnung. Und wir müssen den Leuten klar machen, Brüssel ist nichts Entferntes, Brüssel ist nichts Abstraktes, Brüssel ist nicht, da geht man mal alle fünf Jahre hin, macht ein Kreuz und sagt, um Gottes willen, lass mich mit dem Rest in Ruhe. Brüssel ist etwas, das jeden Tag auf uns einwirkt. Und wir täten gut daran, auch in unserer Partei, dieses Faktum einmal etwas weiter bekannt zu machen. Ich möchte jetzt noch zu ein paar Tendenzen kommen, die im Moment in der EU laufen. Und ich werde hier keine, ich bin für und ich bin gegen, Programmatik aufzeigen, sondern ich werde hier nur ein paar Stichworte nennen, von denen ich denke, dass wir sie in unserer zukünftigen politischen Arbeit, dass wir gut geraten sind, die uns vorzunehmen. Und dazu zählt noch nicht einmal TTIP, neueres Thema, dazu zählt nicht die Abhöraffären und, und, und. Das sind eigentlich alles neuere Themen. Es gibt virulente Themen, die wir seit Jahren in der EU haben und die uns in diesem Europawahlkampf wieder auf die Füße fallen werden, wenn wir nicht offensiv dagegen vorgehen in unserem eigenen Wahlkampf. Es ist das zuerst ein wachsender Nationalismus. Neulich gab es ja diesen wunderbaren Elmar Brug von der CDU, der kam ja auf die tolle Idee, dass die nun einwandernden Horden aus Bulgarien und aus Rumänien unser Sozialsystem leer schlürfen würden. Und da hat er auch gleich eine ganz tolle Idee, nämlich die Abnahme von Fingerabdrücken. Das ist Rassismus und Nationalismus der übelsten Sorte und den können wir keinesfalls dulden. Weiterhin, wenn wir über Europa reden als ein Hort der Demokratie, dann bitte ich euch, eure Augen mal zu öffnen. Wir hatten neulich, vor wenigen Wochen, in Sachsen den Aufmarsch sogenannter besorgter Bürger. Unter besorgten Bürgern hat man zu verstehen, Leute, die entweder selbst in der NPD sind oder sich von der NPD instrumentalisieren lassen, um gegen geplante oder bereits existierende Asylbewerberheime vorzugehen und die sich nicht zu schade sind, des Nachts Fackelläufe durch Leipzig zum Beispiel zu veranstalten. Und auch das ist Teil von Europa, ein Wiederauflammen von einer braunen Brut, die wir allmählich zu ihrem Ende bringen müssen. Und wenn wir dann über deutsche Grenzen hinausgehen, dann gucken wir mal nach Ungarn zum Beispiel. Ungarn, 1989, eins der Länder, das den eisernen Vorhang durchschnitten hat und das uns da die Chance gegeben hat, dass wir jetzt in einem Deutschland leben. Leider ist dieses Ungarn ein wenig abgedriftet. Dieses Ungarn ist nämlich mittlerweile ein Ungarn, das seinen eigenen Verfassungsgerichtshof entmachtet hat und in dem heute Leute in Uniform herumlaufen können und auf Sinti und Roma eindreschen können, in Uniformen, die auch schon während der Zeit der Kollaboration mit dem Dritten Reich benutzt wurden. Und auch darüber können wir nicht hinweggehen. So, und jetzt möchte ich noch einige kurze Bemerkungen machen, welchen Aufgabenschwerpunkt ich eigentlich für meinen Bereich sehe. Ich habe gesagt, ich habe Jura und eine EDV-Ausbildung und in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, überwiegend in den Nachfolgestaaten der UdSSR. Habe 16 Jahre dort gelebt und bin des russischen Einheit hinreichend mächtig, würde ich sagen, wir haben im Osten einen Nachbarn. Ob der uns nun passt oder nicht, das ist völlig egal. Ob uns seine Regierung passt oder nicht, ist erstmal völlig egal. Wir müssen uns mit diesem Nachbarn auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen über die Frage zum Beispiel, ob es sinnvoll ist, dass unsere Außenkommissarin, die Frau Eschten, dort in Kiew herumgeistert und irgendwelche wirren Parolen verbreitet, wohl wissend, dass das zu einem erheblichen Konflikt mit der russischen Föderation führen kann. Ein Konflikt, bei dem sich die EU im Zweifelsfall zurückzieht und sagt, liebe Ukrainer, liebe Russen, macht es unter euch aus. Noch 30 Sekunden. Danke. Ich würde also sagen, mein Arbeitsschwerpunkt liegt in dem Bereich Osteuropa und einer der Schwerpunkte dabei ist zum Beispiel, endlich einen visafreien Reiseverkehr, der seitens der russischen Föderation erfolglos seit fünf Jahren vorgeschlagen wird, endlich in die Tat umzusetzen. Wer sich vor das Brandenburger Tor stellt und sagt, macht das Tor auf und dann machen die es auf und dann den Schwanz einzieht, der ist unglaubwürdig. Vielen Dank. Ach ja, und die Zweifel hat gereicht. Gut, danke. An die Versammlung, wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Es sind so wenig Stimmkarten. Gut, das ist trotzdem ein Nein. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zum zweiten Aufruf für Andreas Reinhardt und der erste Aufruf für Paul Weiler. Kurz davor noch zwei Durchsagen. Der Kandidat Jürgen Hansen möge bitte zum Front Office kommen. Und die Security bittet alle Kandidaten, die ihre Badges noch nicht abgeholt haben, diese im Zelt vorne im Foyer abzuholen. Und die Kandidaten, die ihre Badges schon haben, sollen diese bitte auch tragen. Dankeschön. Andreas, dein Mikrofon. Ja, mein Name ist Andreas Reinhardt. Ich wurde geboren 1966 in Frankfurt am Main und dort wohne ich auch noch. Meine Biografie unterscheidet sich politisch und auch sozial von den meisten anderen Kandidaten. Ich bin erwerbslos und lebe von der staatlichen Grundsicherung. Aus gesundheitlichen Gründen bin ich seit langem erwerbsunfähig. Seit über zwei Jahren arbeite ich aber dennoch beim Frankfurter Verein für soziale Heimstätten im Rahmen einer Maßnahme zur Wiedereingliederung. Meine politische Biografie ist auch ein bisschen ungewöhnlich für die Piraten. Ich habe schon sehr früh, das war 1982, begonnen, politisch aktiv zu werden. Ich wurde damals Mitglied der SPD, war aktiv bei den Jungsozialisten und der sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken, etwa bis Ende 2003, weiß ich nicht mehr genau. Ansonsten war ich in der Partei auch noch aktiv in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Der AFA war tätig in der ÖTV-Jugend und bei der DGB-Jugend und im Stadtschülerrat Frankfurt, das waren so die wichtigsten politischen Funktionen in meiner Laufbahn. 2012 war ich dann nach 30 Jahren der Meinung, die Partei endlich mal wechseln zu müssen und wurde Mitglied der Piraten. Mehr will ich zur Person nicht sagen, die Inhalte sind mir wichtiger. In den Ländern der Europäischen Union nimmt die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter zu. Arbeitsplätze werden zerstört und in Leiharbeit und Kurzarbeit umgewandelt. Viele Menschen können heute deshalb von ihrer Arbeit alleine nicht mehr leben und müssen zusätzlich Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Dieser Prozess ist eine Folge der sogenannten Globalisierung der Wirtschaft oder wie das Rosa Luxemburg nannte, die Akkumulation des Kapitals. Nichts anderes ist das. Dieser Prozess ist von den Mächtigen in Europa, den Globalisierungsgewinnern bewusst gewollt. Denn je mehr Arbeitslosigkeit herrscht, desto größer wird auch das Heer von Billiglohnsklaven. Mit der Einführung des Mindestlohns von einigen Regierungen in Europa ist man zwar auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, dass das nur für eine gewisse Zeit funktionieren kann. Denn durch die Rationalisierung im Produktionsbetrieb werden doch in Zukunft weiterhin viele Arbeitsplätze verschwinden. Die Maschine übernimmt die Arbeit des Menschen. Und das würde trotz gesetzlichen Mindestlohns auf Dauer eine hohe Arbeitslosigkeit und langfristig den Zusammenbruch der Sozialsysteme zur Folge haben, da immer weniger Menschen arbeiten und immer mehr Arbeitslose und deren Sozialabgaben finanzieren müssten. Ebenso würde die Kaufkraft weiter schwinden und auch das gäbe zusätzliche verheerende Folgen für den Arbeitsmarkt. Der Teufelskreis würde also immer enger werden. Unsere Forderung nach einem bedingungslosen Grundankommen, das ja auch durch die Arbeit der Maschinen im Produktionsbereich finanziert werden würde, bietet daher auf Dauer die Lösung der europäischen Wirtschaftskrise. Aber auch dann, nach der Einführung des BGE, wird es immer noch Menschen geben, die aus verschiedenen Gründen nicht arbeiten können. Und da es auch keine Garantie dafür gibt, dass das BGE auf der Höhe ist, dass die Menschen brauchen, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können, darf meiner Ansicht nach die staatliche Sozialleistung, die staatliche Grundsicherung auch nach Einführung des BGE nicht abgeschafft werden. Wir müssen im Wahlkampf den Menschen klar machen, dass unser Weg die Alternative zu all dem darstellt, was die anderen Parteien an Vorschlägen zu bieten haben. Der Mensch würde aufhören, seine Existenz nur über seine Erwerbstätigkeit für das tägliche Brot zu definieren. Durch den Gewinn an Freizeit ist der Mensch dann in der Lage, besser als zuvor, sich zu bilden, sich zu emanzipieren und sich zu verwirklichen. Berufe, die wenig Profit erwirtschaften und schlecht bezahlt werden, aber für die Gesellschaft sehr wichtig sind, würden dann weiterentwickelt werden. Der Mensch würde aufhören, eine reine Produktionseinheit zu sein. Lasst uns doch dieses Konzept im Wahlkampf den Menschen in Europa näher bringen, besonders denen, die keine Perspektive in den weiteren politischen Entwicklungen mehr sehen. Besonders die Arbeitnehmerschaft und die Gewerkschaften müssen für das Konzept des BGE gewonnen werden. Denn mit der Verwirklichung unserer Forderung werden wir dem Ziel des Kommunistischen Manifests die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu überwinden, einen sehr großen Schritt näher gekommen. Das kapitalistische System könnte dann auf Dauer überwunden werden. Und genau deshalb wollen die Herrschenden in Europa, besonders die Banken und Konzerne, aber auch die Parteien, die hinter diesem System stehen, das BGE verhindern und sich alle höchstens auf Dauer mit dem gesetzlichen Mindestlohn zufrieden geben. Ich möchte noch ein Thema zur Entwicklung des Rechts... Wie viel Zeit habe ich noch? Die Minuten noch. Gut. Der Rechtsextremismus tritt heutzutage nicht mehr in Glatze und Stiefeln und Lederjacken auf. Er gibt sich heute an seriöses Gewand, an bürgerliches Gewand. Und das nennt sich heute AfD. Ich habe im Wahlkampf viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, das ist keine neonazistische Organisation, das ist eine Partei, die man wählen kann. Aber wir haben doch schon am Abend der Bundestagswahl die Wahlparty gesehen, wo eine Anhängerin ganz deutlich gesagt hat, nachdem es erst hieß, es wäre 5% erreicht, endlich ist Deutschland am Erwachen. Das haben wir 1933 auch schon mal gehört. Da hieß es Deutschland erwache und juda verrecke. Es ist also ganz klar, dass hinter der AfD ein rechtsextremistischer Kopf, ein rechtsextremistischer Kern steht. Und ich finde, die Piraten könnten durchaus aufgrund ihrer Inhalte im Wahlkampf den Leuten, die liberal gesinnt sind, klar machen, dass es keine Alternative zur Verwirklichung liberaler Politik ist, was viele glauben. Lasst uns doch im Wahlkampf hergehen mit unseren Argumenten, mit unseren Wahlprogrammen. Die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ohne rechtsextrem zu sein, die AfD gewählt haben, sie für unsere Ziele zu gewinnen. Denn ich glaube, für wahrhaft liberalen Geist, auch für sozial liberalen Geist, ist bei den Piraten genug Platz. Und ich denke, auch dann hätten wir eine Möglichkeit, den braunen Nährboden weiter auszutrocknen. Gut. Abschließend würde ich sagen, ich stehe als Kandidat für das EP zur Verfügung, weil ich glaube, dass ich aufgrund meiner politischen Erfahrungen und meiner Lebenserfahrung den Piraten nützlich sein kann. könnte. Das war es erstmal. Dankeschön. Auch an dich die Frage, hattest du genügend Zeit, um dich ausreichend vorzustellen? Ja, gut, danke. Frage an die Versammlung. Möchtet ihr diesen Kandidaten später befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist ein ganz klares Nein. Dankeschön. So, als nächstes, Paul Weiler steht schon bereit. Dann kommt der erste Aufruf für Thomas Frenkle. Paul, eine Sekunde noch, ich habe noch zwei Durchsagen. Kein Problem. Einmal eine Durchsage aus der Technik. Das Beamer-Bild ist jetzt aus dem lokalen Netzwerk erreichbar. Die URL seht ihr hier über mir. Und folgende Kandidaten mögen bitte, soweit noch nicht passiert, bitte ihre Bettes im orangenen Pavillon im Foyer abholen. Das wäre die Anke Domscheit-Berg, der Dieter Schreiner, die Kara Ettem, Marc Salgert, Marie Augustin, Michael Gerlach, Sascha Zutter, Thomas Frenkle, Thomas Küppers, Thomas Brüter und Thomas Wilke. Die Badges sind wichtig, weil sonst kommt ihr nicht in den Pressebereich. Paul, bist du bereit? Ja, kein Problem. Super, dann schieß los. Okay, ich werde keine lange Rede halten. At first, hello to our international guests, especially the ones from PPI, EU and from PPI. Welcome that they are here. And now in German. Ich möchte meine Kandidatur zur Europawahl hiermit zurückziehen. Allerdings, wählt bitte Kandidaten mit klarem sozialen Touch, die die soziale Linie nicht nur für einen Tag, sondern dauerhaft vertreten. Denkt auch mal an die Piraten nach, die nicht so in der Öffentlichkeit bislang standen, die aber sich für soziale Gerechtigkeit, faire Löhne, faires Wirtschaftssystem gegen Ausweitung von Frontex, gegen TAFTA, TTIP und so weiter stetig einsetzen. Denkt also bei der Wahl nicht nur an Anke Dommstadt-Berg nach, sondern eben über Personen wie zum Beispiel Michael Eilebrecht, Jörg Pfannenschmidt, Matthias Zehe, Halbe Bastian, Seidler Malte, Horstmann Werner. Das wären jetzt so einige, die ich von dem sozialen Touch her registriert habe. Und at last I want to say, I'm happy to be in an international party like the Pirate Party. Nice to know that the pirate move will still go on. Bye bye. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis der Wahlleitung. Auch wenn der Kandidat gesagt hat, erziehe seine Kandidatur zurück, wird er weiterhin auf dem Wahlzettel stehen, die schon in Produktion sind. Ja, aber mit Enthaltung dann. Kandidatur zurückziehen ist nicht. Aber gut. Und ein GO-Antrag, ich übergebe wieder. Sekunde, Sekunde. Gut, okay, danke Paul. Ja, ein GO-Antrag. Ich hätte gerne einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Kandidaten, die ihre Kandidatur zurückgezogen haben, also ich formuliere das mal als Meinungsbild. Ich bin der Meinung, dass Kandidaten, die ihre Kandidatur zurückgezogen haben, nicht Werbung für andere Kandidaten machen sollten. Bist du auch dieser Meinung? Gut. Damit haben wir ein Meinungsbild. Ihr habt die Frage sichtbar alle verstanden. Und ich teile dem Antragsteller mit, dass das Ergebnis klar positiv ausgeht. Gut, wir fahren fort in der Kandidatenvorstellung. Zweiter Aufruf für Thomas Frenkle und der erste Aufruf für Matthias Zehe. Thomas Frenkle. Hat ihn jemand gesehen? Hat ihn jemand? Kann sich jemand ihn schnappen und hier vorschleifen? Wenn ja, wedel mal wild mit irgendwelchen Karten oder Händen. Also ist dieser Kandidat nicht anwesend scheinbar oder er möchte sich nicht vorstellen? Dann gehen wir weiter. Matthias Zehe ist dieser Kandidat hier. Ja, gut, wunderbar. Wir haben einen Kandidaten. Ich starte auch dann gleich noch den ersten Aufruf für Etem Kara. Wenn du willst, du darfst. So, grüß Gott allerseits. Mein Name ist Matthias Zehe. Ich bin Diplomhandelslehrer und selbstständig. Auf allen Euwekons der Berandpartei habe ich teilgenommen dort und ebenfalls und auch mitgestaltet. Die Europawahl möchte ich unter das Motto stellen, Vertrauen gewinnen mit Offenheit und demokratischer Mitgestaltung. Ziel sollte sein, europäisch zu denken und europäisch zu handeln. Europäische Piratenpolitik bedeutet für mich, unsere Kernthemen wie Transparenz, Schutz der Persönlichkeitsrechte, Bürgerbeteiligung, demokratische Mitgestaltung und Nachhaltigkeit mit aktuellen Themen zu verknüpfen. Wer das Ergebnis des Wahlkampfes analysiert, wird feststellen, dass andere Parteien viele unserer Themen aufnehmen und in ihr Programm integrieren. Im Wahlkampf waren meine Erfahrungen, dass wir als gleichwertige Partner von den anderen Parteien akzeptiert werden. Die anderen Parteien kennen unsere Stärken. Dies gilt es auch den Medien und den Bürgern gezielter aufzuzeigen. Wir müssen die Idee Europa vorantreiben und dürfen keine Blockierer ins Parlament wählen. Junge Menschen vertrauen uns. Sie möchten in einem friedlichen Europa ohne Grenzen leben. Sie denken europäisch. Sie haben kein Verständnis für kleinstaatliches Denken und im Errichten von Grenzen und Mauern. Deswegen sollten wir die Paradenpartei Europa vorantreiben. Aus unvermeidlichen Gründen möchte ich an dieser Stelle offen darstellen, dass der Bayerische Landesverband eine Ordnungsmaßnahme gegen mich verhängt hat. Da ich im Wahlkampf, sofern ich das richtig verstehe, einen KV gegründet haben soll, um den Bezirksvorstand zu kritisieren. Diesen Vorwurf weise ich mit aller Entschiedenheit zurück. Daher habe ich Einspruch beim Schiedsgericht eingereicht. Die Gründung von KVs wurde vom Bezirksvorstand mit dem sogenannten WIPA-Tag-Konzept empfohlen und so vom Bezirksparteitag beschlossen. Gegen das Konzept gab es keinen Widerspruch vom Landesvorsitzenden oder den dort anwesenden Vorstandsmitgliedern des Landesverbandes. Als erster Vorsitzender hatte ich auch nur eine Stimme, die ich nicht gegen den Wunsch der Mitglieder und des Bezirksvorstandes richten wollte. Kritik erlaube ich mir jedoch und ist in der Piratenpartei üblich, auch ohne KV-Vorsitzender sein zu müssen. Es ist ungünstig, wenn ein Gerichtsvollzieher die Gebühr für den Innenverstand der Stadt bei den Eltern eines Parteimitgliedes einziehen will, weil der Bezirksstaatsmeister Rechnungen und Mahnungen ignoriert. Es gab im Landesverband Bayern erheblich Unregelmäßigkeiten. Auch darauf erlaube ich mir hinzuweisen. Es gibt ein Schuldanerkennnis des stellvertretenden Schatzmeisters des Landesverbandes, bei dem Unregelmäßigkeiten in seinem KV festgestellt wurden. Wir haben zehn Monate erfolglos versucht, beim Landesverband Bayern den Verbleib von bar bezahlten quittierten Mitgliedsbeiträgen zu klären. Inzwischen mutmaßt auch der LV, dass diese Mitgliedsbeiträge unterschlagen wurden. Es gab daneben Kritik der Kassenprüfer an der Benutzung der Parteikreditkarte. Ordnungsmaßnahmen und persönliche Angriffe werden mich nicht davon abhalten, sachlich zu versuchen, Klarheit und Transparenz in diese Angelegenheiten zu bringen. Persönlich bin ich robust, das braucht man in dieser Piratenpartei und lasse es so schnell nicht locker. Auf der anderen Seite suche ich immer das Gespräch, um die Ursachen unterschiedlicher Meinungen fachlich und sachlich zu erkunden. Als Pädagoge breche ich aber keinen Stab über Menschen und bin mir bewusst, dass jeder, also auch ich, Fehler im Leben begeht und bin auch deswegen mit anderen nachsichtig. Aber ich erwarte, dass jeder sich sachlich mit einem Thema auseinandersetzt und nicht Machtverhältnisse zum persönlichen Vorteil nutzt. mir persönlich gelingt es wichtige Themen zu fokussieren, aber am Ende suche ich immer einen Konsens. Spot an, Menschen aufrütteln, aber dann cool nach konstruktiven Lösungen suchen. Wir müssen den Finger in die Wunde legen, auch wenn es wehtut. Das Schmerz am Anfang ein wenig ist aber die richtige Medizin. Die besten Lösungen werden gemeinsam gefunden. Genauso möchte ich dies auch in Europa tun. Wir brauchen Vertrauen in Europa. Dieses Vertrauen gewinnen wir durch Offenheit, durch Transparenz und mehr demokratische Beteiligung bei gleichzeitigem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bürger. Nur mit Menschlichkeit und Beharrlichkeit wird es uns gelingen, Glück, Zufriedenheit und Würde in Europa gedeihen zu lassen. Die Piratenpartei ist eine wichtige Bereicherung in den Parlamenten. Wir sind eine weltweite Bewegung. Diese Chance sollten wir nutzen. Ich vertraue dabei auf eure Kompetenz. Da ich gerne zuhöre und mir gerne unterschiedliche Meinungen anhöre, möchte ich mich hier beschränken, damit wir mehr Zeit haben, ein gutes Europa-Programm zu verabschieden. Danke, mein Name ist Matthias Zehe und ich habe die Nummer 50 gezogen und ich hatte genügend Zeit, mich hier vorzustellen. Danke. Danke, Matthias. Frage hatte ich schon beantwortet, deswegen die Frage an euch gleich. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Das ist ganz klar. Nein. Dankeschön. Dann kommt jetzt der zweite Aufruf für die Kandidatin. hoffe ich doch. Etem Kara und gleichzeitig der erste Aufruf für die Kandidatin Anne Helm. Hat irgendjemand Etem gesehen? Hat jemand sie versteckt? Nicht da. Gut, dann verzichtet der Kandidat auf seine Vorstellung. Dann kommen wir gleich zu Anne Helm. wo ist Anne? Ja, sie springt. Ich rufe gleich dann auch Martina Pöser auf als erster Aufruf. Bereit, Anne? Dann bitteschön. Guten Tag, liebe Versammlung. Ich bin Anne Helm, zumindest in der Hosenwelt. Im Internet kennt man mich auch als Seeräuber Jenny und ich komme aus Berlin-Neukölln und würde gerne mit einem großartigen Team Brüssel stürmen. Ich will nämlich dieses freie und grenzenlose Europa, von dem unser Vorsitzender Thorsten Wirt heute Morgen schon gesprochen hat, unbedingt haben und ich bin der Überzeugung, dass es Piraten braucht, um das zu erkämpfen. Derzeit sieht es in Europa leider ein bisschen anders aus, die politische Entwicklung. Nationalistische und rassistische Bewegungen formieren sich und umfassende Überwachungsgesetze werden auf den Weg gebracht. So wird zum Beispiel durch das neue Grenzüberwachungssystem Eurosur ein Instrument geschaffen, mit dem die intransparente Grenzagentur Frontex Zugang zu umfassenden Daten aus beispielsweise Drohnen- oder Satellitenüberwachung erhält. Zurzeit ist das Thema Asyl in der europäischen Debatte sehr zentral. Ich glaube, das haben wir heute auch schon in ganz vielen Beiträgen gemerkt. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, dass das nicht erst Thema ist seit Lampedusa und dass Lampedusa kein Unfall war und dass Lampedusa auch kein Datum kennt, denn Lampedusa passiert jeden Tag. Das Einzige, was an diesen Vorfällen im Mittelmeer nicht gewollt war, war, dass sie sichtbar sind. Und auf die Toten vor der Festung Europa wird mit noch mehr Abschottung und Überwachung reagiert. So schließt Frontex beispielsweise intransparente Verträge mit Staaten wie Libyen ab, in denen Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind, um Menschen präventiv an der Flucht zu hindern. Das soll uns dann den unschönen Anblick von Toten vor der eigenen Tür ersparen. Argumentiert werden solche Maßnahmen, indem rassistische Ressentiments von Innenpolitikern geschürt oder auch unterfüttert werden. So wird zum Beispiel von der Flut, das haben wir heute auch schon mehrmals gehört, von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, also Menschen, die entweder vor dem Erfrieren oder dem Verhungern Fliehen erfunden, ohne dass es dafür jemals belastbare Zahlen gegeben hätte. Und diese Politik der Angst, also Ängste politisch zu schüren, um mehr Repression durchsetzen zu können, das ist uns Piraten nicht neu, gerade in der europäischen Innenpolitik. Wir entlarven und bekämpfen diese Politik seit jeher unter dem Motto Freiheit statt Angst. Denn diese Politik hat Tote rund um den Schengen-Raum zur Folge und brennende Asylbewerberheime in den Grenzen des Schengen-Raums. Aber wir, wir haben den Mut und die Ideen, uns dem entgegenzustellen und das auch laut auszusprechen. Europa braucht nicht Frontext, sondern Seenothilfe. Europa braucht nicht Überwachung, sondern eine bessere digitale Infrastruktur. Europa braucht kein Dublin-II-Abkommen, sondern Solidarität unter den Mitgliedstaaten. Das hieße dann selbstverständlich auch, dass zentral gelegene Staaten so wie Deutschland sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen können und diese an Italien oder Griechenland zum Beispiel abschieben, die daraufhin Menschen in überfüllte Lager zu menschenunwürdigen Bedingungen einpferchen. Wir wollen ein grenzabbauendes, hürdenloses Europa, das dann auch tatsächlich einen Friedensnobelpreis verdient hätte. Ich habe Bock, einen Wahlkampf zu führen, der diese Ideen bei den Europäerinnen entflammt. Und ich will nach diesem Wahlkampf eine Fraktion in Brüssel stellen, die unermüdlich Transparenz einfordert, auch wenn es wahnsinnig anstrengend wird, um diese Ideen auch umsetzen zu können. Ich glaube, ich schulde euch noch eine Erklärung, warum ich euch erst so kurzfristig darum bitte, mich mit in ein Team oder zumindest vorschlage, mich in ein Team mitzuschicken. Es hatte mehrere Gründe. Zum einen habe ich in Berlin-Neukölln ein Mandat auf kommunaler Ebene, das ich auch sehr ernst nehme und sehr gerne ausfülle. Frustrierend ist das oft genug, denn gerade die Themen, die mich beschäftigen, sind oftmals auf kommunaler Ebene eine Folge von fehlgeleiteter europäischer Politik. Ich habe im Bundestagswahlkampf sehr viel auch über diese Themen gesprochen und immer wieder sind mir Fragen entgegengebracht worden, auch speziell von Migrationsverbänden beispielsweise, die sich eigentlich auf europäische Politik bezogen haben. Und so gab es viele Leute, kompetente Kandidatinnen, die auch heute sich hier vorstellen, die der Meinung waren, dass ich ein gutes Team, was ich unterstützen möchte im Wahlkampf, am besten unterstützen könnte durch eine Kandidatur. Zunächst hat es dann in den letzten Wochen die Situation gegeben, dass ich politisch, zumindest was meine öffentliche Arbeit angeht, ein bisschen untergetaucht bin. Da es offenbar, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch gelesen, da es offenbar ausreicht, sich für eine bessere Asylpolitik, für ein Bleiberecht und gegen Abschiebehaft einzusetzen, dass es zu Bedrohungssituationen führte, die mich dazu bewogen haben, zunächst erst einmal nicht mehr so laut den Kopf auszustrecken, was diese Themen angeht, sondern lieber meine Arbeit im Stillen weiterzuführen. Gott sei Dank habe ich durch viel Unterstützung dazu zurückgefunden, sagen zu können, scheiß drauf, jetzt erst recht. Und dafür müsste ich ganz explizit auch vielen Leuten, die heute hier in dem Saal sitzen, Danke sagen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam diesen Mut haben, diese Ideen, die wir vertreten und diesen Mut zur Freiheit und sich nicht einschüchtern zu lassen und eine Politik der Angst, eine Absage zu erteilen, dass wir das gemeinsam rocken werden im Wahlkampf und ich freue mich drauf und bitte dafür für eure Unterstützung. Anne, Stopp, hattest du genügend Zeit, um dich auf... Dankeschön. Gut, Frage an euch, wollt ihr Anne befragen später? Das ist ein klares dafür, Dankeschön. So, dann kommen wir gleich zum zweiten Aufruf für Martina Pöser und der erste Aufruf für Marc Salgert. Bitte schön. Danke. Liebe Piraten, mein Name ist Martina Pöser und ich stelle mich mal kurz vor, weiblich ledig, nicht mehr ganz so jung, mit 36, Katzenmutti, Arbeiterkind, Nerd, Jurist im Öffendienst, ich hoffe, ihr tragt mir das nicht nach und seit Januar 2010 bei den Piraten. Ich habe mich hauptsächlich programmatisch betätigt, ich komme aus Bremen, dort habe ich mich mit der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs ohne Tickets beschäftigt, dann mich mit dem Jugendmedienstaatsvertrag auseinandergesetzt, die sind kritisch begleitet, den Prozess, Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere der Wasserversorgung, auch gegen ACTA mitgekämpft und bin seit zwei Jahren im Landesschiedsgericht aktiv. Auf Bundesebene, da ich Juristin bin, habe ich mich natürlich in der AG Recht beziehungsweise ehemaligen Rechtsabteilung engagiert und in der AG Justizpolitik, bin mitverantwortlich in der Organisation für den Teil der Innen- und Rechtspolitik im Bundestagswahlprogramm, den ich zu einem großen Teil auch mitgeschrieben habe. Zudem europapolitisch seit Jahren aktiv in der Partei, ich bin Beauftragte für die Gründung der Europäischen Piratenpartei, deren Mitgliedschaft ihr zum Glück auch auf dem letzten Bundesparteitag zugestimmt habt. Zudem habe ich federführend für die deutsche Seite an dem gemeinsamen europäischen Wahlprogramm für die europäischen Piratenparteien gearbeitet, über das wir hoffentlich morgen noch abstimmen werden, das wir bereits als Positionspapier verabschiedet haben. Derzeit engagiere ich mich gegen TAFTA, wie sicherlich viele vier in den Piraten, da ich das als eine der wichtigen Fragen gerade im Bereich europäischer Politik, die auf uns zukommen, sehe. Das ist allerdings natürlich nicht das einzige Handelsabkommen, deswegen möchte ich auch gerne im Europa im Ausschuss für den internationalen Handel tätig werden, Inter genannt, weil nicht nur TAFTA verhandelt wird, wir haben auch noch diverse andere Handelsabkommen, eins mit Kanada, CETA genannt, mit Japan wird verhandelt, über ein Abkommen mit Indien und mit mehr Kursur liegt zurzeit ein bisschen auf Eis, aber das steht auch an, also wir haben viele Fronten, an denen wir kämpfen müssen und deswegen habe ich auch einen Antrag geschrieben, der eben auch allgemein Grundprinzipien für Handelsabkommen betrifft und eben nicht nur sich allein auf TAFTA bezieht, denn ich halte diesen Fokus allein auf ein Abkommen für verfehlt, auch wenn das sicherlich im Moment das wichtigste Abkommen ist, das bei uns verhandelt wird und wo wir dringend gegen vorgehen müssen. Außerdem würde mich natürlich der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres reizen als Juristin, ich bin hier auch in die Partei gekommen, weil ich für unsere Bürgerrechte eintreten möchte, bürgerlichen Freiheiten verteidigen gegen vorgeschobene Gründe wie Terrorismusbekämpfung oder Kinderpornografie Bekämpfung, möchte mich für mehr Datenschutz einsetzen, gegen die Vorratsdatenspeicherung und den Datentransfer in Drittstaaten und mehr Wistelblorschutz, aber auch für eine menschlichere Flüchtlingspolitik. Das, denke ich, kann ich natürlich auch in diesem Ausschuss gut leisten. Da ich natürlich nicht weiß, welche anderen Piraten ebenfalls, sowohl aus der deutschen Piratenpartei wie auch aus anderen Piratenparteien, ins Europäische Parlament gewählt werden, halte ich es aber für sinnvoll, mich nicht darauf zu versteifen, gerade nur diese Ausschüsse zu bedienen. Ich denke, da bin ich auch eine gute Wahl, da ich vielseitig einsetzbar bin und auch beruflich auch in ganz anderen Bereichen unterwegs bin, die mich vielleicht nicht so sehr reizen, wie Agrarförderung oder Lebensmittelsicherheit, aber auch der Verbraucherschutz. Zudem ist mir wichtig, dass wir nicht nur als deutsche Piraten im Parlament sitzen, sondern eben halt auch gerade uns als europäische Bewegung verstehen und daher mit den anderen Piratenparteien eng kooperieren. Nicht nur mit denen, die dann auch im Parlament vertreten sein werden, nein, sondern auch mit denen, die das nicht geschafft haben, denn das wird die große Mehrzahl der Piratenparteien sein, weil gerade in kleinen Ländern sind die Hürden doch sehr hoch, für Piratenparteien überhaupt ins Parlament einzuziehen. Da 10 Prozent oder 15 Prozent zu erreichen, ist schwierig. Das hoffe ich über die Verbindung zur europäischen Piratenpartei zu erreichen, wo man auch diese Piratenparteien einbinden kann, genauso wie über das gemeinsame Programm, wo wir schon bereits gemeinsame Standpunkte auch mit anderen Piratenparteien festgelegt haben. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist außerdem noch, der natürlich schwierig ist im Europäischen Parlament zu verwirklichen, nämlich, dass wir in der EU ein enormes Demokratiedefizit haben und wir dringend eine Verfassung brauchen für Europa. Dafür möchte ich auf jeden Fall werben und zwar für eine Verfassung, die nicht nur von den Eliten gestaltet wird oder vom Rat vorgegeben, sondern an der sich alle Bürger kooperativ beteiligen können. Edmund Stoiber hat gerade gesagt, Europa ist Zukunft. Ich sage aber, Europa ist auch Gegenwart und hier und jetzt und wir müssen versuchen, Europa jetzt mitzugestalten, denn sonst haben wir nachher Edmund Stoibers Europa und das möchte, glaube ich, hier keiner von uns. Vielen Dank. Hattest du ausreichend Zeit um dich, genügend Zeit um dich ausreichend vorzustellen? Ja. Danke. Die Frage an euch, wie immer, wollt ihr die Kandidatin befragen später? Das ist ein relativ klares Ja. Dankeschön. So, jetzt kommt Marc. Bist du? Ja. Gut. Und ich rufe gleich auch noch Patrick Schiffer zum ersten Mal auf. Marc, wenn du willst, darfst du. Gerne, danke. Hallo Piraten, liebe Freunde. Mein Name ist Marc Seigert, ich bin 38 Jahre alt, Ökonom, komme aus Aachen. Ich bin seit 2000... Ja, okay. So, besser? Soll ich mal neu anfangen? Also, mein Name ist Marc Seigert, ich bin 38 Jahre alt, Ökonom, komme aus Aachen, bin seit 2009 hier in der Partei, kurz vor der Berlin-Wahl, bin ich eingetreten. Jedes Jahr im Mai wird in meiner Heimatstadt der internationale Karlspreis an Menschen verliehen, die sich um die Idee Europas verdient gemacht haben. Zugleich verbindet uns in Aachen in unserer besonderen geografischen Lage mit Holland und Belgien als Nachbarn im Dreiländereck von jeher eine ganz besondere Beziehung zu Europa. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, verbinde ich allerdings noch etwas ganz anderes mit Europa, und zwar Grenzen, und zwar physische. Ich bin an einer deutschen Straße auf bärgischer Seite aufgewachsen, was uns zwar den Vorteil bescherte, keinen Grenzübergang nutzen zu müssen, um nach Hause zu kommen, aber die regelmäßigen Grenzübertritte, um zum Beispiel zum Kindergarten zu kommen, mit den immer wiederkehrenden Kontrollroutinen der Grenze sind mir noch in lebhafter Erinnerung. Wer glaubt, Schikanen seien allein ein Alleinstellungsmerkmal von DDR- Grenzern gewesen, der täuscht sich gewaltig. Wo es für die Generation meiner Eltern noch selbstverständlich war, sich an der Grenze mit Niederländern oder Belgiern zu verabreden, um sich gegenseitig zu verprügeln, war es für mich, zwar noch mit bürokratischen Hindernissen, schon sehr früh mit zunehmendem Maße, normal in Belgien einen gemischten mehrsprachigen Kindergarten zu besuchen oder gemeinsam mit Niederländern in länderübergreifenden Schulprojekten zusammenzuarbeiten. Dies alles scheint, gerade für die jüngere Generation, nach Grenzfall und Vereinigung heute völlig unvorstellbar. Wir reisen innerhalb Europas, wann wir wollen, wohin wir wollen. Wir kaufen Waren, ohne Limitierung im Binnenmarkt, zahlen mit einer Währung und können frei wählen, wo wir leben, studieren und arbeiten möchten. Dies alles wirkt heute absolut selbstverständlich. Zeitgleich erleben wir, wie einige Politiker der einzelnen Nationalstaaten seit der Fiskal- und Staatsschuldenkrise durch eigennütziges Handeln versuchen, die anderen Staaten gegeneinander auszuspielen und ein Projekt, was unter großen Anstrengungen Einzelner und gegen die Widerstände vieler geschaffen und von einer breiten Masse der Bevölkerung bis heute in seinen Dimensionen nicht vollständig erfasst wird, aufs Spiel zu setzen. Das Menschenbild von uns Piraten kennt keine Grenzen. Wir denken global und zum Wohle aller. Wir versuchen mit unseren Lösungen zu verbinden statt zu spalten. Lasst uns deshalb jetzt diejenigen sein, die den Menschen im kommenden Wahlkampf nicht die Nachteile, sondern die Vorteile eines europäischen Einigungsprozesses aufzeigen. Ich habe als Listen und Dreckkandidat im zurückliegenden Wahlkampf gelernt, dass die Bürgerinnen und Bürger unsere Konzepte verstehen und ihnen vertrauen, wenn man sich nur genügend Zeit nimmt, unser Bild von Gesellschaft und sozialem Miteinander zu vermitteln und Zusammenhänge deutlicher klarzumachen. Es muss uns gelingen, mehr Geduld in der Kommunikation unserer Inhalte wie bedingungslosen Grundeinkommen, fairer Verteilung globaler Ressourcen und multilateraler Solidarität aufzubringen und nicht immer von unserem eigenen Grundverständnis auszugehen. Stichwort ist hier Filterbubble. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass dieses friedensstiftende und verbindende Projekt Europa nicht durch den Egoismus Einzelner zur Disposition gestellt wird. So viel sollte einem klar sein. Wir werden die Zukunft eines vereinten friedlichen Europas nicht zum Nulltarif bekommen. Einige Wahrheiten, vor denen sehr viele Menschen heute noch die Augen verschließen, werden sehr schmerzhaft sein. Und viele Selbstverständlichkeiten wie Austeritätspolitik, Lohndumping, Glitterung der Arbeitsmarktstatistiken, gerade in Deutschland werden zur Disposition gestellt werden müssen. Wir haben als junge Partei die große Chance, unsere Programme quasi von Grund auf neu zu denken und sollten diesen strategischen Vorteil stärker ausspielen. Dies ist uns im Bundestagswahlkampf, wie ich finde, hervorragend gelungen. Lasst uns dies für Europa wiederholen. Abschließend noch ein paar Worte von mir zur NSA-Affäre. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser irrsinnige demokratiefeindliche Überwachungswahn, den die Amerikaner uns aufzwingen wollen, nur aufgehalten werden kann, wenn Europa sich geschlossen dagegen stemmt. Wie wir gerade feststellen, laufen nationalstaatliche Interventionen hier völlig ins Leere oder verpuffen einfach im Nichts. Ich glaube zudem fest daran, dass sich momentan ein Fenster schließt, was uns irgendwann unmöglich machen wird, den Status quo wieder zurückzudrehen. Ich will für unsere gemeinsamen Grundwerte, auf die wir als Piraten, aber auch als Europäer zu Recht stolz sein können, kämpfen und diese nicht einem paranoiden Warnsystem preisgeben, was rechtsstaatliche Grundsätze ignoriert, foltert und ohne Legitimation tötet und dies alles unter dem Deckmantel einer subtilen Bedrohung und Herren Sache rechtfertigt. Wenn wir diesen Kampf verlieren sollten, wird die Welt, wie wir Piraten sie uns wünschen, aufhören zu existieren. Aber wir werden uns nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, wir hätten nicht alles getan, um diese geplante, voll überwachte menschenfeindliche Welt zu verhindern. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam für ein starkes, tolerantes und vereintes Europa kämpfen. Ich bitte um euer Vertrauen und danke euch herzlich. Vielen Dank. Die Frage an dich auch. Hattest du genügend Zeit, um dich ausreichend vorzustellen? Danke. Die Frage an euch wieder mal. Wollt ihr diesen Kandidaten später befragen? Das ist ganz klar nicht der Fall. Dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist Patrick Schiffer und der erste Aufruf für danach ist der Michael Gerlach. Moin. Ich bin Paki und auch bekannt als Patrick Schiffer, 40 Jahre jung. In Belgien geboren, fünf Jahre lang in Ägypten aufgewachsen und dort geprägt worden, bin ich noch eine etwas längere Zeit in Deutschland groß geworden. Ich habe in den Niederlanden Kunst und Design studiert. Ich spreche neben Deutsch, fließend Französisch, Englisch, Niederländisch und zumindest so viel Arabisch, dass mir in nahöstlichen Imbissbuden mit einem Grinsen ein Chey angeboten wird. Ich lebe mit meiner Freundin und drei wundervollen Kindern am Stadtrand von Düsseldorf. In der Piratenpartei bin ich so eine Art digitale Kombizange. Pragmatisch und abwägend als Vorsitzender des Landesverbandes NRW, programmatisch, vernetzend und unterstützend in den AGs Netzpolitik Europa, Migration und in der PG-Fanrechte tätig. Systematisch und kreativ in der SG-Gestaltung und bei den Kreativen in NRW und einfach Mensch und Pirat ohne besondere Verwendung als Packy beim KV Düsseldorf. Ich arbeite nebenher als Redakteur bei der Pirate Times, habe beim Aufbau der PPU mitgeholfen und in der internationalen Koordination als Ansprechpartner für die belgische Piratenpartei bin ich auch noch tätig. Zudem bin ich Mitglied in der belgischen und in der niederländischen Piratenpartei. Ich belebe also die Piraten und in ihr lebe ich Europa. Yeah! Aber dieses europäische bürokratische Monster hat momentan zwei unangenehme Entwicklungen durchgemacht, denen wir gegenüberstehen. Auf der einen Seite herrscht eine Politik des Stillstands. Rückwärtsgewandte Politiker, die Durchhalteparolen ausgeben und schwingen wie weiter so und wir haben diese Krise überstanden, ungeachtet einer tragischen Jugendarbeitslosigkeit in manchen Ländern, die die Hoffnung einer ganzen Generation verbrennen werden. Und auf der anderen Seite erstarkt gleichzeitig durch Unzufriedenheit in vielen Ländern eine bedrohliche rechtsradikale Bewegung, die versucht ein Nationaldenken zu etablieren, bei dem Migranten zum Simpenbock abgestempelt werden. Wir müssen diesen Richtungen eine klare Absage erteilen und ihnen den Kampf ansagen. Europa braucht einen demokratischen Neustart, bei dem nicht nur der Euro-Identität stiftend sein wird, sondern eine politische Einheit durch eine gemeinsame demokratisch entwickelte Verfassung hergestellt werden muss. Wichtige Reformen müssen angestoßen und weitergeführt werden. Das politische Vakuum muss gefüllt werden, auch wenn wir wahrscheinlich nur mit wenigen Piraten ins Europaparlament einziehen werden. Anstoßen können wir dort eine ganze Menge. Im Augenblick werden wir im Übrigen unterschätzt. Das müssen wir ausnutzen. Und seitens der europäischen Politik muss der Regierung der USA klargemacht werden, dass die Überwachung, die Wirtschaftsspionage und die kriminellen Aktionen der NSA jegliche Grundsätze vertrauensvoller Politik und gesellschaftlicher Ethik zerstören. Das Freihandelsabkommen TTIP-TAFTA muss in der Art, wie es momentan verhandelt wird, unbedingt verhindert werden. Ich lehne einen europäischen Geheimdienst strikt ab. Ich bin gegen den digitalen Aufrüstungswahn und für die Weiterentwicklung der europäischen Datenschutzreform EUDAT-AP werde ich mich stark machen. Eine weitere offene Wunde in der Europapolitik, in die ich meine Finger legen werde, ist die Asylpolitik. Der Artikel, der Charter der Grundrechte der Europäischen Union besagt, jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Ich will kein Dublin 2, mit dem Flüchtlinge mit Gewalt in die Länder der EU zurückgezogen werden, die sie auf ihrem Fluchtweg gekreuzt haben. Die Agentur Frontex muss weg. Das ist eine paramilitarische Abfangtruppe, um Flüchtlinge an unseren Grenzen abzuwehren. Euradag ist menschenfeindlich, da es europaweit den Fingerabdruckabgleich von Asylsuchenden und Menschen ohne Aufenthaltsrecht ab 14 Jahren vergleicht. Und mit Eurosur, dem neuen Grenzüberwachungssystem der EU, Stichwort Smart Border, sollen die Grenzüberwachungssysteme mit Satelliten und Drohnen auch noch modernisiert werden. Anscheinend steht nicht der Schutz von Flüchtlingen, sondern der Schutz vor Flüchtlingen im Fokus der momentanen Entwicklung der europäischen Asylpolitik. Wie soll denn da überhaupt jemand einen Asylantrag stellen können? Es entstehen zwar weitere rechtliche Regelungen, um ein einheitliches Schutzsystem für Asylsuchende zu installieren, aber gleichzeitig wird der Zugang zu diesem Schutzsystem weiter erschwert. Wir lassen Flüchtlinge auf offener See absaufen. Wir schieben Menschen in ihrer Not in eine lebensgefährliche Zukunft ab. Und um das Bigotte-Maß voll zu machen, klagen wir andere Staaten für dieselbe menschenfeindliche Entschuldigung, Scheiße, auch noch an, beziehungsweise drohen ihn mit Intervention. Hallo? We must put people first. Kein Mensch ist illegal. Ich wünsche mir für die Zukunft Europas den Menschen im Mittelpunkt der Politik. Mehr Transparenz, grundlegende Mitbestimmungsmöglichkeiten, eine eigene Verfassung, eine menschlichere Asylpolitik, weniger Nationaldenken, einen sozialeren Ausgleich. Einfach viel, viel mehr Europa. Es ist noch ein langer und steiniger Weg bis zu einem perfekten Europa. Es gibt zu viel zu tun. Ich danke euch. Hattest du ausreichend Zeit, dich vorzustellen? Ja, danke. Gut. Die Frage an euch wieder. Ihr kennt das Spiel. Einmal die Stimmkarten bitte hoch, wenn ihr den Kandidaten später befragen wollt. Und das sieht sehr, sehr grün aus. Also er wird nachher befragt. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Kandidaten. Das ist Michael Gerlach. Und auch der erste Aufruf gleich für den übernächsten, das ist Dr. Vinny Dehn. Hat jemand den Michael Gerlach versteckt? Ich hoffe, er ist nirgends gefesselt in irgendeinem Keller? Nein? Gut, dann möchte er wahrscheinlich nicht. Dr. Vinny Dehn ist dieser anwesend. Und direkt danach darf sich bereit halten. Thomas Brütter. Ja, will denn heute keiner mehr. Gut, ist wenigstens der Thomas Brütter da. Will der sich denn vorstellen? Die nächste wäre danach Anke Domscheit-Berg. Also die ist auf jeden Fall da. Die habe ich schon gesehen. Thomas Brütter. Gut, auch nicht. Anke, die ist da. Wo ist sie? Gut. Sucht mal die drei aktuellen Dr. Vinny Dehn, Thomas Brütter und Anke Domscheit-Berg. Und schleift ihr vor. Wir machen kurz zwei Minuten Pause. Zur Erinnerung an meine Bereichsleiter und weil ich glaube, ich nicht alle persönlich erwischt habe. Wir treffen uns um 17 Uhr im Foyer im ersten Stock. Die Wahlbereichsleiter 17 Uhr im ersten Stock. Danke. Noch eine kleine Durchsage. Wer sich für BO verifizieren will, der darf darüber an den Infopoint. Dort könnt ihr euch die Zettel dementsprechend abholen und dann zur Akkreditierung und euch verifizieren lassen. Also wer es noch nicht getan hat, darüber gehen. Und ich suche immer noch die drei Kandidaten. Dr. Vinny Dehn, Thomas Brütter und Anke Domscheit-Berg. Gut. Warte kurz. Ein GO-Antrag. Was willst du denn? Jetzt. Ein GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Ich möchte die Versammlung fragen, ob sie es fair finden, dass bei manchen Kandidaten länger gewartet wird, bei anderen gleich weiter gewunken. Ich glaube, das ist eine Gegenrede. Ja, absolut. Und zwar, wenn jetzt ein Kandidat ausfällt, dann ist es ein Delay von 10 Minuten. Da können die nachfolgenden Kandidaten nichts für. Wie sollen sie sich darauf vorbereiten? Und dann kaskadiert sich das ja dann irgendwann. Dann fällt wieder einer und wieder einer. Da sind wir bei einer halben Stunde. Das ist nicht unfair. Nein, es ist unfair von den Leuten, die sich nicht bereithalten und dieses Delay erzeugen. Gut. Wir haben hier ein Meinungsbild. Wir haben hier ein Meinungsbild. Wer findet dieses Vorgehen unfair, dass so Kandidaten übersprungen werden? Ich bitte um die Kartenzeichen. Wer es unfair findet, dass die Kandidaten so übersprungen werden? Das war nicht die Frage. Die Frage war, ob es unfair gefunden wird, dass bei einigen länger gewartet wird als bei anderen. Das war die Frage. Entschuldigung, habe ich die Frage missverstanden? Es tut mir leid. Also, ihr habt die Frage gehört. Also, ich stelle der Antragstellerin mit, dass das Meinungsbild gemischt ausfällt. Ich stelle der Antragstellerin mit, dass das Meinungsbild gemischt ist. Gut. Also, wir haben alle dreimal aufgerufen. Diese Kandidaten sind dreimal aufgerufen worden, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Wer damit jetzt nicht einverstanden ist von diesen Kandidaten, die gehen jetzt dann bitte zum Front Office. Das wird geklärt mit dem JVD und mit den zu, mit den ordentlichen, richtigen Stellen. So. Und wenn das durchgeht, dann können sie hinten dran noch rangehängt werden. Ganz einfach. Wir machen da jetzt keine große Diskussion. Wir machen kein Fass auf. Das wird jetzt neben angeklärt und fertig. Alle drei Kandidaten sind jetzt erstmal für jetzt raus. So haben wir das jetzt gerade geklärt. Bitte wendet euch ans Front Office. Danke. Wir machen jetzt weiter. Das ist jetzt der erste Aufruf von Bruno Gerd Kramm. Der erste Aufruf. Wir warten jetzt kurz, weil wir jetzt einen kleinen Delay haben und Bruno wird hierher geschleift, bitte. Könnt ihr das bitte? Winnie? Winnie? Runter von der Bühne. So. Bruno? Dich sehe ich. Du wärst jetzt dran. Du? Ja. Ich weiß, was auf der Liste steht. Es ist der Bruno dran und fertig. Wir machen jetzt ab, Bruno, ganz normal weiter, trotz des Delays. Ich bitte auch, alle Kandidaten, die noch dran kommen, sich darauf einzustellen, dass sie auch eher dran kommen können, wie die zehn Minuten, was sie sich errechnen, wann sie dran kommen, falls ein Kandidat wegfällt oder sich nicht vorstellen will, kürzer vorstellt oder ähnliches. Ich habe einen GO-Antrag noch. Ich stelle den GO-Antrag, dass die Versammlungsleitung bitte nochmal überdenkt, dass sie gerade die Reihenfolge willkürlich verändert. Dies ist kein gültiger GO-Antrag im Sinne der Geschäftsordnung. Zudem möchte ich dir kurz erklären, es wurden alle drei Kandidaten, die jetzt kurz runtergefallen sind, dreimal aufgerufen, auch die Anke, was dir jetzt nicht passt, so wie ich es dir raussehe. Entschuldigung, Bruno, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Wir machen jetzt kurz fünf Minuten eine Unterbrechung. Wir erklären das in alle Ruhe. So, können wir weitermachen? Also, wir haben uns gerade beraten, auch mit dem Juristen vom Dienst. Wir können es nicht mehr rekonstruieren, ganz genau. Daher überlassen wir die Entscheidung euch. Wir stimmen jetzt folgendes ab, ob wir Winnie und Anke noch vor Bruno sich vorstellen lassen oder nicht. Bitte um das Kartenzeichen. Gut, das ist ganz eindeutig grün. Daher kommt jetzt die Vorstellung von Winnie, danach von Anke und danach kommt Bruno. Okay. Ich habe einen GO-Antrag. Falls ich mich nicht ganz irre, war vorher aber noch jemand, der auch nicht anwesend war. Dieser, kann ich kurz, dieser Kandidat ist bis jetzt nicht aufgetaucht. Ah, okay. Der ist nicht aufgetaucht. Ist okay. Eine Minute Vorbereitung. Kriegst du. Eine Sekunde noch. Eine Sekunde noch. So. Gut, du darfst. Ahoi. Bitte seid so lieb und hört zu, denn das hier ist keine Schönheitskonkurrenz, kein wir suchen den Superkandidaten, kein wer hat die meisten Follower oder wer macht die saftigsten Tweets. Es geht um mehr, um sehr viel mehr. Wir wollen zwei bis zehn Kandidaten, das ist zumindest meine Schätzung, nach Straßburg schicken. Ihr wollt, viele Kandidaten wollen bitteschön nach Brüssel oder sonst wo hin, aber das Parlament ist in Straßburg. nur zur Information. Deswegen nenne ich diese zehn Kandidaten, die ich so im Visier habe, den Straßburger Euro. Und da habe ich so einige Anregungen zu machen, was auf diese Leute zukommt. Und wenn ihr zuhören würdet und ein wenig leiser wäret, könntet ihr vielleicht ein paar Informationen für eure Bewertung bekommen. Kuckuck. Also, dieser Straßburger Euro, den ich im Kopf habe, der hat mehrere Seiten. Die erste Seite, das ist die Piratige. Wir haben viele Sonntagsreden gehört, verständlich, bemüht, von Themen, die die Piraten bewegen, bewegen inspiriert, aber wie sieht dann der Alltag aus? Wir haben so unsere Erfahrungen mit den Kollegen, die wir dann delegiert haben an die Parlamente. Ich erwarte, ich verlange sogar, dass unsere Straßburger Piraten alle Informationen, deren sie habhaft werden, sofern es nur legal möglich ist, in unsere Netze kübeln. Das heißt im Grunde, dass sie das Straßburger Parlament, die Ausschüsse, spiegeln in AGs und im Mambel. Das hat zweierlei Funktionen. Erstens kommt das gesamte Wissen, das die Piraten haben und das viele unter dem Teppich halten, offiziell, den Piraten zugute. Zweitens, in der Diskussion bekommen sie die Informationen, die sie nicht haben können. Nicht jeder, der sich hier engagiert einsetzt für unser Grundeinkommen, das dann möglichst europaweit eingesetzt werden soll, kann sich mit Fischfangquoten auskennen. Aber wir haben vor allem in Schleswig-Holstein zum Beispiel Leute, die da Ahnung haben. Also, dieser Austausch ist lebenswichtig für die Piraten und für unsere Politik. Zweitens, sie haben den Rückhalt der Legitimation. Es geht nicht, dass die Piraten sich hinstellen, Däumchen drehen und sagen, tut mir leid, da kann ich es nicht sagen, da haben wir noch keinen Parteitagsbeschluss. So geht es nicht. Das muss hinreichend sein. Und selbst wenn ein Pirat dann sagt, nein, dem Mehrheitsvotum traue ich nicht, ich habe eine eigene Meinung dazu, dann verdammt nochmal müssen wir dazu stehen. Dann dürfen wir nicht Shitstorms lostreten und unsere eigenen Politiker in der Öffentlichkeit zunichte machen. So, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere, das ist die parlamentarische. Ich glaube, die wenigsten Leute, die hier kandidieren, machen sich eine Vorstellung davon, was auf die zukommt. Da werden sie von Luxemburg aus mit Terminen eingedeckt, dass ihnen die Ohren fliegen. Dazu kommen die ganzen Lobbytermine. Rümpft jetzt nicht die Nase. Die 8.000 bis 10.000 Lobbyisten, die sich da herumtummeln, die werden unsere Leute auch bestürmen. Und, vergesst auch nicht, unsere Piraten sind unsere wichtigste Lobby. Denn sie müssen Stimmen gewinnen, um bestimmte Gesetze, die in Straßburg auf den Tisch kommen, zur Genehmigung abzulehnen. Das ist nämlich im Grunde genommen die einzige Funktion, die einzige Machtposition, die das Europäische Parlament hat. Die können keine Gesetze einbringen. Die können schon gar nicht etwas tun im sozialen Bereich. Denn, Leute, das ist genau der Bereich, der dem Europäischen Parlament verboten ist. Die Regierungen haben dafür gesorgt, dass dort keine Kompetenz vorliegt. Das wollen wir ändern. Das können wir über Druck auf den nationalen Ebenen schaffen. Aber vom Parlament aus selber geht das nicht. Und wenn ihr dann also eure Termine wahrnehmt, liebe Abgeordnete, in Schlips und Kragen, dann werdet ihr irgendwann fragen, war da nicht nur noch mal so etwas wie Familie? Hatte ich nicht mal Freunde? Das wird verdammt schwierig. Und von dem Piraten, der dann irgendwann sagt, mir reicht es, der Preis ist mir zu hoch, der soll dann mit Anstrengung und Würde auch gehen dürfen, ohne Shitstorm. Denn dazu gehört auch eine Menge Charakter. Und das ist etwas, was ich von allen Piraten, die wir entsenden, einfordere. Überlegt eure Wagen. Ein anderer Faktor ist der, den ich auch mitbekommen habe. Wenn man permanent gezwungen ist, in Schlips und Kragen herumzulaufen, dann färbt das ab. Und entweder man versucht, das System so überperfekt nachzuahmen, dass man völlig zur Unkenntlichkeit in den eigenen Positionen findet. Oder der eigene Charakter, den man vorher gut versteckt hat, kommt durch. Jawohl, 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 das haben wir alle schon gesehen. Freundlicherweise nenne ich das immer den grünen Fischerfaktor. Also, wenn ihr euch die Kandidaten anguckt, dann denkt auch daran. Und mein Straßburger Euro hat auch noch eine dritte Seite, nämlich den Rand. Und das ist im Moment für mich der Wichtigste. Das ist der Wahlkampf. Wir haben Gott gegeben das Glück, dass das sogenannte TTIP, ich sage TTIP dazu, jetzt gerade aktuell wird. Viele haben es, manche haben es angesprochen, aber nur unter dem Aspekt von IT. Ich muss euch wirklich auffordern, hängt euch in das Thema rein. Mit diesem Thema ist die Zukunft Europas verbunden. Es gibt hinreichend Insider-Informationen, die mittlerweile rausgesickert sind, von Leuten, die noch ein bisschen Anstand und Charakter haben, geleakt worden sind. Und wenn dieses Abkommen, das sich so treu-doof Partnerschaft nennt, durchkommt, dann ist Europa am Ende. Dann sind wir nämlich alle nichts anderes als eine riesengroße, wunderschöne Bananenrepublik von Monsantos Gnaden. Und darum bitte ich euch, dass ihr erstens ganz weise und sehr sorgfältig eure Kreuzchen setzt und die Kandidaten wählt. Und zweitens mich in die Befragung nimmt, damit ich noch etwas mehr über dieses Handelsabkommen euch und den Leuten, die an den PCs sitzen und uns mitverfolgen, weitergeben kann. Das ist existenziell für uns. Damit in den Wahlkampf zu ziehen, ist optimal, denn es deckt das gesamte Spektrum an. Auch die Bereiche, die wir im Straßburger Parlament gar nicht behandeln dürfen, aber es wird Wirkungen haben, dass uns die Haare zu Berge stehen. Und wenn wir uns jetzt nicht einsetzen und den letzten Piraten und den letzten Sympathisanten auf die Straße kriegen, um dieses Handelsabkommen in Gänsefüßchen zu bekämpfen, dann sind wir es nicht wert, Piraten zu heißen. Dankeschön. Warte. Hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Ich danke, ja. Gut. So, als nächstes kommt Anke, da mache ich den ersten Aufruf für Bruno Gerd Kramm. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Sekunde. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ja, ich habe es gerade vergessen. Danke für die Erinnerung, aber immer mit der Ruhe. Wollt ihr die Kandidatinnen später befragen? Bitte um das Kartenzeichen. Das ist eindeutig. Nein? Dankeschön. So. Wir haben, damit wir, wie sowas gerade eben nicht nochmal passiert, hier vorne für die Kandidaten einen Tisch reserviert, damit wir sie auch sehen, wenn sie da sind. Bruno, steh mal bitte auf und wink mal. Das ist dieser Tisch, wo Bruno gerade steht. So, das wollen wir natürlich in Zukunft vermeiden, dass wir wieder so einen Fuck-up haben. Entschuldigung. Gut. Anke, du darfst dich vorstellen. Bitteschön. Ich bin Anke Dromscheid-Berg, 45 Jahre alt, verheiratet mit Daniel, der sitzt da, ein Sohn. Ich wohne da, wo Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sich treffen. Habe in der DDR Textilkunst studiert und anschließend internationale Betriebswirtschaft in Westdeutschland und in England. Seitdem spreche ich vier Sprachen fließend, alle in Europa beheimatet. Ich bin selbstständig nach 15 Jahren in der IT-Industrie, war mir als zehn Jahre aktiv in Bürgerinitiativen und der Zivilgesellschaft, überwiegend mit dem Schwerpunkt Open Government. Bei den Piraten bin ich Themenbeauftragte für genau dieses Themenfeld für Open Government. Ich bin Landesvorsitzende in Brandenburg und war Listen und Direktkandidatin bei der Bundestagswahl. Ich bin zur Wendezeit 1989 politisiert worden. Ich habe damals erlebt, was Bevormundung, eingeschränkte Meinungsfreiheit, eingeschränktes Demonstrationsrecht und was Überwachung heißt. Meine Briefe kamen offen, mein Telefon wurde abgehört, die Stasi hat mich verhört und dazu in einen Wald gefahren. Ich weiß bis heute nicht, wo ich damals war. Harmlose Informationen wurden damals gegen mich verwendet, um mich zu erpressen und zu manipulieren. Ich weiß seitdem, dass es harmlose Informationen über Privatpersonen gar nicht gibt. Damals in einem totalitären Staat zu leben, in dem totalitäre Methoden Anwendung finden, war ja irgendwie normal. Heute lebe ich in einer Demokratie, für die wir damals auf die Straße gegangen sind. Und heute will ich nicht mehr die Methoden eines totalitären Staates erleben, denn dann ist es keine Demokratie mehr. Menschen, die überwacht werden, sind nicht frei. Ich will mich nie wieder so fühlen wie damals. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand anders, der in einer Demokratie lebt, sich so fühlen muss. Ich sehe aber, dass wir ein Möglichkeitsfenster haben, das sich gerade schließt. Wir sind den falschen Weg schon eingeschlagen. Wir sind keine lupenreine Demokratie mehr. Wir sind unterwegs in einem digitalen Totalitarismus. Ausländische und inländische Geheimdienste schachern sich die Daten der jeweiligen In- und Ausländer zu. Ziemlich bescheuerte Konzepte in einer globalen, digitalen Zeit. Geheimdienste sind außer Kontrolle geraten und wir müssen uns dagegen wehren. Eine Lektion, die ich in der DDR in der Wendezeit gelernt habe, ist, Widerstand ist möglich und sinnvoll. Und ohne Widerstand wird sich die Gesellschaft nicht so ändern, wie wir sie haben wollen. Ich habe ein Lieblingszitat, das ist von Alice Walker. Der häufigste Grund, warum Menschen Macht abgeben, ist, weil sie glauben, sie hätten keine. Ich möchte, dass ihr euch alle an die Wendezeit erinnert. Auch wenn ihr da vielleicht noch gar nicht auf der Welt wart oder wenn ihr sie nicht persönlich erlebt habt. Erinnert euch an die Kraft, die das Volk auf der Straße damals hatte. An den Mut und die Chuzpe, die die Menschen damals hatten, als sie Stasi-Zentralen gestürmt haben. Aber auch an die runden Tische, die Glücksfälle der Demokratie, die es damals direkt in der Wendezeit gegeben hat und später leider nicht mehr und die Basisdemokratie par excellence waren. Ich möchte, dass wir Menschen vom Sinn des Widerstandes überzeugen, aus der Lethargie reißen, in der sie nur deshalb sitzen, weil sie glauben, sie könnten nichts verändern. Ich glaube, ich kann etwas verändern und ich will das auch tun. Für uns und mit euch. Meine Ziele im Europaparlament verteilen sich auf verschiedene Inhalte. Zum einen möchte ich, das deutet sich glaube ich schon an, keine Überwachungsgesellschaft in Europa sehen. Ich möchte die Europäische Union sehen als Initiator eines internationalen Überwachungsabrüstungsabkommen. 500 Millionen Menschen können global einen Wandel bewirken. Ich möchte in Europa ein Verbot von Datenlieferungen an ausländische Geheimdienste. Ich möchte eine Ächtung der Massenüberwachung von Mitgliedsländern gegenüber anderen Mitgliedsländern. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum es immer noch kein Vertragsverletzungsverfahren gegen England gibt, wieso da einfach nichts passiert. Ich will, dass die Vorratsdatenspeicherung zurückgenommen wird, wegen Verletzungen der EU-Grundrechte-Charta. Datenschutz ist ein Menschenrecht und als solches unveräußerlich. Wie gesagt, glaube ich, dass ein Möglichkeitsfenster sich gerade schließt. Und den Menschen, die uns auf der Straße sagen oder gerne unseren Politikern, die uns erzählen, eine Demokratie missbraucht doch keine Daten, denen möchte ich mit einem Argument meines Vaters antworten. Mein Vater ist 78 Jahre alt. Mein Vater sagt, die kürzeste Zeit seines Lebens hat er in einer Demokratie verbracht. Er hat die Nazi-Zeit bewusst erlebt. Er hat die DDR-Zeit bewusst logischerweise erlebt. Und er sagt, woher soll er denn die Sicherheit nehmen, dass die Demokratie die kürzeste Zeit seines Lebens erkennt, dass die da bleibt. Wer garantiert ihm denn, dass in 10, 20 oder 30 Jahren nicht wieder irgendeine andere Gesellschaft da ist, wenn allein er in seinem einzigen Leben schon zwei davon erlebt hat? Niemand garantiert uns das. Die einzige Sicherheit, die wir vor Datenmissbrauch haben können, ist die, diese Daten nicht zu sammeln. Wir brauchen auf europäischer Ebene aber auch einen Whistleblower-Schutz, damit man sich nie wieder so furchtbar fremd schämen muss, wenn ein Mensch wie Edward Snowden beim Vorzeigedemokraten Putin Zuflucht suchen muss. Ich möchte auch ein offenes Europa. Denn in der DDR habe ich auch eine Zeit erlebt, in der Menschen an Grenzen gestorben sind, weil sie das Land verlassen wollten. Heute sterben Menschen, und zwar leider sehr viel mehr als damals, bei dem Versuch, in unsere Region nach Europa hineinzukommen. Weil unser Reichtum für sie ein Ziel ist, oder weil sie auf der Flucht sind vor irgendwelchen unmöglichen Verhältnissen oder politischer Verfolgung. Unser Reichtum ist aber nur mit ihrer Armut möglich, und das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Da möchte ich Berthold Brecht zitieren, der 1934 einen sehr schönen und sehr traurigen Vers gesagt hat, der sehr weise ist. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wer ich nicht arm, wärst du nicht reich. Wir vergessen viel zu oft, dass auch die Länder der EU nur reich sind, weil es andere arme Länder gibt auf der Welt. Wir investieren Milliarden in Überwachungsdrohnen und Abschottungstechnologie. Obwohl wir dieses Geld nutzen könnten, um Einwanderung zu ermöglichen und den Lebensstandard von Menschen überall auf der Welt zu verbessern. Ich möchte ein sozialeres Europa. Ich möchte eine Gesellschaft, in der man nicht darüber lacht, wenn man davon redet, ein Bruttosozialglück zu maximieren. Warum ist es komisch, möglichst viele Menschen möglichst glücklich zu machen, egal wie man das schaffen kann? Und es gibt dazu Forscher, man weiß, wie das geht. Eines der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Bruttosozialglück ist weniger Unterschied in einer Gesellschaft, weniger Spaltung in Arm und Reich. Das möchte ich für Europa. Ich möchte ein soziales Europa. Ich möchte dafür auch die Vision eines Europa-BGE entwickeln. 50 Prozent aller spanischen Jugendlichen haben keine Arbeit. Die Vision einer Vollbeschäftigung ist nicht nur in Deutschland unrealistisch, sie ist es erst recht in Europa. Wir brauchen aber Strategien für eine Zeit, in der Vollbeschäftigung nicht möglich ist, in der die Würde des Menschen nicht nur davon abhängt, ob man eine bezahlte Erwerbstätigkeit hat oder nicht. Wir brauchen ein Demokratie-Upgrade in Europa, mehr Macht für das Parlament, das zwar Legislative heißt, aber nicht mal ein Gesetzes-Initiativrecht in Europa hat. Wir brauchen mehr Transparenz, und da fasse ich mich kurz, weil ihr die Themen alle kennt, mehr direkte Demokratie in Europa und solche Sachen wie Open-Antrag. Wir brauchen ein digitales Europa, breitband satt, wo wir uns an den besten Ländern orientieren und nicht an den schlechtesten wie hier in Deutschland. Wir brauchen Open Access und einen Zugang zu Wissen und Kultur für alle. Ein modernes Urheberrecht, wo uns Bruno gleich erzählen wird, wie das geht, denn der weiß das am allerbesten. Es gibt noch viel mehr zu sagen, aber so ist das mit begrenzten Redezeiten. Kommst du zum Schluss? Ja, ich komme zum Schluss. Ich wäre stolz, zu den ersten Piraten aus Deutschland im EU-Parlament zu gehören und biete euch 100% Motivation und Kompetenz dafür an. Lasst uns das gemeinsam machen. Stopp, stopp. Hattest du ausreichend Zeit, um dich vorzustellen? Ja. Danke. Kommt zu euch, frage ich mal, wollt ihr die Kandidatin nachher befragen? Das ist eindeutig ja. Dankeschön. Danke. Dann zweiter Aufruf für Bruno Gerd Kramm und der erste Aufruf für Friedhoff Binder. Ist okay. Ich übergebe damit auch die Versammlungsleitung wieder zurück. An den Gerhard, bis später. Sekunde, Bruno. Wir machen hier kurz den Wechsel. Bitte noch einen Moment Geduld. Da wir ja jetzt vorher das Problem hatten, dass eine ganze Reihe von Kandidierenden sich nicht eingefunden hat. Die Liste wird ja seit, ich glaube mittlerweile etwa fünf Stunden projiziert. Es ist schlecht planbar, wie lange man noch Zeit hat, um sich einzufinden. Es kann ja zum Beispiel sein, dass Kandidierende sagen, mir reicht eine Minute Vorstellungszeit, da muss alles gesagt sein und dann geht es plötzlich alles ganz schnell. Ich möchte wirklich alle Kandidierenden bitten, sich möglichst und zwar vor allem so vielleicht die nächsten fünf, die auf der Liste stehen, hier im Raum einzufinden und sich möglichst hier vorne in der ersten Reihe auch schon hinzusetzen. Wir liegen zwar ganz gut in der Zeit, haben aber trotzdem einen notwendig straffen Zeitplan und ich halte es, ohne unhöflich sein zu wollen, für durchaus zumutbar für Menschen, die sagen, sie möchten uns Piraten im Europaparlament vertreten, dass sie sich hier eine Stunde in diesem Raum aufhalten und den Ablauf hier nicht verzögern. Und ich soll kurz ansagen, dass diese Antifa-Flaggen von der Versammlungsleitung genehmigt sind. Damit ist der Teil, denke ich, soweit abgeschlossen. Wie gesagt, liebe Kandidierende, bitte haltet euch daran. Vielleicht noch zur Information, Bruno, du musst noch einen kurzen Moment Geduld haben. Um 22 Uhr fällt hier in der Halle der Hammer, was bedeutet, um 22 Uhr müssen alle raus sein. Das heißt, wir werden die Versammlung allerspätestens, so wie auch in der Tagesordnung vorgesehen, um 21 Uhr schließen müssen, damit alle die Halle dann auch geordnet verlassen können. Das vielleicht noch so zur Information, was den straffen Zeitplan anbetrifft. Um 21 Uhr muss hier heute Abend Schluss sein. Weil um 22 Uhr die Hallenbetreiber hier die Halle zuschließen und dann alle raus sein müssen. So, genug der Präliminarien. Der erste Aufruf für Friedhof Binder ist ja meines Erachtens schon ergangen. Dann, und er sitzt auch schon da. Jetzt aber, lieber Bruno, du hast das Wort. Noch einmal, liebe Piraten, mein Name ist Bruno Kramm, ihr kennt mich vielleicht, geboren in München. Ich lebe seit 25 Jahren als Musikproduzent und Musiker. Als Beauftragter vertrete ich unsere Urheberrechtsreform in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, auf Diskussionspodien und in Printmedien. An den Protesten gegen ACTA war ich aktiv beteiligt. Sei es die Synchronisation des, was ist ACTA-Videos mit 4 Millionen Klicks. Oder seien es auch viele Demos gegen ACTA. Und wir haben ja maßgeblich dazu beigetragen, dass ACTA gekippt wurde. Ich habe mich aktiv an den Protesten gegen die GEMA-Tarifreform eingesetzt und klage gerade auch gegen die GEMA und ihre unfairen Verteilungsschlüsseln. Ich war Kandidat in der Bundestagswahl in Bayern. Zurzeit bin ich in der europäischen Vernetzung zum Protest gegen das Freihandelsabkommen TTIP involviert und ich engagiere mich für die C3S. Wer noch mehr wissen will zu dem, was ich so tue, Tätigkeitsberichte bzw. meine Wiki-Seite im Netz, mein Blog, da gibt es viel zu lesen. Ich möchte jetzt ein wenig über Europa erzählen, vor allem auch, was meine Vorstellung von Europa ist. Denn das Europa meiner Jugend war von Vorurteilen geprägt. Es war von geistigen und realen Schlagbäumen getrennt und so schwarz-weiß wie der Großteil des damaligen Fernsehprogramms. Man präsentierte dem ostdeutschen Nachbarn die systemische Überlegenheit. Dazwischen lagen unüberwindliche Grenzen aus Stacheldraht und Minen. Als ich 16 war, begann mein digitaler Wandel sehr klein, mit einer Datasette und dem Commodore 64. Ich vergrub mich in dieser Maschine und als das Internet zu leuchten begann und durch die Universitäten befreit wurde, begann meine zweite Kinderstube im Netz. Eine Welt, die auf Teilhabe, freie Strukturen und Software aufbaute. Eine Welt, die nicht nach Herkunft unterschied und mir ein Tor zum Kosmos des Wissens und des Gemeinwesens öffnete. Teilhabe an Kultur, Wissen und politische Mitbestimmung. Diese Idee entstand im Netz und findet sich wieder im Gründungsmythos unserer Partei, der Uppsala-Deklaration, die die Rahmenbedingungen für den Sprung von der alten, starren Dienstleistungsgesellschaft Europas zur offenen Wissensgesellschaft von morgen umreißt. Mein Europa von heute ist das Europa meiner deutsch-finnischen Familie. Ein Europa ohne Grenzen. Ein Europa, das seine Stärke aus der kulturellen Vielfalt seiner Region bezieht. Leider ist dieses Europa auch ein Ort der endlosen Verwaltung. Bis ins Kleinste, des von oben herabs, des Mangels an Mitbestimmung. Ein Europa, in dem nationale Interessen gnadenlos ausgespielt werden und Menschenrechte unter den Teppich gekehrt werden. Ein Europa, das nicht nur den netzpolitischen Anschluss verpasst hat, sondern noch nicht einmal am Start steht. Regierungen, die von der freien Welt sprechen, aber Angst vor zu viel Macht und Partizipation ihrer Bürger haben. Dienste, die sämtliche Gedanken und Kommunikation belauschen, rekonstruieren, um das individuelle Gefahrenpotenzial für das System zu berechnen. Ein scheinbarer Rosengarten, dessen äußere Mauern für viele Hilfesuchende undurchdringlich ist. Ein Europa, in dem sogar Ministerpräsidenten wie aus meinem Bundesland unverhohlen rassistisch und volksverhetzerisch Stimmung gegen die Schwächsten machen. Nur um daraus nationalen Profit zu schlagen. Ein Europa, in dem der Akta-Zombie unter dem Namen TTIP als Freihandelsabkommen aufersteht, demokratische Grundrechte zugunsten großer Konzerne aushebelt und sogar Fracking, Genfood und Patente auf Leben durch die Hintertür einführen will. Ein Handelsabkommen, das in den USA ganz offen als Handels-NATO verkauft wird. Entdemokratisierung und Privatisierung, die Enteignung des öffentlichen Raums im Netz und überall. Die Enteignung des Gemeinwesens passiert heute in Europa tagtäglich mit TTIP, TAFTA, ESM, mit dem Urheber- und Patentrecht, mit Warnweismodellen, Vorratsdatenspeicherung und verstecktem Loboismus auf allen Ebenen. Das muss sich endlich ändern. Nicht umsonst hat die Unterhaltungsindustrie und die Content-Industrie eine unfassbar hohe Lobby-Dichte in Brüssel und Straßburg. Eine Industrie, die in pervertierter Gier jede Kopie bis in den letzten Winkel verfolgen möchte. Eine Industrie, die nicht davor zurückschreckt, am Ende sogar Methoden zu nutzen, die den enthüllten Albträumen der NSA-Totalüberwachung gleichen. So lauern diese Konzerne und Verbände bereits darauf, aus der sogenannten europäischen Harmonisierung des Urheberrechts, die wir als Piraten im Großen und Ganzen auch richtig finden, jetzt Dinge abzuleiten, wie zum Beispiel die GEMA im Kampf gegen Creative Commons Lizenzen. Das ist etwas, wogegen wir uns natürlich einsetzen. Ich kandidiere für Europa, weil ich den Kampf aufnehmen möchte und den Wandel gestalten möchte. Weil sich das Urheberrecht nur auf EU-Ebene reformieren lässt. Weil ich es kann. Weil ich die Gegner unserer Reform durch meine jahrelange Arbeit persönlich kenne. Weil ich ihre Strukturen und Strategien aus dem FF kenne. Ich kandidiere, weil ich will, dass wir TTIP genauso niederschmettern, wie uns das schon einmal als APO mit ACTA gelang. Ich kandidiere, weil Freihandel nicht an den Menschen vorbeigeschehen darf. Weil ich will, dass meine Tochter in einem friedlichen Europa der Solidarität und nicht in einem Überwachungsstaat groß wird. Sie soll groß werden in einem gemeinsam von den Bürgern verfassten Europa. Unsere so oft gescholtenen, vor allem in unseren eigenen Reihen so oft gescholtenen Kernthemen sind das Skelett einer neuen postmateriellen, sozialliberalen und progressiven Gesellschaftsordnung. Ich glaube, wir haben das manchmal noch nicht einmal selber bemerkt. Für ein Europa, in der das freie Kopieren genauso selbstverständlich ist, wie Bildung und die Abwesenheit von Angst vor sozialem Absturz und Ausgrenzung. Dafür braucht es starke Kommunikatoren und Vermittler. Menschen mit Mut und Stimme. Ich glaube, echte Piraten. Ich stehe bereit und brenne für diese Aufgabe. Mehr denn je. Ich danke euch. Ja, herzlichen Dank. Bruno, hattest du genügend Zeit, um dich vorzustellen? Ja, ich hatte genügend Zeit. Dankeschön. Danke sehr. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Frage, ob der Kandidat in der Fragerunde befragt werden soll. Wer ist für bzw. gegen eine Befragung des Kandidaten Bruno Gerd Kramm? Ich erkenne eine Mehrheit dafür. Damit wird Bruno Gerd Kramm befragt. Ich komme zum zweiten Aufruf für Friedhoff Binder. Der bewegt sich gerade nach oben. Und zum ersten Aufruf für Stefan Tschirkovic. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Stefan Tschirkovic, erster Aufruf, stellt sich nach Friedhoff Binder vor. Friedhoff, bist du bereit? Ja, so einigermaßen. Könnt ihr mich hören? Dann hast du das Wort. Bitte sehr. Also, liebe Piraten und Piratinnen. Ich, Friedhoff Binder oder Schokolade oder Apple oder Gaukler, bin 55 Jahre alt, seit Ende 2006 Mitglied der Piratenpartei und bewerbe mich um einen Platz auf unserer Europaliste. Für mich sind die Inhalte wesentlicher als die Köpfe. Darum komme ich gleich zur Sache. Bei der Beurteilung des weiteren Vorgehens bezüglich der europäischen Integration ist die Grundanschauung wesentlich. Wer den Nationalstaat als selbstständiges, souveränes Gebilde betrachtet, das es zu erhalten gibt, der formuliert andere Ziele als jemand wie ich, der das gegenwärtige Europa als gemeinsamen Binnenmarkt und damit als faktisch eigenständiges Staatsgebilde auffasst. Die Anhänger des Nationalstaates behaupten, die Euro-Krise durch die Rückkehr zur nationalen Währung lösen zu können. Nun machen aber eigenständige Währungen auf einem gemeinsamen Binnenmarkt gar keinen Sinn. Die Wiedervereinigung beider deutschen Staaten im Blick kann sich jeder selber fragen, wie lange die Mark der DDR gegen die DM als eigenständige Währung hätte bestehen können. Nein, auf einem Binnenmarkt setzt sich, da ist ganz der Schwarmintelligenz der Wirtschaftsobjekte zu vertrauen, am Ende die stabilste Währung durch. Solche Euro-Kritiker wünschen die Rückkehr zum Europa der Nationalstaaten, denn nur die Kontrolle über den jeweiligen nationalen Wirtschaftsraum erlaubt es, die nationale Binnenwirtschaft mittels protektionistischer Maßnahmen vor den Einflüssen der Außenwirtschaft zu schützen. Das bedeutet, dass den Bürgern in dem Nationalstaat die uneingeschränkte Teilhabe an der globalen Kooperation verwehrt wird und sie werden in den nationalen Mief eingesperrt. Andere Kritiker bejahen Europa zwar grundsätzlich, lehnen aber das Vorhandene als völlig falsch konzipiert ab. Sie wünschen ein gänzlich neues Europa und bei dem Wunsch endet die Forderung, denn wie realistisch ist es, ein neues Europa quasi am Reißbrett zu entwerfen und umzusetzen. Das real existierende Europa ist das Ergebnis einer mittlerweile 70 Jahre währenden Verhandlungsarbeit. Es basiert auf Tausenden von Abkommen und Verträgen. Wer hätte die Kompetenz, diesen vielschichtigen Apparat innerhalb der politischen Strukturen in Europa arbeiten 40.000 bis 50.000 Menschen neu und vor allem besser zu entwerfen? Es handelt sich doch auch hier um ein Produkt eines Schwarms. Diese Leute argumentieren mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil, demnach es ein unauflösliches Demokratiedefizit gäbe. Das ist Unsinn. Völkerrechtlich, so das Bundesverfassungsgericht, stößt die europäische Politik an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Das heißt ganz einfach, dass weder ein Kommissionspräsident noch das EU-Parlament das Recht hat, zum Beispiel die Verfassung der BRD oder die eines anderen Staates außer Kraft zu setzen. Die reale politische Verschmelzung der Nationalstaaten zu einem wie auch immer gearteten europäischen Staat kann nur durch Bürgerabstimmungen in den jeweiligen Staaten selbst erfolgen. Nichts anderes sagt das Bundesverfassungsgericht. Eine Verfassung für Europa zu schaffen und für ihre Annahmen durch die Bürgerschaften zu arbeiten, das sollte unser vordergründigstes Ziel sein. Dann gibt es noch jene, die Europa als eine großartige Idee betrachten, die sich Europa nur mit Bürgern vorstellen können, die sich selbst als Europäer fühlen, die den gesamten nationalistischen Rotz auf Europa übertragen wollen, die sich darum schwer tun, der Aufnahme der Türkei zuzustimmen und für die die EU-Erweiterung auf dem afrikanischen Kontinent ein No-Go ist, die sich hier vielleicht gegen die Festung Europa aussprechen, diese Festung aber bereits im Herzen mit sich tragen, kurz für die Europa idealistisch und geografisch determiniert ist. Auch diese Sichtweise teile ich nicht. Ich verstehe unter europäischer Integration weder die Erschaffung eines Kulturraums Europa noch die Entdeckung oder Entwicklung einer europäischen Identität. Ziel ist es, einen rechtssicheren Lebensraum innerhalb der geografischen Grenzen zu garantieren, um die individuelle, selbstbestimmte Entfaltung aller Menschen, die hier sind, zu ermöglichen. Damit ist Europa für mich ein eher verwaltungstechnischer Begriff. Ein Territorium, das den auf ihn lebenden Menschen gleiche Rechte garantiert, das offen ist für jede weitere Erweiterung. Das ist zwar eine weniger farbenfrohe idealistische Definition, lässt aber der individuellen Freiheit des Einzelnen meines Erachtens den weitesten Raum. Denn so reicht es, Mensch zu sein, um in Europa leben zu dürfen. Für mich besteht kein Zweifel, dass die weitere Integration nur über eine europäische Verfassung, die die Kompetenzaufteilung zwischen der zukünftigen europäischen Regierung einerseits und den regionalen bzw. Landesregierungen andererseits regelt. Immer mehr Gesetzesvorhaben rücken dicht an die Frage, ob sie durch völkerrechtliche Verträge zu legitimieren sind. In welchem Ausmaß können die Außen, die Finanz-, die Wirtschaftsministerien, die nationalen Ministerien, europäische Vereinbarungen an den nationalen Parlamenten vorbeischließen? Wie kann es sein, dass eine europäische Kommission in den berüchtigten Hinterzimmern Handelskommens aushandelt, die tief in das Rechtsgefüge der EU-Nationalstaaten eingreifen? Wedelt hier nicht der Schwanz mit dem Hund? Ja, wir brauchen eine europäische Verfassung. Dem faktischen Ende der Nationalstaaten muss das formale Ende folgen. Nur eine gemeinsame europäische Wirtschaft, Sozial- und Fiskalpolitik, die die unterschiedlichen Potenzen der einzelnen Regionen kooperativ für den gesamten Raum nutzt, kann die gegenwärtigen, der nationalen Konkurrenz geschuldeten wirtschaftlichen Verwerfungen abbauen. Die Euro-Krise ist darum, meines Erachtens eine Verwaltungsstruktur-Krise, die aufzulösen, mein Schwerpunktthema für die Legislaturperiode in Europa wäre. Das war soweit mein Vortrag, den ich hier hatte. Also das ist halt, mein wesentliches Anliegen wäre eigentlich dafür zu sorgen, dass wir eine europäische Verfassung kriegen und dass wir die Nationalstaaten tatsächlich langfristig, also jetzt innerhalb der, also dass wir das im Auge haben, sie aufzulösen. Dass wir also zu einem Europa der Regionen oder etwas in der Richtung kommen, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, zu einer europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, zu einer Finanzpolitik zu kommen, jetzt ohne die Gewalt der Nationalstaaten eben auch zu brechen, also ohne die politische und die Souveränität der Nationalstaaten aufzuheben. Das ist halt ein wesentlicher Punkt. Ein anderer Schwerpunkt für mich ist nach wie vor auch das BGE und was ich noch anmerken wollte zu der ganzen Überwachungsproblematik, es sind ja, das wurde ja auch schon angesprochen, es sind ja tatsächlich Menschen, die Menschen überwachen und die Menschen arbeiten in Institutionen und wenn wir eben etwas ändern wollen, dann müssen wir ja genau diese Strukturen ändern. Das heißt, wir brauchen die Transparenz in allen Institutionen und wir müssen uns auch überlegen, ob wir eben die Privatwirtschaft, so wie sie heute verfasst ist, eben nicht auch unter diesen Transparenzgedanken, ob wir den da nicht auch einflechten sollen. Das wäre eben etwas, was ich zumindest mal anregen wollte, also was mich halt so beschäftigt. Ein anderer Spruch, der hier gekommen ist, der war der, wie viel Zeit habe ich noch, eine Minute, das ist, es wird immer behauptet, dass die einen reich sind, weil die anderen arm sind. Das ist nur bedingt richtig. Die Armut ist eben auch eine Frage der Entwicklung. Also ein armes Land, das braucht ja Straßen, das braucht Ausbildung und sonst irgendwas und das muss ja in dem Land entstehen, weil jetzt irgendeiner reich ist, deswegen, das liegt nicht daran, dass jetzt die anderen deswegen nichts haben, sondern hier muss Entwicklung geschehen, hier muss im Prinzip eine Wirtschaftspolitik, eine Entwicklungspolitik betrieben werden, die dafür sorgt, dass solche Dinge da sind. So, das war es soweit. Ja, herzlichen Dank. Hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Ja. Ja, dann bitte ich auch hier um die Abstimmung durch die Versammlung. Wer ist für bzw. gegen eine Befragung von Friedhoff Binder, der sich eben vorgestellt hat? Herzlichen Dank. Das ist mehrheitlich dagegen. Damit wird Friedhoff Binder nicht befragt. Eine kurze organisatorische Durchsage, die Bereichsleiter, die vorher schon mal aufgerufen worden sind, mögen sich bitte schnellstmöglich im Foyer im ersten Stock einfinden, wie vorher schon angesagt. Und die zweite Durchsage, ich möchte doch dann auch die Kandidaten, die nächsten fünf nach Stefan Türkovic, darum bitten, sich auch jetzt langsam schon hier vorne einzufinden, damit wir zügig weitermachen können. Die Liste ist, wie gesagt, seit über fünf Stunden projiziert. Hier jetzt also der zweite Aufruf für Stefan Türkovic, der schon am Pult steht. Und der erste Aufruf für Frank Giebel. Erster Aufruf für Frank Giebel. Dann, Stefan, bist du bereit? Ja. Dann erteile ich dir das Wort, bitte sehr. Liebe Versammlung, mein Name ist Stefan Türkovic. Ich möchte für die Piraten Europaabgeordneter werden und sage unmissverständlich, kein Fußbreit den Rechtspopulisten bei der Europawahl, weder hier in Deutschland noch auf dem Rest des europäischen Kontinents. Ich sehe es mit als unsere Aufgabe an, dem aufkommenden Nationalismus eine positive Vision eines grenzenlosen Europas entgegenzusetzen. Der menschenverachtenden und auf Angst aufgebauten Rhetorik dürfen wir unter keinen Umständen Einhalt gebieten, dürfen wir unter keinen Umständen dulden oder unkommentiert lassen. Ich denke, dass wir Piraten hier besonders selbstbewusst auftreten können, denn wir sind die einzige Partei, die eine solche positive Vision wirklich anbieten kann. Wir verstehen und wissen um die Tragweite des europäischen Projekts für ein besseres Zusammenleben in Frieden und Freiheit. Unser transnationales Verständnis von Europa lässt Nationalstaaten verblassen, aber es ist kein kritisches oder naives Verständnis. Im Gegenteil. Wir können und müssen genauso die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Europa herausstellen und darauf bestehen, dass die Früchte der europäischen Integration von allen Menschen auf diesem Kontinent in gleichem Maße geerntet werden. Ich glaube, dass wir in Brüssel auch einiges mal in Frage stellen müssen. Und dazu müssen wir uns hier und heute darüber im Klaren werden, dass wir Europa tatsächlich mitgestalten. Als Sohn eines einer Deutschen und eines Serben, der ein geteiltes Europa weder kennt noch jemals erblicken möchte, kann ich diese Vision, dieses Verständnis glaubhaft in die Öffentlichkeit tragen. Dafür habe ich sowohl die notwendigen Sachargumente zur Hand, als auch eine persönliche Geschichte, die den Pro-Integrationsgedanken hinter unseren Forderungen auch emotional greifbar macht. Grenzenlos Europa. So kann unsere Losung unser Wahlspruch für den Mai lauten. Das ist es, wofür wir stehen und was sich überall wiederfindet. Grenzenlos, weil wir die Mauern in den Köpfen der Menschen einreißen wollen, weil uns diese Mauern fremd sind, damit aus die anderen ein Wir entsteht. Grenzenlos, weil zu den vier Freiheiten in der EU eben nicht nur die des Kapitals, sondern auch die Freizügigkeit der Person und der Arbeit zählt und zum Glück seit 1. Januar auch für Rumänien und Bulgarien. Und wir werden dafür kämpfen, dass ihnen dieses Recht auch ohne das Abgeben eines Fingerabdrucks weiterhin zuteil wird. Grenzenlos, zuletzt auch, weil die menschenrechtlichen Verpflichtungen eines Europas der Menschenrechte nicht im Mittelmeer enden. Wir haben die Pflicht, die ständige Katastrophe in der Flüchtlings- und Außenasylpolitik jetzt zu beenden. Und auf meinem Blog habe ich mich dazu bereits ausführlich geäußert. Nun, ein Ausschuss für ein umfassend grenzenloses Europa, das bietet das Parlament in Brüssel und Straßburg natürlich nicht. Meine politischen Schwerpunkte sehe ich in der Außen- und Handelspolitik Europas. Wie einige von euch bereits wissen dürften, engagiere ich mich nicht nur bei den Piraten, sondern auch in der Konfliktforschung. Seit letztem Jahr bin ich Vorstandsmitglied im Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Und wenn wir Konflikte erfassen, dann zählen wir nicht einfach Opferzahlen zusammen, wie das, manche mögen das überraschend finden, immer noch gang und gäbe ist. Wir erfassen auch Handlungen unterhalb der Gewaltschwelle und auf substaatlicher Ebene. Außerdem stufen wir nach verschiedenen Intensitäten ab und folgen damit nicht dem üblichen Lichtschalterprinzip Krieg Ja, Krieg Nein. So gehen weniger Informationen verloren und das erlaubt es letztlich auch, einen präzisen, grenzüberschreitenden Blick auf Konfliktdynamiken werfen zu können. Warum erzähle ich das? Weil es sehr viel damit zu tun hat, wie ich Probleme verstehe und an sie herangehe. Es sind gerade diese Fertigkeiten und Kenntnisse, die ich als Abgeordnete in das Europäische Parlament einbringen will. Statt auf Krisen nur zu reagieren, wenn sie akut sind, das heißt eigentlich, wenn über sie berichtet wird, muss Europa sein globales Umfeld dynamisch verstehen und kontinuierlich betrachten. Und ich glaube, dass eine Emanzipation der europäischen Außenpolitik nur dann möglich ist, wenn sich diese Denk- und Arbeitsweise auch in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten einbürgert. Als Konfliktforscher weiß ich auch, dass Waffen und Munition Bürgerkriege nicht ausbremsen oder gar beenden. Sie intensivieren sie. Der weitgehend unkontrollierte Handel mit Rüstungsgütern folgt leider immer noch der Ratio des wirtschaftlichen Gewinns und wird ohne jedes politische Gewissen in Europa sogar staatlich gefördert. Daran hat auch der letzten März verabschiedete Arms Trade Treaty nichts geändert. Zu lax sind die Bestimmungen und Lobbyinteressen, und zwar sowohl von Staaten als auch von Unternehmen, haben sich durchgesetzt. Aber wie bei allen völkerrechtlichen Verträgen kommt es auf die Unterzeichnenden an, welches Verständnis der Klauseln sich etabliert. Und genau hier, bei der Umsetzung dieser geduldigen Worte, versagt Europa im Moment. Und es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass solange die EU an ihrem erklärten Ziel festhält, die heimische Rüstungsindustrie zu fördern, keine effektive Rüstungsexportkontrolle möglich ist. Das möchte ich im Ausschuss für internationalen Handel im Europaparlament ändern. Im selben Ausschuss wird natürlich auch behandelt, wenn die größte Handelsmacht der Welt mit den USA über ein Freihandelsabkommen berät. Hier berührt die dröge Handelspolitik den Kern viele unserer Interessen. Dass hier das Europaparlament und nicht die nationalen Parlamente die Ratifizierung vorzunehmen haben, möchte ich gezielt als politisches Druckmittel nutzen. Als politisches Druckmittel in Verhandlungen, in denen Zivilgesellschaft und Parlament vor verschlossenen Türen stehen. Ich werde keinem TTIP zustimmen, welches schwammig bleibt beim Schutz der europäischen Verbrauchenden vor grüner Gentechnik, welches ein modernes Urheberrecht noch vor seiner Empfängnis beerdigt. Und ich werde auch keinem TTIP zustimmen, welches Konzernen die Möglichkeit gibt, mit einem privilegierten Klagerecht sich überstaatend zu stellen. Das ist absurd, liebe Versammlung. Und es zeigt zugleich, wie sehr die technokratische Handelspolitik mit unseren Grundfesten, mit unserer Demokratie zu tun hat. Als kleine Gruppe, und ich glaube, das sieht man an diesem Abkommen besonders gut, als kleine Gruppe werden wir unsere zukünftigen Kollegen nur mit unbestechlichen Sachargumenten und einem Wissensvorsprung in entscheidenden Details auf unsere Seite ziehen können. Meinung allein wird es nicht richten. Entscheidend wird auch sein, zu verstehen, wie Kommission, die beiden Räte, das Parlament und die anderen europäischen Akteure in Brüssel zusammenwirken, um Hebel zu finden, wie wir unsere Projekte, unsere Inhalte transportieren und erfolgreich verabschiedet bekommen. Ein gutes, aber kritisches Gespür für die Funktionsweise der Brüsseler Politik und Sachkenntnis. Das werden unsere primären Werkzeuge im Parlamentsbetrieb sein. Und die bringe ich für die Handels- und Außenpolitik mit. Heute werbe ich als Teamplayer um euer Vertrauen für einen aussichtsreichen Listenplatz. Ich glaube nicht, dass meine Fähigkeiten und Eigenschaften alles sind, was wir im Europaparlament und für die Europawahl für den Wahlkampf brauchen werden. Aber ich bringe viel davon mit. Klare Vorstellungen, wie ich den Wahlkampf und mein Mandat führen möchte, sowie eine europäische Biografie und viel politische und vor allem sachpolitische Erfahrungen. Als Forscher, als langjähriges AG-Mitglied, als ehemaliger Bundestagskandidat und aktuell auch als Abgeordneter im Studierendenrat Heidelberg, wo wir bei der Wahl im November satte 6,7 Prozent erreicht haben. Und abschließend möchte ich deshalb sagen, und das hängt auch mit diesen ermutigenden 6,7 Prozent zusammen, dass nach all den politischen Nachrufen zum Abschluss des alten Jahres der heutige Tag unser großer Wendepunkt ist. Wir sind wieder da. Mein Name ist Devan Tchirkovic. Ich hatte genug Zeit zur Vorstellung. Und ich danke ganz, ganz herzlich. Herzlichen Dank. Damit ist die erste Standardfrage schon beantwortet. Nun die Abstimmung über die Frage, soll der Kandidat in der Fragerunde befragt werden? Wer ist für bzw. gegen die Befragung von Stefan Tchirkovic? Das ist ganz eindeutig dafür. Damit wird Stefan Tchirkovic befragt. Es erfolgt der zweite Aufruf für den Kandidaten Frank Giebel. Frank Giebel, zweiter Aufruf, der kommt. Der erste Aufruf für den darauffolgenden Kandidaten, es ist dies, Bodo Thiesen. Nachdem an unserem reservierten Kandidierendentisch im Moment nur noch eine Person sitzt, wieder der Hinweis, dass ich die darauffolgenden Kandidierenden, deren Liste ja projiziert ist, darum bitte, sich doch hier vorne möglichst bald einzufinden, damit wir nahtlos weitermachen können. Und ja, Frank, du bist bereit? Ich bin bereit. Dann erteile ich dir das Wort, bitte sehr. Danke. Hallo Piraten. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier reden kann. Ich finde es eigentlich enorm, wir haben hier 62 Redner und das ist total viel, sich das anzuhören, dass ihr die Geduld habt und das wirklich macht. Das ist absolut nicht selbstverständlich, meiner Meinung nach. Da ich selber zwei Jahre lang bei den Piraten mich mit Europapolitik beschäftigt habe, komme ich nicht drum herum, einfach auch Europa zum Thema zu machen. Ihr habt euch schon sehr viel heute angehört zu Europa und normalerweise müsste euch das Wort Europa schon zu den Ohren rauskommen. Ich weiß aber, dass die Piraten sehr proeuropäisch sind, deshalb habe ich einfach den Mut, jetzt auch noch mal dazu was zu sagen. Vielen Dank. Grundsätzlich bin ich mir sicher, dass die meisten Piraten ein vereintes Europa wollen, weil ein Zurück zu einem nationalstaatlichen nebeneinander absoluter Mist ist und keine Zukunft hat. Da haben wir auch schon sehr viele Statements zugehört, dass wir das wollen. Aber ein vereintes Europa an sich ist noch kein Selbstzweck. Das macht nur Sinn, wenn es demokratisch ist. Und was ist nun die Frage, was ist denn das, ein vereintes demokratisches Europa? Was gehört da eigentlich dazu? Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass es auf den Menschenrechten basiert, und zwar nicht nur auf dem Papier, wie wir es in der Europäischen Grundrechtecharta haben, sondern auch in Wirklichkeit. Und wie sieht es da aus mit der Wirklichkeit? Da gibt es zum Beispiel das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit für alle Menschen auf diesem Planeten, nicht nur für die Europäer. Und da sieht es nun mal so aus, dass die europäische Grenzagentur Frontex Flüchtlinge auf offener See, die bedrängt sind und denen schlecht geht, abdrängt und in Kauf nimmt, dass sie sterben. Wir Piraten wollen ein Europa, das Flüchtlinge und ihre Rechte ohne Abstriche ernst nimmt. Mit uns wäre sowas nicht zu machen. Ein zweites wichtiges Menschenrecht, das Recht auf Privatsphäre. Wie ist das in Europa tatsächlich umgesetzt? Wie kann es zum Beispiel sein, dass Großbritannien mit Tempora Europäer in Massen überwacht und unsere Privatsphäre verletzt und die EU-Kommission und die Bundesregierung das weitgehend tolerieren? Oder wie kann es sein, dass auch in Deutschland es ein G10-Gesetz gibt und es völlig im Dunkeln bleibt, welcher inwieweit der BND an dieser Massenüberwachung beteiligt ist? Oder wie kann es sein, dass die USA mit der NSA ebenfalls Massenüberwachung betreiben und gleichzeitig die EU-Kommission und die konservativen und sozialdemokratischen Parteien im EU-Parlament mit der USA ein Freihandelsabkommen aushandeln? Das passt, finde ich, überhaupt nicht zusammen. Aber außer den Grundrechten, die in Europa erfüllt sein müssen, kann man sich auch schon mal angucken, wie Europa institutionell aufgebaut ist, ob das wirklich demokratisch ist, so wie es derzeit ist. Wie ist es zum Beispiel mit der Tatsache, dass in Europa das so läuft, dass die Bürger Bundestagsabgeordnete wählen, die wieder die Bundesregierung wählen und die Bundesregierung bestimmt dann mit anderen nationalen Regierungen, während Europa sozusagen die Exekutive ist, die EU-Kommission. Das passt eigentlich nicht zusammen. Das müsste entweder so laufen, dass alle Europäer gemeinsam eine europäische Regierung wählen oder es müsste so laufen, dass wir das Europaparlament wählen und dieses dann eine europäische Regierung wählt oder eben auch wieder absetzen kann. Also das sind eigentlich Grundlagen einer Demokratie, die derzeit nicht erfüllt sind. Genauso sieht es so aus, dass die Grundlage jeder Demokratie freie, geheime, allgemeine und gleiche Wahlen sind. Gleiche Wahlen heißt, dass jede Stimme gleich viel zählt, one woman, one vote und auch das ist derzeit bei der Europawahl nicht erfüllt. Das halte ich eigentlich für eine Kernforderung, dass wir, wenn wir in Europa weiterkommen wollen, dass wir auch darauf, das wirklich ernst nehmen. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Aufnahmefähigkeit ihr noch habt. Ich hätte schon noch einige Punkte, die ich auch ansprechen würde. Ich würde es aber erst mal dabei belassen und vielleicht kurz zu mir was sagen. Ich bin Betriebswirt, habe in Deutschland und England studiert, zehn Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, danach bin ich seit 13 Jahren selbst. Bin bei den Piraten eben im Bereich Europapolitik und Finanzpolitik aktiv, habe am Grundsatzprogramm zu Europa mitgearbeitet und an den Positionen, die wir zur Euro- und Finanzkrise im Bundestagswahlprogramm haben. Und das sind Schwerpunkte, die ich auch auf europäischer Ebene in den entsprechenden Ausschüssen abdecken könnte. Ich kandidiere nicht für die Plätze 1 bis 3. Da gibt es Leute, die unsere Kernthemen wesentlich besser abdecken, die ich auch, da finde ich, haben wir schon tolle Vorstellungen gehört und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da weiterkommen. Und dennoch denke ich, dass es für die Plätze 4, 5, 6 und 7 ganz gut ist, wenn es nochmal Leute gibt, die grundsätzlich das Thema, wie Europa demokratisch weiterentwickelt werden kann und auch die Themen Wirtschaft, Finanzen, Steuern ganz gut abdecken können. Und da wäre ich ein Kandidat von anderen. Das biete ich euch einfach an. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Hattest du genügend Zeit zur Vorstellung? Ja. Danke sehr. Dann auch hier wieder die Abstimmung der Versammlung. Wer ist für Beziehungsbefragung des Kandidaten Frank Giebel, der sich eben vorgestellt hat? Bitte das Kartenzeichen. Das ist mehrheitlich dagegen. Damit wird der Kandidat nicht befragt. Es erfolgt der zweite Aufruf von Bodo Thiesen. Der steht schon am Mikrofon. Und der erste Aufruf für Angelika Brinkmann. Erster Aufruf für Angelika Brinkmann, die nach Bodo Thiesen die Gelegenheit hat, sich vorzustellen. Denn es sitzt schon wieder nur eine Person unten am Kandidierendentisch. Ja, bitte einfach nach vorne kommen, damit wir nahtlos weitermachen können. Am besten vorne an den Kandidierendentisch setzen. Genau. Vielen Dank. Gut. Dann bist du bereit? Dann erteile ich dir das Wort. Bitte sehr. Guten Abend. Jetzt habe ich zehn Minuten Zeit und bin darauf gar nicht vorbereitet. Weil mein Red ist nicht so lang. Ich warte mal gerade, bis mein Fanblog den Saal verlässt. Denn wenn die mich nicht hören wollen, dann verschwende ich meine Worte auch nicht an die. Und da ich ja eh genug Zeit habe, können wir uns das stoppen. Der Ohr an der Stelle auch gerade sparen. So. Vor einer ganzen Reihe von Jahren erhielten unsere Väter und Mütter die Chance, aus der Asche eines untergegangenen Reiches eine neue Nation zu erschaffen. Aus Krieg geboren und in dem Gedanken gegründet, dass alle Menschen die gleiche Würde besitzen und erhalten sollen. Nun befinden wir uns in einer Zeit des digitalen Wandels, der unsere Demokratie auf die Probe stellt. Ob unsere so gegründete Bundesrepublik oder eine andere der demokratieverpflichteten Nation mit diesem Grundsatz vor der Wirtschaft und der Macht des Geldes bestehen kann. Wir stehen hier inmitten der Geschichte, in der die Grundrechte immer weiter eingeschränkt, bekämpft und durch Nachrichtendienste und Staatsmacht gemindert werden. Wir fragen uns, ob wir nun schon auf den Resten und Trümmern unserer Freiheit stehen. Oder ob unser Leben einen Ausschlag zum Erhalt der Freiheit und der Würde eines jeden Menschen leisten wird. Es ist nur recht und billig, dass wir uns diese Frage stellen. Dass wir uns und unser Leben einbringen, um die Freiheit der Meinung, des Geistes und der Menschen im Rahmen eines freien Lebens, eines unzensierten Netzes und einer digitalen Selbstbestimmung ohne Überwachung und Angst vor Repressionen zu erwirken. Doch auch in einem höheren Sinne können wir nicht mehr aufwenden und investieren als unsere Grundgesetzgeber, die in ihrem Weitblick mit der Hilfe einiger ehemaliger Gegner einen Rahmen geschaffen haben, der die Grundlage der Entwicklung des Wohlstandes und der Bildungsfreiheit unserer Heimat wurde. Heute gehen wir mit dieser Ausstellungsversammlung einen Schritt weiter, in Richtung eines freien Europas für die Menschen, die hier leben. Einer europäischen Demokratie, in der der Wille des Volkes, des europäischen Volkes und die Selbstbestimmung aller Menschen die Grundlage des Lebens und des Strebens nach Glück ist. auf das aus unserem Land die Freiheit neu geboren wird, nicht unter der Führung eines Landes oder einer Clique von Mächtigen, sondern aus der mutigen und selbstbewussten Entscheidung aller Bewohner Europas eine Regierung entsteht, die den Konzernen und Banken trotzen kann, die sich nicht durch Freihandelsmärchen einblenden lässt und in der die Daten ihrer Bewohner wieder ohne staatliche Kontrolle ausgetauscht werden können. Eine Nation, ein Bund von Staaten, der sich über die Nationalgrenzen hinaus zu einem Gebilde aus Freiheit und Selbstbestimmung erhebt. Auf das dieses Europa mit Menschen, die nach ihren eigenen Werten und Glaubensvorstellungen leben, eine Wiedergeburt der Freiheit erleben soll und auf das die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht von der Erde verschwinden möge. So, ich bedanke mich bis hierhin für die Aufmerksamkeit, die einige mir zugeständen haben. Ich möchte gerne noch einige Dinge über Vorwürfe loswerden, die gegen mich erhoben wurden in der Vergangenheit. Die, die mich nicht kennen, es gibt einen Vorwurf, ich sei ein Nazi, ich sei ein Holocaust-Leugner. Die Rede, die ich gerade gehalten habe, ist sicherlich die Rede, die ein Nazi üblicherweise hält. Ich weiß es nicht. Mein Problem in dieser ganzen Debatte war es, dass über mich geredet wurde. So gut wie niemand hat sich die Mühe gemacht, mit mir zu reden. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, einen einzigen Menschen davon zu überzeugen, ein Nazi zu sein. Ich habe es allerdings geschafft, sehr viele Menschen davon zu überzeugen, dass ich keiner bin. Menschen, die sich dem Dialog entziehen, Menschen, die sich dem Dialog entziehen, Menschen, die sich dem Dialog entziehen, kann man nicht von dem Gegenteil eines Vorurteils überzeugen. Das werde ich auch heute nicht schaffen. Ich kann allerdings denen, die ein Interesse daran haben, zu erfahren, wie gegen mich die Kampagne geführt wurde, eine Webseite empfehlen, in der jemand das dargestellt hat, wie es passiert ist und dass das nicht gerechtfertigt war. Die genaue URL, die ist zu lang, die kann sich sowieso hier keiner merken. Ich gebe einfach die Empfehlung, meinen Namen zusammen mit Netzhäuter einfach in der Suchmaschine eurer Wahl einzugeben. Da gibt es dann einen Blogartikel, wo du teasen und die Meinungsfreiheit, den meine ich. Da wird, wie gesagt, klargestellt und dann wisst ihr, wie es tatsächlich passiert ist. Und wie gesagt, mit mir hat so gut wie keiner geredet. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich dem Dialog entzieht. So, insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, auch bis hierhin und gebe bekannt, dass ich genug Zeit hatte, um mich vorzustellen. Gut, damit ist diese Standardfrage bereits beantwortet. Bodo Thyssen hatte genügend Zeit, sich vorzustellen. Dann auch hier die Frage an die Versammlung. Besteht der Wunsch, den Kandidaten Bodo Thyssen, der sich eben vorgestellt hat, in der späteren Fragerunde zu befragen? Wer ist für beziehungsweise gegen eine Befragung? Es kommen sehr viele Menschen mit Nein-Stimmkarten herein. Ich entscheide das jetzt aufgrund der Leute, die jetzt gerade im Saal sind und ihre Karten heben. Das ist eindeutig eine Mehrheit für Nein. Der Kandidat Bodo Thyssen wird nicht befragt. Es erfolgt der zweite Aufruf für Angelika Brinkmann, welche auch schon am Rednerpult steht. Wie wahrscheinlich, muss ich das jetzt jedes Mal sagen, schon die Male davor. An unserem Kandidierenden-Tisch sitzt auch wieder nur eine Person. Ich bitte also, die vielleicht so vier, fünf nächsten Kandidierenden auf der Liste, sich jetzt auch schon hier vorne zu meiner Linken, links neben dieser Kamera hier, von mir aus gesehen, am Kandidierenden-Tisch einzufinden, damit wir nach den nächsten beiden Kandidierenden-Vorstellungen auch schnell weitermachen können. Hiermit also noch der erste Aufruf für Julia Reda, die nach Angelika Brinkmann die Möglichkeit hat, sich vorzustellen. Angelika, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich weiß, das Neko ist laut genug? Ja, okay, gut. Ich möchte alle, es hat, als viele Menschen den Saal verlassen haben, sehr gut geklappt mit dem disziplinierten Verlassen des Saales. Ich möchte darum bitten, den Saal jetzt auch wieder diszipliniert zu betreten, diese Gesprächsgruppen von herumstehenden Menschen auch möglichst schnell aufzulösen und alle darum bitten, ihre Plätze wieder einzunehmen. Wie gesagt, wir sind zwar nicht unter extremem Zeitdruck, aber wir sollten auch keine Zeit verschwenden. Bitte also Ruhe, gebt den Kandidierenden die Gelegenheit, sich vorzustellen und seid ein bisschen ruhig. Angelika, du hast das Wort, bitte sehr. Vielen Dank. Ja, ich begrüße alle und beglückwünsche euch, dass ihr immer noch so tapfer durchhaltet. Ich weiß, ich habe ja auch sehr lange gesessen, es ist sehr anstrengend und ich hoffe, ich werde in Kürze mit Wurzel sagen können, was zu sagen ist. Ich bin seit 2009 aktiv in der Crew 1984 in Charlottenburg-Wilmersdorf, für die, die es nicht so genau wissen. Der Crewdamm verläuft zum Beispiel durch Charlottenburg-Wilmersdorf und das war dann auch gleich meine erste Begegnung sozusagen mit den europäischen Piraten, denn während des damaligen Bundestagswahlkampfes machten wir einen Infostand am Crewdamm und ja, Überraschung, Überraschung, es kamen sehr viele Touristen vorbei, die wussten gar nicht, was die Piraten sind. Nach Beendigung des Bundestagswahlkampfes haben dann ein weiteres Co-Mitglied und ich beschlossen, wir machen einen internationalen Flyer. Das Ergebnis kann man also auf der Wiki-Seite der 1984 mittlerweile in überarbeiteter Fassung sehen und das ist eigentlich auch ein sehr gutes Wahlkampf-Tool, wie wir festgestellt haben, weil zumindest in Berlin, wo eben sehr viele ausländische Mitbürger wohnen, die zum Beispiel ja auch auf Bezirksebene durchaus an den Bezirkswahlen teilnehmen können, so sie EU-Bürger sind, ist das immer sehr hilfreich. Ich bin weiterhin seit 2011 Finanzbeauftragte in der Lottnbruch-Wilmersdorf und außerdem erste Nachbücherin der Fraktion und vertrete die Fraktion auch im Lenkungsausschuss bezirkliches Stadtteilmanagement, das heißt, ich kenne mich sehr gut mit Kommunalpolitik heraus, allerdings dieser Lenkungsausschuss bezirkliches Stadtteilmanagement hat auch mit der EU zu tun, denn für das Quartier, Servicemanagement, wofür das ja unter anderem zuständig ist, werden auch teilweise EU-Gelder verwendet, sodass man also dort sehr schön sehen kann, wie tatsächlich von der EU-Ebene aus direkt auf der kommunalen Ebene Gelder und ja doch manchmal eben dann auch gute Dinge getan werden, allerdings ist es tatsächlich immer problematisch, den Leuten das zu vermitteln, das ist immer noch ein Problem, aber wir haben in Charlottenburg-Wilmersdorf seit September die Internetplattform Open Antrag und einer meiner Beweggründe, mich für das EU-Parlament aufstellen zu lassen, ist, dass ich mir vorstelle, dass die direkte Beteiligung der Bürger so wenig Möglichkeiten das EU-Parlament im Augenblick auch noch hat, aber ich denke, es geht einfach darum, dass dem Bürger einfach ein Gefühl für Europa vermittelt werden muss und das kann er, indem er also dann zumindest vermittelt zu Open Antrag die Idee bekommt, okay, ich kann hier direkt Dinge loswerden und wenn ich mir vorstelle, dass alle Piratenabgeordneten, wenn man jetzt mal besonders optimistisch ist und wir haben eine ganze Fraktion im Europaparlament und alle Piraten in ihren jeweiligen Ländern nutzen Open Antrag, dann ist das also, denke ich, mit einer der besten Möglichkeiten für die Beteiligung der Bürger am europäischen Geschehen, selbst wenn sie damit noch nicht direkt Gesetze umsetzen können, aber die Möglichkeiten von rechten Parteien Stimmung zu machen, denke ich, schwinden in dem Maße, in dem es also möglich ist, dass Bürger selber sehen, okay, hier gibt es Möglichkeiten und ich kann überprüfen, aha, das stimmt alles so gar nicht. Gut, an dem Punkt möchte ich einen kleinen Schlenker machen und einen Rückgriff auf die Geschichte, es gibt unsichtbare Revolutionen und es gibt sichtbare Revolutionen. Sichtbare Revolutionen war zum Beispiel die französische Revolution und auch die Revolution von 1989, dort konnten Bürger sich selber beteiligen. Unsichtbare Revolutionen ist zum Beispiel etwas wie die Agenda 2010 oder auch die digitale Revolution. Da sind politische Strukturen intakt geblieben, aber es hat gigantische, soziale und ökonomische Umwälzungen gegeben. Hier haben die Piraten gerade mit ihrer Kernkompetenz Transparenz einen wichtigen Hebel, den sie nutzen können, um Bürgern wiederum klar zu machen, okay, du musst dich einbringen. Allerdings hat jeder Abgeordnete, zumindest ist es so, wie ich es also mittlerweile auf der kommunalen Ebene sehe, eine Bringschuld. Das heißt, nichts passiert von selber, man muss tatsächlich immer wieder das Gespräch mit den Bürgern suchen. Man kann nicht darauf hoffen, dass man Dinge einfach ins Internet stellt. Also so, wie es hier schon vorher gesagt wurde, wir kippen jetzt also einfach mal lauter Infos ins Internet und dann passiert was. Nein, das ist es leider nicht. Das ist ein ziemlicher, mühseliger Berg, den man da beackern muss, weil die Bürger nicht von selber kommen, sondern man muss immer wieder zu ihnen hingehen und ihnen also interessante Dinge vorleben. Ansonsten wird das mit der Bürgerbeteiligung, glaube ich, immer auf sehr geringem Niveau bleiben. Am 6. Januar 1941 hat der amerikanische Präsident Franklin Delo Roosevelt eine sehr interessante Rede an die Nation gehalten, in der er die vier Freiheiten nannte. Das war die Redefreiheit, die Freiheit von Angst, die Freiheit von Furcht und die Religionsfreiheit. Heute können wir dazu noch eine fünfte Freiheit nennen, würde ich sagen, die Freiheit der Persönlichkeit. Und das ist etwas, wofür ich mich also einsetzen würde. Das heißt, fünf Freiheiten im Europäischen Parlament. Die Piraten sind piratisch gut aufgestellt, was die vier Freiheiten anbelangt. Das heißt, sie haben zum Beispiel, sie überlegen sich, ob sie ein bundesweites, ein europäisches WGE einführen wollen. Aber tatsächlich, der Datenschutz ist etwas, wo wir uns weiterhin bemühen müssen, durch Transparenz dem Bürger zu vermitteln, dass er tatsächlich Möglichkeiten hat, an Gesetzesvorhaben teilzunehmen. Es läuft immer wieder darauf hinaus, wie kann ich also an den Bürger gehen? Und da denke ich mir, sollten wir zumindest den Versuch machen, also auch aus dem Erlebnis heraus vom 2009er Wahlkampf, unabhängig davon, ob wir morgen jetzt ein gemeinsames Europawahlprogramm beschließen. Wir sollten zumindest ein erkennbares Motto europaweit haben, denn das ist das Einzige, was alle Piratenparteien dann tun können. Sie haben ein einziges Motto, sie können es abwandeln dann noch in ihren jeweiligen Ländern, aber wir sollten als Corporate Identity, so verschrien der Begriff auch manchmal ist, sollten wir es tun, einfach ein gemeinsames Motto europaweit haben, damit wir wirklich identifizierbar sind und damit die Touristen, die dann also wieder von Italien oder Frankreich an den Krudamm kommen, immer wieder sehen, Aha, ja, da sind die Piraten. Europa muss neu gedacht werden. Es muss neu begründet werden, nicht durch Eliten, sondern durch die Bürger und dafür möchte ich gerne auf einem vorderen Listenplatz beitragen. Vielen Dank. Ich hatte genug Zeit. Danke, die erste Frage ist also beantwortet, nämlich ob du genügend Zeit hattest, das wurde bejaht. Dann auch hier die Frage an die Versammlung. Besteht der Wunsch, die Kandidatin in der Fragerunde zu befragen, wer ist für bzw. gegen die Befragung von Angelika Brinkmann? Es ist eine deutliche Mehrheit dagegen zu erkennen. Angelika Brinkmann wird nicht befragt. Es erfolgt der zweite Aufruf für Julia Rieder, die sich auch bereits am Redepult eingefunden hat und der erste Aufruf für Daniel Mönch. Erster Aufruf für Daniel Mönch. Wunderbar. Und auch hier wieder die Bitte an die Kandidierenden, die als Nächste kommen, doch schon möglichst bald hier sich nach vorne zu begeben. Julia, bist du bereit? Dann erteile ich dir das Wort, bitte sehr. Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich bin Julia. Viele von euch kennen mich auch als Senfeiken. Ich bin 27 Jahre alt und schließe nächste Woche mein Studium der Politikwissenschaft ab. Gratulieren könnt ihr mir dann nächste Woche. Ich habe vor vier Jahren die Open Mind ins Leben gerufen. Das ist eine Konferenz der Piraten, wo wir uns mit Nicht-Piraten an einen Tisch setzen, gemeinsam über den Tellerrand schauen, uns auch mit Kritik auseinandersetzen und zusammen neue Ideen entwickeln. Da will ich auch als Kandidatin hin. Eine offene, vernetzte Gesellschaft in einem Europa ohne Grenzen. Seit dem 1. Januar dürfen auch Menschen aus Bulgarien und Rumänien in der gesamten EU ihren Arbeits- und Wohnort frei wählen. Ich finde das fantastisch. Viele versuchen uns, das jetzt Angst zu machen und uns das als Gefahr zu verkaufen. Dabei ist das das Ziel. Der Kern der europäischen Idee ist es, Grenzen zu überwinden. Für uns Piraten ist das eigentlich ganz natürlich. Wir haben genau diesen Gesellschaftsentwurf für uns im Internet gefunden. Im Internet machen Grenzen überhaupt keinen Sinn. Wir sehen jeden Tag in unserer Arbeit, dass wir mehr erreichen, wenn wir uns über Grenzen hinweg vernetzen. Ich will nicht, dass mein Internet an Landesgrenzen Halt macht. Ich will Kultur über Grenzen hinweg austauschen können, denn Wissen verbreitet sich, wenn man es teilt. Dass das funktioniert, sehe ich jeden Tag bei den jungen Piraten. Wir haben in diesem Sommer die europäischen jungen Piraten gegründet und ich bin seitdem deren Vorsitzende. Viele europäische junge Piraten sind heute auch hier und ich finde die Arbeit bei ihnen unglaublich motivierend, denn was ich als Vorsitzende der europäischen jungen Piraten machen kann, ist, dass ich auf Konferenzen auf der ganzen Welt fahre. Ich war vor kurzem in Korea und in Straßburg, um dort über die Chancen von Online-Demokratie zu sprechen. Und wenn man uns hier in Deutschland erzählt, die Piraten hätten ihre fünf Minuten Ruhm schon gehabt, geht nur mal aus Deutschland raus und ihr werdet feststellen, dass das nicht so ist. Die isländischen Piraten stehen in Umfragen im Moment bei 10 Prozent. Die tschechischen Piraten haben bei ihren nationalen Wahlen sogar noch besser abgeschnitten als die deutschen Piraten und auch die Luxemburger haben den Einzug ins Parlament nur sehr knapp verpasst. Wir werden weiterhin Piraten im Europaparlament haben und zwar nicht nur Piraten aus Deutschland und aus Schweden und wir müssen zusammenarbeiten. Diese gemeinsame Arbeit, wenn Piraten sich in Europa treffen, ist unglaublich fruchtbar für die Verbreitung von Ideen. Im Moment verbreitet sich zum Beispiel die Idee eines gemeinsamen europäischen bedingungslosen Grundeinkommens bei Piratenparteien in ganz Europa. Wir treffen uns, wir tauschen solche Ideen aus und wenn wir wieder nach Hause gehen, ist es das Internet, das uns die Möglichkeit gibt, diese Ideen am Leben zu halten, Kontakte weiter zu pflegen und eine gemeinsame Identität als eine weltweite Bewegung von Piraten zu entwickeln. Das, was ich mir für Europa wünsche und was wir als Piraten dort erreichen wollen, setze ich also jetzt bei den Piraten schon um. Ich habe gemeinsam mit meinem Mitbewerber Gilles Bordelet das Tandem nach Brüssel wir kandidieren im Tandem, das bedeutet, wir haben unsere Kandidatur von Anfang an unterstützt, wir haben uns gemeinsam auf den Wahlkampf schon vorbereitet und wir binden andere Kandidierende in unsere Arbeit ein. Zusammen mit anderen Piraten haben wir eine Selbstverpflichtung verfasst, wie wir uns die Arbeit im Europaparlament vorstellen. Diese Selbstverpflichtung haben inzwischen 42 Piraten aus sechs europäischen Ländern unterzeichnet. Gemeinsam verpflichten wir uns, dass wir im Europaparlament als Fraktion arbeiten werden, auch wenn wir noch keine sind. Wir werden Ressourcen teilen und wir werden transparent arbeiten. Die Transparenz in der Europäischen Union ist so eine Sache. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass uns die Türen in der EU verschlossen sind, sondern dass es zu viele Türen gibt. Der Kommission ist durchaus bewusst, dass es ein Problem ist, dass die EU so weit entfernt ist von den Menschen. Und es gibt Zeichen, dass es Versuche gibt, Transparenz zu schaffen. Aber gerade wir Piraten haben gelernt, dass zu Transparenz eben mehr gehört, als Informationen einfach ungefiltert ins Internet zu kippen. Ich stehe für aktive Transparenz. Aktive Transparenz, das bedeutet, dass ich Informationen so aufbereiten will, dass man sie auch versteht und mit ihnen arbeiten kann. Aktive Transparenz bedeutet auch, dass ich mit euch Online-Tools diskutieren will über die Entscheidungen, die ich als Parlamentarierin treffen muss. Und aktive Transparenz ist zum Beispiel auch die Anleitung zur Beantwortung der Urheberrechtsanhörung. Die habe ich vor kurzem mit unserer Europaparlamentarierin Amelia Andersdotter aus Schweden verfasst. Die Kommission ruft uns zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren auf, unsere Meinung zur Reform des Urheberrechts in Europa zu sagen und verbindet damit das Versprechen, noch 2014 eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es eine europäische Urheberrechtsreform gibt. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es kommen wird und es wird unsere Aufgabe als Piraten im Europaparlament sein, diese Urheberrechtsreform im Sinne einer freien Kultur und einer freien, offenen Gesellschaft zu gestalten. Die Urheberrechtsreform ist aber nur eines von vielen wichtigen Themen, die auf der europäischen Agenda stehen in der nächsten Legislatur. Wir haben jetzt die Chance, die Netzneutralität europaweit gesetzlich festzuschreiben. Auch die Datenschutzverordnung wird zum Zeitpunkt der Wahl wahrscheinlich noch nicht verabschiedet sein. Und mit TTIP, dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, kommt ein Handelsabkommen auf uns zu, das all die Fehler wiederholt, die bei ACTA bereits gemacht wurden. Dieses Abkommen ist vollkommen intransparent, die Vertragstexte sind nicht einzusehen und es ist praktisch unmöglich für die Zivilgesellschaft auf den Inhalt Einfluss zu nehmen. Gegen ACTA habe ich mich seit 2010 bei den Piraten eingesetzt. Ich hatte die Chance, vor eineinhalb Jahren im Europäischen Parlament drei Monate lang für unsere Abgeordnete Amelia Andersdotter zu arbeiten. In dieser Zeit konnte ich miterleben, wie Amelia es geschafft hat, ihren Ausschuss davon zu überzeugen, ACTA abzulehnen. Das war eine extrem motivierende Erfahrung für mich. Wir haben es geschafft, als Piraten dazu beizutragen, dass mit ACTA keine Grundrechtseinschränkungen für die Menschen in Europa und der ganzen Welt verabschiedet wurden und es braucht uns Piraten im Europaparlament, um das bei TTIP auch durchzusetzen und dazu will ich beitragen. Ich denke, ich bringe genau die richtigen Voraussetzungen dafür mit. In meiner Magisterarbeit habe ich mich mit den Programmen anderer Parteien sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe sie nämlich lesen müssen und dadurch bin ich auf den Wahlkampf extrem gut vorbereitet, weil ich weiß, was die anderen Parteien in Sachen Europa und auch in anderen Bereichen fordern und wo ihre Schwachstellen sind. Und dadurch, dass ich kurz vor meinem Abschluss stehe, werde ich auch die Zeit mitbringen, um mich voll dem Wahlkampf zu widmen. Und jetzt verrate ich euch was, wo wahrscheinlich bei vielen von euch die Alarmglocken angehen. Ich habe nämlich richtig Bock auf den Job. Die paar Monate, die ich in Brüssel arbeiten durfte, gehörten wirklich zu den spannendsten meines Lebens. Und ich fühle mich in Brüssel wie ein Fisch im Wasser. Da ist ein politisches System am Werden, das eine einmalige Chance darstellt. Wir haben da die Chance, nationale Egoismen ein für alle Mal zu überwinden. Und wir Piraten haben die Möglichkeit, dieses politische System mitzugestalten. Und was machen Piraten, wenn man uns eine Beta-Version vorsetzt? Wir sind begeistert für das Neue. Wir probieren Dinge aus und wir tun uns zusammen, um es gemeinsam besser zu machen. Halbe Minute. Unser Europa nimmt sich das Internet zum Vorbild. Es ist gemeinschaftlich, grenzenlos und ver- Applaus 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 Ja, herzlichen Dank. Hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Ja, danke. Herzlichen Dank. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Besteht der Wunsch, die Kandidatin Julia Reda nachher in der Fragerunde zu befragen, wer ist für beziehungsweise gegen Herzlichen Dank. Das ist eindeutig mehrheitlich dafür. Damit wird Julia Reda befragt. Ich habe eine organisatorische Durchsage. Andreas Popp und Marco Golpert werden gebeten, sich auch hier hinter der schwarzen Stellwand, also zur linken der Bühne, einzufinden, zu um 18 Uhr geplanten Teambesprechung von Bühnenteam und Orga. Also Marco Golpert und Andi Popp, bitte hinter die schwarze Stellwand zur linken der Bühne von mir ausgesehen. Ich komme zum zweiten Aufruf des nächsten Kandidaten, es ist dies Daniel Mönch, der ist schon da und zum ersten Aufruf der nächsten Kandidatur, es ist dies Sascha Zuter, Sascha Zuter erster Aufruf und zur Information an alle folgenden Kandidierenden, es sitzt im Moment niemand mehr am Kandidatentisch. Ich möchte also darum bitten, mal in die Liste zu gucken und alle kommenden Kandidierenden darum ersuchen, also die nächsten vier oder fünf oder so sich hier vorne links einzufinden, damit wir nahtlos weitermachen können. Wie gesagt, erster Aufruf Sascha Zuter und Daniel, bist du bereit? Dann erteile ich dir das Wort, bitte sehr. Abend, liebe Piraten, ich bin Daniel Mönch, aber unter dem Namen werdet ihr mich wahrscheinlich überhaupt nicht kennen, denn ihr kennt mich unter dem Namen PR02 oder Danny MH. Das sind Namen, unter denen ich in den letzten Jahren an Grundsatzprogrammen und unterschiedlichen Wahlprogrammen in Vernetzung zwischen den AGs, den Themenbeauftragten, Fraktionen, sowie in der Öffentlichkeitsarbeit mitgewirkt habe. Aber warum unter Pseudonym? Das liegt daran, dass ich es für eine Errungenschaft halte, dass sich in dieser Partei auch anonyme Aktivisten an politischer Arbeit beteiligen können. Es ermöglicht Menschen, welche aus unterschiedlichsten Gründen, ob es nun Verfolgung, ein Diensteid oder auch einfach nur wegen des wirtschaftlichen Überlebens, nicht möglich ist, unter ihrem bürgerlichen Namen Politik zu machen. Doch für eine Kandidatur für das Europäische Parlament gelten noch andere Regeln, deswegen diesmal unter dem bürgerlichen Namen. Nun zur Kandidatur, warum stehe ich hier? Vor allem, warum bei dieser Piratenpartei? Bei der Bundestagswahl sind wir Piraten nicht zuletzt hinter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. In der Presse tauchen jetzt wieder Artikel auf, braucht es eine Piratenpartei noch, das kurz nachdem die Presse gelernt hat, dass ihr Quellenschutz für staatliche Überwacher nicht mehr als eine Farce ist. Also sollte Ihre Frage doch eher lauten, wer braucht eine Presse, welche ihre Quellen nicht schützen kann? Und daher ist meine Antwort auf Ihre Frage ganz einfach. Ja, es braucht eine Piratenpartei, welche sich auch politisch für den Schutz von Pressefreiheit einsetzt und vielleicht die ein oder andere Krypto-Party veranstaltet. Aber trotzdem, wie konnte es passieren, dass unsere Themen, die heute so relevant sind wie niemals zuvor, zwar in der Öffentlichkeit sind, aber wir nicht gewählt werden? Trotz, in einem der polarisierendsten Wahlkämpfe der letzten Jahre sind wir einfach untergegangen. Die SPD und die CDU haben eine Mehrheit auf sich vereinbaren können. Aber haben die Menschen denn wirklich die Themen dieser Parteien gewählt? Sind sie denn wirklich für Steuererhöhungen, Strompreiserhöhungen oder eine Vorratsdatenspeicherung? Finden sie das wirklich gut? Ist das die Politik, die sie sich wünschen? Nein, sage ich dazu. Deswegen brauchen wir jetzt eine Piratenpartei, welche auch nach der Wahl noch gegen jede Art von verdachtsunabhängiger Datenspeicherung ist. Welche Schlüsse kann man also aus den Enthüllungen von Edward Snowden ziehen? Die NSA hat ihre Schlüsse bereits gezogen. Sie hat den Großteil ihrer Systemadministratoren entlassen und baut jetzt ein noch gewaltigeres Datencenter in Utah, wo sogar, wie in den letzten Tagen bekannt wurde, ein Quantencomputer für das Brechen von Verschlüsselung und die Auswertung der gewaltigen Datenmenge eingesetzt werden soll. Das sind meiner Meinung nach genau die Ein System, welches sich immer weiter zentralisiert, macht sich angreifbar. Und das ist, denke ich, die wichtigste und wertvollste Information, die wir Edward Snowden zu verdanken haben. Egal, wie viele Milliarden von Euros und Dollars in ein zentralisiertes Überwachungssystem gesteckt werden, je zentralisierter es ist, desto weiter steigt die Gefahr, dass ein einzelner Mensch mit seinem Laptop einen Unterschied machen kann. Ein einzelner mit einem Laptop hat Hier sehe ich jetzt sehr viele Menschen mit ihren Laptops und die sind auch noch politisch aktiv. Und ja, diese Piraten braucht es im Europäischen Parlament, um die Überwacher das Fürchten zu lernen. Denn Enthüllung von Edward Snowden zu trotz soll jetzt zwischen den USA und der EU ein neues Freihandelskommen beschlossen werden. Da Schutzzölle und Handelsbarrieren zwischen USA und Europa so gut wie gar nicht mehr vorhanden sind, muss man sich die Frage stellen, was soll mit Investment Partnership handelt es nicht um ein Freihandelsabkommen im herkömmlichen Sinne, sondern um ein Investitionsschutzprogramm. Die Idee, dass Barrieren für den Handel, wie zum Beispiel demokratisch beschlossene Gesetze, Umwelt- oder Verbraucherschutzauflagen Multinationale Konzernen unrechtmäßig Gewinne entziehen und diese dafür entschädigt werden müssen. So ist die Wahl der Bürger in Europa bald Chlorhühnchen zu essen zusammen mit leckeren GMOs oder dafür hohe Strafen zahlen zu müssen, das nicht tun zu müssen. Genau für solche hinter verschlossenen Türen verhandelten Verträge braucht es uns Piraten im Europaparlament um Transparenz nicht nur anzufragen, sondern einzufordern. Einige Stimmen in der Partei sagen jetzt hey lass doch diese großen Themen wir sind doch so wie es nur eine kleine unwichtige Chaotentruppe und wir sollten diese großen gesellschaftlichen Themen doch bitte den anderen überlassen. Dazu sage ich nein jeder einzelne Pirat im Europäischen Parlament macht einen Unterschied nicht zuletzt Amelia hat uns das bewiesen die durch ihre ständige Arbeit dafür gesorgt hat dass mehr Menschen an den Prozessen der Europäischen Union teilhaben können und ein Teil dieser europäischen Demokratie sein können allein das macht heute schon einen gewaltigen Unterschied danke Amelia ja es braucht uns Piraten im Europäischen Parlament um eine demokratische Teilhabe zu ermöglichen aber wie kann so eine kleine Fraktion überhaupt etwas ausrichten die Antwort ist klar Vernetzung Vernetzung und nochmal Vernetzung denn die Fraktion wird unterschiedlichste Themenfelder bearbeiten müssen um das möglich zu machen wird es nötig werden dass sich die Fraktion eng mit Piraten aber auch der Zivilgesellschaft vernetzt um diese Vernetzung herzustellen stehe ich hier seit drei Jahren organisiere ich politische Arbeit in der Piraten Partei ob im Team der politischen Geschäftsführer wo ich insbesondere auf die Vernetzung zwischen Länder und Bundespolgf unter Themenbeauftragten hingewirkt habe bei der Organisation der Koordinatoren Konferenz oder als AG Koordinator in der AG Wirtschaft oder der AG Throne für unsere vernetzte Arbeitsweise haben wir Piraten die Möglichkeit Lösungen für Probleme zu finden welche andere aufgrund von hierarchischen Strukturen gar nicht finden können die Erstellung unseres Grundsatzprogramms sowie unserer Wahlprogramme wäre ohne Vernetzung nicht möglich gewesen dies möchte ich auch für eine Piraten Fraktion im Europäischen Parlament leisten deswegen ja es braucht uns Piraten im Europäischen Parlament um den digitalen Wandel im Parlament aber auch in der Gesellschaft umzusetzen kurz vor der Bundestagswahl ist eine neue Partei im Parteienspektrum aufgetaucht ja die AfD und ihr dürft jetzt buhen denn denn die Politik welche diese Partei betreibt bedient rassistische nationalistische Restaurants zusammen mit einer Außen- und Wirtschaftspolitik aus dem letzten Jahrtausend wir Piraten sind vom ersten Moment dem entgegen getreten denn diese rückwärts gewandte Politik hat keine Zukunft das wissen wir die Meinungsfreiheit welche dieser Partei erlaubt ihre menschenfeindliche Hetze zu verbreiten ist auch eine Verpflichtung eine Verpflichtung an die Zivilgesellschaft und insbesondere an uns Piraten dem zu widersprechen dem lautstark zu widersprechen auf Demos an Infoständen bald vielleicht auch in Parlamenten denn wenn es schlecht läuft wird Deutschland bald auch von dieser AfD im Europäischen Parlament vertreten mir persönlich blutet dabei das Herz bei dieser Vorstellung bitte gebt mir eure Stimme damit ich Ihnen im Europäischen Parlament entgegentreten kann denn für uns ist Migration kein Problem sondern eine Möglichkeit eine multikulturelle zukunftsorientierte Gesellschaft zu schaffen der digitale Wandel und die Möglichkeiten welche sich daraus ergeben sind gerade erst am Anfang wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die Möglichkeiten welche uns die neuen Technologien bieten dazu zu nutzen Inklusion bei der politischen Arbeit und in der Gesellschaft umzusetzen schon jetzt ermöglichen wir durch innovative Anwendungen neuer Methoden und Tools Nein keine Sorge jetzt kommt nicht noch schnell eine Tool Diskussion die Mitarbeit von Menschen auch wenn sie in vielen Stellen der Gesellschaft aufgrund einer Behinderung oder aufgrund anderer Beeinträchtigungen nicht teilhaben können auch wenn wir schon viel erreicht haben müssen wir uns für Augen führen dass auch an dieser Veranstaltung heute viele Piraten aus unterschiedlichsten Gründen nicht teilhaben können trotz der Errungenschaften Deine Redezeit ist um gleichwohl die Frage hattest du genügend Zeit dich vorzustellen die Antwort ist ja herzlichen Dank dann bitte ich die Versammlung mal wieder um eine Abstimmung wer ist für beziehungsweise gegen die Befragung des Kandidaten Daniel Mönch Herzlichen Dank das ist mehrheitlich dagegen damit wird Daniel Mönch nicht befragt zunächst der zweite Aufruf zum Kandidaten Sascha Zuter der kommt und jetzt habe ich einen GO Antrag bitte sehr ja vielen Dank hört ihr mich ja ich hätte gerne ein Meinungsbild ich hätte die Frage ob die Versammlung auch findet dass es unfair ist wenn die Versammlungsleitung einige Kandidaten noch ihre letzten Sätze beenden lässt und andere Sekunden genau abschneidet gut dann frage ich dieses Meinungsbild ab findet die Versammlung es unfair wenn die Versammlungsleitung einige Kandidaten und Kandidierende besser gesagt ihre Sätze noch zu Ende bringen lässt und anderen das Wort hart abschneidet bitte um Abgabe des Meinungsbildes ich teile dem Antragsteller und der Versammlung mit dass das Meinungsbild leicht ins Positive ausgegangen ist so sehe ich gut gut ja vielen Dank es erfolgt noch der erste Aufruf für Fotios Amanatidis und ich bitte auch jetzt schon die nächsten Kandidierenden Schmidt Augustin Schroll und Pfann Schmidt sich auch schon mal in Richtung des Kandidatentisches zu bewegen oder des Kandidierentisches zu bewegen damit wir auch da dann gleich weitermachen können Sascha bist du bereit dann erteile ich dir das Wort bitte sehr Dankeschön Hallo zusammen mein Name ist Sascha ich bin letztes Jahr im April in die Piraten Partei eingetreten ich bin seit letztem Herbst stellvertretender Crew Koordinator in unserer Crew ich bin in die Partei eingetreten wegen drei Themen einmal Demokratie Transparenz und Datenschutz Demokratie vor allem im Sinne von Volksabstimmungen das sind die Themen von denen ich denke auch dass das die Themen sind mit denen wir wahrscheinlich am ehesten den Einzug in das EU Parlament schaffen könnten sollte man mich dann wirklich wählen muss ich aber auch direkt sagen ich bin kein Diplom irgendwas ich habe keine Firma ich war auch nie auf einer Universität ich bin ganz normaler Angestellter ich arbeite in einem Großhandel und bin da Mitglied in einem Betriebsrat soweit zu mir ja jetzt ist dieser Fall eingetreten dass die Hauptversammlungsleitung gerade an einem Ort ist wo sie kurz alleine sein möchte ihr müsst jetzt ganz kurz warten okay ich könnte das jetzt machen aber ich bin gerade nicht dafür legitimiert und beauftragt der ist gleich wieder hier ja er hat ja nicht übergeben dann sag du ins Mikrofon dass du für das Protokoll ich übernehme diese Aufgabe ganz kurz hattest du ausreichend Zeit dich vorzustellen ich hatte ausreichend Zeit danke schön dann die Frage an die Versammlung möchtet ihr den Kandidierenden befragen dann bitte die grüne Karte wenn nicht die lila das ist sehr deutlich nicht der Fall fürs Protokoll ich übergebe wieder an Gerhard Anger da muss man einmal kurz wohin gut dann der zweite Aufruf für Fotios Amanatidis der ist gerade schon auf dem Weg und der erste Aufruf der erste Aufruf für Andreas Schmidt und auch wieder die Bitte an alle die noch kommen jetzt gleich hier bald nach vorne zu kommen Fotios bist du bereit ich bin bereit dann erteile ich dir das Wort frohes neues Jahr liebe Piraten Mein Name ist Foti Amanatidis ich bin 43 Jahre alt und seit 2009 Pirat von 2010 bis 2013 war ich Koordinator der AG Außen- und Sicherheitspolitik 2011 und 2012 war ich Koordinator der AG Europa seit 2011 veranstalte ich in Potsdam das Barcamp der AG besser bekannt als Potsdamer Konferenz dort haben wir nicht nur sehr viel Programm erarbeitet auch der Spruch Europapolitik ist keine Außenpolitik hat dort seinen Ursprung wenn nicht gerade Wahlkampf ist beschäftige ich mich hauptsächlich programmatisch mit den Themen Außen und Europapolitik das liegt nahe da ich als Politikwissenschaftler am Forschungsinstitut für politische Wissenschaft und europäische Fragen der Universität zu Köln arbeite An elf programmatischen Anträgen die heute Bestandteil unserer Programme sind habe ich mitgearbeitet so ist zum Beispiel im Nachgang zur Potsdamer Konferenz 2011 der Appell pro Europa entstanden dieser wurde auch von anderen Piraten Parteien übernommen ich meine in Luxemburg In Bremen haben wir die Gründungsdokumente der Europäischen Piratenpartei angenommen hieran habe ich von Anfang an seit der PPI Konferenz 2012 in Prag mitgewirkt in Luxemburg schließlich hatte ich die Ehre als Repräsentant der Piratenpartei Zypern das Gründungsdokument der Piratenpartei Europa zu unterzeichnen Auch bei der Gründung der Piratenpartei Griechenland und der Unterstützung des dortigen Wahlkampfs war ich aktiv Ob TTIP Flüchtlinge Asyl oder Urheberrecht alles ist letzten Endes ein Bestandteil der europäischen Integration Mein Schwerpunkt ist die europäische Integration Wir müssen Europas Integration vorantreiben Nicht weil Europa alternativlos wäre sondern weil populistische Alternativen wie Zurück zur Reichsmark oder so ein Quatsch eben nicht unseren Vorstellungen entsprechen Seit 2009 hören wir Tag ein Tag aus Euro Krise Euro Krise Euro Krise Der Euro hat keine Krise Gerade erst ist ein Land dem Euro beigetreten Die Europäische Union hat eine Krise Wie zerbrechlich die europäische Einheit zu ihrem jetzigen Zeitpunkt ist zeigt der Umgang der Mitgliedstaaten seit Ausbruch der Krise Die gemeinsame Währung sollte über eine wirtschaftliche letztlich in die politische Union führen Das war logisch gedacht doch nach der Einführung des Euros passierte nichts Erst als einige Staaten nach der Bankenkrise 2008 plötzlich hochverschuldet dastanden und es drängte wurde der ESM quasi aus dem Hut gezaubert Zu Recht lehnen wir Piraten die Entstehung dieses Vertrages im Hinterzimmer ab Überhaupt findet die europäische Politik viel zu sehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt Wir erleben sie als durch und durch bürokratisch die Europäische Union erscheint wie ein einziger Dschungel immer wieder verordnet und regelt man in unser tägliches Leben hinein ohne dass man so recht weiß wie diese Entscheidungen entstanden sind Ich habe den Eindruck die europäische Bürokratie lässt sich dabei von mächtigen Lobbys treiben Wir Bürger werden dabei viel zu wenig beteiligt Was Europa jetzt braucht ist ein mutiges Voranschreiten für ein solidarisches und in seiner Vielseitigkeit vereintes Europa für eine demokratische und transparente Union aber es fehlt die Stimme Wir Piraten als transnationale Bewegung wollen diese Stimme sein Europa ist viel mehr als unfassbare Regelungen zu Salatgurken und Ölkännchen Europa ist ein Friedensprojekt Das Ziel ist die langfristige Friedenssicherung durch Überwindung von Nationalstaaten Dieses Ziel darf nicht aus den Augen verloren werden Es ist an der Zeit dass Europa nicht mehr nur kleinteilige Reglementierungen auf den Weg bringt Nun gilt es wirkliche Fortschritte für die europäischen Bürger zu erzielen Hierfür ist es notwendig die Hürden der ausufernden Bürokratie zu überwinden und die EU demokratischer zu gestalten Nur ein Europa das alle Bürger mitgestalten kann auch ein Europa für alle sein Das Parlament als einzig direkt gewähltes Organ muss gestärkt werden der derzeitige Zustand ist langfristig nicht tragfähig Die Krise der Europäischen Union kann nicht mit einem weiteren 200 seitigen Vertrag behoben werden nicht mit einem Vertrag den selbst Juristen nicht mehr verstehen weil ständig irgendeine Ausnahmeregelung erfasst wird dies prägt das gegenwärtige System das selbst die Wissenschaft als von eigener Art bezeichnet so entsteht bei den Menschen kein Vertrauen in die gemeinsamen Institutionen Als Pirat setze ich mich für europaweite Volksbefragungen ein nur eine gemeinsame Willenserklärung der europäischen Bürger kann die Kooperation der Regierungen wirksam fordern der Zustand Europas zwischen Staatenbund und Bundesstaat muss überwunden werden was Europa braucht ist eine klare transparente und nachvollziehbare Struktur die die Kommunikationswege zwischen den einzelnen Organen aufzeigt was wir brauchen ist eine Verfassung eine europäische Verfassung die Menschenrechte garantiert und die Aufgabe der Organe regelt doch dieses Mal muss der Verfassungskonvent echte Bürgerbeteiligung ermöglichen Am Ende dieses Prozesses muss eine europaweite Volksabstimmung über eine gemeinsame Verfassung stehen erst durch diesen Akt kann eine europäische Bürgerschaft im Sinne des Begriffes entstehen ohne Bürger wird Europa scheitern ein weiterer Schritt auf dem Weg ist die grenzüberschreitende Vernetzung der Piraten auf europäischer Ebene die digitale Revolution macht es leichter hier werde ich mich weiterhin intensiv einbringen mit dem Ziel in Zukunft eine eigene Piraten Fraktion im Europäischen Parlament zu haben für Piraten in Straßburg und Brüssel für ein demokratisches transparentes Europa für all das möchte ich meine jahrelangene Erfahrung in der Europapolitik zur Verfügung stellen vielen Dank herzlichen Dank hattest du genügend Zeit zur Vorstellung ich hatte genügend Zeit herzlichen Dank dann kommen wir auch hier zur Abstimmung über die Befragung wer möchte beziehungsweise möchte nicht dass Fotios Amanatidis nachher befragt wird wer ist für beziehungsweise gegen eine Befragung des Kandidaten in der Fragerunde herzlichen Dank das ist eindeutig mehrheitlich dafür der Kandidat Fotios Amanatidis wird befragt ich komme zum zweiten Aufruf von Andreas Schmidt und der ist unterwegs und zum ersten Aufruf von Marie Augustin erster Aufruf Marie Augustin hat dann die Gelegenheit sich nach Andreas Schmidt vorzustellen und ich muss dich kurz um Geduld bitten wir machen wieder einen Versammlungsleitungswechsel und ich übergebe die Versammlungsleitung wieder an Marco Golpert vielen Dank und bis dann gleich nochmal Tschüss So da bin ich wieder jetzt muss ich dich nochmal um kurz Geduld bitten und zwar zu unserem weiteren Vorgehen wir werden jetzt die Kandidaten Vorstellungen zu Ende machen es sind nur noch elf Stück danach werden wir die Befragungsrunde beginnen wir wollen schauen dass wir vielleicht heute noch komplett durch ziehen wir bitten alle Kandidaten die befragt werden sich auf jeden Fall dementsprechend hier im Saal bereit zu halten dass wir das zügig und reibungslos durchziehen können ja gut Andreas bist du bereit dann darfst du starten Hallo liebe Piraten ich heiße Andreas Schmidt bin 32 Jahre alt und komme vom Berliner Landesverband ich bin 2011 den Piraten beigetreten und seitdem war ich in verschiedenen Arbeitsgruppen tätig momentan bin ich auf Berliner Landesebene aktiv in AG Wirtschaft und Umwelt bei AG Finanzen Haushalts Steuern bei Sozialpiraten und bei AG für Europapolitik meine wichtigsten politischen Themen sind Sozialpolitik konstruktive Gestaltung des Strukturwandelungsprozesses ausbalancierte Wirtschaft und gesunde Staatsfinanzen Außerdem Außen- und Sicherheitspolitik Mich freute sehr dass die Forderung nach bedienungslosem Grundeinkommen zu eines der wichtigsten politischen Zielen der Piraten geworden ist Ich habe mich mit diesem Thema jahrelang auseinander gesetzt und das war wahrscheinlich der Hauptbeweggrund warum ich den Piraten beigetreten bin Ich habe dazu mein eigenes Konzept entwickelt und den 2012 bei Berliner Sozialpiraten vorgestellt Wenn Sie meine Wiki Seite anklicken können Sie auch mehr dazu erfahren Wir leben jetzt in einer Transformationsphase zwischen industrieller Epoche und einem Zeitalter für dem es noch keinen Begriff gibt Dieser Struktur Wandlungsprozess stellt die Industrienationen vor enorme noch nie dagewesene Herausforderungen Man muss sich von Illusion der Vollbeschäftigung verabschieden und für die Menschen die nicht mehr an Produktionsprozess teilnehmen können oder wollen auch eine Lebensperspektive schaffen Dazu bedarf es neben dem Grundeinkommen ein innovatives und gut durchdachtes Wirtschafts- und Finanzsystem Warum kandidiere ich für das Europaparlament und was möchte ich dort erreichen Einige meiner politischen Schwerpunkte habe ich gerade dargelegt und denen werde ich mich bei meiner Arbeit als Parlamentarier hauptsächlich widmen Es kann nicht sein dass seit einigen Jahren in Südeuropa Massenarbeitslosigkeit Hoffnungslosigkeit und Existenzangst besonders bei jungen Menschen herrscht und die Politik mehr oder weniger ignorant über diesen skandalösen Zustand hinweg sieht und keine wirklichen Lösungen anbietet Und meine Lösung heißt nicht Repressionen und Abbau von staatlichen Leistungen sondern ein Bewusstsein in Gesellschaft schaffen das die Gewährleistung von Grundbedürfnissen genauso eine öffentliche Aufgabe ist wie zum Beispiel Landesverteidigung Bildung oder Justiz Heutige Wirtschaftskrise hat ihre Ursachen nicht den Mangel der Produktivität sondern indem die Nachfrage weggebrochen ist Und indem man die staatlichen Ausgaben kürzt verschlimmert man die Situation noch zusätzlich Man muss dafür sorgen dass öffentliche Haushalte ausgeglichen sind aber der Staat trotzdem über genügend Mieten verfügt um seine Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen Das kann erreichen entweder durch eine höhere Steuerquote oder durch größere direkte Beteiligung des Staatssektors an Wirtschaft Was Außenpolitik angeht da wird es auch höchste Zeit dass Europa international mit wirklich einer Stimme spricht Auch bei Sicherheitspolitik braucht Europa mehr gemeinsame Strukturen unabhängig von NATO Aber vor allem ist mir wichtig dass es keine aggressive Außen- und Geopolitik von einzelnen EU-Staaten ausgeht Das Völkerrecht muss respektiert werden Hier kann EU mit gutem Beispiel vorangehen und für seine Mitglieder gemeinsame verbindliche Normen schaffen Militärische Interventionen sind nur mit UN-Mandat und auch nur dann gerechtfertigt wenn es eindeutig ein Völkermord zu verhindern gibt Jetzt in kurzform noch einige meine weiteren Positionen Ich bin gegen ACTA und fordere die Entkriminalisierung des Urheberrechts und Beendigung des Abmahnverfahrens im Internet Ich fordere dass Europaparlament vollwertiges Gesetzgebungsorgan wird und dass es den Initiativrecht bei Gesetzgebungsverfahren bekommt Ich bin strikt gegen das Freihandelsabkommen der EU mit USA in heutigen Form Außerdem denke ich dass die Zeit der bilateralen Handelsabkommen vorbei ist und man die Handelsschranken viel effektiver und sinnvoller auch globaler Ebene abbauen soll zum Beispiel in WTO Was Kreditwirtschaft angeht hier sollte ein effektives Mechanismus gefunden werden dass man jede Bank abwickeln kann ohne volkswirtschaftliche Schäden zu verursachen Außerdem müssen Kreditinstitute ab bestimmten Bilanzsumme deutlich höhere Eigenkapitalquote aufweisen als es heutigen Basel drei Regelungen vorsehen Falls ich ins Europaparlament gewählt werde werde ich gemäß meinen politischen Vorstellungen handeln Natürlich werde ich auch das Partei und Wahlprogramm berücksichtigen aber ich werde mich niemals opportunistisch verbiegen und gegen meine Überzeugung stimmen Wenn sie meinen politischen Ansichten und Forderungen auch zustimmen können dann bitte ich sie um ihre Stimme Vielen Dank Dankeschön an dich die Frage hast du genügend Zeit gehabt um dich vorzustellen Danke an euch die Frage wollt ihr diesen Kandidaten später befragen das ist ein klares Nein Dankeschön so hiermit kommt der zweite Aufruf für Marie Augustin und ich rufe zum ersten Mal auf Karl Georg Schroll der Wahlleiter will etwas sagen So ich nerv euch jetzt ein bisschen weiter heute wird wohl nicht mehr gewählt werden geht über Nacht in euch Bereichsleiter steht mal auf und winkt von denen habe ich genug diese Bereichsleiter koordinieren die Wahlhelfer für mich von denen habe ich zu wenig alle diese elf Bereichsleiter untereinander teilen sich momentan knapp 40 Wahlhelferinnen also wenn ihr morgen früh irgendwie uns unterstützen könntet es dauert auch nicht sehr lange und umso mehr ihr seid umso besser also geht über Nacht in euch spätestens ihr könnt auch euch jetzt schon bei denen melden wäre super vielen vielen Dank so marie augustin ist nicht da ist karl georg schroll da sehr gut da kommt er schon angelaufen dann kommt der erste aufruf für jörg jörg van schmidt so karl georg bist du bereit ja ich bin bereit bitteschön ich bin karl georg schroll vor 68 jahren in ostfriesland geboren kurz zu meinem ausbildungs- und berufsweg nach einem facharbeiter nach einer facharbeiterausbildung studium in bremen abschlussdiplom sozialwissenschaftler später in trier habe ich in verkehrswissenschaften promoviert ich war circa elf jahre in kulturbehörden der städte aurich bremen und saarbrücken tätig gut 20 jahre als selbstständiger verkehrsplaner gearbeitet dazu parallel sieben jahre als geschäftsführer einer eisenbahngesellschaft ich war drei jahre verkehrsreferent für die linke im bundestag seit august 2012 referent in der piratenfraktion saarland arbeitsbereich wirtschaft arbeit energie verkehr der zeitweise haushalt und finanzpolitik und stellvertreter im europa ausschuss kurz zu meinem politischen werdegang bin 1989 aus der dkp ausgezeten von da an hatte ich erst mal null bock auf parteien bin 1993 in dem bund und in den verkehrsclub deutschland vcd die ökologische alternative zum adac eingetreten bin seitdem immer noch tätig aktiv es war gerhard schröders antisoziale politik geschuldet dass ich dann 2005 in die pds eingetreten bin die dann 2007 in die linke überführt worden ist dort bin ich aber frustriert 2011 ausgetreten 2012 bin ich mitglied in der piratenpartei geworden und warum ich will mithelfen beim klar machen zum ändern was habe ich bisher mit europa zu tun gehabt mitte der 1980er jahre war ich in der arbeitsgruppe kultur und region des europarats unterwegs als vertreter der kulturregion ostfriesland in straßburg brüssel und clermont ferron ich habe grenzüberschreitende kultur und künstleraktionen geplant und ausgeführt provinz groningen ostfriesland saarland lothringen saarbrücken metz als verkehrsreferent im bundestag war ich zuständig unter anderem für die eu verkehrspolitik und da habe ich schon viele dieser umfangreichen papiere die es ja von der eu gibt bearbeitet als referent im saarland habe ich einen schwerpunkt grenzüberschreitender öffentlicher personennahverkehr ich lebe und arbeite im saarlow luxraum konkret in trier und in saarbrücken ich finde dadurch bin ich fast prädestiniert für europa in europa muss einiges geändert werden diese bisherigen beiträge zeigen das ganz deutlich und ich finde das unwahrscheinlich gut welche kompetenten leute wir haben es gibt eigentlich viel zu viel was man kritisieren kann deswegen habe ich mich auf einige wenige punkte beschränkt erstens die merkelsche austeritäts politik führt nicht nur zu weiteren verarmungen in unserer südlichen peripherie sondern begünstigt verstärkt nationalismen in der konsequenz dass die europäische rechte immer mehr zulauf erhält das ist in österreich das ist in frankreich das ist in belgien in den niederlanden in dänemark in schweden finnland um nur einige zu nennen auch hier in deutschland haben wir eine rechtspopulistische partei denen wir begegnen müssen nämlich die afd wir piraten müssen dazu in europa unbedingt ein gegengewicht bilden dazu könnt ihr ruhig klatschen zweitens eine verfehlte flüchtlings und asylpolitik führt zu gravierenden menschenrechtsverletzungen das mittelmeer darf nicht weiter zum massengrab werden frontex gehört abgeschafft ich drittens europäische militärpolitik marus sefkovic der eu verwaltungskommissär sagte und ich zitiere wir müssen effiziente missionen durchführen können wo immer das notwendig ist aber wir piraten wollen keine schnelle eingreiftruppe keine europäische interventionsarmee hannes swoboda der fraktionsvorsitzende der spd im europarat fürchtet dass 6000 arbeitsplätze beim rüstungskonzern eads in gefahr sind wenn nicht aufgerüstet wird und wozu bräuchten wir dieses kriegsmaterial ich zitiere nochmal wir müssen effiziente missionen durchführen können wo immer das notwendig ist wir piraten wollen auch arbeitsplätze schaffen aber solche die dem frieden dienen sozial bereich kultur bildung ökologie erneuerbare energie ein europäisches bedingungsloses grundeinkommen würde helfen viele arbeitsplätze zu sichern und hier meine schwerpunkte für europa zwar dominiert auch hier in der diskussion die finanz und wirtschaftspolitik und auch die daten politik die politische agenda aber ohne verkehr kann weder wirtschaft noch das soziale aufrechterhalten werden der transport von menschen und gütern benötigt infrastrukturen ohne grenzen damit europa zusammenwächst wir benötigen ein nachhaltiges europäisches verkehrssystem im eu weißbuch von 2001 ist so etwas schon vorformuliert worden ich zitiere auch hier raus einen satz ein modernes verkehrssystem muss sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen und ökologischen gesichtspunkten auf dauer wohlgemerkt auf dauer tragbar sein ihr seht wo mein schwerpunkt im eu parlament liegt eine europäische verkehrspolitik die wirtschaftlich sozial und ökologisch aufgestellt ist dazu habe ich schon konkrete forderungen formuliert wie auch auf der wiki seite nachzulesen war harmonisierung der unterschiedlichen technik signal und sicherheitssystem im eisenbahnbereich wir benötigen eine unabhängige europäische institution die ohne nationale einschränkungen das sicherstellt nämlich diese kontrolle wir brauchen verbindliche europäische lärmkonventionen die grenzwerte in ganz europa regelt das bezieht sich vor allen dingen auf den schienengüterverkehr und auf den flugverkehr ein fahrscheinloses gesamtkonzept für den öPNV in grenzregionen würde mobilität so attraktiv und so einfach wie möglich machen wie will ich politik im europäischen parlament gestalten ich kann von mir behaupten ich bin team player das führt zu den besten ergebnissen vor allen dingen auch zu solchen die umsetzbar sind ich bin für fraktionsübergreifende kooperation außer natürlich mit den rechten vor allen dingen dann wenn man viel piratiges unterbringen kann fraktionszwang lehne ich ab ich setze auf diskussion und überzeugung ich fasse kurz mal zusammen kooperieren antizipieren planen und umsetzen ist das magische quadrat meiner politischen arbeit zwar ist europäische verkehrspolitik mein schwerpunkt aber ich bin wesentlich breiter aufgestellt wirtschaft sozial energie und kulturpolitik vor allen europäische sicherheits- und friedenspolitik sind weitere politikfelder ich verfüge über umfassende erfahrungen im parlamentarischen betrieb verfüge über eine doch durchaus hohe soziale kompetenz bin ausgleichend friedenstiftend weil ich denke das brauchen wir um gemeinsam erfolgreich zu sein meine lebenserfahrungen helfen mir meinen kurs auch in schwerer see zu halten und ich denke noch abschließend den satz ohne verkehrspolitik werden wir in europa nichts nicht so viel bewegen können als mit ich denke ein verkehrspolitiker ein versierter täte einer zukünftigen fraktion 30 sekunden danke ich verabschiede mich gut hattest du genügend zeit um dich und dein programm vorzustellen danke die frage an euch wollt ihr diesen kandidaten später befragen bitte die stimmkarten einmal grün für ja einmal lila für nein das ist mehrheitlich lila also nein dankeschön damit kommt der zweite aufruf für jörg pfanschmidt genau du darfst hochkommen und der erste aufruf für thomas küppers bist du bereit dann darfst du jetzt also hallo bochum könnt ihr mich hören seid ihr alle noch da das ist schön ich freue mich dass ihr so lange durchgehalten habt als erstes muss ich jetzt ganz kurz mal was auf englisch sagen i want to thank you to all european pirates especially amalia from sweden lola from russia and my friend niklas from tech republic i am very proud that you are here to attending our konvent thank you for being there and first of all i want to say to the online community pirate party international and pirate party everywhere hola spagna me gusta mucho comprende tutto e molto gusto and italiano amici italiani vi saluto e spero che insieme con il movimento 5 stelle lo fate presto a fare una nuova politica specialmente in italia che ha proprio bisogno di quello grazie so und jetzt können wir natürlich auf der deutschen sprache weiter reden ich hoffe das war nicht gerade zu viel ich bin Wahlkämpfer und komme aus Niedersachsen mein name ist Jörg Wandschmidt bin seit 2011 Pirat ich hatte schon mal in Offenbach auch einen tollen Auftritt und haben mich hier als Kandidat zur Verfügung gestellt weil ich sechs Jahre im Ausland gelebt habe Ich musste damals als junger Punk-Rocker entweder zur Bundeswehr was ich nicht wollte bin Pazifist und habe deswegen entschieden ich gehe ins Ausland und da waren die Italiener so nett und haben mich aufgenommen und da habe ich dann Bar- und Restaurantmanagement das erste Mal gelernt und bin noch zwei Jahre später in London gewesen wo ich dann halt auch eben Dank an die Engländer noch die englische Sprache perfektionieren konnte Ich bin unterwegs in Europa weil Europa hat etwas ganz Wichtiges einen demokratischen Gedanke der hier manifestiert ist in Europa und wir als neue moderne Partei sollten uns verinnerlichen dass wir für die Demokratie weiter kämpfen Ich bin dafür dass wir jetzt dieses Jahr anfangen dieses Freihandelsabkommen TAFTA TTIP abzulehnen und zwar auch to all international Pirate Parties in allen Ländern Es kann nicht sein dass wir ein Abkommen unterzeichnen wollen was unsere demokratische Freiheit kastriert auf Deutsch gesagt Das nächste ist dass wir Visionen brauchen Wir brauchen mal wieder Mut Wahlkampf zu machen Ich sehe viele die wirklich sich in vielen Diskussionen verrennen Es gibt tatsächlich aber jetzt schon im März einige Kommunalwahlen nämlich in unserem wunderschönen Land Bayern Da hinten ist die Würzburger Fraktion der Piraten die wissen dass ich da schon EUs gesammelt habe und ich fahre morgen Abend wieder runter nach Bayern und will in München helfen dass sie die Zulassung zur Kommunalwahl bekommen Der europäische Wahlkampf hat nämlich nicht erst im Mai anzufangen er beginnt schon heute und jetzt Und ich habe hier eine schöne Rede geschrieben aber ich denke reden das kann viele andere viel besser Was wir brauchen ist ein Europa wo es ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Mitgliedstaaten gibt wo wir tatsächlich freiheitlich und demokratisch uns entfalten können wie wir es auch möchten wir brauchen für jedes Mitgliedsland ein vernünftiges Sozialsystem ein vernünftiges Gesundheitssystem und was am wichtigsten ist ein Bildungssystem das Menschen in Europa wieder eine Chance gibt auf vernünftige Arbeit zu einer vernünftigen Bezahlung wenn wir das nämlich wirklich verschlafen dann ist die Europawahl jetzt schon vergeigt aber gut wir haben fähige Leute in unserer Liste die sich bereit erklären uns in Europa zu vertreten zum Beispiel Anke für Open Government der Bruno halt eben für das Urheberrecht und Julia die natürlich auch internationale Erfahrung besitzt aber ich bin der Meinung dass ich auch gut in das Team passe denn bei mir ist Wahlkampf im Blut es geht schon alleine wie gesagt wenn man draußen auf der Straße im Dialog mit einem Bürger ist geht es darum dass die Politik hier zu Hause auch an unserer Haustür anfängt nicht erst in Fernbrüssel Straßburg oder wo auch immer sondern wir haben auch hier die Verantwortung für unsere Stimme zu werben und das beginnt am besten da wo ihr wohnt nämlich in euren Kommunalmandaten und das heißt jetzt meine Aufforderung auch an euch wer Zeit hat und jetzt im Januar oder bis Mitte Februar die bayerischen Piraten unterstützen möchte dass sie ihre Unterstützungsunterschriften für die Zulassung zur Kommunalwahl bekommen bedeutet eventuell neue Kommunalmandate und jedes Kommunalmandat was wir da erringen ist ein wichtiges Mandat in der Weg zu einer besseren Akzeptanz in dieser Bundesrepublik Deutschland in der allgemeinen Politik So und jetzt habe ich knapp fünf Minuten geredet und ich habe gesagt ich will nicht länger als fünf Minuten reden deswegen ich danke für euer Vertrauen für eure Stimme ich hoffe ihr verinnerlicht alle dass jetzt der Wahlkampf 2014 schon seit ersten Januar begonnen hat wünsche euch alle noch einen tollen Event hier und danke für eure Aufmerksamkeit guten Abend Stopp hattest du genügend Zeit um dich ausreichend vorzustellen das ist ein Ja Dankeschön auch hier die Frage an euch wieder wollt ihr diesen Kandidaten später befragen bitte das Kartenzeichen das ist eindeutig mehrheitlich lila und damit nein Dankeschön so es folgt der zweite Aufruf für Thomas Küppers bist du das gut und der erste Aufruf für Henriette Stoll Thomas dein Mikrofon ja hallo liebe Piraten es ist schon spät der Feierabend naht und ich werde mich mal ein bisschen kurz halten heute und lauter sprechen okay ich werde mich kurz halten habe ich gesagt so Moment kurze Vorstellung ich bin Thomas Küppers ich bin der Themenbeauftragte für Sozialpolitik ich bin 37 Jahre alt verheiratet und Arzneimittel Sicherheitstechniker neben der Piratenpartei beschäftige ich mich noch im Betriebsrat da helfe ich mit und beim Deutschen Roten Kreuz und auch bei der Gewerkschaft bin ich tätig gut wie ich schon anfangs sagte bin ich der Themenbeauftragte für Sozialpolitik und habe mit diversen Projektgruppen schon sehr viel Arbeit für die Partei geleistet das eines der größten Projekte war halt das Wahlprogramm in Sozialpolitik zu erstellen das haben wir in diversen Projektgruppen mit ganz vielen Leuten die wir zusammen gearbeitet haben auch meine nächste Rednerin die mit der habe ich zum Beispiel da zusammen gearbeitet und so ja ich sag mal der Erfolg den ich fand nach dem Wahlkampf nachdem wir das ertäuschende Ergebnis von 2,2 Prozent eingefahren haben war für mich der persönlich der Erfolg dass viele Leute im Infostand zu uns gekommen sind und die dann über den Wahl-O-Mat unser Wahlprogramm da sind jetzt meine ich jetzt nicht nur die Sozialpolitischen sondern die sich durchgeschaut haben und die waren eigentlich davon begeistert und ich sage nur wenn Bürger für Bürger ein Wahlprogramm machen wir Piraten sind Bürger wir sind keine ultra professionelle SPD oder CDU oder etwas ähnliches sondern ganz normale Menschen die sich hier hinkommen und Politik zusammen machen wollen und genau das ist auch mein Thema für Europa mein Thema ist dass Europa sozialer freier und vor allen Dingen weltoffener und demokratischer werden soll was einer der wichtigsten Punkte die ich dabei empfinde ist halt dass die Demokratie in Europa einfach weiterentwickelt werden muss von uns und unser Anteil und auch meine Vision für Europa ist halt dass wir die Demokratie vor allen Dingen mit Hilfe des Internettes weiterentwickeln nennt mich jetzt ein Utopisten aber ich glaube ich werde hier sicherlich einige Zustimmung bekommen deswegen ist es sehr sehr wichtig dass wir keine Netzsperren keine Vorratsdatenspeicherung auch keine Überwachung zulassen in Europa warum ist für mich den sozialpolitischen Themen beauftragten das wichtig auch gewisse Kernthemen dass dort die durchgesetzt werden Vorratsdatenspeicherung etc. ähnliche Sachen weil wir müssen halt insgesamt die Demokratie erneuern brauchen das Internet dazu und brauchen vor allen Dingen freies Internet wir müssen mehr Menschen eine Politik begeistern wir müssen mehr Menschen mitwirken lassen weil mehr Menschen wenn sie die Motivation haben etwas zu tun dann stehen sie auch auf machen mit und helfen und begeistern sich dafür und was wir haben wir haben sag ich mal eine Klientel an Leuten die sich sehr für Politik interessieren die dort auch ihre Rechte vertreten sehen und wir haben ganz viele Leute die sich überhaupt nicht mehr für Politik interessieren nicht weil sie keinen Bock auf Politik haben nein weil sie weil sie keine Möglichkeit sehen da mitzubestimmen mitzumachen und ich sag mal wir Piraten sind ja da ein Paradebeispiel wir haben so viele tausende von Leuten die Möglichkeit gegeben bei uns mitzumachen und darüber auch Teil dieses politischen Prozesses zu geben vielen neuen Leuten ich war auch früher nicht in der Partei sind in die Partei eingetreten um endlich auf den politischen Prozess Einfluss nehmen zu wollen und ich finde das ist sehr sehr wichtig in Europa sollten wir da als Vorbild gehen und dort weiter machen da setze ich mich für ein das habe ich in der Vergangenheit gemacht und das möchte ich machen so warum ist eine Erneuerung der Demokratie wichtig ich habe am Anfang gesagt das ist einmal um die Leute mehr zu begeistern um die Leute mehr zu haben und wichtig ist dass wir unsere Gesellschaft auch etwas sozialer gestalten dass wir mehr Menschen nicht nur in der Politik mitnehmen sondern auch in anderen Bereichen ja das will einschauen wir haben wunderbare neue Ideen ja und ich sage ich mal zukünftige Ideen deren Zeit noch nicht angefangen ist wie das BGE das dauert noch ein paar Jahre bis sich das überhaupt durchsetzen bis die Leute das begreifen werden aber es ist eine interessante Idee diese Dinge haben wir diese müssen wir nach vorne stellen ja und zum Schluss eine ich hatte gesagt ich wollte es kurz machen auch was mir sehr wichtig ist ist dass wir Europa soll ein sozialeres Europa sein ja es kann nicht sein dass wenn man die Situation sich in Lampedusa betrachtet ja dort so und so für Flüchtlinge die bei uns ja zu uns flüchten und bei uns Schutz suchen ja dort irgendwie die im Meer verrecken ja und dass wir die Probleme auch Italien zum Beispiel abhalten da ist zum Beispiel wichtig dass wir halt auch allgemein in Europa sozialer sind und den Leuten ja wir alle mehr miteinander agieren interagieren uns gemeinsam stärker unterstützen und zusammenstehen das ist sehr sehr wichtig wie gesagt ich komme jetzt ich habe gesagt ich wollte eine kurze Rede machen ich denke mal wir sind alle ziemlich fertig und wollen alle nach Hause und haben schon ganz viel gehört deswegen ich bin Thomas Küppers mir ein weltoffener sozialer Pirat und wünsche ich noch einen schönen Abend bis dann Stopp hattest du genügend Zeit um dich ausrechnen hast du ausrechnen Zeit gehabt um dich vorzustellen gut Frage an die Versammlung wollt ihr diesen Kandidaten nachher befragen das ist ein ganz klares nein danke schön so ja Henriette Stoll ist jetzt dran brauche ich nicht nochmal aufrufen aber der erste Aufruf geht jetzt an James Michael oder Michael Eilebrecht bitte schön Henriette ja liebe Piraten das ist ein lustiger Zufall dass genau vor mir Thomas Küppers war wir haben im letzten Jahr ganz viel zusammengearbeitet im Bereich Sockeleinkommen da haben wir zwischen den AGs zusammengearbeitet ich aus dem Bereich AG Geldordnung und Finanzpolitik und aus der AG Wirtschaft und Thomas aus der Sozialpolitik AG Sozialpolitik das stellt ganz gut dar wie wir zusammengearbeitet haben und zusammen Konzepte erarbeitet haben das ist mir auch ein wichtiges Anliegen mit der Basis zusammenzuarbeiten mit den AGs zusammenzuarbeiten und die AGs einzubinden und das unglaubliche Know-how das wir in dieser Partei haben mit einzubinden mein Name ist Henriette Stoll ich will euch sagen vor allen Dingen was ich von mir zu leisten erwarte wenn ich von euch Richtung EU-Parlament geschickt werde zuallererst will ich den Wahlkampf unterstützen insbesondere die vorhandene Wirtschaftskompetenz ich meine das kommt zu kurz wir haben da viel Kompetenz die möchte ich in der Öffentlichkeit bekannt machen das biete ich an auch wenn ich keinen aussichtsreichen Listenplatz bekomme für den Wahlkampf stehe ich so oder so zur Verfügung im Wahlkampf und gegebenenfalls im Parlament will ich mich vor allen Dingen auf die Finanz- und Wirtschaftspolitik konzentrieren aber das auf eine piratige Art und Weise nicht auf die konventionelle Weise wie wir die Finanz- und Wirtschaftspolitik von den anderen Parteien kennen es kann uns realistisch gelingen im Parlament mit wenigen Abgeordneten mehr Transparenz in die politischen Prozesse zu bringen insbesondere den Einfluss von Lobbyisten aus der Finanz- und Wirtschaftsindustrie möchte ich genauer unter die Lupe nehmen wir Piraten wollen gemeinsam verhindern dass Gesetze von Lobbyisten gegen die Interessen der Allgemeinheit vorformuliert werden und von den Abgeordneten mangels eigener Kompetenz blind abgenickt werden wir können dagegen halten dazu ist es erforderlich dass in möglichst vielen Ausschüssen mindestens jeweils ein Abgeordneter von uns sitzt den Rest müsst ihr machen uns unterstützen oder die Abgeordneten die gewählt werden unterstützen damit wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen können soviel zu dem was ich ganz konkret vorhabe ich habe auch Visionen die will ich noch kurz darstellen ob die kurzfristig umzusetzen sind weiß ich nicht aber das sind die Visionen die ich habe und ja der Bundestagswahlkampf wurde wieder mal über ein starkes Deutschland geführt ein Deutschland das in Konkurrenz zu anderen Staaten steht uns aber kann die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien nicht egal sein wir beraten wissen dass die großen Unterschiede in den Leistungsbilanzen der einzelnen Länder eine der Ursachen sind dass es manchen Ländern so schlecht geht Leistungsbilanzdefizite und ein Leistungsbilanzüberschuss von Deutschland ist nichts Gutes für die EU die Forderung an andere Länder ihre Leistungsbilanzdefizite aus eigener Kraft abzubauen aber gleichzeitig alles dafür tun dass der Leistungsbilanzüberschuss Deutschland bleibt wie er ist das kann nicht funktionieren das geht schlicht nicht platte Sprüche bekommt ihr nicht mit mir unsere Politik soll dabei unterstützen gemeinsame Werte zu schaffen bleibende Werte Werte sind für mich nicht Geld sondern reale Werte auch nicht materielle auch nicht materielle Werte wie Bildung Kunst Pflege sind Werte sind Werte die uns bereichern um diese Werte geht es es geht nicht um Geld Geld ist ein Mittel zum Zweck Geld ist eine Infrastruktur ein Zahlungsmittel wir brauchen einen stabilen Finanzmarkt als Infrastruktur aber Geld ist nicht Zweck an sich insbesondere halte ich eine gemeinsame starke Infrastruktur in allen Bereichen also das geht bis zum Zugang zur Bildung natürlich Informationstechnologie für ganz wichtig als Aufgabe der Politik die Politik hat eine stabile Infrastruktur für die Wirtschaft und für die Menschen bereitzustellen aber sie hat nicht als primäre Aufgabe einzelne Wirtschaftszweige explizit zu fördern ihr merkt ich rede immer aus dem Blickwinkel der Wirtschaftspolitik das ist ja mein Schwerpunkt als übergeordnetes Ziel der Wirtschaftspolitik sehe ich dass die Politik den Menschen dienen muss und nicht primär der Wirtschaft in der Politik schleicht sich durch die Einflussnahme von Lobbyisten immer mehr ein betriebswirtschaftliches Denken ein anstatt die gesamte europäische Volkswirtschaft zu betrachten wir wollen das Gemeinwohl aller der gesamten EU im Blick haben und fördern daher mehr Solidarität zwischen den einzelnen EU-Ländern diese Solidarität wird oft fälschlich auf die nachträgliche Umverteilung von Finanzmitteln reduziert wir haben Steuergesetze nur um ein Beispiel zu nennen die nur den Zweck haben Steuerzahler aus einem Land in ein anderes Land abzuwerben der EU als Ganzes den Menschen nutzt das nichts das sind Gesetze die wir nicht brauchen die wir von der EU aus möglichst verhindern sollten meine Vision ist ein wirklich gemeinsames Europa in dem die einzelnen Staaten nicht nur auf ihre eigenen Vorteile achten sondern in dem wir uns gegenseitig unterstützen und stark machen Synergien statt Konkurrenz damit alle davon profitieren mein Name ist Henriette Stoll Dankeschön Applaus Applaus So auch an dich die Frage hattest du genügend Zeit um dich vorzustellen Dankeschön an euch wieder die Frage wollt ihr diese Kandidatin später befragen ich bitte um das Kartenzeichen Das ist ein mehrheitliches Nein Dankeschön So es kommt der zweite Aufruf für James Michael Eilebrecht da winkt jemand und der erste Aufruf für Christoph Nagel So bitteschön dein Mikrofon Ja guten Tag erstmal hier nach Bochum Moin konnte ich ja streichen jetzt erstmal der positive nach wir kommen nicht mehr viele wir sind gleich fällig damit sag ich doch Also mein Name ist James Michael Eilebrecht geboren bin ich auch und zwar am 18.04.64 Ich habe zwei Kinder und bin hoffe ich bald geschienen Da ich 49 Jahre bin habe ich einiges in meinem Leben schon gemacht 20 Jahre war ich bei der Opel AG in Bochum davon habe ich 15 Jahre lang aktiv Gewerkschaftsarbeit gemacht als Vertrauensmann Vertrauenskörperleiter und Ersatzbetriebsrat Den Rest fasse ich mal kurz zusammen Ein Jahr war Comcaeve College Richtung Netzwerktechnik und PC-Technik Selbstständigkeit zwei Jahre und danach war ich dann vier Jahre Technikleiter bei der DigiLent AG in Döln Seit drei Jahren habe ich mein BGE sprich Merente weil mich haben sie leider falsch operiert So viel dazu Meine Piraten bin ich seit Anfang 2012 Meine Arbeit bei den Piraten ist als Mitläufer in Herne kommunalpolitisch bin ich unterwegs seit neun bin ich mit im Vorstand bei der PIKO und für mich selbstverständlich ist im Wahlkampf mitzuarbeiten wie bei der BTW 2013 und in Niedersachsen bei der Landtagswahl Da ich Zeit habe helfe ich wo ich kann und wo ich gebraucht werde Wir brauchen ein Europa der Menschen der Vielfältigkeit und auch der Offenheit Wir brauchen keine Politiker so wie es gerade die CSU macht die Politik auf Kosten der Menschen macht mit Hau drauf und Hysterie die an Asylwahlkampfzeiten erinnern lassen sich Probleme die es bei der Arbeitsimmigration gibt nicht lösen Wer betrügt der fliegt Dieser Spruch kann nur für eine christliche Partei aus Bayern gelten für keinen anderen Kluge Politik muss die Ängste der Bürger aufgreifen und ernst nehmen und nicht noch schüren nur um Stimmung zu machen für Stimmen Wir dürfen kein Freihandelsabkommen bekommen das Unternehmen über den Staat und den Menschen stellt und das nur aus reiner Geldgier Wir brauchen eine Politik in der der Mensch sein Recht auf Freiheit noch hat ein Recht auf seine freien Daten und ein freies Leben und nicht ein Leben das uns alle zu verdächtigen Terroristen abstempelt denn meine Daten gehören mir und nicht der gesichtslosen NSA oder wie sie sonst noch alle heißen ich stehe für Selbstverwaltung der Daten für das BGE in Europa für ein freies Europa für mehr Transparenz in der Politik und für weniger Lobbyarbeit Erfolg ist vergänglich Misserfolg hält nicht ewig den Mut haben weiterzumachen das ist das was zählt und genau das müssen wir jetzt machen weitermachen in der Europapolitik und auch was wir nicht vergessen dürfen in vielen Kommunalwahlkämpfen hier in Deutschland die Kommunalwahl ist die Urpolitik die uns auch vorantreiben wird wir dürfen nicht vergessen dass die Kommunalpolitik noch steht und jeden Wahlkampf den wir machen werden wir nicht zu Hause in den Wohnzimmern gewinnen wir müssen raus auf die Straße Infostände machen mit den Bürgern reden nur so können wir eine Europawahl und Kommunalwahl gewinnen und die Zeit hat gereicht ja hat gereicht ja da geht's okay Entschuldigung Entschuldigung ich war im Band hattest du genügend Zeit dich vorzustellen ja gut Dankeschön liebe Versammlung wollt ihr diesen Kandidaten befragen bitte Stimmkarten hoch das alles ein klares nein ich danke so wir kommen zweiter Aufruf Christoph Nagel da kommt jemand angerammt und der erste Aufruf für Gregory Engels bitte schön na komm schon ja hallo stimmt mich gut das ist mir ein bisschen anders als da unten so ist es jetzt besser also für mich ich krieg das hier nicht mit irgendwie gut ja hallo nochmal an alle dann ich wünsche am besten allen nochmal ein gutes neues Jahr und es ist ein auch ein erfolgreiches Wahljahr mein Name ist Christoph Nagel ich bin 33 Jahre alt gelernter Informatiker aber ich habe auch in diversen anderen Bereichen schon gearbeitet Verwaltung, Kundenbetreuung Logistik geht auch dazu ja ich komme aus dem schönen Schleswig-Holstein bei den Piraten bin ich jetzt gute sechs Monate leider noch nicht länger das ist etwas was ich bedauere dass ich nicht eher eingetreten bin ich bin noch nicht dazu gekommen für die Partei viel zu machen ich bin im Wahlkampf eingestiegen arbeite jetzt daran dass ich mich an ein paar AGs ranhänge mal sehen wie viel Zeit ich da dann noch investieren kann je nachdem wie das heute für mich ausgeht ja und jetzt der Grund warum ich heute hier bin die europäische Integration hat inzwischen mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel viele kleine Schritte mehrere große hin zu einem besseren Europa wenn man dann genauer hinschaut fällt auf wirklich weit sind wir über die Anfänge der europäischen Gemeinschaften noch nicht hinausgekommen immer noch dominieren meist nationale Wirtschaftsinteressen die Politik das Motto Kapitalismus um jeden Preis scheint derzeit aktuell zu sein am Ende ziehen meistens die Bürger den Kürzeren die EU droht zu einem Flohmarkt zu verkommen auf dem unsere Grundrechte verschachert werden da werden Geheimverhandlungen in Geheimverhandlungen Abkommen getroffen die Gewinne von Konzernen sind am Ende wichtiger als unsere Rechte sauberes Wasser gesunde Nahrung saubere Umwelt und dergleichen wir werden überwacht und bespitzelt Arbeitslosigkeit und Armut steigen im Mittelmeer sterben Menschen und die europäische Bürokratie rettet Banken und Märkte ich bin nicht mehr gewillt das hinzunehmen wir brauchen dringend eine Veränderung ich bin ein Stück weit Idealist würde möglichst gern möglichst schnell möglichst viel ändern aber ich bin auch Realist und wir haben inzwischen Positionen zu diversen Themen das ist auch gut und richtig nur leider finden suchen die Wähler nicht diese Themen bei uns was uns bleibt die Bürgerrechte für den Wahlkampf müssten wir ein kleines Paket packen mit aktuellen Themen Datenschutz retten TTIP verhindern dazu Eurosur und Frontex abschaffen dazu unsere Klassiker Transparenz Bürgerbeteiligung Überwachung unterbinden Europa weiter demokratisieren und noch einiges mehr die Demokratie wäre dann die Demokratie wäre dann mein Hauptthema das ich gerne wählen würde das langfristige Ziel Mitarbeiten an einer europäischen Verfassung um Europa endlich auf vernünftige demokratische Beine zu stellen dieses Paket müssen wir dann nehmen zu den Wählern und dann nach Brüssel tragen dort müssen wir laut sein in Ärsche treten Hinterzimmer stürmen denn nur wenn es unvermeidbar ist uns wahrzunehmen können wir auch etwas verändern ja sind wir noch an dem Punkt warum ich heute hier stehe ich möchte von euch den Auftrag laut zu sein ich möchte von euch den Auftrag nach Brüssel zu gehen und da aufzuräumen damit ist mein Text erschöpft ich könnte vielleicht noch erwähnen ein paar Punkte warum ich geeignet bin das Thema Europa interessiert mich eine meiner Stärken ist dass ich wenn es einen Job zu tun gibt auch arbeiten kann ich bringe Jobs zu Ende gründlich und immer mit mindestens 100% Leistung ähm ja ich bin in der Lage schnell zu lernen passe mich neuen Situationen schnell an ähm durch ja ich sag mal meine vielfältige vielfältige Karriere Erfahrungen habe ich in halt diversen Geschäftsbereichen ich denke mal das dürfte man nutzen im Parlament ähm ein Punkt auf den ich noch von einigen Leuten hingewiesen wurde äh das Problem dass ich erst so kurz dabei bin mich keiner kennt da kann ich nur anbieten in meinem Wiki Profil müsste da oben irgendwo stehen Kontaktmöglichkeiten sind da eingetragen wer Fragen hat Kritik oder einfach nur reden möchte ja jederzeit kein Problem also ich höre mir gerne an was ihr zu sagen habt und ähm immer noch drei Minuten dann stehle ich eure Zeit nicht weiter dann schönen Abend noch hattest du genügend Zeit um dich vorzustellen ich würde sagen ja danke schön liebe Versammlung wollt ihr diesen Kandidaten befragen bitte um das Kartenzeichen das ist nicht der Fall danke schön so der zweite Aufruf geht jetzt an Gregory Engels es folgt auch der erste Aufruf für Dieter Schreiner aber bevor du anfangen darfst habe ich hier einen Geschäftsordnungsantrag und zwar den Antrag auf Unterbrechung der Sitzung der Antragsteller beantragt eine Unterbrechung der Sitzung ab nach der Vorstellung der Kandidaten bis morgen dann soll mit der Befragung weiter gemacht werden ist der Antragsteller da möchte ich ihn begründen dem ist nicht der Fall aber ich glaube wir haben ja eine Gegenrede ja vielen Dank also ich verstehe dass es gewisse Bedenken gibt gegen das ist auch anstrengend was wir hier tun und ich weiß ihr wart echt super diszipliniert mit dem was ihr bisher gemacht habt echt vielen Dank dass das bisher so zügig läuft das ist super dennoch bohren wir hier jetzt ein ziemlich dickes Brett wir haben wie es aussieht jetzt eventuell noch bis zu 18 Fragerunden das heißt wir brauchen noch eine gewisse Zeit bis wir zur Wahl schreiten können wir haben vorhin darüber gesprochen und würden gerne mit der Befragung fortfahren um auf Nummer sicher zu gehen dass die Zeit morgen auch ausreicht weil wenn wir die Zeit morgen nicht haben haben wir das gleiche Problem wenn Leute um fünf abreißen müssen und dann die Wahl stattfindet das finde ich auch nicht okay ich weiß dass das nicht die beste Lösung ist aber wir haben hier eine riesige Versammlung mit vielen Kandidaten die wir bisher super durchgezogen haben und ich würde mir wünschen dass wir vielleicht diesen Plan den wir jetzt vorhaben mit der Befragung in die Befragung einzusteigen durchziehen würden ohne jetzt wieder eine halbe Stunde zu versuchen die Versammlung um zehn Minuten zu beschleunigen vielen Dank ja ich habe den Antrag gestellt okay wolltest du noch begründen genau okay dann tu das noch meine Begründung dazu ist das ich finde es unfair also meine Begründung ist da hauptsächlich dafür da ich finde es unfair Fragen an Leute zu stellen und das zu splitten weil die eine Seite will bestimmt alle Fragen hören und ich finde es doof wenn ich jetzt einen Teil der Fragen jetzt höre und dann der andere Teil morgen höre dann kann ich mich eigentlich nicht wirklich entscheiden und ich glaube das geht vielen hier auch so gut das war die Begründung dann kommen wir zur Abstimmung dieses Geschäftsordnungsantrags ich bitte um das es gibt nur eine Begründung und eine Gegenrede wir kommen zur Abstimmung dieses Antrags ich bitte um das Kartenzeichen grün wer ist dafür die Sitzung zu unterbrechen wer ist dagegen hebt bitte die lila Karte das ist sehr eindeutig lila damit ist dieser Geschäftsordnungsantrag abgelehnt Dankeschön so also wir machen weiter mit den Kandidatenvorstellungen wir haben noch drei Stück es ist dran Gregory Engels ich bin Kommunalpolitiker in Offenbach mein Name ist Gregory Engels und bei meiner ersten Rede im Parlament habe ich eröffnet mit den Wörtern Mann bin ich nervös und danach war ich nie wieder nervös im Parlament heute bin ich es wieder liebe Freunde für die kommende Europawahl haben wir Piraten heute schon einen Rekord aufgestellt denn dies hier ist die größte basisdemokratische Aufstellung Versammlung Europas ever und das ist sicherlich kein Zufall und auch nicht wegen des Unterhaltungswertes der Geo-Schlachten Nein das liegt daran dass uns Piraten Europa sehr sehr wichtig ist Europa ist die Antwort auf Probleme die wir alle haben viele Themen die die Piraten und die Piratenwähler bewegen lassen sich nur im globalen Zusammenhang angehen denn die heutige Welt in der wir leben hat sich seit der Zeit der bismarckischen Kolonial Europa der Nationalstaaten weiterentwickelt wir leben in Europa in einer Zeit des Friedens wir leben in einer Zeit der globalen Kommunikation wir leben in einem Zeitalter der Vernetzung und auch die Probleme unserer Zeit sind vernetzt kein Land der Welt kann heute und auf lange Sicht hin diese Probleme alleine lösen deshalb haben wir Piraten als erste Partei in Deutschland gesagt dass die Europapolitik für uns keine Außenpolitik ist deswegen sind die Piraten ein globales Phänomen mit Piratenparteien in über 70 Ländern und deswegen treten wir als erste Partei mit einem gemeinsamen transnationalen Wahlprogramm an welches von allen europäischen Piratenparteien geteilt wird die Europäische Union wurde als ein Projekt mit wirtschaftlicher Zielsetzung geboren heute ist es an der Zeit dass es sich zu einem Projekt der Bürger weiterentwickelt mit Bewusstsein für die europäische Identität des Zusammenlebens der Menschen und Regionen in Europa im Sinne einer Gemeinschaft wir müssen also die Probleme die alle betreffen gemeinsam lösen wir brauchen eine solidarische gemeinsame Flüchtlingspolitik in der EU wir brauchen keine Festung Europa es kann nicht wahr sein dass die EU bei der Flüchtlingsflut aus Syrien mit nur 30.000 aufgenommenen Flüchtlingen unbeteiligt dasteht während das winzige Jordanien über eine halbe Million Menschen aufnehmen konnte und wenn und wenn die EU Agentur zum Schütze der Außengrenzen Frontex tatenlos zusieht wie Menschen zu Hunderten im Mittelmeer vor Lampedusa ertrinken dann brauchen wir so eine Agentur nicht wir brauchen ein solidarisches Abkommen zur Aufnahme der Flüchtlinge die nicht einzelne Regionen über die Gebühr belastet sondern alle in Europa in die Verantwortung nimmt im heutigen Europa dürfen die Menschen sich frei bewegen viele Schranken sind abgebaut worden um diese Freizügigkeit zu gewährleisten es ist aber auch an der Zeit für eine Harmonisierung der Unternehmenssteuern in Europa die Großkonzerne spielen mit Arbeitsplätzen um anschließend trotz Milliarden Umsätze praktisch keine Steuern zu zahlen das ruinöse Steuerwettbewerb muss ein Ende haben und sehr kritisch ist dabei das transatlantische Freihandelsabkommen das sogenannte TAFTA oder TTIP es kann nicht wahr sein dass wie damals bei ACTA die Interessen der Zivilgesellschaft wieder bei geheimen Verhandlungen ausgeschlossen werden während die Lobbyisten der Großkonzerne freien Zugang zu den Verhandlungen haben wir brauchen so ein Abkommen nicht wir brauchen was wir brauchen sind Handelserleichterungen für alle und nicht nur für die Großkonzerne der Industrieländer TTIP ist nicht mehr notwendig nachdem bei der WTO Tagung in Bali vor einem Monat ein Abkommen Paket beschlossen wurde in diesem Paket auch von der USA und Europäische Union in diesem Paket sind auch Handelserleichterungen für Entwicklungsländer und die ärmsten Länder der Welt enthalten und das bringt den Wohlstand für alle wir müssen die Bali Abkommen nun zügig ratifizieren und auch die Schranken zum europäischen Agrarmarkt abbauen und die Agrarsubventionen in diesem Sinne einsetzen An An dieser Stelle möchte ich die Euro Einführung in Lettland begrüßen Bereits heute vier Tage nach der Beitritt laufen schon über 30 Prozent der Zahlungen dort in Euro Deswegen habe ich auch ein klares Ja zum Euro Beitritt Polens welches die Konvergenzkriterien für die Euro Einführung erfüllt Der polnische Präsident Bronislaw Komorowski stellte die Euro Einführung in Aussicht nach den Parlamentswahlen 2015 in Polen Wir sollten politisch unsere Nachbarn auf diesem Wege begleiten und unterstützen um zu verhindern dass diese Frage für Angstpolitik instrumentalisiert wird Angstpolitik hat in Europa nichts verloren und deswegen auch ein klares Ja zu den Beitritts Verhandlungen mit der Türkei Die Politiker die den aktuellen Korruptionsskandal für die antitürkische Stimmung benutzen sind auch dieselben die seit Jahren die Ratifizierung der UN Antikorruptionsabkommen in Deutschland verhindert haben und so dass Abgeordnetenbestechung in Deutschland immer noch nicht strafbar ist Das oberste Gericht in der Türkei hat das Polizeidekret der Erdogan Regierung gestoppt und so die Unabhängigkeit des Justizapparates demonstriert und das ist der Beweis dass die Beitrittsverhandlungen wirken und die Türkei wird sich auf dem Weg der Demokratisierung weiter bewegen auch ohne Erdogan Regierung Wer jedoch die Fortschritte verkennt und sich der Angst der Rhetorik bedient wer in Europa nur einen bürokratischen Moloch wittert der sät die Saat deren Früchte die Erfolge der rechtspopulistischen Parteien wie der französischen Front National der niederländischen Freiheitspartei der ungarischen Jobik oder der wahren Finnen sind Es ist an der Zeit die verniedlichend sogenannten Europaskeptiker bei richtigem Namen zu nennen Das sind Europa Feinde die bereit sind das einzigartige Menschheitsprojekt Europa für einen vermeintlichen kurzfristigen Vorteil zu zerstören Deshalb braucht es die Piraten im Europaparlament und deswegen will ich mit euch allen kämpfen damit nach dem 25. Mai eine Piraten Fraktion ins Europaparlament einzieht mein Name ist Gregory Engels und ich bin Pirat Auch an dich die Frage hast du hattest du genügend Zeit um dich vorzustellen das hatte ich Dankeschön so wir kommen zum vorletzten Kandidat das zweite Aufruf für Dieter Schreiner und der letzte Aufruf für ach verzeiht mir bitte auch für mich war es ein langer Tag gut wollt ihr den Kandidaten Gregory Engels befragen bitte die Stimmkarten hoch das ist ein klares Ja Dankeschön und verzeiht mir nochmal so ich habe keinen Namen Ja jetzt geht's wieder schön die Technik so der zweite Aufruf für Dieter Schreiner das bist du gut und der erste Aufruf für Franz Josef Schovenberg bevor du reden darfst habe ich noch eine Ankündigung so wir fahren ja nach diesen beiden letzten Kandidaten mit der Befragung fort dazu möchte ich bitten dass die ersten drei zu befragenden Kandidaten das sind Jens Stomper Gilles Bourdlet und Jens Peter Seibenbusch sich bitte in der Halle aufhalten damit wir dann zügig mit der Befragung beginnen können Dankeschön Dein Mikrofon bitteschön Ahoy Piratinnen und Piraten jetzt hoffe ich bloß dass jeder noch einigermaßen aufnahmefähig ist könnte ich jetzt mal loslegen also stimmt schon noch oder also ich Dieter Schreiner im Wiki als Heiländer auch unterwegs kandidiere für die Europaliste der Piraten um mit euch das Europaparlament zu ändern damit wir so ähnlich wie dieses Six-Pack Manifest von der PPU auch verfasst worden ist muss man mal abwarten was man morgen alles verabschieden noch hier dass man da in sinngemäß uns da auch nicht nur kurz sondern auch mittel- bis langfristig dort auch festsetzen können doch zuvor bin das erste Mal auf dieser Bühne unterwegs vielleicht ein paar persönliche Eckdaten zu meiner Person bin 55 Jahre alt Familienvater von zwei inzwischen erwachsenen Kinder wohnen in der Gemeinde Kusterdinge in der Nähe von Tübingen im Lande Baden Württemberg vom Beruf bin ich Wirtschaftsinformatiker und als Ebensolcher in den letzten zehn Jahren zumeist als SAP Berater beziehungsweise Entwickler unterwegs gewesen bin derzeit arbeitslos was aber vielleicht nicht schlecht ist wenn ich weil ich habe ja umso mehr Zeit dann fürs EU Parlament also Zeit wäre genügend vorhanden da könnte sicher sein ja Pirat das bin ich seit Oktober 2012 nachdem ich mich also zunächst mal bei Stammtisch Diskussionen und diversen Aktionen wie Demos und Infotische rege beteiligt hatte nach circa einem weiteren halben Jahr bin ich am 20. April 2013 als Beisitzer in den Vorstand des Grasverbandes Tübingen Reutlingen Tübingen besser gesagt gewählt worden und habe zumeist Infotische organisiert durchgeführt und verwaltet daneben habe ich auch bei weiteren Aktionen wie zum Beispiel Krypto Party unseren damaligen Direktkandidaten Spitzenkandidat Sebastian Nerz tatkräftig unterstützt Ihr wisst schon damaliger stellvertretender Bundesvorsitzender ist sicher noch allen ein Begriff denke ich mal und war eine sehr spannende Zeit nur sehr schade dass es halt nicht zu der erhofften Prozentzahl gereicht hat um den Bundestag zu ändern aber macht nichts dafür wenn wir jetzt das EU Parlament ändern würde ich mal vorschlagen und dafür werde ich auf jeden Fall meine gesamte Energie einsetzen da könnt ihr sicher sein kurz zu meiner politischen Vorgeschichte noch ein paar Worte wie kam ich überhaupt zur Politik inspiriert wurde ich über die damalige 69er APO Bewegung Stichworte SDS allen voran Rudi Dutschke da habe ich eigentlich bereits geahnt dass ich in dieser Gesellschaft eine größere Umstrukturierung anbauen würde ich war praktisch bei jeder angeregten besitzigen Debatte und sowieso bei der einen oder anderen Demo zum Beispiel Anti-Atomkraft-Demo Mutlangen ist das Stichwort meist vorne mit dabei war zudem auch bei Reisen in Ostblockländer wie zum Beispiel Polen da bin ich eingeladen gewesen vom damaligen SZSP da war ich auch ganz gern dabei war recht angenehme Geschichte guter Austausch politischer Austausch und viel Spaß auch noch hinterher bei Pyjama-Partys und so weiter bin dann Ende der 70er Jahre bin ich der Grüne dann beitreten um mich dort auch einzubringen beziehungsweise politisch was zu bewegen als sich dort im Laufe der Zeit jedoch rausgestellt hat dass sich einige von der ursprünglichen Ideologie innerlich verabschiedet hatten Stichwort Konfrontation damals Fundis Realos ich war mehr bei den Fundis da habe ich mich dann verabschiedet weil ich zu viele Inkonsequenzen beobachtet hatte bei einigen Leuten die sich eben über Spezial Engagement mit anderen Parteien von der eigenen Linie haben abbringen lassen und ja dann bin ich dann habe ich mich erst mal für ungefähr 25 Jahre von der Politik verabschiedet gehabt und erst als ja also 2005 als die Sache mit den Montags Demos und Hartz IV mit der Hartz IV Thematik aufgekommen ist da war ich dann wieder voll mit von der Partie von der politischen Partie und praktisch diese Form der Bürgerbeteiligung also die hat mich wirklich sehr begeistert weil sich ja jeder könnte sich das Mikro schnappen so wie hier auch fand ich echt locker und um da eine Rede zu halten da konnte sich jeder was von der politischen Seele reden war gut jetzt zum eigentlichen wie lange habe ich noch zur eigentlichen Thematik meine EU Motivation rührt daher und zwar diese Bankenschulden die EU Bankenschuldenkrise ich habe mir natürlich da auch meine Gedanken gemacht ich finde es einfach vom wirtschaftlich finanziellen Standpunkt einfach nicht gerade ideal dass es so gelaufen ist wie es jeder jetzt verfolgen konnte besser wäre vielleicht gewesen man hätte einen Schuldenschnitt gemacht bei Griechenland und dann müssen wir nicht dauernd immer wieder nachlegen und die armen Leute wo ja praktisch Betroffene sind die Leute in der unteren Bevölkerungsschicht in Griechenland aber auch unsere Steuerzahler das sind die gemästeten Kühe und das will ich versuchen im EU-Parlament kräftig zu ändern mit entsprechenden Reformen also ja darüber hinaus europäische Thema europäische Integration und Bürgerbeteiligung ich will es jetzt bloß mal ganz kurz machen und zwar ja prinzipiell möchte ich mehr Kontrollrechte für das Europaparlament um den Rat der EU der EU-Kommission und die EZB stärker zu kontrollieren mehr Offenlegungspflichten zu vereinen also Offenlegungspflichten zu deklarieren mehr Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten zu schaffen auch über Volksabstimmung Referendum mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten des Volkes also der einzelnen Nationen zu schaffen eine erste Stufe könnte zum Beispiel sein da gibt es ja diesen Vertrag über die Verfassung für Europa kurz VVE vielleicht etwas verändert und zwar im Sinne der Einräumung von noch mehr Kompetenzen für das EU-Parlament zum Ratifizieren zu bringen und hoffentlich auch über positive nationale Referenten in Kraft treten zu lassen und dann vor allem die Punkte Lockerung des Urheberrechts da will ich jetzt euch größtenteils mal verschonen über TTIP und TAFTA haben wir ja schon einiges drüber geredet Bruno und Gregory zum Beispiel haben das ja gut ausgeführt ich denke mal da seid ihr mir nicht böse wenn ich da auch noch mit loslege und dann auch was mich beschäftigt wegen der für Deutschland sehr ungünstigen Konstellation der Großen Koalition ist es umso nötiger auf europäischer Ebene mehr Gesetze durchzubringen damit das nicht ausufert und die einzige Lösung eben und dann noch das BGE die Zeit läuft mir gerade davon das BGE da wäre ich für auf jeden Fall Mindesteinkommen 30 Sekunden ja Mindesteinkommen und Mindestlohneinführung mit entsprechender Höhe sodass jeder also nicht unter dem Existenzminimum leben muss daher möchte ich daher möchte ich euch im EU-Parlament vertreten Moment ja und zwar aus diesen Gründen möchte ich euch im EU-Parlament vertreten und bitte gebt mir eure Stimme und lasst uns den Sturm reiten Autsch das war meine Ohren hattest du genügend Zeit um dich vorzustellen ja danke liebe Versammlung ein vorletztes Mal wollt ihr diesen Kandidaten befragen bitte um das Kartenzeichen das ist eindeutig ein lila mehr und das heißt nein danke schön so jetzt kommt der zweite Aufruf für den letzten Kandidaten das ist Franz Josef Schovenberg und ich habe hier nochmal einen GO-Antrag mit Artikelnummer 481 und zwar Titel dieses GO-Antrags ist Unterbrechung der Sitzung Antragstext GO-Antrag auf Vertagung der AV auf Sonntag und Vorsetzung des BPT nach Abschluss der Kandidaten Vorstellung der Antragsteller willst du das selber begründen wenn ja dann bitte einmal deutlich signalisieren Bastian Kianer Mikrofon Hans-Pro-Mikrofon Ja wenn ihr den anschaltet danke ja wir hatten schon so einen ähnlichen Antrag ich war beim Schreiben meines eigenen und ich habe es auch abgeklärt dem Juristen vom Dienst ob das alles so zulässig ist der Punkt ist deswegen begründe ich das jetzt hier auch nochmal der Punkt ist wir haben eine extreme Ungleichbehandlung wenn wir jetzt 16 Fragerunden machen rein mathematisch müssen wir es splitten und die Kandidaten die nicht dieser Fragerunde sich stellen mussten können sich über Nacht sehr gut darauf vorbereiten was sie morgen erwartet und morgen setzt sich dieser AV anders zusammen als heute das könnte man dann auch in der Akkreditierung nachvollziehen deswegen auch schon deswegen wäre es ein klassischer Anfechtungsgrund und deswegen bitte ich darum das so nicht zu machen Dankeschön gut danke ich glaube der Andi will eine Gegenrede halten ja vielen Dank jetzt bin ich wieder hier ich mache schnell versprochen erstens es stimmt die Versammlung wird wahrscheinlich morgen anders zusammengesetzt aber diese Versammlung geht über zwei Tage sie wurde so eingeladen und wer da ist oder nicht ist meiner Meinung nach erstmal nicht von Belang ich weiß dass es nicht die beste Lösung ist die wir jetzt haben natürlich würde ich mir auch wünschen wir hätten die Zeit alle gleichzeitig zu nehmen also in einem Auferstrich zu arbeiten alle Fragen aber leider ist das jetzt von dem Zeitdruck her sehr schwer möglich denn das heißt die Stunde von heute fehlt uns morgen im Zweifel eine komplette Gleichbehandlung kriegen wir leider auch nicht hin weil der letzte Redner konnte sich auch schon auf die ersten 30 Vorredner einstellen das Los ist gefallen wie es ist es gibt nichts faireres als das Los und die Leute die jetzt halt später geredet haben sind dann halt morgen dran ob das besser oder schlechter ist ist dann halt kann man überlegen ich sehe keinen Anfechtungsgrund so wie ich das sehe sowohl die Juristen vom Dienst als auch der Rest der Versammlungsleitung sieht den ebenfalls nicht das heißt wir können das durchziehen und ich bitte euch erneut auch diesen GO-Antrag abzulehnen vielen Dank gut damit kommen wir zur Abstimmung wollen wir diesen GO-Antrag annehmen oder ablehnen ich bitte um das Kartenzeichen gut das ist ganz eindeutig im Lila damit ist dieser GO-Antrag abgelehnt der hatte die Ticket Nummer 481 so wir kommen zur letzten Kandidatenvorstellung der Franz Josef Schovenberg ist bisher nicht an der Bühne gut ich glaube dann will sich jemand nicht vorstellen ich habe eine gute Nachricht für euch die Kandidatenvorstellung ist vorbei so eine ganz kleine Überraschung haben wir noch für euch die Miriam will noch was machen du darfst hallo also es ist so ich bin von Florence Dölfschner von der Main Orga mit Gymnastik beauftragt worden das heißt ich kann jetzt den Lebenslauf schreiben dass ich Gymnastikbeauftragte war und der Gedanke und der Gedanke dahinter ist dass jetzt bevor wir die Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten anfangen alle die wollen die Gelegenheit kriegen innerhalb von 2-3 Minuten ihren Kreislauf ein bisschen in Schwung zu kriegen so also wie gesagt es sind nur 2-3 Minuten es lohnt sich jetzt nicht rauszugehen alle die keine Lust haben müssen nicht mitmachen die bleiben einfach sitzen und gucken ganz entspannt und alle die Bock haben stehen jetzt einmal kurz auf bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen falls Sie Lust haben Ihren Kreislauf in Schwung zu bringen super sehr gut so ihr steht alle bei den Sachen die wir jetzt jetzt machen ist alles ganz einfach und es ist auch gleich vorbei da werden Babys hochgehoben das ist super nicht jeder hat ein Baby deswegen habe ich noch ein paar andere Übungen dabei passt vor allem gut auf ihr habt nicht so wahnsinnig viel Platz passt auf dass ihr eure Nachbarn nicht belästigt oder anstoßt und passt vor allem auf die Technik auf die vor hinter und neben euch auf den Tischen stellt dass ihr nicht Switche oder Laptops runterschmeißt also ihr steht alle das ist schon mal gut so jetzt strecken wir uns Arme nach oben strecken sehr gut den rechten Arm ein bisschen höher jetzt ja und jetzt den linken voll gut jetzt die Arme Hände nach vorne ausschütteln schütteln sehr gut und jetzt das gleiche nochmal strecken ganz doll strecken ja noch mehr und jetzt den rechten Arm ein bisschen mehr gut und jetzt den linken ein bisschen mehr super und nochmal das mit dem schütteln super sehr gut jetzt kommt was mit Bewegung also drei kleine Schritte nach rechts machen einfach nur drei Schritte und jetzt einen kleinen Hüpfer nach links zurück super jetzt das gleiche in die andere Richtung drei Schritte nach links kleiner Hüpfer zurück in die Mitte so das gleiche machen wir nochmal drei Schritte nach rechts Hüpfer zurück drei Schritte nach links Hüpfer zurück sehr gut sehr gut eigentlich sind wir ja nicht rechts nicht links aber nach vorne ist leider kein Platz deswegen fällt vorne aus so jetzt machen wir was mit dem Bein rechtes Bein strecken zur Seite ausstrecken das ist eine Balancefrage ja wie gesagt aufpassen dass ihr die Nachbarn nicht tretet rechtes Bein sehr gut so wieder beide Beine nach unten jetzt linkes Bein linkes Bein Balance halten sehr gut 5 4 3 2 1 sehr gut wieder nochmal hinstellen gebt euch ein Self High Five weil ihr es gemacht habt wir machen es nochmal rechtes Bein Balance halten sehr gut 5 4 3 2 1 runter anderes Bein ja Balance ihr macht es gut es sieht gut aus ihr könntet auch bei Seegang auf einem Bein stehen beide Beine wieder unten Self High Five sehr gut gemacht drei kleine Hüpfer auf und ab nochmal ihr seid durch viel Spaß bei der Befragung danke liebste Miriam für diese tolle Aufforderung ihr habt ihr echt ganz toll gemacht also mir ist ja vom Zuschauen schon ganz warm geworden also es war so anstrengend für mich und das war jetzt übrigens die erste nautische Metapher die ich heute gehört habe von dem Miriam oder überhaupt also ich bin ganz erstaunt jetzt darf der Andreas Popp der wird euch jetzt die Befragungsmodalitäten erklären kurz und prägnant und danach ich übergebe währenddessen an meinen anderen Versammlungsleiter den Gerhard Anger der macht dann den Rest zu Ende heute ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für eine so angenehme Versammlung Dankeschön okay so ihr seht schon dort vorne zu meiner Rechten neben der Tontechnik da steht Flo unser allseits geliebter Versammlungsleiter der wird jetzt hier mit seinen beiden Helfern die sogenannte Schlangenbeschwörung übernehmen dort finden sich bitte jeweils diejenigen die einen Bewerber befragen wollen ein der erste Bewerber der zum Beispiel befragt wird wäre jetzt dann Jens Stomber mit Genehmigung des Versammlungsleiters würde ich gleich schon mal vielleicht die die den Jens Stomber befragen wollen schon mal dann hier hin bitten zu Flo hier rechts wo Flo die Hand hebt dort könnt ihr jetzt Fragen stellen Genehmigung erteilt vielen Dank soll ich den Jens Stomber auch gleich aufrufen der kommt schon sehr gut der darf sich gleich hier unten bereitstellen dort bekommt ihr dann von den Stangenbeschwörern eine Zahl Schauen wir mal wie viele Leute dort bisher stehen wir werden jetzt ein bisschen warten bis die Leute die Fragen stellen wollen jetzt da hingehen bisher steht noch niemand da sehe ich das richtig einer okay also bitte jetzt weil sonst wir schließen dann quasi danach immer die Liste der die Fragen dann sodass wir die Nummern haben es gibt es sind jetzt drei gut das macht die Demonstration ein bisschen schwieriger aber genau okay wir sehen jetzt diese drei die hier stehen erstmal das wären jetzt die aus denen jetzt die Fragen gelost werden das ist jetzt ziemlich langweilig weil wir fünf Fragen aus drei Leuten losen es kommen ein paar mehr überlegt euch doch mal noch Jens werden mir noch Jens eine Frage stellen dass wir vielleicht mindestens sechs Leute haben dass wir die Sache einmal demonstrieren können der fünfte bekommt dann nämlich schon mal eine Zahl genau so dass jeder dieser Stange jetzt eine Zahl sieht wenn wir jetzt dann die Liste schließen werden die Leute vor Ort zufällig fünf dieser Leute ziehen wir haben dazu eine App für sowas falls irgendjemand das für technische Hilfsmittel an dieser Stelle für falsch hält oder die nicht für sicher genug hält haben wir auch noch sowas für alle Nichtrollenspieler das ist ein W20 ich habe sämtliche platonischen Körper dabei das heißt wir könnten auch das machen aber wenn es keine Widerrede gibt würden wir gerne das mit der App machen weil das ein bisschen schneller geht die die dann gezogen werden würden dann hier dreienweise hier vorne an das Fragenmikrofon gehen jeweils sobald sie gezogen sind und die die dann eben nicht gezogen werden können sich hinsetzen alle die den nächsten Kandidaten befragen wollen der nächste Kandidat der dann befragt wird wäre Gilles Baudelaire die können dann quasi gegen Ende der ersten Befragungsrunde sich dann bitte gleich wieder dort einfinden sodass wir dies in einem fliegenden Wechsel machen können sprich hinten wird gezogen und vorne werden dann die Fragen gestellt in der Reihenfolge wie gezogen wird so ich würde jetzt dann einfach mal wenn ich das darf diese Liste schließen gut also diese Liste ist jetzt zu Ende jetzt möchte ich bitte mal kurz demonstrieren die Schlangenbeschwörer mögen bitte jetzt zufällig fünf Redner ziehen wir haben jetzt insgesamt sechs genau die Nummer fünf geht also schon mal ins Mikrofon genau hier vorne ans Fragenmikrofon dann bitte so genau das ist jetzt zum Beispiel hier die Nummer vier gewesen dann die Nummer zwei dann die Nummer sechs und dann genau das heißt die Nummer eins ist leider nicht gezogen das ist glaube ich Georg oder genau das heißt die die nicht gezogen sind die dürfen dann an der Stelle wieder Platz nehmen und damit haben wir jetzt quasi die fünf Fragesteller und damit würde ich jetzt wenn das okay ist wieder an die Versammlungsleitung übergeben gut also ihr gebt bleibt bitte in der Reihenfolge stehen ich hole den Jens dann vielen Dank für die Demonstration und die Erläuterungen zunächst jetzt also ihr fünf bleibt bitte einfach stehen ihr werdet dann auch gleich die Gelegenheit haben Fragen an den ersten Kandidaten zu stellen allerdings zunächst einmal noch gibt es noch Fragen zu diesem Verfahren die Andi noch beantworten soll das hat jetzt nichts mit der Kandidaturbefragung zu tun Jens ich müsste dich dann noch mal bitten den Platz für Andi kurz frei zu machen dann darfst du zunächst bitte am Fragenmikrofon deine Frage zum Verfahren stellen wie ist denn das wenn ich jetzt eine Frage an alle Kandidaten habe Fragen an alle Kandidaten sind erstmal nicht vorgesehen weil die leider zeitlich ziemlich aufwendig sind und weil wir dann alle 60 auf die Bühne bringen müssen das ist ja der Dimension leider nicht möglich also müsst ihr es halt dann an jeden einzelnen Stellen und müsst ihr es halt hoffen gezogen zu werden so weitere Fragen zum Verfahren bitte dann geht ans Fragenmikro und stellt eure Fragen du hast das Wort danke alle Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile das ist nicht mein Punkt aber meine Frage sind wir sicher dass wir mit dem Verfahren dass wir das zeitlich und für alle gleich durchziehen können oder gehen wir schwer davon aus also wir haben eine ziemlich harte Zeitbegrenzung 30 Sekunden Fragen und 2 Minuten Antworten also ich denke das ist zeitlich sehr gut einzuschätzen das sind maximal 12 Minuten und 30 Sekunden pro Kandidierender und ich glaube wir haben wie viele zu befragende 16 also gut Christopher bitte ja ist jetzt ein etwas spezieller Sonderfall aber wie geht denn die Versammlungsleitung mit Fragen um aller schlagen sie noch immer ihre Frau also da wird die Frage ist ja schon ausgesprochen sie dient dazu den Kandidaten oder die Kandidatin irgendwie zu beschädigen bei dem anderen Wahlverfahren hattet ihr ja noch die Möglichkeit zu sagen ich lasse diese Frage jetzt nicht zu wie geht man denn jetzt damit um also unsere besprochene Vorgehensweise wenn ich das beantworten soll ist dass wir die Kandidaten in solchen Fällen oder die Kandidierenden Verzeihung in solchen Fällen suchen die Frage nicht zu beantworten weil solche Fragestellungen natürlich in der Folge andere Kandidierende dazu unter Druck setzen könnten auch solche Fragen unter der Gürtellinie zu beantworten um sozusagen irgendeine Form von Stärke zu demonstrieren und zum anderen die entsprechenden Fragestellerinnen und Fragesteller ernsthaft zu ermahnen im Sinne einer Rüge in der Versammlung und vielleicht bei einem wenn der erste Verstoß schon schlimm genug ist möglicherweise auch mit einer Protokollnotiz das wäre jetzt so die Verfahrensweise die wir uns gedacht haben allerdings habe ich die Hoffnung nachdem wie die Versammlung heute am Tag abgelaufen ist dass wir mit solchen Problemen nicht zu kämpfen haben und möchte hier vielen Dank für die Frage dann auch darum bitten in solchen Fällen von den Respektkarten reichlich Gebrauch zu machen und auch an alle potenziellen Fragestellerinnen und Fragesteller doch der Appell sachliche die politischen Dinge betreffenden Fragen zu stellen und eben keine Fragen unter der Gürtellinie gut gibt es weitere Fragen zum Verfahren Andreas hat es gerade gesagt 30 Sekunden Zeit für die Fragestellung zwei Minuten für die jeweilige Beantwortung das scheint nicht der Fall zu sein herzlichen Dank noch ein weiterer Punkt es ist so explizit in der Wahlordnung zwar nicht geregelt ich schlage allerdings vor was die Aufrufe der jeweils nächsten Kandidierenden betrifft analog zu dem Verfahren vorzugehen das wir vorher auch angewendet haben also zu sagen wir machen einen ersten und zweiten Aufruf und wenn nach dem zweiten Aufruf sich die Kandidierenden nicht eingefunden haben verfällt auch deren Befragungszeit über dieses Verfahren weil es nicht so geregelt ist wenn es da keine Gegenrede oder keinen Widerspruch gibt dann nehme ich das so als akzeptiert an und werde dann entsprechend zu verfahren das sieht nicht danach aus das heißt ich habe jetzt dann den zweiten Aufruf für Jens Stomber entschuldige bitte die Verzögerung aber ich denke wir können jetzt starten und der erste Aufruf für Gilles Bordelais die Kandidierenden sind auch alle schon wieder projiziert ich bitte also auch die die als nächstes zu befragen sind analog zu der Vorstellungsrunde sich auch wieder vorne möglichst zeitig am Tisch einzufinden und die Redezeitbegrenzung für die Fragen ist wie gesagt 30 Sekunden wir werden das einblenden und jetzt hat der erste Fragesteller endlich das Wort Ok dann wollen wir mal Jens vielleicht hast du in der Tagespresse oder in sonstigen Medien die Vorgänge in Kiew um den sogenannten Euromaidan also sprich die Protestaktion für gegen Europa und in Ukraine mitbekommen ich hätte gern gewusst wie du dazu stehst ich habe das eben akustisch nicht ganz verstanden um was es genau geht um welche Euroaktionen sorry es geht darum um die Vorgänge in Kiew in der Ukraine um die Demonstrationen die angeblich pro Europa oder contra Europa waren und ich hätte gerne deine Stellungnahme zu diesem sogenannten Euromaidan dann hast du das Wort bitte sehr zwei Minuten also ich habe das in den Medien wahrgenommen dass es dort in der Ukraine offenbar einen Aufstand gegeben hat auch dass ein prominenter Boxer dort halt in der Öffentlichkeit halt mit den Leuten auf der Straße unterwegs war ja und ich unterstütze den halt also ich würde mich da auf die Seite von den Eurobefürwortern stellen gut herzlichen Dank dann die nächste Frage 30 Sekunden bitte Jens wie hast du vor mit Lobbyisten umzugehen mit was mit Lobbyisten okay mit Lobbyisten also ich habe mir eigentlich vorgenommen dass ich möglichst unabhängig bleiben möchte das heißt für mich ist es so diese Kandidatur wenn ich ins Europaparlament reinkommen würde dann würde ich danach nahtlos wieder bei meinem Arbeitgeber eingegliedert werden das heißt ich hätte nicht das Problem dass ich mich später darum kümmern müsste dass ich irgendwie einen Job finde und ich glaube auch dass wir in der Politik mehr Quereinsteiger brauchen ich möchte mich dort vor allen Dingen unabhängig bewegen und ich glaube dass die Themen die ich vertreten möchte das heißt also ich bin ja jemand der sich hier für Grundrechte engagieren möchte und für Netzpolitik zum Beispiel für Netzneutralität ich glaube ich habe einen entsprechenden sage ich mal Trust oder ein entsprechendes Vertrauen in einer Community aufgebaut und das möchte ich auf gar keinen Fall dadurch gefährden dass ich mich jetzt irgendwelchen Lobbyisten anbiedere ich muss auch dazu sagen ich bin finanziell unabhängig das heißt bei mir geht es da also auch nicht um Geld so und insofern bin ich jedenfalls nicht auf so etwas angewiesen oder so so sehe ich das also ich werde die Frage jetzt nicht an alle Kandidaten stellen weil es nimmt ja anderen Fragestellern die Chance da dran zu kommen und zwar aber die anderen Kandidaten können bitte darüber nachdenken in den nächsten Monaten und Jahren und zwar die Frage ist wenn du in das EU Parlament gewählt wirst wirst du dann die Kenntnisse und Erfahrungen der nicht gewählten Kandidaten mit in deine Arbeit einbeziehen und vor allem in welcher Art würdest du das tun ok das ist eine sehr gute Frage also wie ich in meiner Rede schon mal dargestellt habe wenn wir ins Europaparlament reinkommen dann sind wir zunächst mal dort natürlich souveräne Abgeordnete und müssen dort halt sage ich mal frei schwimmen das heißt wir müssen lernen dort zu überleben und lernen das dort selbstständig auf die Reihe zu kriegen trotzdem ist für uns natürlich ganz ganz wichtig im Unterschied zu einer Bundestagswahl wo es eben 550 Sitzenden im Parlament gibt und bei 5% 20-30 Kandidaten reinkommen muss man bei Europa davon ausgehen dass es halt maximal eine Handvoll Piraten sind das heißt das Verhältnis zwischen Piraten und anderen Abgeordneten im Europaparlament ist ganz ganz ungünstig deswegen sind wir als Abgeordnete im Europaparlament ganz stark darauf angewiesen mit den anderen Piraten in Europa zusammenzuarbeiten und auch vor allen Dingen Impulse von außen aufzunehmen und nach außen zu kommunizieren dann gibt es verschiedene Möglichkeiten sowas zu machen die Piraten in Berlin schwören an der Stelle ja auf Liquid Feedback nun ist es so ich bin kein Freund von Kettendelegationen wie man auch sieht an den Anträgen die ich stelle trotzdem glaube ich dass man den Kontakt halten muss über elektronische Medien bin ich immer sehr gut zu erreichen oder auch durch regelmäßige Mammelgespräche und ich wäre insbesondere auch bei Themen die jetzt nicht Datenschutz Netzpolitik sind darauf angewiesen zum Beispiel im Bereich Sozialpolitik dass mir da eben auch Leute Input geben ja herzlichen Dank dann die nächste Frage bitte jo hallo Jens ich würde dir gern zwei Thesen vorlesen und würde dann von dir wollen dass du dich da irgendwo dazwischen drin das sind zwei Gegenpole dazwischen drin positionierst die These 1 ist viele Piraten sehen Euro als einen existenziellen Bestandteil der europäischen Integration dementsprechend ist der Euro unumkehrbar wir brauchen den Euro für ein gemeinsames Europa und die These 2 wäre es gibt auch viele Piraten die sagen der Europa trennt Länder in Bittsteller und Geldgeber die Fragezeit ist um es tut mir leid die Fragezeit ist die Sekunden haben wir mehrfach angesagt kein Problem die Fragezeit ist um dann bitte sehr du hast das Wort zwei Minuten zur Beantwortung ja gut ok also ich habe jetzt so verstanden die Frage geht dahin es gibt Leute die sind pro Euro es gibt Leute die lehnen den Euro halt komplett ab ich würde diese Währungsunion nicht komplett ablehnen ja weil ich glaube auch dass die Leute die das auf den Weg gebracht haben in den allerbesten Absichten gehandelt haben ok die haben sich halt viel vorgenommen haben etwas gewagt haben etwas hingestellt die haben aber auch gesehen dass der Euro sehr problematisch gewesen ist der Euro hat in Europa zu ganz ganz großen Problemen geführt vor allen Dingen für die südlichen Länder und deswegen dadurch ist er natürlich irgendwo in Frage gestellt wir haben jetzt eine europäische Bankenaufsicht auf den Weg gebracht und dazu sind jetzt Dinge dort offenbar beschlossen und vereinbart worden man muss jetzt abwarten wie sich die Dinge entwickeln ich würde aber auf gar keinen Fall sagen dass etwas alternativlos ist und sagen halt der Euro so wie er ist muss immer erhalten bleiben und so weiter das was wir in Europa machen das was wir aus Europa machen das ist das was wir alle in einem demokratischen Prozess uns vornehmen und dabei sind meiner Meinung nach auch immer alle Möglichkeiten offen das heißt ich würde mich da nicht so positionieren wir müssen um jeden Preis aus dem Euro raus ich würde aber auch nicht sagen man muss um jeden Preis daran festhalten ja herzlichen Dank dann die letzte Frage 30 Sekunden bitte es ist der rote Timer der eingeblendet wird ja Jens kannst du mir bitte drei wesentliche Kritikpunkte an der EU Datenschutzgrundverordnung nennen der Entwurf liegt ja jetzt von Jan Philipp Albrecht und der Kommission vor also drei wesentliche Kritikpunkte an der Datenschutzgrundverordnung aus piratiger Sicht ja du hast das Wort zwei Minuten okay also ich bin ja bin ja jetzt in Hamburg gewesen da war der Jan Philipp Albrecht ja auch und er hat ja seinen Entwurf zur EU Datenschutzgrundverordnung dort halt vorgestellt ich kann dir jetzt keine drei konkreten Kritikpunkte an der Stelle nennen aber ich habe seinem Vortrag dort entnommen dass er grundsätzlich mit dem Verfahren und auch mit dem Entwurf so wie er jetzt dort vorliegt halt sehr zufrieden ist ich glaube dass die EU Datenschutzgrundverordnung ganz ganz wichtig ist damit unsere Daten in Europa halt geschützt sind und damit wir in dem Sinne von diesem Safe Harbor wegkommen ich kann dir jetzt nicht im Detail sage ich mal sagen wo wir als Piraten da jetzt ein Problem damit hätten ich habe das halt so verstanden wie er es geschildert hat und wie es auch Leute von Edri geschildert haben dass das Thema aus seiner Sicht relativ gut läuft von deutscher Seite gab es ein bisschen Widerstand weil es darum ging wie die deutsche Regierung diese Daten nutzen darf aber er sagt ja erst guter Dinge dass diese sage ich mal Kritikpunkte ausgeräumt werden ok ja herzlichen Dank damit ist deine Befragungsrunde beendet und wir kommen zum zweiten Aufruf von Gilles Baudelet der steht auch schon bereit und selbstverständlich auch zum Aufruf du kannst ans Pult zum Aufruf sich anzustellen alle die jetzt an Gilles eine Frage stellen möchten wie vorher bei der Erläuterung des Verfahrens da wo Flo steht also am Kontramikro ist das eigentlich da in der Ecke da wo Bastian gerade winkt ich gebe dafür noch so 10-15 Sekunden Zeit sich da erkennbar jetzt irgendwie hinzubewegen also alle die an Gilles eine Frage stellen wollen bitte da hingehen und für die zukünftigen Befragungen ist es natürlich möglich sich während sich eine kandidierende Person vorstellt für die nächste kandidierende Person schon mal da hinten in Aufstellung zu bringen genauso wie für die kandidierenden Personen auch hierzu noch die Bitte so wie Gilles das jetzt auch schon gemacht hat und wie Jens das auch tut gerade dass sich die jeweils nächste kandidierende Person so sie es möchte sich hier links bei der Treppe schon aufhält gut im Licht stehend oder sitzend damit sich die Versammlung auch wieder gut daran erinnern kann wer das nun eigentlich gewesen ist ist da noch erkennbare Bewegung an die Fragestellendenliste das ist offenbar nicht der Fall dann schließe ich die Fragestellendenliste und bitte um Auslosung und der erste Fragesteller kann natürlich seine Frage jetzt dann auch gleich schon stellen es findet ja keine erläuterung es gab ein Problem ihr werdet das klären sobald ein erster Fragesteller du bist der erste korrekt geloste Fragesteller ist das richtig das sieht so aus dann hast du das Wort und 30 Sekunden Zeit um deine Frage zu stellen lieber Gilles man hat in den letzten Jahren immer gesagt die Staatsverschuldungskrise sei eigentlich verursacht in einer Finanzmarktstabilitätskrise wie stehst du zu der These dass uns in den nächsten zwei Jahren der Kapitalmarkt ein weiteres Mal um die Ohren fliegen wird und was wäre deine Idee dagegen was zu unternehmen ja zwei Minuten bitte sehr ja okay das ist natürlich sehr nett ich bin überhaupt kein Wirtschaftler na schon mal vorneweg also ich kandidiere explizit nicht mit den Wirtschaftsthemen ich bin gehört zu den Leuten die zum Sixpack beigetragen haben wo wir gesagt haben unsere Lösung einer unserer Hauptansätze zur Lösung der Krise oder zur Bekämpfung der Krise ist letzten Endes sind Transferleistungen wir wollen einen Marshallplan und das ist der Hauptanteil ich werde dir jetzt keinen wissenschaftlich fundierten Ansatz sagen wie wir so Schulden aufgrund von irgendwie Finanzregeln bekämpft werden was ich sage ist Spardiktate haben zumindest bis jetzt nicht zum Erfolg geführt und passen auch nicht in unserem Menschenbild ja das ist eine Union ich weiß nicht wie man sich eine unsolidarische Union vorstellen sollte funktioniert nicht jeder der den Euro kritisiert sagt ja es fehlt der Unterbau ja die Reaktion ist aber dann nicht darauf ja gut dann schaffen wir den Euro ab sondern wir schaffen den Unterbau dazu deswegen die Antwort ist weitere Einigung weitere Koordination auf Wirtschafts- und Finanzebenen wir brauchen die Wirtschaftsunion wir brauchen die Bankenunion und weitere Entwicklungen in dieser Richtung so herzlichen Dank zur Erläuterung warum wir gerade den Timer nicht mehr angezeigt haben das Programm ist abgestürzt wir haben allerdings mit einer redundant vorgehaltenen Sportlehrer Stoppuhr das Ganze nochmal mit gestoppt die habe ich für den Parteitag in Chemnitz mal gekauft gut dann kommen wir zur nächsten Frage 30 Sekunden Zeit und bitte die Frage der größte Haushaltsposten in der EU ist in einem Bereich veranschlagt in der die Piratenpartei inhaltlich kaum eine Rolle spielt wie gehst du mit Fragestellungen aus diesem Bereich um bitte sehr ich gehe mal du sprichst die Agrarsubvention an die haben wir sehr wohl im Programm genau ja da geht es jetzt wissen die haben wir sehr wohl im Programm und zwar wir sind dafür dass sie progressiv abgeschafft werden beziehungsweise bis dahin auch an deren objektiven Nutzen gekoppelt werden ich glaube das ist einer der besten Punkte die wir im Programm haben also Fakt ist wir brauchen die Subvention jetzt stand jetzt ist Fakt wir brauchen Landwirtschaft wir haben Riesenflächen in der Union die gepflegt werden müssen wo Menschen leben das ist einfach mal kein Stadtgebiet und ohne die Menschen die da arbeiten verwildert das Ganze die Landschaftspflege die Umweltpflege passiert auch durch die Agraraktivität ich komme völligerweise auf so eine Gegend und mein Studium bezog sich auch über die Agrarwirtschaft ja wir brauchen sie jetzt wir müssen Stück für Stück abschaffen es gibt jede Menge negative Auswirkungen und vor allem die Ausgestaltung die jetzige Ausgestaltung dieser Subvention ist jetzt schlecht aber das wird auch angepackt das heißt die Orientierung an dem tatsächlichen Nutzen für Umwelt für Vielfalt für die Landschaft muss gegeben werden und es muss Stück für Stück reduziert werden ja herzlichen Dank dann die nächste Frage 30 Sekunden bitte ich würde dir gerne die gleiche Frage stellen wie ich sie Jens gestellt habe wie gehst du mit Lobbyisten um okay danke Lobbyisten ja das ist immer so ein Schreckwort ich weise mal darauf hin dass Umweltschützer Konsumentenschützer auch Lobbyisten sind und die einzige meines Erachtens richtige Antwort auf Arbeit mit Lobbyisten ist einfach sie öffentlich zu machen wir haben es auch in der pledge aufgeschrieben der Job ist nicht nein zu Lobbyisten weil das wäre auch schlecht wir müssen die Infos irgendwo her bekommen aber einfach zu sagen hey wir haben uns von den und den Sachen sagen lassen und zwar das und das und das und nebenbei haben die dieses und jenes Essen gezahlt ja auf jeden Fall wir machen alles offen und transparent ja herzlichen Dank dann die nächste Frage bitte 30 Sekunden was konkret planst du gegen staatliche Überwachung zu tun was konkret Überwachung ich nehme an eine gute Frage auf europäischer Ebene das Parlament hat kein Initiativrecht also vom Europaparlament aus wenn wir Sachen anschreiben können wie Beschlüsse also das heißt Entschlüsse Verzeihung vom Europäischen Parlament aus die solche Sachen verdammen und wir werden aufgrund der Mittel die wir haben als Parlamentarier versuchen können ja darauf aufmerksam zu machen sorry als Parlamentarier wird das begrennt sein ist Fakt das ist leider so wir werden halt mit den Ressourcen die wir damit freisetzen dass wir Piraten im Parlament haben aktiv werden können aber das ist eigentlich eher außerparlamentarisch ist leider so ja herzlichen Dank dann die letzte Frage an Jill bitte sehr hallo Jill du bist Mitverfasser oder Unterstützer eines Wahlprogrammantrags ja es klingt sehr gut kurz und knackig allerdings über eine Sache bin ich gestolpert und hätte gerne ein Statement dazu da drin steht dass du oder dass die Unterstützer dieses Wahlprogrammantrags es befürworten dass Gesetze in aller Regel auf der höchsten EU Ebene und nur in Ausnahmefällen noch auf Lokalebene gemacht werden und warum macht ein vernünftiger Mensch setzt sich für sowas ein ich denke es besser wenn die lokalen Menschen vor Ort eigentlich sich regieren die Frage Zeit ist um in Ausnahmefällen ja nein stopp nein was wir geschrieben haben ist dass wir alles gemeinsam entscheiden wollen was Sinn ergibt also ich habe es vorhin erwähnt wir brauchen ganz definitiv gemeinsame Entscheidungen was Wirtschaft angeht was Finanzen angeht Bankenregulierung Umwelt ist doch eine klare Sache Netzneutralität suchst du aus Ausbau Verkehr was wir nicht geschrieben haben ist dass wenn es mehr Sinn macht dass es lokal entschieden wird soll es weiterhin so sein eigentlich sogar geht das weiter als das was jetzt ist weil die Subsidiarität wie sie momentan funktioniert ist eigentlich soll lokal entschieden werden wenn es mehr Sinn macht aber was passiert ist es wird lokal entschieden solange die Kommission nicht sagt das würden wir aber gerne selber entscheiden so wenn die Kommission Zeit was eigentlich verdammt knapp ist wenn man bedenkt was alles da zu machen ist um darauf zu reagieren das heißt in der Regel was passiert ist das was das runterfällt das heißt du kriegst jede Menge Vorhaben die die Subsidiarität sprich dieses Prinzip lokale soll entschieden werden nicht achten aber trotzdem durchkommen weil das Verfahren um diese Subsidiarität um zu setzen ist zum Nachteil der Subsidiarität das heißt unser Antrag geht eigentlich weiter als das weil wir sagen alles was Sinn macht und nicht alles wo jemand aufsteht und sagt ich will aber also wir haben sehr wohl in dem Antrag dieses lokal soll auch entschieden werden aber Fakt ist momentan kranken wir nicht daran dass die EU zu viel kann wir kranken daran dass die EU zu wenig kann also vielleicht nur mal zu erklären ganz kurz viele der absurdesten Sachen die EU beschlossen hat sind deswegen beschlossen worden weil irgendein Mitgliedstaat versucht hat einen anderen Mitgliedstaat Stein in den Weg zu schmeißen du musst zum Schluss kommen so herzlichen Dank damit ist die Befragungsrunde von Gilles fertig vielen Dank und ich komme zum zweiten Aufruf für Jens Seipenbusch der steht auch schon bereit oder saß bereit und auch der Aufruf an potenzielle Fragestellerinnen und Fragesteller sich beim Kontra Mikro da einzufinden ist dann noch erkennbare Bewegung ich gebe noch so etwa zehn Sekunden Zeit um sich da noch hin zu bewegen da rennt auch noch einer und schon mal der erste Aufruf für Bernd G. Wenzel das wäre der nächste Kandidat der zu befragen ist Bernd G. Wenzel ist dann der nächste Kandidat und ich denke die Herren Hirschel Hansen und Klim können sich vielleicht auch schon mal in Richtung Kandidierend Tisch in Bewegung setzen Hirschel Hansel und Klim das sollte heute noch machbar sein dann schließe ich die Fragestellenden Liste und ihr könnt losen und wie wir schon gemacht haben genau erste Fragesteller können dann gleich auch schon nach vorne kommen und ihre Frage entsprechend stellen ja dann erteile ich das Wort für die erste Frage 30 Sekunden ja lieber Jens ich will es kurz machen du möchtest es auch kurz machen kannst du mir in drei kurzen Sätzen das sind 15 bis 20 Sekunden sagen wie du jemand auf der Straße eine Wählerin ein Wähler überzeugen willst dich oder die Piraten und nur dich und nur die Piraten zu wählen bitte sehr du hast das Wort und zwei Minuten Zeit ich darf an die drei Sätze also noch was anschließen sei es mir gegönnt zum ersten würde ich sagen bist du zufrieden wie es im Moment eine 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 Sache die noch am herzen liegt da mir vorhin in der Vorstellungsrunde leider die Zeit ein bisschen weggelaufen ist wer wirklich sich interessiert für die strukturellen Dinge globalisierungsaspekte und Finanzkrise und meine Meinung zum Thema EU die allerdings zehn Minuten lange sprengt und eine Stunde auch es gibt ein tolles Podcast und das ist direkt verlinkt auf meiner Wiki Kandidatenseite tut mir Vorstellungsrede hast du gesagt wir sollen auch Lösungen anbieten statt nur Kritik zu üben zum Beispiel zu erklären wie man Kriminalität ohne Vorratsdatenspeicherung bekämpfen kann wie kann man Kriminalität ohne Vorratsdatenspeicherung bekämpfen ja das habe ich mir auch gar nicht ausgedacht denn das machen wir im AK Vorratsdatenspeicherung schon länger wer den Patrick Breyer zum Beispiel kennt im schleswig-holsteinischen Landesparlament der weiß dass der nicht müde wird dieses Ding auch mit Zahlen zu unterfüttern zum Beispiel ich glaube immer noch die Seite daten-speicherung.de betreibt er wo man das super nachlesen kann tolle Argumentationshilfe für die Nachbarn für die Familien und andere Menschen faktisch ist es nämlich so dass das gefühlte Aufklären und die gefühlte Bedrohungslage immer eine andere ist als die Fakten das ist auch bei der Kriminalitätsbekämpfung so es gibt selbst in der kurzen Zeit wo in Deutschland so eine Art Vorratsdatenspeicherung theoretisch durchgeführt wurde glaube ich nur eine ganz geringe Zahl von Anfragen in den allermeisten Fällen es gibt ja auch zwei Studien die eine ist ein bisschen umstritten ist es in aller Regel so dass die Polizei zur Aufklärung von Straftaten praktisch immer auf Daten zurückgreifen kann ohnehin anfallen ohne dass man eben diese zusätzliche sechsmonatige anlasslose Vorratsdatenspeicherung und das ist ja der korrekte solche Untersuchungen die genau das gleiche belegen und genauso gibt es zum Beispiel den Mythos dass im Internet Kriminalität schlimmer wäre oder schlechter zu befolgen das ist zum Beispiel auch ein Mythos im Internet ist die Aufklärungsrate sogar höher als im Nicht-Internet Kriminalitäts Bereich insbesondere ist es ja auch so dass im Internet praktisch sehr wenige Kapital deliktische bis gar keine stattfinden mit solchen Zahlen kann man die Leute tatsächlich überzeugen da bin ich fest überzeugt halbe Minute ja wir müssen also einfach sagen nicht nur dass wir Vorratsdatenspeicherung scheiße finden das glauben uns die Leute aber die werden ja auch von was weiß ich Zirke und Co eingestillt und sagen ja wir brauchen das hierfür hierfür und dann müssen wir sagen wir haben zum Beispiel wie das Frau Leutherser gemacht hat mit der Quick-Freeze Geschichte wir haben hier eine Lösung die alle Anforderungen die jemand ehrlicher Polizist haben kann an Aufklärung die die erfüllt und trotzdem keine Vorratsdatenspeicherung vielen Dank herzlichen Dank fast eine Punktlandung dann die nächste Frage bitte 30 Sekunden auch an dich die Frage was würdest du gegen staatliche Überwachung tun ja tatsächlich habe ich mir einiges vorgenommen falls ich im Europäischen Parlament landen werde einige einige Sachen habe ich sogar schon getan ich habe mich nämlich in den letzten zwei Jahren schon in Brüssel umgetan mich da mit wesentlichen Leuten der Bürgerrechtler der Datenschützer und auch der Verbraucherschützer vernetzt sowohl mit denen die da wahrscheinlich als Lobbyisten gelten mit den Verbänden und auch mit den NGOs und das ist auch genau das was ich tun würde jenseits dessen was das normale Gesetzgebungsverfahren und die Konsultation mir an Möglichkeiten bieten ich würde also mit denen zusammen dies bearbeiten versuchen das sowohl in den Mitgliedsländern als auch in Europa zu betreiben innerhalb des Parlaments aber eben auch mit der Zivilgesellschaft gleichzeitig würde ich versuchen den Community Manager den ich beabsichtige da einzustellen da einzubinden damit man mit der europäischen Öffentlichkeit und auch mit der Piratenöffentlichkeit das gemeinsam tun kann ich muss aber im Teilen auch dem Gilles Recht geben was er gesagt hat natürlich ist es nicht so dass man in Europa in Brüssel hingehen kann und tatsächlich initiativ so etwas tun kann man ist dann auf die Mithilfe von nationalen Organen oder zum Beispiel auch unseren Landtagsabgeordneten angewiesen oder eben auf zivilgesellschaftliche Hilfe Ja herzlichen Dank dann die nächste Frage wieder 30 Sekunden Zeit bitte Hallo Jens ich habe nur eine Frage das Thema Beitritt der Türkei zur EU steht zur Debatte wenn wir uns vorstellen dass die Türkei beitreten würde welche Gefahren würdest du für die Türkei aus ihrer Mitgliedschaft in der EU sehen Ja bitte sehr Also wenn ich die Frage jetzt ganz genau nehme müsste ich sagen dass ich natürlich kein Türkei-Experte bin und schlecht sagen kann was innerhalb der Türkei passieren wird wenn die Türkei der EU beitritt aber es ist ja auch so es gibt einen emotionalen Aspekt dieses Türkei-Beitritts der Verhandlungen und es gibt einen rationalen Aspekt die würde ich zum Beispiel schon mal gerne trennen ich bin auf jeden Fall der Meinung dass die Türkei nach den gleichen Regeln behandelt werden muss wie jeder andere Beitrittskandidat weil man kann nicht während der Fahrt das Pferd wechseln und man muss mit auf internationaler Ebene sollte man auch seine Versprechungen einhalten das heißt man kann nicht einfach sagen ja du darfst du darfst nicht Willkür Willkür ist absolut undemokratisch das heißt die Türkei muss die gleichen Chancen bekommen wie die anderen Beitrittskandidaten sie muss aber natürlich auch die gleichen Pflichten erfüllen und ich bin der Meinung dass die EU in letzter Zeit bei ihrer Erweiterungspolitik beim Durchsetzen und Einfordern dieser Pflichten obwohl die zum Teil sogar auf Papier stehen einen relativ schlechten Job gemacht hat es ist zum Beispiel aus meiner Sicht absolut notwendig dass man sehr stark darauf achtet dass die Korruption in Staaten die der EU beitreten möglichst auf ein geringes Maß vorher gesenkt wird oder Beispiel Griechenland die haben zum Beispiel wurde mir gesagt nicht mal eine Art Handelsregister Steuerhinterziehung sonst was da muss man einfach sagen wir hatten da irgendwie geschlampt oder einfach irgendwie nicht gearbeitet das sollte natürlich nicht erst dann passieren wenn die wenn die beitreten das heißt wenn die Türkei und die hat sicherlich auch eine Menge Leichen im Keller nicht zuletzt auch wegen der Menschenrechte ich glaube da muss ich keinem das sagen es ist natürlich immer so wenn wir ein Land wie die Türkei importieren importieren wir auch deren nationale Konflikte das muss klar sein für die Türkei wird es sicherlich schwierig sein die nationalen zum Schluss kommen also das wird für die Türkei auch riskant sein gut danke sehr dann hier wird gerade irgendwas mit ob wir das System herunterfahren wollen angezeigt gut dann die letzte Frage 30 Sekunden bitte sehr ja also wir haben heute unglaublich viel Worthülsen gehört von allen möglichen Kandidierenden jetzt nochmal ganz konkret an dich die Frage wieso soll ich dich um Gottes Willen wählen was willst du denn konkret ich meine du hast ein bisschen angefangen was willst du konkret einbringen welche Expertise hast du die uns nützt als Piraten dass du da sitzt in diesem schönen europäischen Parlament gut gepolstert was willst du machen dass wir was tun die Frage ist die Fragezeit ist vorbei wir hatten wieder ein kleines technisches Problem aber die redundante Stoppuhr Jens bitte sehr du hast zwei Minuten ja da gibt es zwei Aspekte ich weiß sehr genau was ich da tun möchte wir möchten natürlich viel mehr als wir erreichen können ich bin jemand der sagt wir müssen Prioritäten setzen um überhaupt etwas zu erreichen ich will nicht auf allen Feldern mitspielen und dann gar nichts erreichen nur reden das ist mir zu wenig in der jetzigen Phase der Partei bin ich auch der Meinung dass dieses Mandat so extrem wichtig ist dass wir das für die Partei auch benötigen das heißt wir müssen ganz klar dieses Mandat oder die Mandate die wir haben mit der Partei stark vernetzen ich habe das Stichwort Community Management elektronische Medien schon genannt ich weiß außerdem was auf mich zukommt ich glaube das unterscheidet mich von einigen Kandidaten hier ich war nämlich schon öfter sowohl bei Christian als auch bei Amelia im Parlament in Ausschüssen habe mit allen möglichen Leuten geredet ich weiß was auf mich zukommt und das ist eine Menge ich kann das bewältigen ich glaube das sonst hätte ich nicht kandidiert der eine oder andere wird sich sonst ansonsten vielleicht da eher mit dem Schock wieder abwenden ich habe da schon Kontakte ich habe mich schon vernetzt und werde dort meine Prioritäten abarbeiten und meine Prioritäten sind Punkt 1 Privatsphäre Überwachungsstaat das ist der Grund warum ich überhaupt Politik mache das heißt zu Ende bringen der jetzigen Datenschutzgrundverordnung oder sogar verbessern der Datenschutzgrundverordnung umsetzen weitergehen Punkt 2 wir werden in Zukunft auch Urheberrecht wieder machen in Europa ich kann Urheberrecht ich habe es 5 bis 6 Jahre gemacht in dieser Partei halbe Minute und Punkt 3 aus meiner Sicht wirklich Reform von Europa und zwar strukturelle Reform Stichwort Föderalismus Republik der Regionen und Finanzkrise bewältigen den Euro nicht von 17 Euro sondern auf 1 Euro Solidarität Europäisch die Europäische Union weiterentwickeln das sind meine 3 Prioritäten danke sehr ja herzlichen Dank damit ist die Befragung von Jens Sackenbusch abgeschlossen vielen Dank dann der zweite Aufruf für Bernd G. Wenzel der gerade auf dem Weg ist der erste Aufruf erfolgt für Falk Peter Hirschel Falk Peter Hirschel erster Aufruf zur Befragung und wie gesagt Jürgen Hansen und vielleicht auch Martin Klim könnten sich noch einfinden ich rufe dann auch potenzielle Fragestellerinnen und Fragesteller auf die an Bernd Wenzel eine Frage stellen möchten sich da vorne anzustellen dafür gebe ich noch so etwa 10 bis 15 Sekunden Zeit und mache in der Zwischenzeit der Versammlung eine Mitteilung wie wir ja vorher auch schon mal gesagt hatten um 21 Uhr ist für heute definitiv Schicht um 22 Uhr gehen hier die Lichter aus und alle müssen raus sein in einer Stunde ist es gut zu schaffen viel schneller würde ich da nicht machen wollen also ich werde definitiv die Versammlung spätestens um 21 Uhr unterbrechen und morgen dann wieder fortsetzen das gibt uns dann noch etwa 25 Minuten ist da noch Bewegung zu erkennen in Richtung Fragestellung das scheint nicht der Fall zu sein dann schließe ich die Liste der Fragestellenden eine Auslosung scheint nicht erforderlich zu sein weil es wenn ich das richtig sehe nur drei Fragesteller gibt dann bitte sehr und du hast das Wort 30 Sekunden für deine Frage Hallo du hattest bei deiner Vorstellung gesagt dass du dich mit Big Data auskennst also mit Data Mining und dass die NSA das benutzt und dass wir da einige Methoden die auch die NSA nutzt auch nutzen könnten das klang ein bisschen merkwürdig magst du das ein bisschen genauer erklären damit ich weiß was du damit meinst ganz allgemein geht es dabei um statistische Verfahren im weitesten Sinn und wir können so wie die hergehen und alle möglichen Auswertungen fahren können auch wir Daten an die wir rankommen nach unseren Kriterien auswerten und nach den Dingen suchen die uns interessieren so einfach ist die ganze Geschichte und wenn man da die richtigen Werkzeuge hat und die richtigen Kenntnisse hat wie man das macht dann kann man das effizient machen ja herzlichen Dank dann die nächste Frage wieder 30 Sekunden Zeit bitte ich bemühe mich du bist Professor du hast Expertise das hast du auch erzählt wunderbar inwieweit bist du bereit oder hast du schon bewiesen dass ich mit der Basis vernetzt im wahrsten Sinne des Wortes dich rückkoppelst und dann nicht irgendwo in der Filterbubble Cloud EU-Parlament verschwindest ja herzlichen Dank zwei Minuten bitte okay auch das kann ich relativ schnell beantworten denn ich war in einer ganz ähnlichen Situation in der internationalen Normung wo man ja auch international arbeitet aber gleichzeitig die Leute zu Hause die in den nationalen Normungsgremien sitzen informieren muss und mit denen zusammenarbeiten muss und das Feedback das man von denen bekommt auch wieder international dann zurückliefern muss ja herzlichen Dank nochmal 30 Sekunden bitte ja auch an dich die Frage bitte in drei kurzen Sätzen 15 bis 20 Sekunden wie willst du die Wählerin dem Wähler überzeugen nur dich oder nur die Piraten für Europa zu wählen okay aus meiner Sicht damit dass ich die Leute daraufhin anspreche was sie von einer transparenten ideologiefreien nachhaltigen und letztendlich zukunftsorientierten Politik halten wenn ich das mache bekomme ich immer positive Rückmeldungen und wenn ich dann den Leuten klar mache ich frage dann normalerweise welche Partei sie gerne wählen würden und erkläre ihnen dann was ihre Partei gegen die wie ihre Partei gegen die Sekretärin verstößt ja herzlichen Dank dann ist damit deine Fragerunde abgeschlossen Bernd danke sehr und wir kommen zum zweiten Aufruf für Falk Peter Hirschel und ich rufe potenzielle Fragestellerinnen und Fragesteller auf sich an der Auslosungsschlange noch anzustellen sich dort einzufinden dafür gebe ich nochmal so etwa 10 bis 15 Sekunden Zeit und in dieser Zwischenzeit wo wir warten auf Fragestellerinnen und Fragesteller hat der Wahlleiter noch eine Ankündigung bitte sehr so bei meiner Suche nach Helferinnen bin ich immer wieder darauf angesprochen worden aber da verpasse ich doch so viel vom BPT wenn ich genug Helferinnen bekomme verpasst ihr vom BPT die auf die eröffnenden Orga Dinge also nicht so wirklich dramatisch inhaltliches das ist der erste Hinweis der zweite Hinweis ich habe es vorhin schon getwittert ich brauche noch ein paar Tacker also die Leute die hier in der Nähe wohnen falls ihr so Klammerhefter mitbringen könntet euren Namen draufschreiben und mir morgen leihen wäre das super vielen Dank der Bayer sagt zwicker so noch eine Ansage Bändchen und Unterlagen gelten auch für morgen also bitte nicht verlieren also die Bändchen die ihr bekommen habt und die Stimmzettel Stimmkarten und das ganze gedöns gilt auch morgen weiter es wird also morgen nicht vollständig neu akkreditiert gut dann wie sieht es aus kommt auch niemand mehr dann ist die fragenden Liste geschlossen und auch hier ist nicht die Notwendigkeit einer Auslösung gegeben wenn ich das richtig sehe dann hast du wieder zum ersten das Wort und 30 Sekunden dafür Zeit bitte sehr hallo du hast gesagt du bist Pragmatiker und kein Visionär und hast was gegen die Überwachung der Bevölkerung wenn du im Parlament sitzt hast du jetzt schon einen E-Mail Account mit PGP Schlüssel oder mit SMA im Zertifikat dass jetzt Leute schon dir Sachen verschlüsselt schicken können damit sie eben nicht überwacht werden bist du so pragmatisch ja ganz kurz also erstens mal Pragmatiker schließt Visionen nicht aus ja ich möchte es hier nur unseren Altkanzler Schmidt zitieren wer Visionen hat gehört in die Anstalt also man muss als Politiker klar wissen wo man hin kann und wissen was man will was man erreichen kann ja Pragmatiker ja ich habe natürlich so einen PGP Account ich bin seit zwei Jahren Kreisverstand und wir arbeiten eigentlich nur noch mit diesen ja herzlichen Dank dann die nächste Frage wieder in 30 Sekunden bitte auch ich bemühe ich wieder die Frage ist weswegen soll ich wählen also welche Expertise bringst du mit weswegen bist du da ganz wichtig für mich im Europaparlament und was hast du dir ausgedacht dazu hast du denn dich damit diesem Europaparlament mal beschäftigt inhaltlich und auch vor Ort ja ich fange die Frage mal von hinten an ich habe mich natürlich intensiv damit beschäftigt ganz einfach vor Ort ja ich war letztes Jahr im September auch in Brüssel habe mir das Parlament von innen angeschaut habe auch eine schöne Führung gemacht habe auch mit ein zwei Leuten die da rum standen mal kurz gesprochen habe mich auch wunderschön darüber amüsiert nur als eine weitere Wirbung machen kann in fünf sechs verschiedenen Sprachen war die Begründung warum der Plenarsaal geschlossen ist unterschiedlich zwischen Renovierung zwischen technischen Problemen je nachdem also warum du mich wählen solltest oder was ich einbringen kann nicht nur dass ich im Datenschutz relativ bewandert bin auch wie du genau weißt familiär da hier sehr guten Rückhalt habe als Jurist kann ich Gesetze lesen und ich kann die Gesetze im Vorfeld machen ich kann sie auch in eine halbwegs normale Sprache übersetzen wir haben häufig das Problem dass wir Informationen bekommen die aber der Normalbürger gar nicht versteht wo man dem Normalbürger irgendetwas erzählen kann meine Aufgabe sehe ich unter anderem darin Gesetze im Vorfeld zu analysieren darauf hinzuweisen wo die hingehen was schief gehen kann und dann auch meine Möglichkeiten einzusetzen hier das zu verhindern Ja herzlichen Dank dann die letzte Frage Du hattest vorher in der Vorstellung die Strafverfahrensreform in der EU erwähnt kannst du die vielleicht in zwei Minuten zusammenfassen und vielleicht sagen ob es irgendwelche Probleme für Bürgerrechte und so auch mit implizieren würde Okay das ist Optimismus also eine Geschichte die seit ca. 6 7 Jahren läuft in zwei Minuten ja Strafrechtsreform also es ganz kurz im Hinblick auf die Probleme für die Menschenrechte insbesondere auch für unsere Grundrechte die es geben soll ein gemeinsames europäisches Strafverfahren missachtet dass wir hier zum Beispiel gewisse Verfahrensrechte haben ein Beispiel in Deutschland kann ich zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens als Angeschuldigter als Angeklagter als Beschuldigter und Anwalt hinzuziehen ist in vielen anderen europäischen Verfahrensordnungen nicht vorgesehen wir haben in anderen Verfahrensordnungen die Tatsache dass der Staatsanwalt für den Haftbefehl zuständig ist er ermittelt er verhaftet und er lässt auch sonst keine Verteidigung zu das sind alles Punkte wenn die im Rahmen einer Vereinheitlichung oder wie es so schön auf EU-Deutsch heißt Harmonisierung kommen dann wird ein Großteil unserer gemeinsamen Grundrechte hier einfach eingeschränkt werden mit dem Ergebnis natürlich dass der Bürger hier nicht mehr diese Möglichkeiten hat sich zu schützen dass man hier relativ ich will jetzt hier kein Szenario von wegen Inquisition und ausgeliefert sein durch diese einzelnen Reformen und durch diese Harmonisierung dass man wie es bei der EU leider immer wieder passiert den kleinsten gemeinsam Nenner sucht werden sehr viele unsere deutschen Freiheitsrechte für die wir Jahrhunderte schon gekämpft haben für die wir auch wirklich katastrophale Erlebnisse des 20. Jahrhunderts gebraucht haben bis wir diese liberale freiheitliche Rechtsordnung Strafverteidigungsordnung hatten und die wurden dann einfach so geopfert worden und da bin ich ganz massiv dagegen Gut herzlichen Dank damit ist deine Befragung abgeschlossen vielen Dank und wir kommen zum zweiten Aufruf von Jürgen Hansen ich bitte dann auch alle die potenziell eine Frage stellen möchten an Jürgen Hansen sich dort beim Auslosungspunkt einzufinden in der Zwischenzeit noch eine Ansage es ist ein Mobiltelefon gefunden worden das ist am Infopoint und soweit ich weiß am Infopoint abzuholen also dort vorne ach beim Frontoffice das wird gesucht so es ist also jetzt bin ich verwirrt worden es wurde kein Handy gefunden es wird eins gesucht das ändert die Sachlage natürlich völlig also wer ein Handy findet soll sich dass er nicht zuordnen kann soll sich dann bitte beim Frontoffice melden dann werden da Telefon und Besitzerin zusammengebracht vielleicht jetzt so als Ankündigung ich denke dass wir es nach der Vorstellung von Jürgen Hansen mit den beziehungsweise nach der Befragung von Jürgen Hansen mit den Befragungen für heute bewenden lassen es tut mir leid dann gleich so als Ansage jetzt schon ich bitte dann also die nächsten Kandidierenden nämlich Martin Kliem Annehelm Martina Pöser und Patrick Schiffer sich dann morgen auch früh wir werden um 9 Uhr fortsetzen so wie auch in der Wiki Einladung drin steht dann auch morgen früh wirklich wieder hier einzufinden ich sage dazu aber bei der Versammlungsunterbrechung gleich auch noch was ist da noch Bewegung zu erkennen das ist nicht der Fall dann schließe ich die die fragenden Liste da rennt noch einer ja der kann noch ja so dann ist jetzt die fragenden Liste geschlossen und ihr könnt zur Auslosung schreiten bitte ja dann bitte sehr du bist dran 30 Sekunden Jürgen du hattest Kandidatomat vom Christian Hufgat angegeben dass du die EU Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nicht ablehnen würdest kannst du uns bitte deinen Standpunkt noch einmal erläutern ja das ist eine super Frage danke grundsätzlich folgendes dazu ich habe von diesem Kandidatomaten heute Abend durch den Kollegen hier von Herne das erste Mal erfahren und ich habe auch gesagt dass ich dieses Ding nie ausgefüllt habe ich habe daraufhin mit der netten jungen Dame die diesen Kandidatomaten entwickelt hat ein langeres Gespräch gehabt ich weiß nicht wie ich da reingekommen bin aber Fakt ist eins wenn ich durch die Lande ziehe und den Leuten vermittle wie Datenspeicherung und Datensammeln der Stasi in der DDR funktioniert hat wenn ich durch die Lande ziehe und den jungen Leuten rüberbringen möchte wie wir damit umgegangen sind in der DDR wie es mir ergangen ist dann glaubt mir doch sicherlich wenn er mir nichts glaubt aber dass ich gegen Vorratsdatenspeicherung bin das müsste mir wenigstens abkaufen denn ansonsten viele kennen mich die ich hier von denen ich schon gelesen habe das würde sich ja sowas von in die Knie beißen also ich bitte nochmal darum für alle die ihre Entscheidung davon abhängig machen ich sage es hier nochmal klar und deutlich ich habe dieses Ding Datomat oder Valomat oder wie es heißt nie ausgefüllt weder die eine Frage noch irgendeine andere Frage wie es da reingekommen ist weiß ich nicht ich hoffe wir kriegen es noch raus ich bin sofort fertig ich danke für diese Frage das habe ich vorhin bei meiner Redezeit nicht mehr geschafft reinzukriegen sonst hätte ich da schon was dazu gesagt ja herzlichen Dank die nächste Frage 30 Sekunden ich hatte im Grunde genommen dieselbe Frage also kann man das damit dann ist die Frage erledigt die nächste bitte 30 Sekunden ja also DDR-Vita qualifiziert ja nicht unbedingt fürs Europaparlament deswegen auch an dich die Frage weswegen sollte ich dich wählen also ich meine du kannst den Wahlkampf auch jetzt heute ab morgen auf der Straße machen das ist alles sehr schön weswegen bist du qualifiziert welche Expertise bringst du ein nicht die Historie welche Expertise ja zwei Minuten bitte sehr gute Frage auch an mich schwierig zu beantworten denn es sind viele Leute die heute hier gestanden haben die bestimmt beratig in Sachen Daten und so weiter viel bessere Expertisen nachweisen können als ich deswegen maße ich mir überhaupt nicht an mich beispielsweise mit solchen wirklichen Fachleuten zu vergleichen ich kann nur eins sagen da brauche ich auch auf keinen Spickzettel hier zu schauen die hat man sich ja hier so vorbereitet was kann ich mitbringen ich bringe eigentlich das Gedankengut des kleinen Mannes mit denn ich bin nur ein einfacher Handwerksmeister und ich denke und das habe ich versucht vorhin in meiner Rede klar zu stellen ich denke wir haben so viele Anwälte da im Parlament wir haben Lehrer dort sitzen wir haben IT-Spezialisten dort sitzen die müssen auch dorthin aber ich finde auch der kleine Mann muss dort vertreten sein und ich denke ich habe mich so entwickelt dass ich es schaffe als Handwerksmeister Politik machen zu können und das in einem Team nach Möglichkeit gemischt mit Jung und Alt mit dem Enthusiasmus der Jugend und mit der Weisheit und der Gelassenheit eines Stückchen eines Älteren ich finde wenn wir das hinkriegen zu mischen das muss nicht ich sein da waren auch genug gute Leute heute hier am Mikro wenn wir das hinkriegen dann bringe ich auch ein Stückchen mit was bestimmt so mancher Spezialist hier aus unseren Reihen in das Parlament mit einbringen würde wie reicht dir das als Antwort? Ja herzlichen Dank das wäre die halbe Minuten Ansage gewesen wunderbar dann perfekt dann nochmal 30 Sekunden für eine Frage bitte Ja Jürgen wenn wir dich wählen würden wie würdest du uns die Basis mitnehmen oder salzt du dich nachher ganz von uns ab? Das ist meine Frage Ja wie würde ich die Basis mitnehmen? Da muss ich in zwei oder drei Sekunden ausholen ich war immer eifriger Zuhörer wenn unser ehemaliger Bundesbernd im Mambel gesessen hat und hat die Bundesbernd Sprechstunde gemacht ich fand das klasse ich bin eifriger Zuhörer wenn unser Landesverband NRW die Vorstandssprechstunde macht das erste was ich mir auf die Fahne geschrieben habe ich hätte das auch gerne in meiner Rede noch gebracht habe ich aber zeitlich nicht geschafft ist es wird sofern ihr mir euer Vertrauen entgegenbringt und sagt okay wir schicken den Handwerksmeister nach Brüssel wird es aller 14 Tage in Mambel eine Sprechstunde mit Jürgen Hansen geben da steht so fest wie das Amen in der Kirche und da habt ihr sechs Jahre lang habt ihr mich am Hals aller 14 Tage und müsst euch mit mir unterhalten und ich werde euch mit Fragen füttern ich werde euch mit Themen füttern ich werde euch fragen wie soll ich mich wie wo verhalten denn ich bin kein Berufspolitiker und ich denke etwas Besseres kann man als ersten Schritt erstmal gar nicht machen denn da nehme ich euch mit denn ich kann da alleine nicht hingehen ich brauche euch dazu das ist der erste Schritt das zweite ist natürlich wenn es meine Zeit erlaubt werde ich oft suchen quer durch Deutschland euch im realen Leben zu treffen aber das weiß ich nicht denn ich weiß es wird einiges auf mich zurollen aber ich denke der erste Schritt mit dieser Mambels Sprechstunde aller 14 Tage das dürfte eigentlich so in die Richtung gehen die piratisch ist und wo ich die Kontakt zur Basis nicht verliere herzlichen Dank dann die letzte Frage für heute Abend nochmal 30 Sekunden Zeit bitte Mambel bitte aber ohne das Arme in der Kirche welche Neuerungen hast sind im Lissabonner Vertrag aufgekommen kannst du mir die Frage beantworten ja da kann ich aber meinen Spickzettel dazu nehmen da habe ich mich damit beschäftigt weil mich der Lissabonner Vertrag ein wenig interessiert hat das wichtigste was glaube ich im Lissabonner Vertrag niedergeschrieben wurde ist der neue Kompetenzausbau des EU-Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik den hatten wir wohl vorher schon aber er hat jetzt einen völlig neuen Stellenwert bekommen da könnte man wohl dazu sagen wir haben das erste Mal einen EU-Außenminister und im volkstümlichen Sinne mit der Gründung eines auswärtigen Dienstes der ihm auch unterstellt ist was auch noch für mich mit meinem Thema Menschenrechte von ganz großer Bedeutung ist dass die Rechtsverbindlichkeit der EU-Grundrechtscharta festgeschrieben wurde und das ist ein wahnsinniger Fortschritt das war bisher nicht und ich denke dass solche Sachen wie die Einführung einer EU-Bürgerinitiative festgeschrieben wurden dass die polizeiliche und die justizielle Zusammenarbeit festgeschrieben wurden und auf ein höheres Niveau gehoben wurden alles das sind die Sachen die also mit der mit der Ratifizierung der 28 Mitgliedstaaten uns ein Stück weit vorangebracht haben im Gegensatz zu den Verträgen die da vorgestanden sind ich hoffe auch das jetzt ist er weg ich hoffe auch das reicht dir in der Antwort ansonsten danke ich euch noch mal dass ihr mir zugehört habt heute an diesem späten Abend ja herzlichen Dank damit ist die Befragung von Jürgen Hansen beendet und wir sind für heute auch fast am Ende es gibt noch ein paar organisatorische Ansagen bevor ich dann die Versammlung tatsächlich bis morgen unterbreche das eine ist alle Wahlhelferinnen und Bereichsleiterinnen mögen morgen bereits ab viertel vor neun da sein der Einlass in der Halle beginnt um 8.30 Uhr das also an alle Wahlhelfer Wahlhelferinnen Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen die bitte schon um viertel vor neun da sein ich will euch jetzt nicht noch mit zu vielen Dingen langweilen was allerdings ganz wichtig noch ist bitte schmeißt euren Müll weg es sind da Müllsäcke angeklebt worden an den Tischen hier im Mittelgang und ich denke auch woanders hier an den Seiten bitte werft den Müll den ihr habt weg nehmt leere Flaschen mit und so weiter in Bremen hat das dann die Orga am Sonntag ich glaube in so einer eineinhalbstündigen Geschichte dann in der Früh vor der Fortsetzung gemacht das ist in so einer Halle dann relativ viel zu tun also bitte Müll wegschmeißen leere Flaschen mit nach draußen nehmen und irgendwo abgeben auch wenn es nicht eure eigenen sind da ein bisschen Solidarität wäre super zu den Befragungen für morgen nochmal der Hinweis ich möchte darum bitten dass sich die Kandidierenden Martin Klim Anne Helm Martina Pöser und Patrick Schiffer das sind die ersten vier morgen in der Früh spätestens ab neun Uhr vielleicht ja so ab neun Uhr hier auch einfinden wir machen wenn es irgend möglich ist und nicht technisch organisatorische Dinge dem entgegenstehen wirklich pünktlich weiter es steht auch in der Geschäftsordnung im Übrigen nimmt ein Mitglied gar nicht oder nicht an der gesamten Versammlung teil so entstehen hieraus keine rückwirkenden Rechte wer nicht da ist hat Pech gehabt ansonsten also außer es stehen technisch organisatorische Gründe dem entgegen dass wir nicht weitermachen können aber wenn jetzt hier nur irgendwie 100 Leute sitzen möchte ich das nicht zum Anlass nehmen um dann nicht einfach mit der Befragung fortzufahren noch ein paar ganz kurze Danksagungen bevor Flo noch was ganz wichtiges an Ansagen nachzuschieben hat und ich dann unterbrechen kann ja vielen Dank an alle die das heute überhaupt erst möglich gemacht haben das Gebärendolmetscher Team die hier den ganzen Tag unfassbar großartige Arbeit tun und dafür sorgen dass Menschen die das nicht hören können trotzdem der Veranstaltung folgen können und auch einem der auch schwersten Jobs natürlich bei so einer Versammlung dem Protokoll die auch wieder einen unfassbar krassen Job machen natürlich auch allen anderen die viel gearbeitet haben auch im Vorfeld aber ich denke das können wir dann in den Gesamtdanksagungen am Ende der Versammlung morgen machen dann hat Flo jetzt noch sicherheitsrelevante Ansagen dann bitte sehr du hast noch mal das Wort genau und zwar es ist leider alles nicht mehr so schön wie es früher war die Security bittet euch keinerlei Wertgegenstände also Rechner Telefone Tablets irgendetwas weg zu hier über Nacht in der Halle zu bleiben zu lassen die Halle ist zwar abgeschlossen wir gehen davon aus dass niemand reinkommt aber in Bremen haben wir das auch getan und dort sind mehrere Rechner und mehrere Telefone verschwunden also bitte nehmt alles was ihr an Technik morgen noch haben wollt wieder mit das wäre es von mir gewesen danke ja herzlichen Dank dann noch eine organisatorisch interne Durchsage das Bühnenteam Versammlungsleitungsteam trifft sich dann bitte um 21 10 also in etwa 15 Minuten hier auf der Bühne zu einer Vorbesprechung für den morgigen Tag ansonsten glaube ich ist es das für heute in der Tat gewesen dann unterbreche ich jetzt die Aufstellungsversammlung und die Aufstellungsversammlung wird am morgigen Tag das ist also Sonntag der 5. Januar um 9 Uhr morgens wie es auch in der TO im Wiki steht um 9 Uhr morgens fortgesetzt ich möchte sehr pünktlich fortsetzen wir haben in Bremen Kritik bekommen dass wir gewartet haben obwohl sehr wenige Leute da gewesen sind meines Erachtens steht gibt es kein Problem die Befragung morgen so die Kandidierenden da sind fortzusetzen auch wenn nur sehr wenig Leute da sind außer es stehen eben technisch organisatorische Gründe dem entgegen also die Versammlung ist unterbrochen wir setzen morgen um 9 Uhr morgens fort gute Nacht